Einen wunderschönen guten Abend und einen herzlichen Willkommen wieder zu einem neuen Video auf anderen Live-Show mit heute dabei, der liebe Mark Rumpel, der Bumpel. Und es geht heute wieder los, 1 zu 7 E-Star. Und ihr wisst ja, ich war letztes Mal Edmund on Duty, ich hab mich hier ausgeloggt, das heißt, irgendwer muss mich heute abholen. Und das passt perfekt und ich glaub, ah, wobei, ich hab ein Skateboard dabei. Und ich hab auch meine RPG vom letzten Mal dabei, wir müssen auf jeden Fall loswerden. Ja Leute, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Abo und ein Like, da sagt den Leuten, dass es hier einen sprechenden Hund gibt, der GTA RP spielt. Würde mich sehr freuen, Leute. Einzigartig, dieser Hund. Mit RP unterwegs. Auf jeden Fall, wir starten durch. Ich glaub, ich lass mich abholen. Ich will jetzt nicht den ganzen Weitweg gehen. Äh, hallo? Hallo? Ich hab nur grad ein Problem, ich bin am Arsch der Welt. Tja. Was, kein Auto oder was? Ihr wisst ja, wo dieses, das heißt Kotz-Zentrum, warte mal. Kor, ne, Kotz heißt das, glaub ich. Das ist oben, wo dieser Park ist, wo dieser, ähm, ihr Garten ist. Dort bin ich gerade. Wach an den seltensten Orten auf. Ihr Garten aufgewacht. So, ähm, by the way, ich hab grad vorhin gesehen, die ganzen Donis, die letztes Mal nicht angezeigt wurden, unter, unter, von Tipi Stream, die wurden heute alle nochmal eingeblendet, wo ich denn, bevor ich den Stream gestartet hab, also der Ratzfatz, ging da 50.000 Donis grad vorhin durch. Er zieh, SGLF, danke für den Euro, der Kurt Kurt auch dabei habe, beim Fußball meinen Fuß verstaucht, hashtag Flachdach. Hat auf jeden Fall viel miteinander zu tun, wünsch dir auf jeden Fall, äh, gute Besserung, lieber Kurt Kurt, also Kurt Kurt. Holt mich jemand, ich würd's doch mit dem Skateboard fahren. Hallo? Hallo? Ja, ich hab nur gefragt, ob mich verholen kommt. Ja, hab ich nicht gehört, Alter. Hä, hör'n wir mich jetzt? Hallo? Ja, hallo? Ja, ich, ich bin am, am Arsch der Welt, bin ich. Ist hier einer von uns ein Heli hier? Ja, der macht keinen Babys. Ich mein, ich fahr so mit dem Skateboard, ist auch okay, braucht halt ein bisschen. Standort. Mein Standort ist dort, wo der Irrgarten oben ist. Ich bin doch einfach an den Standort, Bruder. Ja, der Irrgarten, du weißt doch, wo das ist? Okay, ich geh mal einfach Standort durch. Unglaublich, unglaublich mit Potenz. Ähm. Ich glaub, Freddy hab ich nicht eingespeichert, ne, da war ja mal was. Äh, doch, äh, hab ich, äh, hier Standort. Ähm. Anscheinend hört mich Freddy nicht. Was ist denn da los? Hab ich was falsch gemacht? Hab ich was komplett, vielleicht hab ich irgendwas falsch eingestellt. Wenn das gut ist, dass Sirenenpack jetzt installiert, das ist gut, weil ich, äh, bin erst später auf Grant. Das heißt, ich mach's immer so, ich geb's erst auf RLO und dann auf Grant, weil dann, äh, hauls mein Sirenenpack nicht raus. So, ähm, dann warten wir mal hier. Tornios, äh, Balin, danke für 50 Cent. Äh, ich frag mich immer, wie man 50 Cent daten kann. Es ist und bleibt ein Rätsel. Ich geh gleich schlafen.ch. Kannst du mir wieder zu, zu Chester's Grab gehen? Ich weiß nicht mal, wo das ist. Alco, wenn du flexionierst, kannst du das auf andere Ausweise machen. Du musst nicht ordentlich, dass man nicht braucht. Ergäber benutzt dasselbe Grab. Ja, Cherry ist cool. Wann, circa, wann die Gespräche stattfinden? Das steht alles im, äh, FIQ. Wenn du angenommen wurdest, steht alles im Discord FIQ. Wir müssen natürlich nichts sagen. Einfach das FIQ durchlesen. Easy. Danke, Cherry ist cool. Danke. Ja, ne, Korts heißt das hier oben. Ich fahr jetzt mit dem Skateboard. Ich weiß nicht, ob mich wer hinkommt. Ich hab gesagt, ich komme, Wunder. Ich hab das nicht mal gehört. Ich hab hier oben richtig schlechten Empfang. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin unterwegs, Bruder. Ich glaub, das liegt daran, dass du dann in so einer Schlucht bist. Gut, dann warte ich aber vorne an dieser Einfahrt. War doch schon runter. Hui. Hui. Ich hab Spaß. Helicopter holen, aber der macht Babys, Bruder. Warum habt ihr überhaupt einen Helicopter stehen? Habt ihr gerade was gesagt, weil ich hab gerade nichts gehört? Ich hab gesagt, ich wollte mich mit Helicopter holen. Aber der macht Babys. Habt ihr mich wieder nicht gehört? Hä? Geht ihr wieder hoch? Ist mein Funkgerät irgendwie? Ich verstehe nicht ganz schlecht. Ist mein Funkgerät kaputt? Hört euch der Akku leer, Bruder? Irgendwie hört ihr mich kaum, ne? Warte mal. Ich hab gehört jetzt. Also jetzt gerade durch dich. Mein Funkgerät neu. Check, check. Hört man mich jetzt? Ey, bei mir bist du gerade auch gerade abgehackt. Jetzt besser, oder was? Ja, jetzt hör ich dich wieder normal. Jetzt, vorhin hab ich nur so'n Ding gehört und was so weg. Vielleicht war ich zu übermütig. Ne, keine Ahnung, aber jetzt, hört man mich jetzt? Ja, ja. Okay, ganz komisch. Voll strange. Boys Shit heute, wir haben mir komplett broken. Das erste Mal. Domek, zwei Euro für zwei Minuten zu spät. Hey, ich war doch keine zwei Minuten zu spät, oder? Die Leute labert nicht. Hallo? Polizei Hupe verbaut? Auf jeden. Schön. Danke für die Abholung. Ich weiß nicht, warum ich hier aufgewacht bin. Und wie geht's? Ja gut, lang nicht gesehen wurde. Länger nicht gesehen, ja. Alles tut die Frutti bei dir. Tja, muss, ne? Schlechten Menschen geht's immer gut, Brat. So'n Ding ist das. So'n Ding ist das. Könntest du mich doch zur Bank vorbeifahren? Ich hab keinen einzigen Dollar dabei. Ich hab was, ich geb dir alles. Hast du Rubbellose? Die können wir dir gerne kaufen, wenn du willst. Ja, ich brauch welche. Start im Tag ohne Rubbellus geht bei mir nämlich nicht. Ich muss erstmal schauen, wo man die Rubbellose kann man. Da kann man. Habt ihr grad Stress? Wir wollen, wir planen grad was, ja. Achso. Wir wollen den großen Geiselnahmen im Casino machen, oder? Im Casino? Ja, ja. Mit Kupier-Outfit. Weißt das so? Kupier? Kupier? Du weißt, was ich mein? Kupier. Kupier-Outfit. Kupier. Kupier, ja. Du bist also im Casino? Okay, gut. Was springt dabei raus, glaubst du? Ach, mit uns Geld geht's mir nicht, Bruder. Ja, trotzdem. Ich muss schon bedenken, was jetzt raus springt. Also, letztens hatten wir zwei Polizisten. Ich hab für beide Polizisten 90.000 bekommen. Für beide? Ja, ja. Einer 50.000, einer 40.000. Ach, laber nicht. Wir haben jetzt mal einen Überfall gemacht. Da haben wir für vier Personen gerade mal 80, glaub ich, bekommen. Ich hab gesagt, die eine Polizistin 40.000, der andere Polizist war frech, für den will ich 50.000. Ach, ich hab kein Geld dabei, ich traue. Ach ja, stimmt. Nee, warte, ich ne mit. Ich will heute den P1 kaufen, Leute. Ich hab ja darauf Bock, den grün zu lockieren. Deshalb bin ich heute da, Leute. Genau, deshalb bin ich heute da. Ist ja der Grund. Schau, ob der P1-Verkäufer heute da ist. Wieso, P1-Verkäufer? Ich wollte mir letztes Mal einen P1 kaufen und da war man zu teuer mit Tuning und so. Und wenn man den gebraucht kauft, da gibt es jemanden. Hä, was? Kannst du meinen Namen? Ich fahr den eh nicht. Was, du verkaufst deinen? Ich verkauf den eigentlich nicht, aber ich brauch den nicht, Bruder. Ich hab über 40 Karren. Aber für wie viel würdest du verkaufen? Keine Ahnung. Das ist aber am Preis. Vielleicht ist das sehr günstiger als den, die ich schon gehört habe. Ich weiß nicht, wie viel er neu kostet, Bruder. Neu kostet er 2,4 irgendwas. Nee, so viel kostet kein P1, das ist Quatsch. Ach nee, Entschuldigung, 1,4 irgendwas. Achso, nicht 2,4, 1,4. Und darf ich ein Angebot bekommen, dass ich den für 1,4 glatt bekomme mit vollem Tuning? Der ist auch gut. Ja, das hab ich bekommen. Ich weiß nicht, ob du ein besseres Angebot hast. Oder du bist mein Chef, Alter. Ja, 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 auch, aber es ist dein Auto, oder? Oh, ich ruf dir an, wenn ich schon von dem spreche. Hallo, guten Tag. Sag dir mal das bessere Angebot bekommen. Hallo? Ich bin da, Bruder. Hallo? Boah, ich hab heute echt ein Funkloch. Hören Sie mich? Ja, ich hör Sie. Alles gut. Sie haben mich heute schon mal angerufen, aber da war ich nicht da. Ich hab einen in Abwesenheits gehabt. Ja, ich wollte Sie fragen, für wie viel Sie denn verkaufen würden. Also, ich hatte gelesen, meine ich, dass Sie einen getunen suchen. Ich suche einen getunen, ja. Meiner ist allerdings noch ungetunen. Ach so, ich dachte, äh, nee, folgendes. Ich hab nämlich Ihre Nummer bekommen vom Autohausverkäufer. Der meinte, Sie verkaufen ihn mit vollem Tuning für 1,4. Ich kann nochmal schauen. Ich weiß nicht, ob ich, ob der getunt ist. Ich kann gleich schauen und mich einmal melden. Okay. Ansonsten, wenn der ungetunt ist, würde ich Ihnen den für eine Mille überlassen. Alles klar, gut, dann machen wir das so. Rufen Sie gerne an. Würde mich sehr freuen. Geben Sie mal einen Moment und dann würde ich... Alles klar, mach mal so. Alles klar, man hört sich. Genau, mach mal so. So ein Ding ist das. Vielen Dank, tschüss. Mach mal so. Ich hab gerade einen Spruch geklaut wegen einem Kennzeichen. Hast du? Ich wollte gerade ein Angebot machen und du nimmst den von dem. Nee, 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 der hat gesagt, der weiß noch nicht mal, ob der getunt ist. Ja, Bruder, meinen kannst du für eine Mille haben, Bruder. Okay, ich glaube, das ist unschlagbar. Ich glaube, da mit Tuning, der ist voll. Der ist voll. Wir können auch heute nochmal schauen, aber der müsste voll sein, ne? Okay, aber wenn der dann anruft, muss ich sagen, ich hab ein bestes Angebot bekommen und muss mal 900 Karten verkaufen mit Fulltuning. Hallo. Hallo. Ja, gut. Ich hab meine Beine heute gespreizt. Perfekt. Gespreizt? Ja. Nee, also ich hab Übungen gemacht, dem geht's mir besser mit dem Steißbein. Ach so. Na dann. Steißbein-Probleme, Kampf um zu viel sitzen. Steißbein, ja. Ach, schau, unser Pumuck ist auch da. Ach, wie heißt er denn? Ich mein jetzt nicht Herrn Fischi, sondern, ach, wir haben ihn ja mal genannt. Wer ist nochmal dieser Sänger mit dieser Gitarre? Ed Sheeran. Ed Sheeran, danke. Er soll doch singen, ne? Er soll mal singen. Ich warte schon die ganze Zeit. Ja, ich auch. White lips, pale face. Wie geht's weiter? And your legs don't work like they used to before. Das machen wir dann, wenn du wieder im Rollstuhl sitzt. Und they say, she's in the class 18, stuck in her day. Komm, probier mal, nimm mal Mikrofon die Hand und sing mal ne Runde. Wir wissen ganz genau, dass er singen kann, der traut sich noch nicht. Zufällig habe ich eins dabei, Bruder. Ja, ich wollte gerade sagen. Das macht ja beide Talentschau draus. Nein, das ist die falsche Frequenz. Ui. Das kam jetzt vom Mikrofon. Oh, tschüss. Wollte ich gerade sagen, siehst du, falsche Frequenz. Du Freddy. Der wird doch nicht wiederkommen. Doch, der kommt wieder. Nein, der kommt nicht wieder. Warum weißt du, dass er nicht mehr wiederkommt? Was hast du denn gemacht damit? Der wird nicht mehr wiederkommen. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht damit? Nee, jetzt ohne Scheiß hast du es damit gemacht jetzt. Oh mein Gott, hast du probiert, dein Mikrofon auszuschalten und hast... Ich habe leider was falsch versucht auszuschalten. Du hast vers... Ja, okay. Ich habe vorhin was anderes gemacht und irgendwie habe ich das falsch... Er hat das Mikrofon... Das passiert mit Freddy, so ein Mikrofon falsch ausschaltet. Okay, gut. Ähm. Umgebauung kam ich, wer hat so was sich ausgesucht. Ja, komm. Mal kommst du gleich mit, dann gebe ich dir gleich den 4.1. Achso. Ja, nee, ich kriege ja noch ein Angebot von dem, der ruft mich doch mal an. Ich will den nicht jetzt ab... Volltune. Ja, aber pass mal auf, ich will den nicht abwögen. Ich will mit dem vielleicht noch runterhandeln. Vielleicht gibt er mir den für 500. Ja, aber wie spiel ich. Hab's doch selber nicht. Ja, ich müsste, ich müsste... Also nee, ja pass mal auf, er hat gesagt, wenn er mit Tuning ist, hat er gesagt, verkauf du mir mit 1.4. Und wenn du ihn dir für eine Mille verkaufst, dann war so wie sein Preis zu drücken auf 500. Ich will, ich will dir zum Spaß runterdrücken. Nee, aber ich kaufe so oder so von dir, glaube ich. Der wird mir das nicht übergeben, wahrscheinlich. Wird der halt niemals machen. Nee, wird er auch nicht, aber ich finde es einfach nur lustig. Die Leute haben ein Telefon zu verarschen in dem Fall. Das kannst du doch trotzdem machen, dann können wir das trotzdem gleich machen. Okay, sollen wir das trotzdem gleich machen? Ja gut, ich meine, wenn ich ihn nicht mehr brauche, verkauf ich ihn einfach für 1.4 an irgendjemanden nennen, den wir haben möchten. Jetzt zing doch mal auf. Marius, ist das auf dein X6 oder was das ist, ne? Ja. Kannst du den aufmachen? Ja. Kannst du mal aufmachen? Wir fahren mit dem Viersitzer, Bruder. Was ist das? Ich fahr sicher nicht auf dem Kindersitz sitzen. Das machen wir auf gar keinen Fall. Aber ich fahr die Karre nicht, Bruder. Ich hasse das Auto, Alter. Ich kann mir anders fahren. Das hast du? Okay. So geil. Wo geht die denn hin? Wir fahren jetzt Kindersitz für... Komm mit, mir ist es sonst langweilen. Okay, alles gut. Ich wollte das Kindersitz kaufen gehen. Ihr macht euch schon mal planen über das Outfit, bitte. Ach so, Kindersitz? Marco ist schon unterwegs, der guckt schon. Ne, ne, ein Kindersitz. Komm, ich gucke dir mit. Hinten zu sein, oder? Also, ich denke, ich echt Kopfschmerz, weil ich da drin baller. Ja, wohin denn nicht? Versicherung. Versicherung. Ach so, ja. Du musst ihm, warte, ich lege ihm da, wie das wird sonst nichts. Ich mach das schon selber. Ne, der kann das nicht. Ach komm. Edgene kann nur gut singen, sonst kann er eh nicht. Nix. Hier im Kommen, wir gehen schon mal nach einem Auto gucken, um Gebrauchtwagenhändler. Good singer. Geh ich ein Autogramm von dir? Natürlich. Cool. Er unterschreibt auf den Fisch dann, aber müssen wir noch kaufen gehen. Los, sing mal jetzt, wir singen zusammen, Alter. Salibunani. 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 Bestes Lied. Ahahhhh... Aramsamsam, Aramsamsam... ...guli guli guli... ...guli guli... ...guli guli guli... ...guli guli... ...wenn das Auto schneller wird... ...guli guli guli... ...wie diese Hupe... ...wär schon cool wenn wir so eine Hupe einbauen könnten... ...ne Aramsamsams... ...ja überleg mal wenn du... ...wenn du einfach so ein Sound Modul einbaust... ...ins Auto und dann immer wenn es schneller wird... Kopfschmerzen des Todes. Da gibt es gerade Kopfschmerzen. Das liegt am Auto, weil ich da unten, guck mal, ich hau mir wirklich den Kopf da an. Listen to your heart, nananana. Hä, was? Listen to your heart. Listen to your heart. Hä, kenn ich nicht. Und dann muss die Stimme noch so höher werden, weißt du? Listen to your heart. Hä, was? Wir sind New York, was? Listen to your heart. Listen to your heart. Listen to your heart. Ich hab verstanden, wir sind New York. Listen to your heart. Das kommt vom, das kommt vom guten Englisch. Oh, I'm a lady. Kennt ihr das? Stimmt. Eie, wo fährst du hin? Hat keiner gesehen. Ich hab mich schon wieder auf dem Kopf gesehen. Halt ich nämlich Sex? Ach scheiße, ich hab mal den Grubel, das ist doch gar nicht aufgerubbelt. Danke für die Info. Hab ich heute Glück oder hab ich heute Pech? Leute, wir starten ja heute was anscheinend, so wie es aussieht und es sieht so aus. Ich hab heute Glück, ja! Aber richtig Glück. Leute, das klappt heute, wir haben heute Glück. Und nochmal? Doppelglück! Jungs, wir haben Doppelglück, alles gut. Kann nichts mehr schief gehen, Leute. Hast du einen Kaufvertrag? Ich habe keinen Kaufvertrag. Ich bin wieder die Fake anzusieben mit ihren Maibas. Wir waren ja die ersten mit dem Maibas, ne? Achso, oppala. Ich hab das gar nicht gecheckt, dass du da stehst. Ey, aber ich muss schon sagen, diese Maibas, die machen mich ganz schön grummelig. Gäh? Ne, weil die halt, also jedes Mal, ob ich die sehe, ich denke an was anderes. Wo ist denn? Wo war das denn, oder? Äh, du musst, ich markiere dir das. Du hast ihn gefunden. Ja, der Kaufvertrag ist ja auch. Absolut. Er ruft mich hier nicht mehr zurück sowieso aus. Ich glaube, der mag mich nicht mehr, der Park heute. Ich rufe den sonst nochmal an. Ich schau mal, was der sagt. Das ist halt Freundschaftspreis, ne? Ja, natürlich. Ich rufe das jetzt nochmal an. Äh, Hunter, hallo. Wissen Sie schon was übers Auto? Äh, ich führe gerade noch ein Mitarbeitergespräch. Ne, weil, weil das Ding ist, äh, sie müssten gar nicht gucken. Ich habe jetzt noch ein besseres Angebot bekommen. Äh, da verkaufen wir für eine Million, ähm, sein P1 mit vollem Tuning. Also ich glaube, das, das kann man nicht mehr drücken. Ne, das kann man nicht mehr drücken. Ne, das, das ist, das ist, glaube ich, unmöglich, wenn man das drückt bei ihm. Ist auch ein Freundschaftspreis, muss man sagen. Ah, okay. Also, Entschuldigung, dann, äh, hab ich jemanden. Jawohl, danke. Tschüss. Wiederhören. Oh! Er hat sofort gesagt, du bist zu teuer, oder? Ja, ja, ja. Ich hoffe, dass ich dir auch gehört am Ende vom Telefon. Äh, bist du dabei? Wo dabei fette Geiselnahme, Alter? Ja, ja, du, ich habe jetzt gerade rubellos gezogen. Ähm, zweimal habe ich, äh, gewonnen. Also, ja, ich habe doppeltes Glück, bin ich dabei, volle Kann. Oder ich muss das doch mal nutzen, dass ich mich auf Montage bin. Das stimmt, ja, weil du bist sehr oft auf Montage. Ja, ja. Das musst du schon mal nutzen, hier. Du, wie wäre es denn, wenn wir für dich wieder einen Fallschirm kaufen gehen? Weil dann, dann, dann haben wir alle Spaß. Mach dich doch ab, da. Aber habt ihr schon fertig geplant für die ganze Scheiße, oder? Ja, ja, im Casino-Boot. Alles! Ne, aber habt ihr alles durchgeplant, oder was? Die Kleidung wird gerade nicht gemacht. Weil, also ich wollte nur ganz schön Neulester anziehen. Jetzt habe ich kurz ausgestiegen. Was hast du das gemacht? Ja, wir fahren halt weg. Also, die wollten erst auf Catalina machen, Bruder. Catalina, ja. Aber fühle ich halt nicht so, weil wegen Brücke. Ne, das ist zu, äh, zu dumm auch. Wobei, Catalina wäre cool mit dem Boot, so. Das wäre cool. Ja, und dann zum... Ja, ich weiß nicht. Ich fühle aber Casino schon so in Kopier... Ja, weil ich jetzt halt noch alles groß. Und dann, so sag ich mal, die vorhandenen Leuten, die mal so haben so einen Anzug, wie wir jetzt schon gekleidet sind, so als Casino-Chefs. Weißt du das? Du kommst halt nur bei einem Eingang raus, ne? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Jungs, was haltet ihr von dem Audi S8 aus dem Gebrauchtwagen? Wir wollen halt ein Gebrauchtwagen-Auto nehmen, ja? Also, nur Gebrauchtwagen-Autos. Okay. Okay. Ich komm mal runter und gucken, ja. Weee. Ja, guck mal, ob der... Ja, wir schauen, ob der Full-Tuned ist. Wenn nicht, dann ist es ziemlich peinlich, wenn ich dort ein bestes Angebot bekomme. Viel Spaß. Machste auf? Das wäre trotzdem billig ab, oder? Ist das so ein China-Import? Kurz anhalten, nochmal hier. Kennzeichen an. Ne, weil ich hab das... Oh, beste Kennzeichen. Ne, weil ich hatte, ich hatte so letztes Mal, hatte ich irgendwie... Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht hab ich es auch nur geträumt. Da hatte ich dieses krass harte Verlangen, mir einen grünen P1 zu kaufen. Aha. Okay. Und ich weiß nicht, warum. Ich war immer so ein Gegner vom P1, aber... So, auf einmal, von einer Nacht auf der anderen, hatte ich dieses... ...dringende Gefühl, ich möchte einen P1 in Neon-Grün haben. Den fahren halt fast alle von uns, ich will den eh nicht so, weißt du. Weil ich fahre dann lieber Falcon oder sowas. Ja, ja. Ne, es hat... Bei mir hat das irgendwie jetzt was anderes ausgelöst, und ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber... Handeln. Ja, ist voll. Perfekt. Dann kaufe ich den für eine Million. Kann ich das überhaupt überweisen, übers... Ja, klar. ...Bankkonto machen wir das so? Ja, lieber. Du musst halt deine Nummer eingeben. Warum bin ich aber wieder arm, wenn ich das mache, ne? Aber ey. Das ist ein Schnäppchen. Das ist halt nur jetzt, weil du in einer Firma bist, oder? Das ist ja lieb von dir. Das ist wirklich ein Schnäppchen jetzt, äh... Das soll ich den Gauner nicht mal so billig verkaufen. Nur erst nach Carpo, oder? Weil ich dich schon so lange kennen, Alter. Ach nee, was ist denn jetzt deine Nummer? Jetzt muss ich gucken, was deine Nummer ist. 1.0701. Ach, dankeschön. Das war's, genau. Ähm, Banküberweisung. Eine Million. 800. 1.0701. Betrag 1.123. 1.123. Senden. 1.123. 2. 1.123. 2.115. Hast du gekriegt? Ja. Habt ihr Autos mit den Autos? Wir gucken gerade an Autos. Mal gucken, wie viel ich noch hab. 2.115. 2.115. Ach, das tut weh. Ich hab nur 700.000 aufm Konto. Outfit hab ich soweit. Komm mal zu. 3.215. Gebraucht waren Händler sein. Mir gerade zu. Geiselnamen und Casinosicherheit. Der grüne P1. Kenn, also Kennzeichen brauch ich unbedingt, dass Lustiges auch. Der Apple ist da, oder wie? Ach, ich hab noch eins frei. Ist halt fast nicht. Wir fahren das Teil, ne? Okay. Es ist viel neu, ne? Ich komm grad zum Gelände wieder. Ich komm grad zum Gelände wieder. Kennzeichen gefällt mir so ja ganz gut. Ich komm grad zum Gelände ganz gut. Das wär auch schon eh, wenn das ran lässt. Ich muss ja mal zeigen. Weißt du? Ich glaub, das Kennzeichen 1 ist schon vergeben. Passt aber doch nicht. Wie bitte? Ich glaub, das Kennzeichen 1 ist schon vergeben. Einfach nur 1. Koks. Stimmt, aber Koks ist halt schon geil. Das stimmt schon, ja. Doch. Stell mal ein. Oh, warte. Ich schau mal, ob noch ein Schleppchen drin ist. Vielleicht ist da noch ein extra drin. Warte. Du meinst ja in meinem Kofferraum. Weiß ich gar nicht, oder? Hat der überhaupt nen Kofferraum? Irgendwie find ich da keinen. Natürlich. Ach. Nichts. Schön. Hält ja sein können. Hab ich noch was rausgesen. Ich geh noch einmal frühtuneln. Da gucken wir mal. Ich pack den. Ich pack den. Ah, brauch den gar nicht. Hey, die Drift ist überfallen. Guck mal, mit dem Auto wär wild. Oh, da. Mit dem Auto wär wild, Alter. Gott sei Dank. Mit dem S8, ne? Ja, ja. Richtig. Ich schau mal auf die Scheiben. Die Scheiben ganz verdunkeln. Ja, ich guck erstmal, was da so hier alles mitmachen. Das ist der Sound, aber ich spende. So, hat der vielleicht sogar, der hat sogar noch Anbauteile, Jungs, ne? Ja, man. Gönnt euch mal die Auspuffanlage. Das war eh das Grün hier, was ich haben wollte, aber ist halt nicht. Ja, genau. Ist halt, ist halt matt, ne? Maus, ich stell mich da hinten. Gebt grün fühle ich schon, oder? Mhm. Ja, das kennst du eigentlich auf jeden Fall. Mit Spoiler, Junge. Fahrt aber schon einmal so rum, gell? Einfach Koks, da. Ja, jetzt fahr ich auch so rum. Da, der Mann mit dem Koks, da. Ah, guck dich die Scheiben zu, ich geh auch klar. Ja, es geht so. Ja, dann lass doch die Karre hier nehmen. Das kostet doch nicht viel. Ja, testen wir uns jetzt auch mal, wie sie funktioniert so. Ja. Vorsicht, Jungs. Ja? Ach, wunderbar. Hallo. Ihr drückt, bei dem Fall, ihr drückt mich hier in den P1 rein. Von Kratzahn, Vorsicht. Ja, du stehst schon in uns drin an. Ne, das passt so. Das passt perfekt. Genau so wollte ich den haben. Genau so und nicht anders. Kürzt mich, Happy. Gern geschehen. Danke. Jetzt habe ich endlich den grünen P1 offiziell gekauft. Das ist der grüne P1, das ist unglaublich. Warum ist der so schnell? Warum ist der so schnell? Der grüne P1 ist das, der grüne P1. Ja, hat der gut funktioniert, Bruder. Ja, Gott sei Dank nicht ich. Ist das auf hier? Ne. Ne, was ist der angemeldet? Haha. Ist der angemeldet, der Wagen? Ja, ich habe alles angemeldet. Also, ich hoffe. Wo fährt man denn nicht? Hallo. Frag mal den Polizisten, Bruder. Mein Gott, ey. Ja, auch wenn es ein Cop ist, dann kann ich nicht einfach mit auf der Straße stehen. Uua. Was ist denn hier passiert? Was ist hier mit Carsten los? Ich packe den mal zur Sicherheit ein. Ui, ich dachte gerade, der kann in kurzer Zeit gar keinen Zeichen. Da sind wir wahnsinnig. Ich stelle immer rein. Jetzt bin ich auch wirklich happy, du, dass ich den habe. Endlich. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Friede P1. So, was hast du gesagt? Vom Gebrauchtwagenhändler brauchen wir Autos, ne? Naja, die wollen noch gucken, ob wir den S8 nehmen, erst wir alle das gleiche Auto nehmen, oder? Also, jetzt gucken wir mal rüber. Ähm. Ist das Ding, dass der S... Die wollen ja, dass die Scheiben komplett getönt sind, ne? Ja, der war komplett getönt. Okay. Der S8. Mal gucken. Aufpassen, ich hole meinen P1 nochmal raus. Ja. Ist einfach zu lustig, jetzt damit rumzufahren. Aber ich mache mal ein Kennzeichen. Weiß nicht, wie auch. Soll ich das drauflassen? Ist schon sehr obvious das Kennzeichen. Soll ich das abmontieren? Meine Frage wegen des Outfits. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch für eine Dame im Store erhältlich ist. Soll sie da so ein Outfit anziehen, was hier so ein Blackjack-Tisch angezogen ist? Einfach irgendwas Enges und das passt. Das hab ich gehört. Das war nur Spaß. Jungs, grundsätzlich, der Audi S8 ist geil, aber er hatte keine Bremse. Hey, aber wenigstens darf ich überhaupt was anziehen. Ich bin euch so dankbar. Bruder, wer bremst, verliert, Alter. Ja, der hat aber auch ein geiles Gegenhandling. Was ist denn hier los? Also in jeder Kurve hat es wieder Arsch. Ja, aber... Probier mal diesen 740 E. Ja, das hat nicht mit voll langsam gefahren, oder nicht? Hinter uns. Ach Jungs, komm, tschöter. Mach's das mal ein bisschen interessanter, wenn wir mal nicht so gut die Kurven nehmen können. Guten Tag. Du hast doch Blaulicht an, Alter. Ja, ich weiß. Ich hab keine Absicht. Ja, Glückwunsch. Aber nix wegen euch. Ach so, alles gut. Danke. Ich dachte schon, ich hätte gerne gehört. Ich war extrem langsam. Seh ich genauso. Ich bin auch für den S8. Ja, dann haben wir den S8. Gut. Okay, den S8. Wollen wir jeder mit einem Auto fahren, oder wollen wir mit zwei Autos fahren? Weil ich würde da jetzt nicht ungern dann 10 S8s vorstellen, weil... Aber lustig wär's doch. Obwohl viel Müll ist auch, ja. Ja, sicher. Vor allem brauchen wir's ja auch für die Geiseln so viele. Und was? Jungs. Jungs, ich bin noch mal für eine Viertelstunde kurz schlafen. Ich bin nicht wieder da. Aber was ist der? Wo ist das denn? Unter Limousinen ist der. Witz, wo bist du? Holp, wo bist du? Ja, seiner auf zu Fuß auf dem Weg rüber. Ja. Oh, hätte mich... Ja, hätten wir dich mitnehmen können zu Fuß, oder? Ja, zu Fuß, ja. Ich park mir aus, ne? Das hier gemeint auf dem Flow. Nie schrecken. Geil. Den wagen wir hier neben. Müssen wir den mal anmelden fahren. Alter, aber der Audi ist echt cool. Ich find den nice, den Audi. Ich weiß nicht, wie ihr den findet, aber ich find den richtig cool. Ich fahr schon mal anmelden, ne? Ich tune erstmal, dann fahr ich anmelden. Voll nice. Weiß ich, wie ihr den findet. Aber ich finde, der Audi hat noch Stil. Da hast du noch so Audis noch Stil hatten, irgendwie. Vor allem hinten. Das hat so ein bisschen... Das hat so ein bisschen... Ich finde auch so ein bisschen amerikanischen Flair, finde ich auch so das Heck. So ein bisschen Ami-Flair hat. Ich finde das hat voll Ami-Flair. Schwarz komplett, oder was? Das ist die Frage. Das haben wir noch nicht besprochen. Pink, blau. Wie wärs, wenn jeder einen anderen hat? Also in verschiedensten Farben, irgendwie. Also lustig wärs halt, ne? Ja, weil... Ja, keine Ahnung. Ich bin aus der Verkehrsanhaltung raus. Ist egal. Ein sehr schönes Auto. Hat Audi noch schöne Autos gebaut? Ok, so ist es nicht. Ah, ne. So, hauen wir mal rein hier. Audi... S... Was war das jetzt? Ein S8? S5? S3? Ne, ich kenne mich bei Audi 0 aus. Das Hund hierhin kriegt's wieder nicht an. Ah, S8 war's doch. Gut, ich dachte schon. Ich hab wieder komplett bescheuert was gelesen. So, ich geh mal jetzt vorlesen hier. Jetzt haben wir ganz viele Leute noch donated. Wollten nicht vorgelesen. Tut mir leid, Leute. Lese ich natürlich jetzt direkt vor. Äh... Wo war ich denn stehen geblieben? Hier, äh... Jetzt hab ich mal vorgelesen. Äh... Ah, ich muss von oben nach unten, weil sonst wird das nix. Toxic Aims, danke für'n Euro. Dann Chicks LP. Deine Streams unterhalten meine Arme. Der 1 und 7 beste Content. Danke, Robert. Dankeschön. Schicks LP. Vielen, vielen Dank. Funnelrost. Moin, Brudi. Spiel mal auf Ehrenbruder Basis im Stream South Park. Die... Rektakuläre Zerreißprobe auf PC. Äh... Ich wollte schon mal South Park spielen. Das Ding ist halt, dass diese EU-Version da die erste richtig hart zensiert wurde. Und ich hasse es, wenn ein Game zensiert wird. Dann hab ich gar keinen Bock das erstmal zu spielen. Wir haben ja aus dieser EU-Version ganz viel rausgeschnitten. Was ich weiß. So, jetzt fahren wir noch mal tunen. Hab ich auch keinen Bock gehabt, dass du uns playen. Auch, weil es dann zu krass wäre. Auch, wenn du's Anker halt noch spielst. Alter, heftig. So, ähm... Stellen die sich da hinter mich, oder, Alter? Oma, ich muss da... Ja, muss man nicht verstehen. Du kommst halt. Was machen die denn? Vor allem, die Twin-Garagen stellen sich hinter mich, wenn ich rausfahren bin. Ja, ich komm jetzt aber auch zur Twin-Garage. Schau was die machen. Nehm die andere, Bruder. Warum? Warum? Ich hab ja nix zum Verbergen. Gut, dann nehm ich ne andere. Also, meiner ist Chrome, oder ich hab Chrome jetzt oder meine. Also, machen wir jetzt alle andere Farbe. Cool. Keine Ahnung, mir ist egal, aber Chrome. Ja, ja, ich würd, ich würd... Aber haben wir irgendwas, was einheitlich ist, bis auf die Fensterscheibe? Ah, fuck, ich hab Fensterscheibentönung vergessen. Servus, Marc. Hallo. Also, ich hab auch keinen, den ist hier dann verbaut und so. Ich mach so richtig billig Tuning. A-T-U-Tuning. Boah, das wär echt gut, ey. So, danke an GamerTV20 für einen Euro. Oder, oder? Äh, Xunz, Xunade. Bist der beste YouTuber der Welt. Mach weiter, so Dankeschön. Tonius, äh, Balin, danke für den Euro. Der Stoffel ist auch heute dabei. Grüße nicht, wie das, äh, wieder für die Fragen aufkommt. Mach weiter, so danke für alles. Es ist toll, deine Erinnerung von mir. Kuss geht raus. Äh, Stoffel war letztes Mal on Stream. Äh, das war eh gestern, wo wir Edwin und YouTube waren, ne? Wo ich reingewuppelt bin, ne? Kuss geht raus, Stoffel. Kuss, kuss, kuss. Marco, äh, Dame, danke für den Euro mit. Moin, Meister. Wenungsjuwel ist auch dabei. Mal wieder eine Spende für den besten Streamer. Was? Ja, das war schon perfekt. Äh, deine Streams machen mich glücklich. Kuss geht raus, freut mich. Oh, Xun, ich freu mich schon auf Grandapit. Kuss geht raus, an dich. Ja, hätt ich schon gesagt. Bitte was? Es sei jetzt Casinochefs. Es bleibt im Anzug. Achso. Äh, Lachzwerge. Warum lachen Zwerge beim Fußballspielen? Einer, der trifft dann aber rein, Bruder. Oh mein Gott. Komm mal zum Fußballspiel. Ey Leute, ich würd so'n Farbton übelst feiern, ne? Sowas. Tch. Feier ich voll. Ey sag mal, machst du auch braun? Äh, nö. Ich bin nur nicht bei der Lackierung. Ah, ok. Ich mach mal nämlich braun. Ich find die Lackierung voll geil für so'n Audi, so'n alten. Wir hatten grad das Dach zu. Wie geht's zu? Ja, ich weiß gar nicht, wie der Chef das gemacht hat. Ja, was hab ich denn gemacht? Das Dach hast du geschlossen. Ah, meinst du auch noch nicht? Äh, vielleicht das extra oder so. Ok, das haben wir noch nicht klart. Ja, ich auch nicht, aber meiner kam so raus. Ey, ich glaub ich lass da so, siehst voll geil aus so. Ich find die Farbe geil, Alter. Weiß nicht warum, aber das passt perfekt für so'n Audi. Oh, Innenfarbe können wir noch machen. Auf jeden Fall schwarz, oder? Ah, Innenrahmen. Das ist ja nicht schlecht. Innenrahmen schwarz machen. Ich hab meinen Pink gemacht. Pink. Scheibentüren haben wir gemacht. Ah, ja. Ich hab extra. Oh, Alter, ja. Bremsen auf Fehler. Alter, kannst du richtig tief fliegen, Alter. Kannst du richtig tief machen in die Kiste. Ich weiß nicht, will ich denn so tief? Also irgendwie will ich den gar nicht so tief. Boah, Leute. Ich hau nochmal die Felgen durch. Vielleicht das ist hier sogar Standard vom Optischen. Jetzt halt jetzt die Frage gehabt, ob das sich mit den Randsteinen ausgelegt bei den komplett tief sind. Ja, das hab ich mir auch grad gedacht. Das ist die 70-Flor-Gertz. Oh, Felgenfarbe kann man so machen. Ob der Schriftzug von Diamond Casino auf dem schwarzen auch so aussieht, weiß ich leider nicht. Luxus. Luxus-Felgen. Und halt no shit. Ich will einfach die Felgen lassen die drauf sind. Ich find den Standard eigentlich so am schönsten. Ich will den gar nicht so kaputt machen. Ja, ich glaub, ich tu ihn auch nicht tief. Ich hab ihn da hoch, ja. Benza-Felgen. BWS. BWS. Er legt ihn komplett an den Boden runter. Ey, du da in Gelb. Also Vince, tun wir mal einen Gefallen. Fahre mal über den Randstein rauf und runter. Schauen, ob das funktioniert. Wenn der mich rauslässt. Nehm. Warte. Aber der Spoiler muss runter, gell. Das schaut ja furchtbar aus. Ne, so machen wir mal einen geilten Namen im Flipclub, Bruder. Als Zuhälter. Ganz tief schreiben die Leute. Echt jetzt? Geht sich aus. Ich wüsste ja, wie das will. Danke. Boah, schau mal was für ein geiles Kennzeichen. Irgendwann ist ein Kennzeichen Powerline jetzt. Was ist mein Kennzeichen jetzt? So, treffen wir uns jetzt mit den Karren? Oder erst mal einparken und ein Outfit zu machen? Ich lass die Standardfelgen, glaub ich. Ich find das am geilsten. Aber vielleicht tieflegen. Standardfelgen und dann tieflegen, oder? Was hab ich jetzt gesagt. Also, Fehlerung kann ich ja mal gucken. Wenn du Standardfelgen und tieflegst. Das passt schon, oder? Vielleicht nicht. Ganz tief. Ich würd die Tiefe einbauen. Die hier. Die bauen wir ein. Nicht die ganz Tiefe. Die Mitteltiefe. Das passt schon. So. Also, die nehmen wir. Und dann. Kennzeichen passt so, find ich. Und Scheibentönung haben wir. Jetzt können wir nur noch Anbauteile gucken. Auspuff. Oh ja, Baby. Oh ja. Mach mal Tuning-Clap mit dem S8 vorm Casino. Hm. Weil ich glaub ich lass sogar den einen Auspuff links oder so. Mal wirklich die raus ballern. Ne komm ballern wir die raus. Dach passt. Frontstoßstein gibt's nicht. Frontstoßstein gibt's. Es gibt nur Heck. Spoiler wird's noch geben. Ah warte. Seitenschweller. Dann kannst du die schwarzen Seitenschweller kannst du lackiert lassen. Dann lackieren wir die einfach. Das passt. Ist der Spoiler hinten drauf? Ne. Ich lass den so. Sieht schon cool aus. Ich find das hat. Wissen was ich mein? Das hat schon Stil. Billig Tuning. Und dann Scheibentönung haben wir jetzt. Dann werd ich nur noch machen. Die äh. Ah das war gut gegangen. Schon geil. Ich feier das gerade. Wie der aussieht der Wagen. Hat schon was. Vor allem mit dieser Lackierung. Standardfellen. Ah er hat auch Standardfellen drauf gelassen. Ah da hab ich ein bisschen hier im Backhead drauf. Fuck ey. Uh. Ist das noch ein geiles Kennzeichen? Ich hab ein NPC Kennzeichen drauf gelaschen oder? Jesus loves you. Haha. Ah. Ah. Boah was denn jetzt halt ich irgendwie? Nix. Ah 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 ah. Ne was das wär geil. Äh. So sei mal ein Radio oder wie oder was? Ja. Ich mach nur ein Kennzeichen drauf. Ach so okay. Wollen wir denn ein Outfit machen oder was? Ja können wir machen. Ach so. Major Monogram geht sicher nicht aus. Was wär ein geiles Kennzeichen auf so einem Audi. Ähm. Kacki an. Die wird sich ausgehen. Ähm. Meld ich mir die Kisten an oder nicht? Glaub ich schon. Oder irgendeine Zahl. Was mit irgendeiner Zahl einfach. Ne bis sie das durchgegeben haben. So was. Irgendwelche Zahlen die komplett bescheuert aussehen. Mh. So. Äh. Mark. Wollen wir dann alle Hut anziehen. So richtig geil alter? Äh. Kann ich dich schon fühlen? Ein Hut? Ja. Können wir machen. Also ich das mal auf jeden Fall nicht hab Bruder. Vielleicht die Zahl. Dann. Äh. Dario du musst auch dann das gleiche Outfit nehmen. So ein Kennzeichen doch krass. Das gleiche das Mimel verteilen oder? Ne. Wir nehmen ein anderes Bruder. Laila ist Kennzeichen. Das ist ein kleines Lamm. Oh mein Gott. Warte ich schau mal hier. Äh. Äh. Entchen. Ne Handynummer. So. Ja gut. Dann äh. Ich bin halt neben Applester jetzt im kleines Lamm. Habt ihr das schon gemacht oder? Freier BMW wahrscheinlich muss ich auf so ein Auto. Wir haben einen Anzug Bruder. Dann wollen wir einen ausgefallenen Anzug nehmen. Ich weiß nicht ob wir den gleichen Anzug haben. Warte ich hab nämlich auch einen Anzug. Zu welchen noch? Laila wirklich? Laila ist Kennzeichen. Ich komm mal zu dir Bruder. Los. Ja Maxi King. Das Auto sieht ja aus wie so ein karamellisiertes Ding. Nehmen wir es einfach Maxi King oder? Maxi King. Alright. Also Maxi King würde ich feiern. Da kommt er mit einem Kennzeichen Maxi King. Ja. Ich bin überzeugt. Maxi King als Kennzeichen. Ich bin komplett überzeugt Leute. Warte hier gibt es doch Extras zum anbauen und abbauen. Tatsächlich hier kannst du die Scheibe oben. Was ist das denn? Das wird verdammt interessant. Bitte die Fahrzeuge. Das wird verdammt interessant. Bitte die Fahrzeuge. Ja. Maxi King passt. Ja. Passt so. So fahr mal rum. Unser Maxi King Mobil. Feier ich. Was? Ich glaube ihr feiert das auch. Ich habe ja gar keine Bremse, Alter. Wer bremst, verliert. Ich packe nur schon mal ein P1 an. Hallo? Ich wurde zugeparkt von so einem M5. Perfekt. Geil, ich wurde einfach zugeparkt. Ich wurde einfach von dem blöden M5 zugeparkt. Leute. Was soll ich jetzt machen? Hallo? Ist das das hier Auto? Achso, ja. Ist der natürlich zugeparkt. Ich muss hier raus. Ah sorry. Ich muss hier raus. Danke! Ich muss hier raus! So, ist erstmal zugepackt worden. Aber Maxi King ist doch echt nice. Maxi King. Jetzt habe ich den ganzen Tag... Wollen wir eine einheitliche Maske noch holen, oder ist das wurscht? Alles gut? Ja, bei Ihnen auch? Ich gebe so eine... Ja? Ich... Gott sei Dank nur eine Kratzer hier. Tatsächlich ist so eine Maske, ich glaube mit so einer 7 drauf. Perfekt, dann können wir weiterfahren. Alles gut bei Ihnen? Oh, bei Kratzer, du passt schon so. Erstmal 400 Dollar Beschädigung bezahlt, genau mein Humor. So, jetzt erstmal mit dem Anzug Richtung Dings fahren. Stimmt, die Könige für die Casinobesitzer am besten gleich. Dominik, 2 Euro für 2 Minuten zu spät, das haben wir sogar vorgelesen. Joello, danke für einen Euro, vielen, vielen Dank. Reflex LP, was machst du heute? Fragt Reflex LP. Wir werden heute eine Geiselnahme durchführen in einem Casino. Das gab es auch noch nie. Haben wir noch nie gemacht. Wir haben einmal welche dort das Geiseln mitgenommen, aber noch nie eine Geiselnahme im Casino gehabt. Aber wenn wir das heute groß umsetzen, wäre das sicher lustig. Ach, bitte nicht überfahren. Gott sei Dank, Bruder, vielen Dank. Ich werde gerade überfahren hier direkt. Erik, Günther, danke für 90 Cent auch. Vielen, vielen Dank. Cherry is cool. Wann circa werden die Gespräche? Das habe ich sogar vorgelesen. Dann bin ich hier sogar fertig mit dem unteren, ne? Bin ich hier alles fertig? Habe ich hier alles voll? Ja, habe ich hier sogar alles fertig vorgelesen. Perfekt. McFlurry ist dabei. Danke für 2 Euro, McFlurry. Julius, meine Mama ist, äh... Oh, das ist aber nicht schön. Freue mich, dass ich aufmutter kann. Kuss, geht raus. Ich finde es immer so taktlos, wenn man das reinposten. Aber gut. Mimingst kann ich die Leute etwas aufheitern. Kuss, kuss, kuss. Fabian on Hub. Danke für 2 Euro mit High. Danke. Jetzt ist der NBK auch einmal dabei. Vielen, vielen Dank. Herr Gary, habe auf die Business Mail geschrieben. Das war die falsche Adresse. Nee, also das ist die richtige. Ich habe die erst durchgesucht. Alles. Nee, Polizei, Bruder. Ja, ha, ha, ha. Verfolgt ihr mich jetzt, weil ich ein bisschen ausgeschert habe? Sieht fast so aus. Nö, mit der 7. Also, die Maske mit der 7. Maxikin. All right. Ey, sag mal, treffen wir uns jetzt irgendwo? Oder brauchen wir noch irgendwas? Ja, kommst du mal Kleidungsladen? Beim Apple Store? Ja, kann ich kommen. Mal gleich, ob der... Sicher Kopf, ne? 100 Bröster ist jetzt ein Kopf hinter mir. Oder auch nicht? Sagt euch das jetzt Zivilpolizei, Alter? Oh, der kann driften, der Wagen? Was? Der Quattro kann driften? Geil. Ich bin wieder im Funk. Informativ. Leila Tyler war gerade hier. Hat wegen einer Bewerbung gefragt. Ich trage das schon mal ein. Schau in die schwarze Liste. Ja, ja. Ich weiß schon. Ich trage es trotzdem mal ein. Hallo. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. 2267. Hätte ich gerade noch auf den Kino oder was? Oh, nee, habe ich dich gerade rausgeschubst? Nein, nein, nein. Ich habe mich selber gerade. Das war jetzt scheiße. Ey, Marc, guck mal. So als Casino-Chefs, Alter. Die Nummer noch so einigermaßen im Kopf. Gibt es nicht sogar eins mit Casino-Aufschrift drauf? Haben wir gesucht, nein. Passt nicht. Du siehst aus, ey. Ja, ich bin sehr sicher. Wo ist denn das bei Oberteil? Das ist 311. Aber ich fühle das. Ich fühle das, ich fühle das. Und manche Autos. 311. Ja, dann mache ich das Autofilz auch schnell fertig. Mir kam vor, es gab was mit Diamanten drauf. Vergesst nicht eure Autos anzumelden. Warte mal, suche ich das aber. Mir kam vor, es gab... Wollen wir weitersuchen? Weil ich bin mir auch nicht sicher. Mir kam vor, es gab... Also, ich weiß, im Pulli gibt es einen Pullover mit Casino-Aufschrift. Das kenne ich. Auf Chef, weißt du, auf... Ja, klar, klar, klar. Aber ich schaue noch, ob ich irgendwo was finde, was mit Casino zu tun hat. Ich bin gerendert. Könnte ich abholen. Nee, brauche ich mich direkt abholen. Ich müsste nur meinen Daikan von Grafbau einlaufen. Jetzt muss weiter vorne sein. Weiter vorne im Shop. Wollen wir die Maske mit der fetten 7 nehmen, oder? Ich hab die jetzt mal genommen. Ich hab die mit dem Zylinder genommen, wo die Kraut oben drin steckt. Da, Diamond, guck. Hier. Das ist ein Bademantel, Bruder. Ja, achso. Ah, stimmt. Der Bruder, nein, das sieht scheiße aus. Ein Bademantel. Ja, das muss ich dir die gleiche nehmen. Wir zocken mich an alle. Ich find's echt nice, ne? Ich find's auch ganz gut, so wie du hast. Hier gibt's den Pulli halt nur noch, ne? Den Diamond Casino Pulli. Ja, lass das Jackett nehmen, oder? Ja, lass das Jackett nehmen, ja. Dann können wir ja so eine Maske nehmen, wo so Ding-Stuff ist. So, diese gibt's ja von den Karten und so. Oha! Guck mal bitte, zu oder offen? Also ich fiel halt auch zu, ne? Sieht auch wild aus. Nehmen dann die Dame logisch. Ich find offen schöner. Offen? Ich fiel halt offen immer schöner. Keine Ahnung. Hemd lassen wir. Schwarz machen wir schwarz, ne? Hemd können wir schwarz machen. Unter, also Untershirt 32 und dann schwarz. 31. 31, ja. Sieht oben schön aus. Das ist recht. Und dann, äh, äh, Kette 22, 7. Kette 22, 7. Das ist ultra gut, die Fliege, ey. Okay. Hose? Passt du schon. Passt. Schuhe auch. Passt. Aber die anderen haben eine andere Anzugshose, ne? Aber ich mag die Enge halt mehr, ne? Als diese laberige. Wir könnten auch eine, guck mal, die hier. Oh, Bruder, Alter. Ich hab erst die gleiche Hose, Bruder. Aber ich finde nicht die gleiche Hose, Bruder. Die gibt's nur eine. Ne, ich hab die nicht auch grad überlegt. Das lass ich die mal so. Was war das für ein Aufnehmen? Welche hast du jetzt? Die 22. 28. 28, schau ich. Hä? Hä? Habe ich nicht die 22 Hose? Ne, 28. Entschuldigung. Aber eine, da war aber eine. Ganz gelb, Bruder. Ganz gelb? Wollen wir ne gelbe Hose anziehen sonst? Warte, du hattest doch grad ne ganz gelbe, Freddy. Da war eine wirklich ultra gelbe. Die hier. Ne, die war gelber. Das war eine Anzugsose. Das war ultra gelb. Ich weiß nicht, dass Freddy grad in welchem Regal er war, aber... Keine Ahnung, wurde er gar nicht gemerkt, Alter. Ne, das ist die. Boah, das sieht schrecklich aus, Alter. Ne, das sieht schlimm aus. Das ist doch die, die ich grad hatte. Das ist die hier. Das sieht ganz schlimm aus, Alter. Das sieht ganz schrecklich aus, Alter. Das sieht ganz schrecklich aus, Alter. Nein. Gut, wir nehmen 28, würde ich sagen. Und Schuhe hab ich jetzt, äh, 10. Hab ich auch, ja. Aber eh die gleichen. Mhm. Warum ist meine Krawatte jetzt? Einfach weiß. Das ist keine Krawatte, das ist eine Fliege. Äh, meine ich ja Fliege. Warum ist meine Krawatte jetzt? Die Maske habt ihr genommen? Oh, warte, ich muss mich nochmal, ähm, scheiße. Ah ne, wobei, ich lass das so einfach. Ich will das nicht saven. Nicht in meinem Kleiderschrank. So. Ich safe das einfach aus Prinzip. In einem Safe? Und wenn du noch so einen leichten Hut nimmst, so auf ganz abgehoben, Alter. Auf au... Ja, ich... Das Ding ist, mir passt kein Hut wegen meiner Haaren. Das ist, äh, ist so ein Gel drin. Dann schlagen wir dich herab vorher noch. Ja, das sieht doch kack. Achso, vielleicht mit einer Maske wird's glaub ich klappen. Warte, falsche Regal müssen rüber zu hüten. Hüte! Hüte! Ich suche Hüte! Vor allem haben sie Hüte? Hüte, 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 Hüte. Hüte, 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 Hüte. Alter, das sind Hüte. Nein, doch nicht. Oh, Accessoires. Oh, warte, können wir welche noch nehmen? Oh, Mann. Hier vorne, Bruder. Wo sind denn die Hüte? Tschuldige. Der kleine Mann. Der kleine Racker. Oh, ich hab wieder... Ich hab schon wieder wieder rausgeschubst. Ich hab ne Idee, wir wärst mal immer so einen riesengroßen Hut nehmen. Den hier einfach. Guck mal, so mein, Bruder. Ja, bitte. Gibt's nicht noch einen größeren Zylinder? Nee, das ist der größte, Bruder. Du siehst da, das ist wie ein Zirkusdirektor, Bruder. Gibt's hier noch ne Maske auf, ne? Und das wären diese riesig fetten Masken, ne? Also... Und der Zirkusdirektor einfach geworden. Ich hätt gern nen gelben Hut, wenn's das geben würde, würde ich den anziehen. Der Bierhut wär auch... Fahrrad hin. Freddy kann sich ja ausnahmsweise mal für einen Hut entscheiden. Trägt so selten einen Hut. Also Starhut? War ein Witz. Was ist das denn? So... Oh mein Gott. Geil. Jonas, lass mal. Lass mal die Karten holen, oder? Siehst aus wie ein... Kubanisch. Guck mal das hier. Ich schau aus wie jetzt Helmi. Braucht jeder von unserem Fahrzeug gerne? Lass uns zählen. Lass uns zählen. Oh, er weiterholt, Bruder. Der ist gelb, Alter. Warum gibt's diese Hüte nicht in Gelb? Was soll ich das? Du musst mich um ein Auto zwängen. Ich hätte eigentlich keine Lust. I'm on a boat. I'm on a boat. Was machen wir jetzt eigentlich? Oh mein Gott, ich hab's gefunden. Nein, Bruder. Bitte. Bitte. Nein. Howdy. Na, ich lass mal raus. Das kannst du ja keinem antun, Alter. Wo treffen wir uns jetzt eigentlich Tolle? Ja, es gibt nix, Scheiß. Gelände würde ich sagen, oder? Mh. 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 Ja, aber haben wir jetzt nen Hut, oder nicht? Vergesst nicht, euch ne Maske zu holen, Leute. Der hat keinen Hut. Welche Maske nehmen wir jetzt? Das war nein. Das war nein, ja. Ja, die, die quasi König, Dame und so weiter. Da gibt's doch diese Karten... Riesenschädel. Ich hab jetzt die 7 genommen. Ich dachte, das passt gut zum Casino. Papa ist da, du kannst ja nehmen, was du willst. Hauptsache, das passt irgendwie zum Casino. Genau, das passt genau. Hier vorne nochmal schnell, Macchus. Hier muss mir irgendwie das Auto gewöhnen, würde ich sicher gut fahren. Ja. Das ist echt, das ist schon scheiße. Ja, von euch fährt so ein Honda Civic? Ja, positiv. Achso. Wie wärs, wenn wir uns ein paar Nos Flaschen kaufen? Äh, ich hab Nos Flaschen davon für jeden mitgenommen. Da warst du noch nicht da. Ich kann schon noch mal eine holen, die wie im Dei kann nicht drin. Ich schau sonst... Ich glaube, ich hab bei mir auch noch welche, aber ich muss gucken. Wo treffen wir uns jetzt? Anwesender. Im Geländer, oder? Wollte ich sagen, nochmal. Warte, wo hatte ich meine Nos Flaschen drin? Im Performante, doch nicht. Im GTR, ne? Glaube ich. Ne, scheiße. Oh, nicht. Wo wir damals weggefahren sind, ne? Ah ne, da hab ich ja ein Auto ausgeborgt. Ach, keine Ahnung, dann hab ich keiner mehr. Negativ, ich hab doch keine Nos Flaschen mehr. Ich kann dir eine geben, ich hab zwei. Oh, perfekt. Dann fahr ich zum Wunschstück. Maske, wie war das jetzt? Du hast doch ne Maske gemacht. Ah, stimmt. Was brauchen wir da für eine? Wir sind am Hauptplatz. Ah, ok. Warte. Ich parke hier. Audi S8. Der ist bei Limousines vorletzter Auto, Jonas. Ich parke einfach hier mittendrin. Ne. Soll sich jeder... Sie kennen nicht Parkure, geil. Hallo. Oh, ich brauch die Maske wegen Maxi King. Ich hab im Auto Maxi King draufstehen. Ich würde halt schon die nehmen. Das passt halt perfekt dazu, ne? So auf komplett. Keine Ahnung. Oder er hier. Guck, 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 guck. Mit so Peaks drinne, Alter. Den ich hab da. Oder der hier ist auch gut. Oder 159, 159. Ok, der war auch wild, ne? Der hat auch sogar Hut, ne? Ich hab's. Ich bin fertig. Maxi King. Und dann nehmen wir die gleiche Bruder. Welche erst hast du? Ja, so deine erste, ne? Die erste, ne? Ja, mit gelben Haaren. Die passt am besten. Selber. Ok, passt. Die Maxi King-Maske. Passt das perfekt zum Auto? Ich bin froh, dass ich das Kennzeichen genommen hab. Das passt alles perfekt zusammen, Leute. Ah, deine Talle beim Geländetreff. Jawoll. Scheiße. Dann fahr ich das Ding nochmal rein. Ich hab grad voll aufgerechtert. Äh, die Hupe. 825 Dollar für nichts, Alter. Nichts gemacht mit der Kiste. So, äh, wo ist denn nochmal Maxi King-Mobil? Maxi King... Maxi King... Maxi King... Wo ist er denn? Hallo? Nismo... Ah, da ist er. E-alphabetisch geordnet. Und ich suche, und suche, wie ein Trottel. So, dann fahren wir mal los, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie das heute ausgehen wird. Also, das Rubbel los hat gesagt, ich habe heute doppelt Glück. Das heißt, wir werden heute... Ich muss auch mal tanken fahren. Ah, ich fahre mal schon tanken. Wird auch mal interessiert, wie schnell die Kiste fährt. Fährt ihr da nur 240, 350? Ja, doch, 260. Ich habe jetzt nochmal beim Mechaniker, was ich zufällig beim... Ich habe jetzt nochmal beim Mechaniker, was ich zufällig bei McDonalds-Dorfer frei Werkzeug cashmacht für uns. Danke. Ach komm. Ja, bei mir ist gerade Polizei, die hält mich an. Der wollte nur dich, aber dann ist er mir vorbeigefahren einfach und ich habe ihn gerammt, Alter. Irrenmann. Immer an dieser Raserei, also immer an dieser Raserei, also immer an dieser Raserei. Ich tue was aus. Danke, Alter, wirklich danke. Guten Tag. Schönen guten Tag. Maxikir. Einmal für Schein und Fassigpapier, bitte. Was brauchen Sie? Schießliebepapierli? Ja, eine Führerscheine und Fahrzeugpapiere. Achso, Fahrzeugpapiere, warten wir mal ganz kurz. Habe ich denn die hingelegt? Die zwei Audis, die gerade zum Geländer gefahren sind, die wurden von einem Honda Civic verfolgt. Das ist einer von oben. Achso. Was ist das auf dem Klemmbrett, was da drauf steht? Das ist... Brauchen Sie doch die Versicherung? Nö, nur... Ich hätte auch die Poliz für Sie, die Poliznummer, wenn Sie hier brauchen, zum Abfragen. Und der Führerschein wäre immer ganz gut. Aber der Führerschein, okay. Ich habe den irgendwo in der Hosentasche drin. Ah, wo ist er denn? Ah, hier. Bitteschön. Perfekt, vielen Dank. Ich überprüfe das mal ganz kurz, dann bin ich gleich hier bei... Alles klar, bitte. Maxi King. Oh, nee. Ach, das ist wieder was, Leute. Das ist wieder was. Ich freue mich. So. Game Art TV, habt ihr das schon vorgelesen? Das ist mal schon vorgelesen. Ja, okay, wir vorgelesen. Doppeln mal vorgelesen, das haben wir auch vorgelesen. Oder können wir mal vorgelesen. Dankeschön, McFlurry, aber das haben wir auch vorgelesen, glaube ich, ne? Ah, nee, habe ich noch nicht. Doch, doch mal, was soll ich schon mit Flurry dann? Florian Adam, moin Hudl, auf den schönen Stream, Hashtag Furz, Dankeschön, Tino. Achtung, Flachwitz, warum hat er das mal? Warte, was? Warum hat er Weihnachtsmal einen großen Sack? Weil er nur einen Weihnachten hat? Ich bin jetzt zum zweiten Dankstelle gekommen und konnte irgendwie bei keiner mehr danken. Gute, dann haben sie den Führerschein schon mal wieder. Ich habe mal einen Glitz für sie vorbereitet. Ich bin nämlich Komiker und ich wollte mich fragen, ob das lustig ist. Also, ich habe nämlich bald ein Kabarett. Nee, ich lade sie gar nicht so ein. Es ist am 24.08. Da können sie gerne vorbeikommen. Und zwar habe ich da einen Witz vorbereitet. Sie müssen mir sagen, ob der lustig ist. Wenn der nicht lustig ist, sagen sie mir das einfach. Okay. Also, warum hat der Weihnachtsmann einen großen Sack? Weil er nur einmal im Jahr kommt. Ist der lustig? Ja. Ja, schon. Etwas flach. Okay, danke. Nee, ich wollte nämlich auch mal wissen, ich habe noch nie einen Polizisten gefragt, ob der Kabarettwitz zieht. Ich habe gehört, dass ein paar Polizisten zu meinem Kabarett kommen werden. Und deshalb, ja, freut mich, dass ich da jetzt auch schon mal bei der Polizei etwas sicher bin, dass das auch klappt, dass da auch mal der Schenkelklopf herauskommt, am einen oder anderen. Alles klar. Gut, der, ich hatte sie mit 177 im 130er geblitzt. Ja, es kann sein, weil das Ding, ich muss sagen, das ist ganz komisch zum Fahren. Ich fahre damit heute den ersten Tag. Bin eh kurz davor, wieder zu verkaufen, so wie der fährt. Ja, es ist halt... Achso. Man rutscht auch ganz viel damit. Okay. Wenn sie raus sind, sind sie ja zu schnell gefahren, ne? Ja, weiß ich. Das ist klar. Genau, es gibt dann einen Buskel von 1500 Dollar. Stell ich ihn mal eben aus. So, ja, haben die Kürtung. Dankeschön. Du, während eine Frau ausparkst, sie an mir vorbeirennst. Das ist lebensmöde. Stimmt, darfst du mich für eine Frau, weil du das lebensmöde bist. Da haben sie die Papiere wieder. Ja, sag ich doch. Dann können sie weiterfahren, sobald das blau dicht aus ist, ne? Einen habe ich noch. Einen habe ich noch vom Kabarett. Okay. Also, der ist ganz lustig. Der hat doch nur eins. Der hat 50 Mal hin und sagt, das kann doch nicht sein. Der hat nur ein Popoloch. Das kann doch nicht sein. Er hat gesagt, nein, das ist ein Hund mit zwei Arschlöchern. Glaub mir, wie es ist. Und, ähm... Ja, am Ende hat sich herausgestellt, dass gar nicht der Hund gemeint war. Äh... Das ist, das ist ein ganz alter Witz. Das soll, äh... Soll ich den streichen aus meinem Kabarett? Ich weiß nicht, das ist ein ganz weit unterer Witz. Also, wenn sie sagen, weil ich muss ja auch die Polizisten damit ansprechen, irgendwie, dass die auch mal auf dem Schenkenklopfer rauskommen. Wissen Sie, was ich meine? Das soll jetzt gar nicht beleidigend sein oder so. Aber finden sie das lustig oder eher nicht vor... Also, wenn man das jetzt vor Polizisten auftritt. Wenn da auch echte Polizisten kommen zum Kabarett. Soll man den eher streichen oder kann man den drinlassen? Finden sie sowas okay als Witz? Ich, ich würde den eher streichen. Den würden sie streichen. Finden sie das schon fast beleidigend, so? Das können es gewisse Leute so aufnehmen, ja. Gut, dann streich ich den raus. Ne, das ist jetzt auch nicht mal beleidigend gemeint. Wie gesagt, ich will ein Kabarett starten und ich will ja auch Polizei safe sein, dass nicht irgendein Polizist dann beleidigt ist, wenn ich da mal einen Witz droppe. Aber der, aber ich muss sagen, der mit dem Hund, wo man dann dreimal hingucken muss, ob der jetzt wirklich zwei Popolöcher hat und dann kommt sowas bei raus, halt schon. Zwei Sekunden, ja. Gut, aber dankeschön, dann weiß ich, jetzt streich ich das. Ich mach da einmal durch, so. Gut, danke, dann haben sie mir da auch schon mal weitergeholfen beim... Ah, und in Zweierteams, also niemals alleine, dass ihr da alleine fährt, Geiselholz. Kriegen sie auf jeden Fall einen Kredit von mir. Gut, dann wünsche ich ihn noch mit dem Abend, ne? Gut, wünsche ich ihn ebenfalls, danke. Ciao. Wiedersehen. Deiner D6 1. Das ist, das, der war so schlecht. Der Hund mit zwei Arschlöchern und zwei Polizisten gewinnen und spazieren. Das ist... Ey Leute, da wird es so alt und so schlecht und assi. Und den muss ich jetzt einfach bringen, weil der so schlecht ist. Aber er soll, nein, das sollten sie besser streichen. Aber es gut funktioniert. Ich hab, ich hab die Rechnung gar nicht bezahlt. Die sollen jetzt schon erstmal nochmal einen einparken, oder? Damit die nicht entdeckt werden. Ich fahr jetzt mal bei 1 zu 7 vorbei. Ich hab irgendwie das Gefühl, der wird mir jetzt folgender in den Kopf vorhin. Der hat mich nämlich angehalten. Wir machen das jetzt am besten wegen dem Auto. Weil der hat mich jetzt angehalten und so. Ja gut, das heißt ja noch nicht so, dass er dich angehalten hat, Bruder. Ich könnte sonst nochmal neu kaufen. Nein, Quatsch. Ja, aber der hat ja gesehen, das Auto mit der Farbe mit dem Kennzeichen. Ja, das ist das Kennzeichen. Aber letztendlich, wenn die geile Name passiert, der weiß ja nicht, wer drin sitzt und fährt, wenn du maskiert bist. Ja, aber mein Maxi-Kinn-Kennzeichen möchte ich nicht abgeben. Das ist lustig, ne? Oh, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, Jungs. Ich hab ne gute Idee. Wir inszenieren, wir inszenieren jetzt einen Raub des Fahrzeugs. Hat jemand Dietrich dabei? Ich hab drei Dietrich hier, Bruder. Weil ich hätte sonst die Idee gehabt, dass einer das Auto aufbricht und das dann klaut. Und dann ist halt gestohlen und dann sehen wir, dass die Dinge wieder gestohlen sind. Dann kommen die her, verfolgen mich und dann komme ich nicht weg, Bruder. Nee, nee, ich kann das Auto aufsperren, wenn du knackst und wir fahren damit einfach weg oder so. Ja, dann los, so wirst du. Ach du Scheiße, es waren gerade acht Polizisten auf Motorrad Richtung 1 zu 7 unterwegs. Äh, ich fahr gerade Richtung Sandy. Ja, ich bin auf Gelände, Bruder. Ja, warte, ich fahr nochmal zurück. Sonst lass das später machen, vielleicht. Sobald das aufgeknackt wird, müsst ihr das überbrücken. Ja, ja, nee, das, ach stimmt, da war ja was. Ja, gut, dann lass mal das lieber. Oder Scheiße da drauf. Ja, Scheiße, ich fahr nochmal. Ich glaube sowieso, dass nicht 90% der Jungs, äh, nicht wegkommen werden, einfach wegen den Scheiß Karten. Oh, nee, mein Tank ist fast leer, ich muss schnell tanken fahren. Weiß ich wieder, was ich eigentlich vorhatte, bevor mich der Kopp angehalten hat. Ich hab nämlich ein Kamerät geplant. Also, dann müssen wir echt mal ein Kamerät machen. Nee. Ich bin nämlich Comedian. So flachwitze. Soll ich jetzt vielleicht bei jeder Polizeikontrolle machen? Einfach, einfach, ja, hallo, ich bin Comedian. Wollen wir vielleicht mal einen Witz hören und sagen, ob der so okay ist? Oh, nee, die armen Kops. So, ähm, Marco, da mal, danke, 5 Euro vorhin. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, danke. Ich hab immer was nicht vorgelesen. Moin Brudi, spiel mal auf irgendwo, was ist immer auch vorgelesen? Alter, ich, ist, das Ding ist, das ist jetzt alles so unübersichtlich, weil ich jetzt von unten nach oben und von oben nach unten gelesen hab. Das ist, äh, ganz, ganz schlimm. Juchin, guten Abend, kannst du mich grüßen? Juchin grüßt mir noch, jawohl, vielen, vielen Dank. Kenn ich noch. Und Florian Steiner, danke für einen Euro und einmal VIP werden. Vielen Dank auch dafür. Xion5M ist down, Major Outrage. Dankeschön für die Information. Das heißt, äh, für mich jetzt, dass ich jetzt nicht crashen sollte aus dem Game. Danke für die Info. Oh, warte, hab ich noch einen Kanister dabei. Ich habe keinen Kanister dabei. Dann hol ich mir noch einen Kanister. Hier geht's ja weiter. Tapp, 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 tapp Auf geht's. Ich möchte mir den i9-1200K und der RTX 380 kaufen. Was hältst du dazu? Kauf dir eine 390Ti. Da hast du mehr Spaß mit. Einfach 390Ti holen. Wenn der Geldbeutel reicht. Na, Geri doch mal. Habe gestern noch mal eine Mail geschrieben. Dann werde ich doch noch mal gucken. Alles klar, Geri. Schau ich mir dann an. Danke. Vielleicht ist irgendwas untergegangen. Aber ich habe wirklich alle E-Mails abgearbeitet letztes Mal. Außer es war irgendwas richtig unnötiges. Dann lösche ich das oft. Weil ich kriege oft einfach E-Mails, wo einfach steht. Hallo, wie geht's dir? Das ist halt. Die lösche ich halt schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein nettes Brief bekommen. Dann anrufe ich das schon drauf. Ja, also suchen wir gleich. Das Ding ist so scheiße zum Fahren. Ich schwöre keine Bremsen, das Teil. Ich bin auch daran, dass ich schlecht fahre heute. Es wird nix. Es wird nix. Ah. Hallo. Hoppala, ich habe geflüstert. Hallo. Niemand langfährt. Dort Nagelbänder schmeißen. Und dann, wenn die Verfolgung ist, wissen wir, dass die Nagelbänder dort liegen. Fahr extra an vorbei und die Cops kennst du ja. Die schallern da safe durch. Dann haben wir zumindest einen kleinen Vorteil. Du meinst, dass wir vorher Nagelbänder haben. Okay. Genau, auf so eine Straße, die halt nicht. Wir legen Nagelbänder auf eine Straße, die nicht befahren ist normalerweise. Und fahren dann dort lang und die Cops schallern durch. Also bevor wir die Geisennahme machen, als so kleinen, kleinen Bonus. Wer mal will, hat er. Ich glaube, ich hätte sogar noch zwei. Nagelbänder haben wir genug, wir waren neunlich sammeln. Achso. Ich habe keine mehr. Aber schon, ich hätte was dabei, aber ich glaube, ich muss das in den Müll werfen. Ich weiß nicht, wo ich das... Oh, was ist das jetzt hinten raus? Ja, das habe ich einen Terroristen von ihm vorab genommen. Keine Ahnung. Das war irgendwo mal am Airport. Da stand es an einem rum und ich habe es mitgenommen. Ich habe eine Frage. Das wird gelassen. Ja. Das ist uns nämlich letztens in den Sinn gekommen, wenn man gerade heute nochmal drüber quatscht. Ja. Wie wäre das denn, wenn man vielleicht noch so eine Dienstleistung anbieten könnte, an privilegierte Kunden, die ihre Hände zu spätig machen können? So eine richtige, geile Massage wäre ich dafür. Für Massagen. Die, die ihre Hände nicht dreckig machen wollen. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Verstehe nicht. Wäre ja legitim. Wie, wie meinst du das? Oh. Massage mit Happy End. So was willst du? Ja. Nein. Also darüber, das kannst du gerne machen, ich mache dann nicht mit. Also, normal. Den Dreck reinigen. Ganz einfach. Ich verstehe es nicht. Ja, Aufträge. Aufträge. Aufträge, ja. Wer ist auf deiner Trage? Den Dreck wegmachen. Den Dreck wegmachen. Genau. Ach, du meinst, dass wir jemanden umbringen? Oh. Ja, aber nicht von weitem so umbringen. Das wäre ja scheiße, sondern dieses Mitnehmen und ihm auch sagen, wieso. Aber weißt du, für andere Leute. Und dann auf den Massage einladen. Die 1 zu 7 Art. Ja. Okay, verstehe. Für die Leute, die sich vielleicht ihre Hände nicht dreckig machen können. Beste Idee eigentlich. Du meinst, dass wir sowas werden wie Kopfgeldjäger und dann halt, dass sie uns einen Auftrag geben als Einschichterungs-Trupp. Ja, sowas in die Richtung. Und du hast so eine Preiskarte. Ich höre nicht so zivilisten, kostet so viel. Aber es muss natürlich auch einen Grund haben, ne? Was die müssen natürlich haben. Natürlich, natürlich. Ich würde auch nicht alles annehmen. Ja, doch, doch. Wäre ja nicht schlecht. Das habe ich sogar schon mal gemacht, Bruder. Das hast du schon mal gemacht? Mhm. Bei wem? Bei Stritzi. Mit Vollmund spricht man nicht. Entschuldigung. Das geht gar nicht. Bei Stritzi habe ich das gemacht, Bruder. Ah, okay. Achso, der hat dir den Auftrag gegeben und du hast dann einfach umgesetzt? Nee, ich habe einen Auftrag bekommen gegen Stritzi. Achso. Das war der Auftrag. Ich dachte, okay. Gut. Ja, doch. Wäre cool eigentlich. Wäre cool. Dann würde ich auch mitmachen. Ich muss das Ding halt echt los. Weil dann kriege ich das hier irgendwie weg. Wie ich das jetzt hier... Du brauchst eine Müllformel. Du kannst unten ins Lager legen. Nee, ich leg das nicht ins Lager. Das soll keiner haben, das Ding. Das ist brandgefährlich. Ist das. Oh, scheiße. Das sieht das da rum. Nicht aufheben. Ich mache das einfach später weg. Wir sollten das... Wir sollten es glaube ich eh nicht aufheben. Das endet nicht gut. Nö. Also ähm... Gut. Wie sieht es aus? Dann ähm... Alle da? Ja, ich bin da. Ich heiße nämlich alle. Wie war das letztens? Ich loche ab und zu auch gerne Papiere. Nur so am Rande. Wir sind acht. Acht von zehn. Zwei, vier, sechs, acht. Ja. Ja. Der hat ja irgendwann mal gucken. Ach, ich habe mich nicht eingetragen. Entschuldigung. Aber was haltet ihr, wenn wir so mit dem Freund einen Nagelbänder legen? Auf so einer Straße? Wo ist wohl ich? Würde ich fühlen. Können wir das so an ein, zwei Orten machen und haben, sage ich mal, einen Bonus, falls wir Hilfe brauchen. Du musst halt nur aufpassen, nicht, dass sie dann, weil es wird ja ein bisschen länger dauert da drin. Bis dahin haben die die Dinger wieder repariert, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist das Ding. Und die werden so lange das aufhalten, bis wir rauskommen, bis die das repariert haben. Nee, nee, ich rede davon, dass wir die Nagelbänder am Vorhinein schmeißen, bevor wir losfahren. Oh mein Gott, da fliegt eine Riesengelze. Alter, geh weg! Das wird jetzt auf so einer unbefahrenen Sprache. Wo kommt die her? Und dass die Cops die eventuell nicht entdecken und wenn wir dann losfahren und so einen Bonus brauchen, weißt du, in der Verfolgung, dass wir dann die Straße einfach abfahren und an den Nagelbändern vorbei und die Cops dann durch. Ja. Nur eine Frage habe ich noch, die doch wichtig und richtig ist. Also wenn wir jetzt dort reingehen, es gibt nur einen BZW-Ausgang. Was wäre der Plan 2, wenn gar nichts mehr geht und die komplett dicht machen vorne? Casino spielen. Casino spielen. Ja. Bisschen was am Boletttisch verzocken. Aber die werden dann rein stürmen, oder nicht? Einfach das Geld für die Geiseln, was wir gekriegt haben, kurz Beweismittel verzocken einfach. Man muss auch sagen, dass das Casino so unübersichtlich, also im Notfall, wenn es wirklich anders geht, kannst du dich da relativ gut drin verstecken, ne? Ja, du kannst doch hoch in die Managementbüros. Die sind auf. Die haben die Mitarbeiter da nicht abgeschlossen. Wie will der eigentlich noch essen? Weiß es nicht, der isst sich am ganzen Tag. Die fährt ist sein Sandwich. Hm. Mega dick, Bruder. Snacks. Ey, aber, ähm, Wolfi, die wollen nicht mehr landen. Dass das Flugzeug darf irgendwie nicht landen. Alter, der Airport vorbei gehört gerade die Landung. Ah, ich habe es mitbekommen, Nachrichten, ja, ja. Da ist irgendwas. Als Böses im Busch. Ja, wie ich doch gesagt, ohne Terrorwarnung in der Panzerfaust. Ja. Vom Flughafen, die habe ich dort aufgegabelt. Gut, ich muss die echt jetzt mal wegbringen, sonst kriege ich echt große Probleme, wenn das irgendein Kopf merkt, dass ich hier dabei habe. Aber dann, äh, war es das mit mir. Warum so still hier? Weil du so gefährlich bist. Wir sind davon fasziniert, wie Freddy gerade sein Sandwich isst. Du bist so mächtig, weißt du? Das beobachten wir gerade sehr gerne. Da möchte ich mal ein Foto fahren. Ja. Für die Ewigkeit. Mal schauen, wie das geworden ist. Hm. Oh, ich habe noch eins gemacht. Perfekt. Ach, das sind sehr schöne Fotos geworden. Du musst doch jetzt eigentlich nichts sagen. Oh mein Gott, wie schön. Oha, seht ihr mal auf gelbe Seiten posten. Was? Verkauf Sandwich halber angebissen. Wow. Danke. Das sind Fotos, die brauche ich für mein Leben. Oh, ich habe noch ein Foto von einem Rollstuhl. Ach, dann kann ich das rausnehmen. Ich habe hier noch eine Anzeige gescheitert wegen P1 auf Dings. Gelbe Seiten, die muss ich runternehmen. Da habe ich mir einen Rollstuhl gepostet für Bilddienst zur Aufmerksamkeit. So, raus. Zack. Gut, wie sieht es aus mit Geiseln? Ich hätte gesagt, wir holen auch wieder Cops. So wie letztes Mal. Ich will mal finden den Fynn. Das ist dann auch ein Burger. Ich hole mal in der Zwischenzeit was aus dem Fach. Bei einem Autohaus, welche wechseln wir in, weil da wartet. Berg Borke, danke für 2 Euro. Danke, danke. Kroko, also 7. Bin auf Playstation für 60er gebannt, aber egal. Hier 10 Euro für den Server. Das macht auf jeden Fall Sinn. Habt ihr eigentlich Importautos? Du meinst, dass man für Ingame-Währung zahlen kann? Haben wir nicht. Ich kann mal Mechaniker-Auto operieren. Bei uns kannst du Ingame nichts kaufen. Das ist, RLO ist kein Pay-to-Win-Server. Also wirklich, du kannst keine einzige Ingame-Währung oder Fahrzeuge durch irgendetwas erwerben. Mit echt Geld. Was ich sehr gut finde. Du musst ja alles selber arbeiten. Munition auf. Ach, ich hole mal die Waffen raus. Ich nehme mal meine P90 nehme ich mal raus. Und meine Block 18 nehme ich mal raus. Ich glaube, das reicht für mich. Oder soll ich noch eine M4 nehmen? Ich nehme nur eine M4 mit zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ob man noch was anderes braucht. Man weiß es ja nie. Oh, Pizza, Salami, 8 Stück mit. Da habe ich voll dabei. Das ist nämlich sehr ausgiebig. Haben wir noch Pizza, Schinken, haben wir noch eine dabei. Da nehme ich eine mit. Gut, wunderbar. Was? Gut. Jawohl. Sie haben ready for Miami. Lightning Shield. Grüße von Lightning Shield Cinematic Crew. Dankeschön zurück. Der Mann führt den Hype. Passend zum Namen. Einmal Hype, bitte. Du meinst einen Like-Hype? Den sollten wir eh mal rausschalten. Wir sind 6500 Zuschauer. Wir sind bei 2600 Likes. Da kommen wir auf die 5000, wenn wir das jetzt mal machen. Auf die 5000 Likes, Leute. Haut mal auf den Like-Button. Willst du auf euch plaudet oder explodiert? Wer weiß es nicht. Haut mal raus. Ach, so. Perfekt. Haben wir das auch. Haben wir das auch hinter uns. Perfekt. Ciao. Einen Like-Hype seit langer Zeit. Robert. Ja, das ist ja... Lass mich einfach in Ruhe. Okay. Was ist der Unterschied zwischen... Okay, den kann ich nicht vorlesen. Dann gehe ich schon an Jogalo für 5 Euro. Vielen Dank. Geil zu suchen, aber in anderen Autos. Wie fahren wir? Zwei Gruppen. Ja. Leer. Alter, der ist ja noch immer mit. Schau mal. Zeig dir mal, wie schnell ich meine Pizza jetzt auf. Also, pass auf. Aufpassen. Einfach inhaliert, guck mal. Einfach inhaliert, die Pizza steht jetzt. So, weg ist es. Bitteschön. Ja, er ist an dem Burger schon seit einer Stunde dann gefühlt. Er war eh mal. Aber er ist salvisch. Ja, er kaut halt richtig, ne? Mhm. Er genießt es. Ich weiß, ich mag kaum, Bruder. Es ist dünner, wenn man es ganz klein macht, ne? Und dann... Er kaut das so, es wie rauszumachen. Aufpassen, wir müssen ein Polizist, der guckt hier runter. War nur Spaß. Ne, war nur Spaß. Ich wollte dich nur ablenken. Ich würde nicht auf, was zu essen. Ja, gut. Gut. Wer will mit mir fahren? Scheiße, du sind. Keiner. Perfekt. Ich dachte, wir fahren alle ein, oder nicht? Jetzt beim Geisel holen, Bruder. Ah, okay. Ok, da, ok. Gut. Guti. Sie hat dir mit mir gesagt. Im Sportunterricht, dann warte ich halt, bis ich gewählt werde. Oh, hallo? Irgendwie riechen die Cops irgendwas. Also, die stehen da so komisch positioniert an der Tankstelle bei der Nationalbank da. An der Tankstelle von... Sind das die mit dem Motorrad? Ne, ein Taro steht da und noch... Hey, hier. Ich fahr da noch vorbei. Auf Ehre. Lass mal ein Auto holen, die holen wollen. Willst du mal mitfahren? Ja, ja. Aufziehen noch, oder was? Was hast du? Ja, ich dachte, ich dachte immer nur zwei, zwei, die Geisel holen, aber egal. Ja, perfekt, war ja egal. Ne, passt schon. Passt schon. Wir haben ja Platz für eine, wir brauchen ja so viele. Also, warte, anziehen, ne? Maske, oder wie? Ja, noch nicht. Ich schaue erstmal mit dem Cops vorbei, was da los ist. Ah, ich dachte, die wollte die mit einparken, gerade. Aber, ey, Dario. Ja. Wir haben doch eh kein Auto. Ja, wir beide, wir müssen eh bei jemandem mitfahren. Wir haben natürlich uns keins gemacht. Aber ich höre dir diese Kiste, der wird jetzt so schrecklich. Ja, ich habe auch dich gehört. Es ist ja nicht so, als wären wir eben nicht da gewesen, ne? Er ist 80, hast du das. Aber nicht zu schnell, ha? Ich fahre nur ran vorbei und gehe, tu sowas, wie ich da tanken oder so. Genau, mit einer Fliege und ohne Oberteil. Das ist natürlich sehr unerfällig. Du, ich wurde vorhin genauso angehalten. Meine Ausrede ist, ich bin Comedian. Ne, ich habe gesagt, ich bin Comedian. Sie haben gesagt, du bist ein Magic Mike. Ja, ist Magic Mike. Kennst du nicht? Ne. Was? Freddy, wir bleiben aber in den Casino-Outfits, oder? Hast du aber eine Billigungslücke? Ja, ja, dann müssen wir mich mitnehmen, ich müsste mal da mitnehmen. Wir könnten auch mal so zur Bank fahren, so tun, dass wir da irgendwas starten wollen. Hast du den Park nicht mitgenommen? Ne. Ja, moin. Ich habe Waffen dabei, ne? Ja, ich auch. Ich habe einfach nicht mehr parken. Ja, das ist schon der erste. Ich parke jetzt extra hier vorne, guck. Ich parke immer da. Das ist immer mein Parkplatz hier. Das ist auch noch Geld. Weil dann kriegen die immer Eier-Eier-Schaukeln, kriegen die dann danach von. Kommen wir gleich alles direkt runter. Ich will nur ein bisschen einzahlen, mehr will ich gar nicht und gucken, wie das die Preise sind. Ich muss unbedingt 1 Dollar einzahlen, ist wichtig. Ich auch, 1 Dollar. So, 1 Dollar eingezahlt. Ah, ja, das war sehr wichtig, so ein Fall. Was ist das, Thomas? Ja, dann fahren wir einfach zu dritt. Warte kurz. So, dann konzentrieren sie sich vielleicht auf das hier. Ich wette, dass wenn ich da jetzt lang fahre, steht der Kopf an der Ecke. Der Kopf ist gleich da, Freddy. Yep. Auf hier, wenn ich jetzt rechts fahre, der steht hier gleich irgendwo. Der hat's gerochen einfach. Oder? Ah, doch nicht. Guck, der ist gar nicht mehr da. Da vorne war es auch. Ich frag mich, wann die die Narbe überlegen wollen. Ich glaube, vorne. Da vorne, da vorne. Jetzt ist der links gleich. Links? Ja, ich sag dir, der kreist hier rum. Ah, kommt, der guckt. Also, soll man so parken? So, soll man so parken, ja. Wir rennen dann so rein, okay? Steh, 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 steh. Nur mal 1 Dollar einzahlen. Danke. Mark, bist du jetzt alleine losgefahren, oder was? Nö, ich hab nur gerade 1 Dollar in der Bank angezahlt. Fuck. Nein, Jungs. Ich bin mit, äh, 3 Jungs unterwegs. Wie machen wir das jetzt genau? Weil die Autos stehen ja jetzt hier noch auf dem Gelände und die brauchen wir ja gleich. Ja, wir machen das einfach so. Wir gehen jetzt die Geisern holen. Und einer nimmt dann die Geisern entgegen, äh, beim Casino. Während die anderen dann die Autos holen. Wo holt ihr euch die Cops das Geiseln? Wo sind die? Ich frag nur, wie holt ihr die? Weil, äh, es kreisen ganz, also 2 Cops kreisen gerade bei der Nationalbank so ein bisschen rum. Ja, wir nehmen alles. Aber wie gesagt, die an der Nationalbank, die kreisen da. Einen im Tahoe, einen im Charger. Also, einen im Tahoe, einen im Charger. Ja. So, den wir gucken, dass ich das Auto vielleicht so tue, als würde ich das hier stehen lassen. Ich weiß nicht, aber die sehen das ja, dass ich damit gefahren bin. Oder will der Kind so um? Ja, um noch hier. Ja, das Ding ist halt Maxi-King, steht da hinten drauf und hat mich vorhin so angehalten mit dem Kennzeichen. Maxi-King. Das ist halt sehr obvious, weißt du. Mit oder ohne müssen? Was ist das Ding jetzt? Ich packe im Kopf ein. Ich überlege nur gerade, wegen dem Auto, ob ich vielleicht das Kennzeichen, habt ihr Kennzeichen dabei? Ja, ihr wisst eh, ja. Nein. Scheiße. Scheiße. Aber ich hab Malicious-Card und Security-Card dabei. Nee, weil sonst hätte ich Maxi-King auf einem anderen Auto geballert und hätte den komplett anders gefahren. Ich frag's uns, ob er hat. Warte mal. Äh, mal ne Frage, hat wer noch Kennzeichen irgendwo? Ich hab 25 Stück. Kann mir kurz zum Hauptplatz kommen, mir ein paar geben. Ich muss unbedingt das Fahrzeug umschreiben. Ich brauch so drei, vier Stück. Ich hab dir doch, hab ich dir nicht auch letztes mal neun Stück gegeben? Äh, ich hab, ich hab die meisten verwendet oder ein paar Sachen hab ich verloren. Ist ein bisschen was passiert. Ich weiß nicht, weil Maxi-King ist schon ein geiles Kennzeichen. Auf jeden Fall hab ich das behalten. Ist mir aufgefallen, dass er keine Tattoos hat und komplett rasiert ist? Ja. Der wahre Magic Mike. Ich hab, aber ich glaube, ich vermute, er hat ein Tattoo und so an der Fusssohle so'n Fisch. Ein Fisch. So'n, äh, made in Ocean. Dann pack ich nochmal aus. Ey, da fahren so oft Cops vorbei, müssen so aufpassen. Freddy, bist du auf dem Weg zum Hauptplatz? Ich dachte, komm, wir können doch kurz zum Hauptplatz. Der Hauptplatz ist jetzt schwer, weil ich hab schon eine Waffe draußen. Ja, ich hab doch gesagt, ich brauch ein Kennzeichen. Der Vince hat doch auch gesagt, er hat auch 25. Aber du hast gesagt, du kommst oder nicht? Hab ich eigentlich nicht gesagt, nee. Also, kann Vince herkommen? Hallo? Ja, ich komm. Danke, ist ja nett von dir. Oh, der wär aber auch geil gewesen. Ich dachte auch, eben, du bist nicht mit dem vom Gelände, aber du warst aber weg. Das sieht auch fresh aus, ja. Ja, weil wir, äh, wir haben geguckt wegen Cops an der, an der Tankstelle, ob die noch da sind. Wir waren zu dritt. Äh, Dombi Brawlster sang für den Euro und der Grüne Pär 1 sang für Sip werden. Er heißt aber so. Was macht ein Clown im Büro faxen? Aber der ist auch schon alt. Psycho Hobbylos LW, danke für 2 Euro. Äh, Quokka 3 0, danke fürs Resub haben. Äh, Marc? Sieht, steht heute was an? Ja? Ach so, ein Viersitzer? Ich hab ein Viersitzer. Ja, dann würde ich umsteigen, weil dann haben wir hier mehr Platz. Dann hat jedes Auto zwei Plätze für Geisel. Äh, nee, aber wir sind, wir sind zu dritt. Ich hab, ich hab Dario und, äh, hier, ähm, Dings mitgenommen. Äh, Marius. Ach so, okay. Okay, passt. Und deshalb, wir dachten, dass wir noch einen Platz frei haben, aber, ähm, weißt du, zum Suchen. Kleine Info, äh, wenn ihr East Highway statt Einwärts fahrt, kurz hinter der Abfahrt von Sandy, steht ein Eisbidion an dem Busch. Da ist Böses im Busch. Wie schnappen wir uns, Alter? Auch in der Nähe. Das schreit nach. Nagelbändern. Das schreit nach. Bruder, ich fahr dann die Eisbidion nicht aber aufs Gelände, Bruder. Die fahr ich dann schnell in Dings, in den Schuppen rein. In den Super-Weicher-Schuppen-Junior. Ja, Mann. Perfekt. So, steht heute das an und ihr kennt euch noch. Also Krankenhausabbie kenn ich noch und es steht heute ein bisschen was an. Also wir wollen einen, äh, Casino-Geiseln-Namen-Hops-Dings-Booms machen. Genau. Genau so heißt das, nicht anders. Genau so nennen wir das. Ja, ich warte halt, er hat gesagt, er kommt. Wo steht die, steht die Stadt ein oder auswärts? Stadt einwärts. Steht also zwischen zwei Bäumen, kurz hinter der Abfahrt von Sandy. Braucht ihr ne Unterstützung dabei, sonst wird Mark und Tisch nämlich. Okay. Wann ist Vincent am Hauptplatz? 20 Sekunden bin ich da. Danke. Herr Vincent. Ich hab nämlich richtig Bock heute. Jetzt brauch ich auch 5M down. Also anscheinend ist 5M hat, ist grad down und Leute können nicht einreisen. Man sieht's jetzt auch gerade, ne. Das ist halt wieder der, der Haupt-Serber ist down, ne. Aber deshalb ist es umso besser, dass ich jetzt, Gott sei Dank heute etwas, ich sag mal, früher streame. Oh nein, scheiße, um 21 Uhr irgendwas, haut's mir ja immer den Router raus. Ach nee. Danke. Bitte schön. Mein Router haut's jetzt immer um 21 Uhr irgendwas raus. Und wie viel war das? 21 Uhr 45 oder so. Ich hoffe, dass bis dahin die Server gefixed sind, weil bis dahin weiß ich, dass ich mein Router mich rausschmeiß, das weiß ich. Ich bin richtig beschissen, dass ich das jetzt weiß, weil dann bin ich vielleicht direkt drin und dann war's das. Maxi King, so muss ich erstmal umbinden, in irgendwas. Ich muss noch fix schiffen, da. Maxi King, so muss ich erstmal umbinden, oder was? Du hast einfach durchgezogen, als ich offensichtlich gezielt habt, oder was? Nein, die hat, die ist uns eben entgegengekommen, ohne Blaulicht und so. Auf dem P1 hab ich soweit. Auf dem Scheren steigt man vier. Warum? Hier. Einfach. Perfekt. 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 Ja. Auf dem P1. Perfekt. Und gleich Kohlen. Steigt gerne ein. Einfach einsteigen. Einsteigen. Ja. Perfekt. Du hast wieder rausgeschubst. Ah. Warte. Warte. Ist doch ein Auto gerade frei. Wie viele sind wir denn jetzt am suchen? Wir haben noch eins frei, ja. Ich meine noch wäre, dass wir halt vielleicht schon ein Auto mit zwei, drei Leuten ans Casino schicken. Jonas und Marco sind auch unterwegs zum Geisensuchen. Wir haben zwei Plätze frei. Elena und Vince ebenfalls zwei Plätze frei. Jonas, Marco, fahrt ihr bitte zum Casino. Ihr müsst die Geile, dann zieh ich mich nicht mehr. Ich zieh mir schon meine Maske raus. Wir sind gerade noch Palito beim Diner, um uns gerade noch was zu essen. Jetzt sollen Elena und ich dann. Wir sind gerade noch in der Stadt zum Casino. Da macht ihr das. Ja, genau. Da macht ihr das einfach mit der Karre schon mal oder? Umziehen? Ja, ja, natürlich mit der Karre. Also das Ding ist, jetzt haben wir 21 Uhr 14 gleich, ne? Ja, jetzt haben wir 15. In circa 15 Minuten kann es sein, dass ich kurz mal einicke. Das Ding ist nur wegen Einreise, ne? Das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht jetzt gerade in dem Moment, ne? Das ist richtig schlecht. Nee, ich schaue mal kurz. Schau mal, äh... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich meine ja, die Einreise geht jetzt gerade nicht. Das ist ja das. Ach so! Das ist ja, was ich gerade ansprechen möchte. Das heißt, es kann sein, wenn sich das nicht ausgehen sollte, dass ich vielleicht dann weg bin sogar. Ich weiß nicht, ob ihr dann noch auf mich warten wollt oder so, aber ich hoffe, dass es dann auch noch klappt. Aber ich weiß 100 Prozent, dass es mich treffen wird in 15 Minuten circa. Scheiße. Das ist möglich, ja. Ja. Das ist beschissen. Richtig beschissen. Ich weiß nicht, sollen wir wegen der Thematik das sicherlich auf morgen verschieben? Ja, warum auf morgen? Bevor wir jetzt alle starten? Du meinst, ein paar Minuten verschieben wäre halt nicht schlecht. Ja, 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 oder ein paar Minuten. Ja, ein paar Minuten, ja, ich sag das sonst. Mal eine Frage, wäre es vielleicht möglich, dass wir jetzt schon mal die, ich sag mal, Geisel nehmen, aber das Ganze, also bevor wir starten, ein bisschen verschieben in Minütchen. Warum, oder? Das Ding ist, es kann sein, dass ich in 15 Minuten kurz eine Ausreise mache und dann habe ich ein Problem mit dem Einreisen. Also, wenn das Problem da noch besteht, das ist das Ding. Und jetzt habe ich ein bisschen Schiss, dass ich dann mittendrin einfach weg bin. Ja, wir können ja sonst schon mal suchen, warten können wir ja dann. Ja, ja, wir können suchen und dann können wir warten, aber ich hoffe halt, dass das so klappt, weil jetzt sieht es gerade scheiß wegen Einreise aus. Ich bin ja dann im Team-Chat, ne? Bitte? Im Team-Chat melden, hat er gesagt. Achso, ja, 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 ja. Das ist, glaube ich. Darf ich nochmal rubellos Glück herausfordern? Ja, müssen wir doch. Also, mein rubellos hat gesagt, ich habe heute Glück, aber ich... Ja, weißt du was? Ich auch. Willst du dich nicht umziehen, immer noch? Ja, natürlich. In drei rubellosen hat er zweimal 10.000 gewonnen. Was? Nein! Ja, sogar mit jeweils vier Richtigen. Das schafft keiner. Das schafft keiner. Was ist das? Willst du dann zwei einpissen? Thomas? Ja? Wir haben welche. Alles gut, aber wir müssen uns ein bisschen mehr ein. Ich glaube, die rufen die Cops. Sollen wir das Auto dann direkt davor stellen, schon vor den Eingang? Ja, eben noch nicht, hätte ich gesagt, oder? Ja, wir nehmen ja die Geisern in Empfang. Ich und Elena. Ja, aber wo vor die Tür stellen? Vor die Casino-Türe. Ich hätte, ich hätte ja erst mal versteckt, bevor wir Richtung Casino fahren, oder? Weil sonst wissen die ja schon, was da los ist. Also irgendwo anders unterbringen halt und verstecken. Dann packen wir halt hinterm Casino oder so. Ja, nee, gar nicht Casino, sonst riechen die das doch. Ich würde einfach ganz woanders hin. Mal glauben, wenn ihr dann mit dem Auto hinterm Casino steht und euch guckt jemand an und fährt vorbei und fragt, was ihr macht, dann ist eh Ende. Dann sag mir Ausweichspot jetzt. Ich hätte einen Ausweichspot. Kennt ihr noch den Spot damals, oder? Kennt ihr den noch? Den Tennisplatz? Der war doch wild. Nee, scheiß mal auf den Spot. Weißt du, was es gibt, wenn ihr in der Limousine oder so fährt? Es gibt einen Spot, da könnt ihr euch einparken mit dem Auto. Das ist dort, wo der Schwarzmarktpreis steht. Da gibt es einmal, wenn du da vorbeifährst, einmal links abbiegst, gibt es eine Garage, da kannst du reinfahren, die geht zu. Ich habe keine Ahnung, wo du meinst. Ich kann einen Standort schicken. Ja, bitte. Brauchst du den? Übergeben wir euch die dann. Okay, du übergibst den. Wo bist du gerade, Elena? Das ist der jetzt irgendwo, nur weiter vorne. Tankstelle. Bin ich gerade blöd? Der war doch hier irgendwo, der Standort, den ich gerade suchen. Ich kenne auch eine Garage, die zugeht, wo man versteckt ist. Ist auch nicht so weit weg vom Casino, da könnten wir ziemlich spontan dann hin. Ja, die, die ich meine, ist auch nicht so weit weg vom Casino. So ein Hotel quasi, wo unten drin die Garage ist. Ich habe keinen Schalldampfer drauf. Also, warte, wo ist das denn? Ah, da vorne. Da war es, ich habe es. Was ist das, die, ne? Jonas hat es erwischt. Ich musste leider einen down schießen. Was? Ja, jemand hat auf uns geschossen, während wir den bedroht haben. Moin. Ich kann mit Jonas zum Motion. Ja, Bruder, er ist da. Ich weiß, ich weiß. Falls ihr noch mal Reconnecten wollt. Beziehungsweise, Jonas hat erwischt und ich habe ihn dann abgeklatscht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, weißt du, was das Ding ist? Weißt du, was das Ding ist? Schrei doch mal nicht so, Bruder. Um, um, um 30, um 30 ist, äh, bei mir ist wahrscheinlich kurz mein Bruder down. Oh. Ja, das ist das Ding. Kack, kack. Ich habe einen Firepult, wenn ich mich vielleicht nicht mehr melde, müsste mal jemand herkommen, bitte. Das ist scheiße. Das ist richtig schlimm. Er ist da rein schreit. Das ist dauernd, ja. Er ist mal taub worden, Bruder. Erstmal ruhig. Ist Jonas verloren? Also, wie es aussieht, ja. Unser, Perfekt. Unser K-Pop-Sänger. Jetzt haben wir nur noch Ed Shield in von Ruhig. Ja, leider. Ja. Das ist scheiße. Ich glaube, wir haben da ein kleines Problem. Mein bewusstloser Kollege hat gerade Code Zero gehabt. Ja, das ist sehr schlecht. Ich bin nur besser heute. Wollte ich gerade sagen. Scheiß mal aufs Rummel los. Wieder verarscht. Wieder verarscht worden. Na ja, das Rummel los bei ihm hat ihn verarscht. Und uns geht es ja noch relativ gut. Wir kommen jetzt zum Spot. Das andere Team, die da Leute immer fahren nehmen, kommt ja auch da bitte hin. Wenn du mir den Standort schickst, gerne. Ist das eh, den ich jetzt gesendet habe, ne? Da fahren wir jetzt gerade hin, Bruder. Das reicht aber nur für ein bis zwei Fahrzeuge. Ja, wir wollen da ja nur Personen erstmal abstellen, Bruder. Ja, okay. Alles klar. Wir sind auch gerade versteckt. Also ihr könnt sie auch zu uns bringen. Zu informativ. Jonas und ich sind draußen. Ich muss euch definitiv auch ans Ausschuss. Scheiße. Ja, wir müssen aber sowieso noch ein bisschen warten. Und lass dich was einfallen. Okay, wenn es ganz schlimm ist, wir holen nicht uns ab. Er guckt, da hat nur einer Platz da drin. Ich muss aber einfach das AMR rufen. Legt euch irgendwo in den Wald, sagt Jagdunfall. Wir wollen hier eigentlich die Leute abladen. Das ist ein bisschen eng. Ich weiß eh nicht, wo ihr noch seid. Ja, es ist eng. Ich habe nur gedacht, ihr wollt das nur mit einem Auto machen. Oder sonst ladet sie da rein. Das geht sich aus eigentlich. Aber die Garage geht glaube ich nicht mehr zu, oder? Ja, pass auf. Ich habe da so eine Idee. Pass auf. Einfach nachfahren. Die Audi lässt sich gut fahren, habe ich gehört. Ja, wahr? Er lässt sich ganz toll fahren. Das ist extrem toll, ne? Einmal fahrst du abgebungen, wir sind hier rein. Einen Vorteil hat es. Du fährst zu zweit nicht besser als zu dritt. Frigid. Das ist auch klein. Also hier gibt es noch einen Spot. Und sonst hier vorne, guck. Wo waren die? Was warst du überhaupt hier? Die hat den Spot kennt, oder? Äh, äh, paar Eben, wir haben einen Spot, Bruder. Achso, du hast einen? Ja, ja, wir fahren dahin. Da sind schon zwei. Okay. Kannst du mir mal den, äh, die Koordinate senden? Das ist die Garage bei Meckes, Bruder. Dort wollt ihr? Die geht aber nicht zu, die Meckes Garage. Die bleibt offen. Ich werde gerade... Was wüsst du? Ich werde verfolgt von der Black Series Nähe. 1 zu 7 Gelände gerade. Läuft. Er läuft. Aber wie gesagt, die, äh, die Garage geht nicht zu. Ich habe den Standort geschickt, wo wir sind, Marc. Die geht zu, wo wir drin sind. Okay. Ach, die meint ihr vom Hotel. Ja gut, ich dachte, der andere. Warte mal hin. Es wird schon mal sehr traurig, es wird schon geschossen. Perfekt. 5M ist down. Perfekt. Mein Router macht um 21.34 Uhr anstatt immer Restart. Perfekt. Also besser kann es nicht laufen, ne? Im schlimmsten Fall kann es sein, dass ich in der Zwischenzeit mal was anderes mache. Vor allem, ich kann jetzt am Router nichts mehr umstellen, weil es sich ja Formsviel machen können. Und sobald ich jetzt umstelle, dann... Wobei, ich könnte mal in der Router reingucken. Lass mal gucken. Vielleicht kann ich da irgendwie ausstellen, dass er das nicht macht. Ich fahre kurz rechts ran. Warte ganz kurz. Ich schaue mal schnell. Vielleicht schaffe ich das, dass er das nicht macht. Dass ich irgendwie das komplett ausstellen kann. Punkt 8 Punkt, äh... Ach, ich muss ja in CMD gehen und IP Config eingeben. Ich weiß meine IP nicht. IP Config. Ah, da, okay. Punkt 8. Schau mal gleich mal, sonst stelle ich das schnell an. Ich hoffe, dass es klappt, weil ich habe jetzt keinen Bock rauszufliegen, Alter. Und da nicht mehr raufzukommen. Das ist halt wieder typisch 5M, ne? Wenn du einmal dieses Ding hast, dass es 5M down ist, dann geht gar nichts mehr. System... Ah, ich hoffe, wenn ich das speichere, dass er mich dann jetzt nicht direkt rausballert. Systemeinstellungen... Geplanter Neustart. Ich mache das mal raus. Passt. Automate... Äh... Abbrechen. Erfolgreich. Einstellung für Online-Aktivisierter. Wir kommen, oder? Berechnung, Akkursierung, ohne Anmeldung zu führen. Kritische Aktivisierung, automatisch auf die Geräte installieren. Also ich mache jetzt mal alles raus. Von meinem Router, dass er gar nichts mehr restarten kann. In der Systemeinstellung. Jetzt macht er gar keinen Restart mehr. Ich hoffe, dass es klappt. Was willst du? Hier, wann hat er das gemacht? Ja, hier, 21.26 Uhr. Da hat er damals diesen User-Admin Modified-Time-Reboot gemacht. Ein Modified-Time-Reboot. Das hat er jetzt aber immer um 21 Uhr gemacht. Ich weiß nicht, warum. 21.26 Uhr war das hier. Letztes Mal. 36 Uhr hat er letztes Mal gemacht. Hat er auch Disconnected-Connected gemacht. Okay. Gut, ich hoffe, dass das jetzt so klappt, Leute. Ich hoffe das. Ich habe jetzt mal alles rausgenommen. Drückt mir die Daumen, dass das klappt. Dass ich jetzt nicht um 21 Uhr irgendwas gleich rausschmissen werde. Also sobald 36 Uhr vorbei ist, sollten wir durchstarten können. Man sollte das nicht machen. Erstmal live uns Typen Router eingestellt. Dass er nichts offline nimmt. Wer von euch einer Tanke? Nein. Das Auto, das da stammt. Wo, 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 was, was, was? Auf der Straße, aber es war kopflos. Bist du sicher? Oder verunfallt. Motor läuft. Nee, ist kopflos. Manor. Keine Köpfe im Auto. Hier ist halt eine Bombe. Und die alle Masken auf, ne? Ja. Macht's raus holen jetzt, oder? Aber machen wir das wollen. Nur bitte aufpassen, wenn du dein Handy anhattest. Eine Nachricht geschrieben hast. Ich dachte, ne? Die Dicke, wo wir raus holen. Hallo. 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 Grüß Gott. Wurde ich schon alles gesucht? Ja. Ja. Perfect. Hast du keine vernünftige Waffe dabei? War außer Waffe. Nee, ich hab noch eine, war da. Okay, puß. Ja, ich hab ihm eine P90 zugeschoben. Geil. Ja, das ist gut. So, sie dürfen jetzt beide einmal in einen auf einsteigen. Einfach hinten einsteigen, in welcher ist es egal. Ich finde diesen Ort hier super für solche Sachen. Schon mal aufgefallen, dass da ein Haus im Haus ist? Wo? Ja, hier, guck mal. Oh, hey. Ein Haus im Haus. Mit einer Regenrinne auch. Oh, ne? Und ein Dach. Und ein Dach. Und es ist kein Flachdach. Mhm. Man kann sie anklopfen und hoffen, dass sie aufmachen. Interessant. Hallo, wir sind's. Hallo. Die heiligen drei Könige. Bamsen, äh, Schokoriegel für mich. Basler, luckily. Oh, geil. Wir haben mal einen. Wir haben keine Basler, luckily. Ne. Das ist der Kennzeichen. Das ist der Kennzeichen. Kann man nicht sagen. Simulation Bros, 120. Heiz, mein Essen, spend ich liebe dich. Mach weiter so Dankeschön. Simulations Bros, 120. Danke. Mehmet R8, danke fürs SIP werden auch. Ähm, Maynex haut raus. Danke für einen Euro. Wieso klauen Russen immer zwei Autos, weil sie überpullen müssen. WOLF, wieder im Funk. Mal flucht, wenn man gelassen ist. Oh, funktioniert das wieder? Jungs, wir brauchen Hilfe. Perfekt. Casino, sind zwei Autos. Werden fett Geisel drin sein. Ja, aber sollen wir das jetzt schon machen? Sieht das lieber jetzt so zeitlich durch wie unmöglich. Ich glaube, die Cops haben es gebrochen, weil wo ich vorhin ihn weggeknallt habe, hat das ein anderer gesehen, das ist weggefahren. Den habe ich nicht bekommen. Ja, aber das war doch nicht im Casino, oder? Ne, ne, das war Palito oben. Ja, eben, das hat doch nichts mit dem Casino zu tun. Hat halt die Outfits gesehen, weißt du? Ja, aber, hä, okay. Ne, aber es hat doch nichts mit dem Casino so zu tun, denke ich mal gerade. Was? You spin me right round. Baby, right round. Leute, wie schaut der Bahn jetzt aus? Was habe ich verpasst? If you go down, if you go down. Welcome back. Down, down. Anschein, Git pfeift irgendwie doch. Ja, die Klamotten habe ich alle. FMG, die da, ist nicht mehr so schlimm, wenn jetzt der Router und Ristat macht. Perfekt, Alter, Gott sei Dank. Ja, jetzt suchen wir gerade Geisel. Ey, Leute, dadurch, dass die Einreise auch wieder funktioniert, müssen wir uns keine Sorgen machen. Sehr gut. Ist da hinten noch ein Zwieback oder so? Du kannst gucken, ob hinten noch ein Zwieback ist. Ist da noch ein Zwieback? Könnten gleich noch vielleicht Hilfe gebrauchen in meinem Casino, um die Geisel wegzukriegen. Hier, Clown. Können wir aber gleich alle anfangen, ist das Ding. Wenn da ein Kopf vorbeifahrt, ist das Ende. Hallo. Ja. Ist da hinten noch ein Zwieback? Ein Zwieback? Ihr wisst doch noch diese roten Maiwas, ne? Ja. Schade. Dazu gehört eine schwarze Black Series, die hat mich vorhin verfolgt und die gehört definitiv mit dahinter, zu denen, die Jonas erst umgeschossen haben. Woher weißt du das? Informativ, bei der Nationalbank-Dankstelle kreist der Tahoe und der Cha-Cha herum die ganze Zeit. Das tun sie schon die ganze Zeit, ja. Die warten, du bist da, mal wer die Bank macht. Okay. Das Ding ist aber jetzt, woher weißt du, dass die Black Series da dazugehört? Marco, du bist gemeint. Ähm, hat sich an der Sicht, Casinos, alles, Kartell drinne. Nochmal bitte? Ne, ich wollte nur fragen, woher du weißt, dass die Black Series da dazugehört. Die ist vor uns da vorbeigefahren. Ähm, Palito, als wir den einen abgeknallt haben. Ja, aber woher weißt du, dass die zu den Leuten mit den Maybach da gehört? Mehrfach schon gesehen tatsächlich in Palito, dort genau vor dem Haus. Ah, okay. Und die habt mich ja auch dann verfolgt. Und dann wissen wir, wo die wohnen. Können wir denen auch nochmal einen Besuch abstatten. Ja, wollen wir das dann jetzt am Casino durchziehen, wenn das Kartell da drin ist? Können wir vorher raus, Alter. Ja, rauslassen die Jungs. Wir lassen mal vorher raus und dann... Wir haben die ja eben auch reingegangen, aber es sind fünf Leute, das wäre... Das wäre einfach Dings gewesen. Das ist die Sound-Durch-Binke. Das ist die Sound-Durch-Binke. Sagen wir mal, wie viele Geiseln haben wir jetzt insgesamt? Zwei, bisher. Ja, dann müssen wir noch auf die Suche gehen eigentlich. Können wir uns jetzt mal auf den Weg machen und suchen? Nummer drei. Ah, du hast eine dritte? Okay, aber sonst würden wir mal rausfahren und mal suchen gehen. Ja, macht. Jawohl. Wir halten hier die Stellung. Gut, dann schauen wir gleich mal. Hammer. Gehen wir auf die Suche. Wo sind wir... Also ich hätte immer gesagt... Wir fahren erst mal Richtung Mine, oder? Der Klassiker. Der Klassiker, hätte ich auch gesagt. Oder nach Palito oder so. Ja, finden schon was, oder? Oder wie wär's, wenn wir mal zur Wäsche gehen von der Mine? Dort... Oh je. Fahr mal dort hin, das ist gleich um die Ecke. So hier über dem Berg, ne? Genau, ja. Und da kommt 100 pro K Polizei entgegen. Weil die hier fahren hier nie lang, wo ich gerade lang fahr. Merken wir uns? Ja, also ganz ehrlich, bin ich hier noch nie einem Polizisten gehen können. Noch nie. Also relativ safe dazu, mitzunehmen. Also wenn du da wären am Straßenrand siehst, ganz safe. Schau da umschneidend Hirsche. Oh, Hirschiss. So ein Aufpasser, das Ding fährt sich echt beschissen. Fährt richtig beschissen. Erstmal Software Update für die Lenkung. Aber driften kann er, der Wagen. Das kann er wirklich. Wenn ich jetzt hier einen Drift reinlege. Warte, ich kann gleich rüberrutschen wahrscheinlich. Wie rüberrutschen? Ah, stark. Warte, du bist noch da. Hä? 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 Hä, was glaubst du denn mit rüberrutschen? Wir stehen gerade hier mitten im Gewände. Und das Auto rutscht runter. Und tschüss, jetzt ist sie weg. Hä, was? Was laberst du, sagt er noch? Perfekt. Oh, nee. Ja, jetzt mein Router macht Restart, Alter. Mein Router. Was laberst du? Nee, das ist mein Dings. Mein, äh, super. Alles klar. Hört ihr mich noch? Guck mal hier, Digger. Ich dachte, der tötet uns jetzt. Guck mal. Ja, das... Ey, das hätte mies ausgehen können. Hallo? Oh, ja. Ja, ich wusste es. Router. Ey, ich hab aber alles ausgestellt. Ich hab jegliche, jegliche Dinge ausgestellt, Leute. Hab ich das gerade gesehen? Das kann ich, äh, ich, kann ich eher als wieder meinen Router... Ey, so ein Scheißding, Alter. Ich hasse meinen Router so sehr. Das ist so ein dreckiges Ding. Ich hab in den Einstellungen alles ausgemacht, was mein, mein, mein Router restarten könnte. Also stell dir vor, wenn jetzt 5M wirklich noch weiter down wäre, ich hätte jetzt nicht weiterzocken können. Aber so ein Dreck. System, äh, kann ich geplanter Neustart. Ich mach halt alles wieder an, wie vorhin. Muss ich ja. Es hat sich nichts geändert. Dann, weiß ich, ich kann nicht genau sagen, was er immer sagt. Systemprotokoll. Was hat er jetzt gemacht? Dann, wir gucken. Enable urgent updates. Habe ich jetzt gerade gemacht. Das ist auf der Scheiße jetzt gerade. Aber jetzt hier gerade. Hier, Warning. UDP-Port-Scan-Attack. Scan-Packet-From. Und dann hat er irgendwie einen Scan-Attack. Jedes Mal um 21.36 Uhr. Es ist unglaublich. Also ich weiß nicht, was mein Router da macht. Ich glaube, der hat irgendwie Probleme. Da ist immer eine Security-Warning kriege ich dann immer rein. Jedes Mal. Vielleicht ist das irgendein Programm, was auf meinem Rechner läuft. Was immer um diese Uhrzeit irgendwas auslöst. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, was das ist. Oder ist das Lied jetzt am Anbieter? Ach, ich weiß es nicht. Ah, da steht. Schauen wir mal. Seitenaufbau durch DNS. Beschleunigung. Ja, der macht da irgendwas. Vielen Dank, das ist die Lösung. Ah, hier. Muss ich mal durchlesen. Was macht er denn da? Also irgendwas muss ich ja mal im Port ändern. Oder irgendwas DNS-Problem. Keine Ahnung. Jedes Mal um dieselbe Uhrzeit, Alter. Ich schwöre, ich könnte so kotzen. Könnte ich so kotzen. Aber immerhin, Gott sei Dank ist 5M nicht down. Stell dir vor, 5M wäre jetzt legit noch down, Bruder. Ich könnte einfach jetzt nicht mehr rauf auf den Server. Kauf dir eine Fritzbox. Du, ich werde mir jetzt gar nichts mehr kaufen, weil ich bald umziehen werde. Also bald. Ich werde in ein paar Jahren umziehen. Dann habe ich Glasfaser. Und dann, ich werde hier gar nichts mehr investieren in das ganze Teil hier. Ich habe nämlich schon mal einen Router gekauft. Der hat mich 800 Euro gekostet. Und dieser Router, der mir 800 Euro gekostet hat, hat nicht richtig funktioniert. BZB, er hatte so einen schlechten Empfang, dass ich meinen alten Router jetzt wieder genommen habe. Und der funktioniert einfach besser. Obwohl er halt diese komischen Ausfälle um 21.36 Uhr hat. Und das immer um dieselbe Uhrzeit, aber exakt um dieselbe. Also irgendwas macht er da. Ich muss mir das mal angucken. So, Lolo, danke für 2 Euro. Xylen aktiv. Jay Kemper, kannst du meinen Sohn Liam grüßen? Grüß mal, Liam. Schau mal, wo ich bin. Check, check. Ey, so wie ich gesagt habe, ich hatte kurz eine Ausreise. Passt, wir haben noch 3 weitere vom Hauptplatz, Bruder. Perfekt. Könnt ihr mich kurz abholen? Ich bin da in dieser Rehabilitationsklinik. Ja, ja, willkommen. Ich habe nur nicht gehört, wie ich darüber lustig gemacht habe, dass ich scheiße gefahren bin. Und da war ich gar nicht mehr richtig da. Konnt gar nichts dafür. Habt ihr euch wehgetan wegen mir? Nö. Jetzt ist nur fast in den Tod geritten. Oh, Puderzei. Bei der Pizzeria werden die Pizzeria angestellt. Hier kannst du wieder fahren. Ich habe Maske jetzt zu, weil da so ein Polizist. Guck mal, ultra weird. Der Polizist fährt anders mit Blaulicht vorbei, bremst, hält an, macht Blaulicht aus, dreht um. Und dann ist er oben stehen geblieben, da hinten. Ganz weird. Der fährt nie Cops lang, muss man auch ehrlich sagen. Ganz selten. Da hinten, genau bei der Wäsche. Guck, kannst du wieder zurückfahren. Der steht da immer noch 100%. Ja, ich fahre aber mit Maske dran vorbei und kann da mich am Arsch schlägen. Sicher? Okay, dann kriege ich auch Maske wieder an. Ich habe sie extra ausgezogen, damit er mich nicht hopsen kann. Ja, drei weitere. So muss ich da mal ein Geisel genommen und der... Ah! Ja, wir kommen doch dann, Bruder. Wir haben doch gerade eine Lärmung. Am rechts, ist mir egal. Ach komm, ich ziehe mal die aus, sonst gehen mir echt Probleme. Und ich tue mein Outfit oben auch aus, den Oberteil. Das ist fertig, bevor wir uns da jetzt irgendwie scheiße reiten. Der stand hier unten, direkt links jetzt vorhin noch. Ah, er ist wieder weggefahren. Der stand, guck mal, wir fahren wie runter, ne? Er überholt uns mit Blaulicht, bremst da vorne ab. Genau bei... Genau hier vorne, die Kurve. Dreh umfährt hoch und bleibt da wieder stehen. Ganz komisch. Ja, wir machen Geisel in der Arme, Brunner. Und jemand hat euch da die Koks verpetzt bei... Casino, weil wir wachen, Brunner. Ja, dann ist er wieder weg. Ah, geil. Ich stehe wahrscheinlich fünf Meter weiter. Warum verpetzt? Ja, weil nach dem Weg, dass die Geisel kommen und haben Süßelformel da am Hauptfluss mit Boxfield alles. Ja, gut, das passiert jetzt. Scheiße. Du, bei uns war gerade richtig strange, dass da Kopf vorbeigefahren ist mit Blaulicht, hat das Blaulicht ausgemacht und ist dann in unserem Auto hinterher oder hat das geguckt, ne? Irgendwas war da gerade. Aber wir haben nicht mal was gemacht gerade. Wie viele haben wir jetzt? Wie viele Geisel haben wir jetzt standen? Äh, bin. Äh, sechs Stück glaube ich, ja. Am Hauptplatz würde wieder ein einzelner stehen und am Hauptplatz, Balkplatz, steht auch einer und rennt Gott sein Koffer am Haus. Wir fangen gerade zu Mine hoch. Ryan, bist du tankend? Okay. Jetzt sehen wir mal eine Maske drüber. Jetzt will ich Richtung Mine fahren. Berlin in den? Ja. So, 7MVXI, Hexjürgen, Grüße aus Berlin, Dankeschön, zurück nach Berlin. Lolo, danke nochmal für 2 Euro, falls ich das noch nicht vorgelesen habe, aber doch, ich glaube, das noch nicht vorgelesen. Und, ähm, Dominik, danke für zu siebt werden. Und Ghost Matthias, 1, 2, 7, der wohnt drüber, es kommt nicht mehr. Hier kommt auch Klaas, also Prost, Ja, weil die denken, dass das ein Nationalbankraub stattfinden wird, denken die halt, ne, direkt. Ah, wer bist du jetzt? Die prädikten das immer. Komm alle auf. Ich, ich, ich logge sie wieder in die Stadt rein, fahr direkt. Was für rüberrutschen. Du hast irgendwas mit rüberrutschen gesagt. Ja. Ich so, was für rüberrutschen, weil ich ganz normal gefahren bin bei mir. Ich so, was für rüberrutschen. Wir waren schon der Klippe runter, geradeaus. Ja, ich war schon die Klippe runter, oder was? Jaja. Und dann war es aber wieder normal, oder wie? Dann warst du, du so, ahead, dann hören wir dich und dann warst du am Pennen auf der Rückbank. Ah, okay. Wir sollten safe haben. Wir stehen, Abfahrt nach, wie heißt das, die Kreuz nach, 1, 2, 7 Uhr zum Casino, da hoch, weißt du, diese Sackgasse da, die ist auf dem Parkplatz. Ja, guckt dann, weil das ist safe, seit ich hab mir alle mal ein bisschen auf mich gelacht. Habt ihr schon Nagelbänder gelegt? Nee, wir suchen noch, geil, irgendwo noch. Okay, alles klar. Ja, bei uns negativ, in der Mine, niemand, kein einziger. Mangelware. Mangelware. Richtig Mangelware. Fail oder Ware Mangel? Ware Mangel? Wie muss es denn hier schon? Ach, hast gesehen, wie der gerade reingefahren ist? So ein Stück Scheiße. Versicherungsbetrug. Versicherungsbetrug. Der hat den Schinken gerochen. Der hat den Schinken gerochen. Was ist es? Der hat den Schinken gerochen. Ich war kurz davor, links rechts rüber zu zählen. Ganz kurz davor. Ich dachte schon, du machst das. Das hat mich jetzt irgendwie nicht befreundet. Ich wollte mein Auto nicht kaputt machen. Das wäre eigentlich sehr sad das Feind gewesen. Eigentlich schon, ne? Mhm. Mhm. Ah, die Zapfsäule braucht immer ein bisschen. Zapf, Zapf, Zapf. Zapzalab. Zapfi, Zapfi. Zapzalab, ach komm. Guck mal vorne, das Kennzeichen kann man nicht mehr lesen, weil du da so reingefahren bist. Ja, bei mir bin ich da nirgends reingefahren, ist das Ding. Das ist natürlich schlecht. Jetzt hat es ja in Donis wieder nicht angezeigt bei mir oder die, weil sich die Seite aufgehängt hat bei mir. Das kann auch sein. Nö, Donis werden wieder nicht eingeblendet. Perfekt. Ich muss mir keine Rübelose holen. Genau mein Humor. Danke. Ja. Ich glaube, da liegt es daran, wenn mein Router diesen DNS-Ding hat, dann die... Da laufe ich schon mal vor. Das könnte sein. Weil von Ghost Matthias wurden jetzt keine Donis eingeblendet. Da ist doch ein Labensch. Ist ja besser noch weiter. So von Dominik, das wurde auch nicht eingeblendet jetzt gerade. Äh, liegt das vielleicht sonst daran, dass mein... Warte mal ganz kurz. Ich probiere mal schnell was. Nee. Wobei, das kann doch nicht mit mir zusammenhängen, wenn er auf dem Website nicht updatet ist. Dann bist du wieder besonders lustig, ne? Extrem, ich hab'n Clown gefrühstückt. Hast du auch'n Motorrand hinter'n JP1? Nee, nee, gar nichts. Ich tu ganz schnell kurz Stream beenden und stream starten und schau, ob's dann wieder funktioniert, Leute. Ich bin gleich wieder da. Kurz beenden und starten. Gib mir zwei Sekunden. Vergessen. So, jetzt bin ich wieder verbunden. Mal schauen, ob's jetzt funktioniert. Nee, war jetzt ganz strange, gerade weil jetzt, wo ich diesen, diesen, äh, Timeout hatte. Keine Ahnung. Äh, ab da ging die Duni einwähler nicht mehr. Mit dem Superchat. Okay, gleich, darf ich nochmal tanken? Nee, nee, ich will nicht nochmal tanken. Zieh noch deine Maske da an, ne? Jetzt, jetzt, jetzt direkt. Real talk? Jetzt, direkt. Schöne Bart, sieht gut aus. Schau mal, es läuft Stream wieder? Stream läuft weiter. Perfekt. Der läuft weiter. Nee, weil, sonst kann das vielleicht daran liegen, dass die Dunis nicht mehr eingeblendet werden, weil halt dieser, dieser, dieser Outrage einmal ein Bug verursacht oder so. Das kann ich mir vorstellen. Wir bringen euch einen Coup. Wir haben schon was gehört. Achtung, Coup, 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 ein Key vorbei. Wo fährt er vorbei? Mixed on, halt. Also. Ja. Abgebogen. Leute, vor dem Tattoo-Studio bei der Nationalbank würden drei Leute stehen. Wir holen uns, wir kommen sofort. Die haben alle so viele und wir haben einfach keine einzige gefunden. Aber jetzt die Maske auf, wie sieht das nicht? Kannst du mich mal kurz angucken? Ich nicht. Ja, habe ich die Maske auf? Ja. Ja, du wirst ja. Ja. Perfekt. Stehen immer noch genau vor dem Tattoo-Studio? Komm her. Das war nicht Kartell oder so, ne? Ne, das hat nicht so ausgeschaut. Sonst ist hier gewahrt, weil hier oft Leute sind. Wenn du eines schubst, das ist nur irgendwo. Achso, jetzt genau. Hitspid-Uniter. Warte, 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 bis sie zufällt. Hitspid-Uniter folgen im P1. Aha. Schon gesehen. Der ist es. Mein Kopf, Richtung Meckers. Machen wir es aber langsam. Wir warten ein bisschen. Der ist schon vorbei. Wir haben einen Kopf mit den Geiseln. Wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dass das Wort aufgeflogen sein könnte, rechtzeitig Bescheid. Das hat ein Kopf da rausfahren sehen. Geh mal rechts rum, Audrey. Ja, da steht ein Auto hinten. Kopf, fahren alle wie die Gestörten wieder Richtung Stadteinwalt runter. Also Richtung Stadteinwalt runter. Kopf, den ist nicht anders. Ich darf uns dazu laden noch. Die stehen noch da. Hallo? Das ist ja eine von uns. Das ist einer von uns. Der kommt den ja gerade vorbeigebracht, dass ich noch ein Denker bin. Nein, ich weiß es nicht. Nein, wieso soll der mit dem Kochen rumfahren? Wir haben halt genau so einen Porsche bei uns. War da gerade jemand von Sandy mit dem Porsche? Nein, keiner von uns. Ich frage den sonst mal. Ich kann nicht, dass wir den da rauskriegen. Ich frage den sonst mal. R-Down. Maschinenfahrer down. Ich habe da kein Broker von uns. Vielleicht wird er gleich hier mit zwei Rufe oder so. Wenn wir jetzt nicht lang nachfahren. Ich wollte hier nur was fragen. Eigentlich brauche ich noch ein bisschen Nitro vom Dings. Ich habe einen Nitro. Braust du? Hast du dabei? Kannst du mir gerade eh nicht geben. Borussia. Nein, das ist viel zu schnell, leider. Verdammt, Mario, ich habe es Mario scannt. Da waren ja einige Alten, das haben wir weggebracht. Mario, gib es mal weiter. Vielleicht kriegt er es jetzt. Nein, das kriegt er, weil er hinten sitzt. Alles gut. Ja, passt mal. Ich muss das einfach entweder abgerichtet oder... Ich bin zu der Stelle gefahren. Danke fürs Tierfoto. Ah, sorry. War nur ein Test. Achso. Ich hatte gerade NOS. Ja, hast du auch gerade so ein Pfeifen gehört? Ja, ich habe. Ja, das habe ich da hinten. Das ist irgendwie da hinten pfeift immer einmal kurz. Das ist auch nicht NOS gewesen. Das ist einmal so ein kurzes Pfeifen. Fahren wir nicht mehr rum. Ich komme los. Ich bin auch noch ein Team von Anlagen gewesen. Ich bin gerade noch ein paar Minuten. Ich bin gerade noch ein paar Minuten. Ich bin gerade in die andere Richtung nochmal. Wie viele Geiseln haben wir jetzt insgesamt? Neun müssten es sein. Alles klar, wir suchen nämlich noch für mich keine einzige. Einer ist gerade abgehauen mit dem Porsche. Das ist doch einer von uns. Da steht gerade ein Cop an dem... Habt ihr den Cop da mitgenommen? An der Tankstelle gerade? Positiv. Der ist schon weg. Ah, perfekt. Gut. Das war nämlich der Typ, der die ganze Zeit den Ding umkreist hat. Die Nationalbank. Ja. Das haben wir jetzt zwei Cops oder was? Ein Rookie und ein Officer, ja. Das ist das fies. Wollen Sie mal den Hauptplatz für euch gucken? Die fälften wir, wir könnten halt noch... Ja, das ist schon mal mal den Hauptplatz. Bei dem Motorradfahrer, wo sie es erschossen haben, steht jetzt ein Cop. Wo hast du den erschossen? Ja, den Motorradfahrer haben sich erschossen, wenn du prüfen wollt. Ja, aber wo hast du den erschossen? Wo war das? Genau, gegenüber von der Nationalbank. Alles klar. Wenn ich das jetzt am Hauptplatz, ist es und wir fahren vor Baden. Gucken. Dann gucken wir mal, wo sind noch immer Leute beim Autohaus, oder? Ich glaube, Autohaus ist sehr brachial, da wurden wir auch schon mal mit Waffen bedroht. Fangen wir beim Tuner. Mal hier mal reingucken, vielleicht ist es ja wer drüber, weiß das schon. Tuner wäre auch wild. Wäre wild, wenn er dran wäre. Schade. Aber die haben immer gebraucht, Wagenhändler, da ist immer viel Haut. Ja, aber nicht vorne. Vorne stehen immer Autos nur rum. Das war es dann. Jetzt fahren wir mal. Wo ist denn das? Tankstelle. Hauptplatz Tankstelle vielleicht. Da ist ja auch noch was los. Die andere Tankstelle, wir fahren. Das war ein Volk von einem von euch in dem blauen McLaren. Was ist mit dem Copter vor, wenn er jetzt tanken geht? Da ist er tanken, guck mal. Den hätten wir mitnehmen können wir da, scheiß Copter ist jetzt nicht gewesen. Der zu uns, ja der fällt in diese Richtung. Goldener P1. Der hat ja von uns einen goldenen P1 gerade rum. Ja. Aber das bist du, warst du gerade tanken? Ja, ja genau. Alles klar. Copter hat wieder geguckt. Ich glaube, der mag meine Farbe. Okay. Schade. Schade, Marmelade. Aber hier ist relativ wenig los, würde man sagen. Wo wir jetzt gerade sind, da ist was nie was. Oh, warte, da parkt ein Auto vorne. Da ist jemand. Schau mal hier. Oder? Gerne, schau. Ja, aber da parkt wer, guck. Gucken wir mal an, Leuten. Schauen wir mal. Sonst können wir mal reingehen ins Haus, wir werden vielleicht wieder offen gelassen. Ja, wahrscheinlich gleich auch kommen, die hier in der Nationalbank kommen. Nee, ist nicht offen. Halt er dich an, oder? Dann holen wir doch 10, Alter. Der läuft, der läuft, der läuft. Da geht er gleich. Komm, komm, komm. Komm, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Haltet mich doch nicht. Neues Benni geht ein, also eine Autosie. Der läuft, der läuft. Steig ein, steig ein. Der telefoniert, der telefoniert. Der hat ja gebraucht, sagen wir da. Ich hab den nicht gesehen, ne? Der lebt sich nicht aus. Weißt du das? Das neue Ding, man. Der ist hier safe irgendwo rein. Der ist da reingefahren. Der stand doch da, der stand, der stand doch da bei dem grünen. Ja, da ist er, da ist er, da ist er. In dem grünen. Steig aus, steig aus, steig aus. Ja, der will da, der will da nach hinten. Was? Der will nach hinten. Scheiße, ich komme da nicht drüber. Der ist nach hinten wieder. Komm, wir hauen uns ab, komm, wir hauen uns ab. Komm, steig ein, Jungs. Bevor die Cops kommen. Willkommen, jetzt noch einmal auf Anfahrt. Der Typ beim Telefonieren hat sich so eingeschissen, Bruder. Der ist so weggegangen, Bruder. Der hat doch gesagt, oh Schild, oh Schild. Und ist losgerannt. Ich hab den nicht gesehen, Bruder. Sah wichtig aus, nehmen wir mit. Ist ja nur irgendwo. Geht auf die Dächer. So, der ist da. Außer die Cops kommen. Ich wollte gerade sagen, der hat safe die Cops. Nee, ich glaube nicht. Hast du eine Hellkirte drinstehen? Hallo. Wo bist du denn? Ey, Cops, komm. Hör sie reden. Verpissen wir uns, komm. Verpissen wir uns, bevor die jetzt kommen. Schnell, schnell, schnell. Ey, da ist kein Horn. Ich weiß nicht, ob er die gerufen hat. Ich weiß nicht, ich lieber abhauen. Ja, unsere Geiseln haben wir da gerade unerfolgreich. Uns gerade wieder abgehauen. Wir haben mal wieder. Wir haben kein Glück mit Geiseln. Wir haben Nummer 10. Alter, wie macht ihr das? Bei uns hat er sich verdrückt, der eine. Äh, einer ist im Gebrauch von Händler drin. Der hat sich ja... Der hat da... Der hat der Stift so gedrückt bei dem gerade. Aber ich hatte jetzt keinen Bock. Ey, Bruder, ich hätte jetzt auch keinen Bock, angeschossen zu werden. Oh shit. Er hat nur so, oh shit. Aber ey, ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt angeschossen zu werden. Weißt du, was ich meine? Oh shit, ich habe keine Weste dabei. Scheiße, Alter. Ich habe zwei dabei. Warte, ich gehe so schnell einkaufen. Wie geht das denn? Ich habe auch zwei. Äh, Waffenladen? Ich fahr zu dem oben innen. Da könnt ihr ja beides uns eine geben. Dann hat diese zwei. Ich wollte sowieso, aber halt das Magazin und so holen. Alles gut. Ja, das ist auch wichtig. Könnte ich mir auch holen. Hm. Der sich halt eingeschossen hat. Weg zu uns. Weiter weg. Unglaublich. Wir werden doch mindestens eine wenigstens mal mitbekommen. Schlimm, ne? Das Ding ist ja, jetzt werden immer weniger Leute. Ach nee, leider nicht. Wenn Moritz dabei ist, läuft es immer so, glaub mir. Ja, genau. Was hältst du von einem BMW? E-90, 318i. Das war's. Ich sing für alle. Fack Alessandro. Alessandro, lass die Finger von. Finger von lassen. Das kann ich dir mitgeben. Ich hatte einen 320i, der hat den selben Motor verbaut. Der Motor ist sehr anfällig für Stuff. Vor allem Steuerkette und so. Und da musst du sehr viel machen, sehr viel Geld investieren, dass der Motor gut läuft. Also, alles. Also bei E-90 würde ich erst am 6 Zylinder mir was kaufen. Also ab 330i aufwärts. Also mein Tipp jetzt an dich. Von Alessandro. Kann ich dir mal so mitgeben. Da draußen geht der Wind. Holy shit. Und da draußen ist ein Auto. Hast du auch das Gefühl? Nee. Nee. Alle fliegen. Sind gleich da. 5 Sekunden. Mit noch einer Geisel. Mal tanken, wenn nicht schlecht. Alter, Leute, draußen geht gerade so ein heftiger Sturm. Das geht mir gerade so ein Poppes. Geht mir gerade so auf dem Poppes das Ganze. Ja, wir sehen es schon. Jetzt ist gut was los. Wo kommen wir nach vorne, der Van? Ja, ich bin looking right side. Wollen wir es dann bei 10 belassen? Noch einmal losfahren und dann reicht. Ich tue so, dass wir wegfahren. Wir kommen dann wieder, wenn er tankt. Ich will kaum wieder weit befangen. Ja, deshalb fahre ich ja weg. Und wir drehen jetzt um. Das ist jetzt nur Anspieler. Und holen uns hin. Verstehst du? Und wie kehrt das die Psychologie? Es ist derselbe wie eben. Laber nicht. Brian? Mal checken, ob wir vor der Tür rausfahren können, wenn du frei bist wieder. Wenn wir die Hände nach oben. Ja, ich bin anseitfrei. Und gerne rausfahren. Willst du dich mohnen? Ja. Warte. Ich tanke mir in der Zwischenzeit auf, packe die Waffe ein. So, bleib mal kurz stehen. Wir lesen es ein. Ja, mal. Hallo. Hallo. Kann wer von euch kurz aufhören ziehen, damit ich ihn durchsuchen kann? Danke, Sir. Achso an. Ich bin bitte das weg, womit du mich schlagen kannst. Leo, leckst du versuppt werden. Vielen, vielen Dank. Das ist okay. Das war, glaube ich, eigentlich schon da. Ja, ja. Werd ich jetzt festnehmen. Achtung. Oh, schnell einsteigen. Einsteigen, einsteigen. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Geil. Natürlich ist da zu. Ja, passt. Ja, wenn du es zu, komm, wir haben alles ab. Ja, wohl. Was uns verletzen kann. Oh, Leute, draußen liegt gerade so ein Gewitter. Ey, Bruder, ich hoffe. Und mal ein schönes Handy. Ich schläge dich gleich einen Blitz oder so ein, weil wir nicht störe. Das ist, das ist, da muss ich. Könnt ihr mir hinterher wenigstens ein bisschen Geld geben oder so? Ja, können wir nicht. Wir können dir aber gerne eine Kugel durch den Kopf schießen. Das ist kein Problem. Ja, dann kriegst du wieder. Alles gut, kein Problem. Ich einsteige. Wir haben nur so viel Schulden bei dem Bullen. Wie viel hast du denn Schulden? Ja, 8000 mindestens. 8000? Jupp, du hast das Ding gemacht. Was ist das? Tja. Ein Dumbay-Regen mit dem Motorrad auf die Fresse gefallen, was nicht meins war. Geklaut. Ja. Oh, das war ich. Leider, das Geld futsch. Das war ich. Das war ich. Das war der Typ. Der hat sich ja bei Regen auf die Fresse gehauen und ich hab dir damals angehalten. Ich kann ja nicht alle Sachen. Solange du dich benimmst, wird alles gut. Das war, das war Sven Rumpel, den angehalten hat. Da macht man sich keine Sorgen. Dann wird die Rechnung offen. Ist das geil. Wenn man dasselber war, so. Ey, Jungs, wie sieht's aus? Und Mädel? Wir wollten jetzt noch einmal kurz losfahren und gucken, ob wir nochmal so drei kriegen. Wir haben noch eine, ne? Wir haben noch eine gefunden. Was? Okay, dann haben wir elf. Aber ich weiß nicht, wir haben sich schon durchgegeben. Also eine haben wir. Tankstelle Hauptplatz, feiner. Da sind jetzt halt Weihnachten, da wird der 140 getankt. Ja, ich würde nicht hinfahren. Die checkten da alles ab. Was wolltest du sagen? Was wollte ich sagen? Ne, er wollte was sagen. Ja, sag mal. Sucht ihr noch Leute? Wir Leute suchen. Für was? Egal. Irgendwas macht er ja jetzt. Wir suchen tatsächlich, also so Leute, ja wir suchen Geiseln. Ist schon unsere Elfte heute. Wir brauchen ein paar. Gegen Bezahlung? Ja, wir, also das, für uns müsste das gerade ein Gegenstand und dich wenn wir eintauschen gegen Geld, so funktioniert das. Guck mal, da, der, ist das ein Kopf hinter uns? Mal hier, hat der mit den Scheinwerfern. Warum, ich fährt wieder Nationalbankruf und klar, nicht? Ja, die halten da jetzt gerade alle Fahrzeuge an und machen Sicherheitskontrollen. Wir haben uns ja gerade angehalten und auch einen Ausweis gefragt. Ja, bin looking. Nur ein Wort sagst, dass du von uns mitgenommen bist. Genau, so mein Auto und Prennzeichen. Ich gebe dir einen Tipp, dass du nicht scheißt. Wir suchen einen Job, ich bin mit denen eh nicht gut. Trotzdem nicht, dass du für dumme Ideen kommst. Wir werden angehalten. Ja, Jungs, wir werden angehalten, haben wir eine Geisel drin. Wo ist halt der? Bank. Hinter der Bank. Sollen wir anhalten? Müssen wir aber die Masken ausziehen. Ja, sieht der uns doch. Ja, weniger. Ja, eben. Wo genau bei der Bank? Ja, da sind zwei Cops, keine Ahnung. Hinter der Bank, kommst du, ich sag. Wir haben nochmal zwei Geisel. Kommt ihr? Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte einmal gerne einen Führerschein. Ja. Dann müsste einmal der Fahrer aussteigen. Wir sind eine Fahrzeugpasse, der ist noch zwei Geisel rein. Kannst du es aus dem Beifahrer aussteigen? Warum kommen hier so viele? Was ist denn los? Ich weiß, die letzten zwei und dann können wir loslegen. Oh ja, wir sind gerade akute Gefährdung. Es wurden auch schon seit dem Auto angehalten wird. Ein Officer, wie gesagt, gerne einmal den Fahrer bitten, mit auf den Gehweg zu kommen. Hinter der Bank, ich soll jetzt auf den Gehweg kommen, bei so vielen Kopfhörer sicher nicht. Ich habe leider ein Kniegelenkproblem. Ich habe mich jetzt schon mit den Zähnen aufgestoßen. Was ist denn los? Ich finde, ich bin auch allein in dem Auto. Ich finde, das ist wie so ein Schweiferbrecher. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Sie haben gar nichts falsch gemacht. Ja, aber dann würden Sie mich doch auch gar nicht anhalten. Ich bin doch wieder zu schnell gefahren oder sonst was. Ja, doch. Was Sie falsch machen, ist auf jeden Fall, dass Sie maskiert Auto fahren. Das ist nicht recht. Ja, das haben Sie ja von hinten nicht gesehen, oder? Das haben die Kollegen gesehen, die sind Ihnen vorhin entgegengekommen. Ja. Ein Schwarzer... Oh, gar nicht, dass die Waffen ziehen. Ist das mit dem Auto, was angehalten wurde? Ja, die kacken hier gerade rum. Oh, mein Sprunggelenk ist gerade rausgebrochen. Wir fahren, haben wir Schluss. Wir haben die Cops jetzt hinter uns. Wir mussten wegfahren, wir haben eine Gehse und ein Vollmasket im Auto. Wir haben circa fünf Cops hinter uns. Also, wenn wer kommen möchte, wir haben jetzt Zeit. Bisschen Spaß, oder? Ja, geht ja nicht anders. Habt ihr Zeit? Kommt ihr? Oder wir sind jetzt vor der Nationalbank eigentlich. Ich weiß nicht, warum wir das jetzt schon durchziehen. Ich würde sagen, wir haben genug. Wir haben elf, sie sind zwölf Leute, oder? Ich weiß nicht, das ist gut, oder? Wenn ich fahr, du direkt dann damit da hin, aber dann hast du anderes Auto. Wie, anderes Auto? Oder fährst du schon in dem Auto? Oder ich fahr schon in dem Auto. Ja, wenn ich fahr, wir dann jetzt da rum, jetzt alle die Autos fahren, dann sofort da hin, Bruder. Ja, sofort. Sag mal, wenn ihr da seid, ich komme als letzter. Ja, es dauert noch, Bruder, wir fahren gerade noch zwei ab, aber dann müssen wir erst mal die Autos fahren. Ja, wie soll ich denn das machen jetzt? Ich habe vier Leute hinter mir. Vier, fünf Leute. Ich wächst das schnelle Auto und ich hilft dir, Chef. Ich fahr schnell, hab das Auto wechseln. Die Frage ist, wie lange kommen die so unterher, ne? Alter, mir geht draußen gerade so der harte Sturm, Leute. Es geht mir so am Arsch. Ist Shepard die... Hört ihr das Shepard hinter mir? Andi, Shepard ist bei dir gerade auch so? Und im Auto ist nicht mehr gut. Andi, ist gerade im Chat. Andi, Shepard ist bei dir auch gerade? Mach mal die Musik laut, damit wir das Geräusch nicht mehr haben. Alter, es shepard gerade so durch, Bruder. Alter, ist das laut. Einfach Musiklaute machen. Guck mal. Ja, ich sehe die Shepard, ich würde schnell Auto wechseln und fahr jetzt nach. Ich ziehe mit der Arm und Hörse. Klingt das so laut? Das Auto geht ja auch nicht schneller, ne? Fährt ja nicht 100. Das ist ein richtig heißes Tank habt ihr. Über die Hälfte voll, wir fahren mit 100. Okay, also Fad, ich dachte, wir wechseln ins Auto und dann fahren wir alle sofort an, würde ich sagen. Alles klar. Wir fahren schon die ganze Zeit in einem Audi fahren wir, ne? Wir fahren ganz schön im Audi rum, das ist ja das Ding. Wo bist du, Chef? Wir fahren jetzt gerade wieder Richtung Hauptplatz zurück, wenn ihr das wollt. Wo weg? Also, jetzt an alle. Wir wechseln jetzt auf die Audi und fahren an alle. Wir turnen jetzt, wir fahren wieder Richtung Hauptplatz. Wir fahren gleich Richtung Parkplatz vorbei. Also, Daniel. Ja, bitte. Wir haben alle jetzt auf Audi wechseln. Ihr habt gerade von Audi auf andere Fahrzeugwechsel, um den Chef zu helfen. Ich meine, aber er kann doch dann direkt mit der Geisel zum Casino fahren. Alter, Leute, das scheppert so hart durch. Wir haben alle Geiseln in zwei Autos gepackt. Plan das Auto. Sagt uns einfach Bescheid. Wenn ihr die Autos habt, dann fahren wir zum Casino. Wie habt ihr 13 Geiseln in zwei Autos bekommen? 12. Hey, Leute, draußen geht so der Sturm, Alter. Andere schreibt bei mir Weltuntergang. Alter, weißt du, wie bei mir gerade die Rollo die ganze Zeit durchscheppert? Es bringt sich nichts, sie abzulenken. Ich bin auch zu langsam, es sind zu viele. Steig um. Ist besser. Seid ihr schon da? Ich kann auch noch steigen. Wir müssen jetzt echt schnell machen. Das ist echt eine Meute hinter mir. Also, dann jetzt zum Casino fahren. Ich würde es mal anmuten, ja. Entspannend. Ich esse mal das Monster. Alter, bei mir ist es so wild. Und da gar nicht. Nein, beim Ping. Nein. Wir fahren jetzt vom Casino. Oh, nee, mein Internet schallert es gerade durch, Leute. Es tut mir so leid, mein Internet. Es kann nichts dafür, wenn es bei euch jetzt laggt. Bei mir geht gerade so der Sturm ab. Mein komplettes Internet ist gerade abgebrochen. Mein komplettes Internet bricht gerade ab. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Mein komplettes Internet schallert es gerade durch. Ich kann nichts machen. Ping war auf Null. Ping war auf Null. MBs sind auf Null, Alter. Ich kann nichts machen, Leute. Hier geht gerade die Welt unter. Es ist gerade richtig, richtig harter Sturm bei uns. Ich kann... Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt so weiterzocken kann. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt zurück online komme, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich hoffe, die Cops lassen jetzt miteinander hier was machen. Nicht, dass die jetzt irgendwo reingefahren sind wegen mir. Und alles jetzt im Arsch ist. Nur weil ich irgendwo reingeradelt bin. Ich hoffe, dass... Ich hoffe, die haben das jetzt überlebt oder so. Ich hoffe, die hat jetzt nicht auf ein Ding geballert. Bruder, ich kann gerade nichts machen. Bei Internet. Ich höre, das ist auf Null gerade gewesen. Null MBit. Weltuntergang bei uns. Ey, ich schwöre, aber habe ich wieder einen super tollen Tag ausgesucht, um live zu streamen. Echt, echt geil. Echt geiler Tag wieder ausgesucht heute. Also, ich... Hört ihr das? Hinten, die es scheppert? Das ist die... Das ist ein richtiges, krasses Gewitter, das gerade durchläuft hier. Muss ja auch mal sein, aber Alter. Das mit dem Internet, wenn du unter LTE bist, das ist so ein Scheißdreck. Erzähl uns deine Geschichte aus dem Buch. Ich habe leider kein Buch da. Das würde ich dir jetzt... Ich kann dir mal mal was vorlesen. Ich kann dir mal die ganzen Inhaltsstoffe von dem Red Bull vorlesen, wenn du willst. Red Bull Sugar Free. Niazin und Vitamin B6 tragen zur Verringerung, ich kann das kaum lesen, weil das leider auf Ding ist, von Müdigkeit und Erschöpfung sowie einem normalen Energiestoffwechsel bei. Eine abwechslungsreiche, ausgewählte Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen. Das ist natürlich logisch, das ist bei allem empfohlen. Energy Drink mit Süßungsmitteln erhöht der Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. 32 Milligramm, 100 Milligramm. In moderaten Mengen konsumieren. Zutaten, Wasser, Säurungsmittel, Zitronensäure, also es sind Klammern geschrieben, falls es für Säurungsmittel. Kohlensäure, Taurin 0,4%, Säurungsregulatoren, Natriumcarbonate, Magnesiumcarbonate, Süßungsmittel, was ist noch drin? AC, was? AC-Sulfan, K-Aspartam, Kämmer, das ist ein Süßstoff. Koffein 0,03%, Vitamine, nur so wenig. Vitamine, Vitamindickungsmittel. Xanthan ist drin, Farbstoffe, Zucker, was Zucker, was Zucker, Zucker, Couleur. Das ist glaube ich das, was rauskommt, wenn man, äh, also da ist ja wirklich gerade Weltuntergang draußen. Ich hoffe, die holen mich da jetzt weg, ne? Ach, scheiße. Warte, eins fehlt noch, enthält ein, ich kann's nicht lesen, .de. So, dann kannst du einsteigen, dann kannst du rüberrutschen, dann steigst du rein. Das ist das wieder komplett. Danke, Jungs. Kuss geht raus. Oh, äh, äh, oh mein Gott. Willst du fahren? Ähm, wir sitzen beide gerade auf dem Fahrersitz. Nein, laber nicht. Gemütlich. Aber warte, jetzt, 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 los. Hast du auf Hubsignal? Ja, wir machen eh gemütlich, wir fahren mit 100. Ja, ja, aber hupt's halt ein bisschen, wenn das weitergeht, na? Danke, danke fürs Helfen. Kuss. Ah, schau dir an, die war dabei. Danke. Ey, ich schwöre euch, ich bin heute nur noch Beifahrer, ich hab keinen Bock mehr auf heute. Ich hab mich aber nicht, bei mir ist es ganz schlimm, ich fass mich nicht. Du, bei mir hat grad Weltuntergang, ich schwöre. Bei mir kriegt's der Dünnschiss rein. Was? Ja, ganz schlimm. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber es drückt, man, ich mach einfach kurz voll durch. Okay, perfekt. Ich bin Fahrer, wieso bin ich Fahrer? Hä, du sollst doch Fahrer sein, oder nicht? Nein, ich will nicht Fahrer sein. Ich will aber auch nicht, gut, dann fahr ich halt jetzt. Wenn's wieder passiert, ne? Ich dachte, du bist, ich bin auf dem Fahrer. Nee, also, okay, mach mal das so. Okay. Nein, glaub mir, vertrauen mir, glaub mir, bei mir ist es gar noch schlimmer als bei dir grad. Check, check. Hallo, wieder zurück, ne? Die Kopfes waren so nett, äh, ist alles wieder gut hier. Dann kannst du herkommen, Bruder, wir sind jetzt bereit vorm Casino für den Empfang. Ach, danke, sind da auch schon andere Leute. Alle, außer du, Bruder. Ja, perfekt. Sie fragt mich nicht, warum. Sieht's passiert. Nein, also, Polizei ist doch nicht hier. Achso. Na gut. Du wirst lachen, wenn du das siehst, das ist ein Bild für die Götter, halt. Ey, ich wöre dir, heute geht's mir nicht gut. Heute ist mir nur scheiße. Heute ist alles scheiße. Das Ruppelhose hat mich recht. So, ich komm jetzt auch zurück. Nee, also, dafür kann ich halt nix, ne? Was jetzt grad passiert ist. Dafür können wir alle nix. Aber ist ja nett, dass das jetzt so mal schnell geklärt wurde. Was die da jetzt so gewartet haben, ist echt nett von denen. Aber das ist RLU, weißt du, die warten. Wenn's weitergeht, geht's halt weiter. Das ist halt, müssen sie nicht, aber können sie, wenn sie wollen. Damit das RP halt weiter flurriert miteinander. Ich hab, ich hab Kollegen mitgebracht. Ich spiele an, oder? Weltklasse, Empfrau. Ciao, ciao. Das ist wirklich mal ein Empfang. Was haltet ihr von unserem Empfang, Alter? Ja, ich muss noch was holen. Alle da, Alter. Gut, dann können alle mal aufstehen, dann gehen wir rein. Geh mal spielen. Let's have some fun. Ich bleib wieder vor der Tür raus. Ja, gut, also die Chefs, die Goldenen, die bleiben bei Verhandlungen dann draußen. Und am besten noch zwei, die sichern oder so. Ja, ich bleib dann auch draußen. Okay, und die anderen gehen bitte mit rein. Die Chefs, die Goldenen. Alter, wie viele Geiseln das sind. Ist das neuer Rekord? Echte Spielsüchtige spielen bei Diamond Casino. Nee, aber jetzt wirklich sind das, sind das, äh... 13, oder 12, oder 16. Ist das neuer Rekord? Wer hat noch nicht mal so viel? Du, Jolly Joker, stell die Hand auch zu der Säule her. Einer ist, glaub ich, in der anderen Dimension. Welche Säule, meinst du? Achso. Ich wollte ja, bei mir war grad Drehenduntergang. Die andere Dimension versperrt auch grad den Casino-Eingang. Ich dachte jetzt in meinem Kopf so, ah, in meinem Kopf nämlich, verstehst du? Ja, manche sind drin. In meinem Kopf. Da passieren ganz lustige Dinge. Ob das willst du oder auch nicht. Ja, hier. Ich komm ja nicht durch. Guten Tag. Wer kommt hier nicht durch? Halt die Preppe bloß nicht mehr. Wir kommen hier nicht durch. Einfach wieder fett geworden. Ja, einfach einfach seitlich gehen oder nicht. Oh, scheiße, ich komm da auch nicht durch. Was sind das jetzt los? Ja, was sind da los? Haben die grad zugemacht. Sind jetzt welche uns bei den Geiseln? Wegen Überfüllung. Geschlossen. Das kann sein, wegen Überfüllung geschlossen. Nee, aber ist mir auch schon mal passiert. Ich hatte das einmal, dass hier geschlossen war, komischerweise. Frag mich nicht, warum. Ja, das ist ja ganz schlecht jetzt. Kommen die anderen dann wieder raus? Warte, sind die jetzt alleine unten drin oder? Nee, nee, das sind noch welche von uns. Ich mein, ich hab eine Idee, ne? Nee, warte, wie geht das nochmal? Ja. Die anderen sind jetzt drinnen, ne? Alle müssen so rauskommen. Ja, es geht ja nicht anders. Wenn, dann musst du so. Jetzt glaubst du keinem erzählen. Wie, jetzt da hinsetzen oder was? Irgendwie, warte, wie ging das nochmal? Hinsetzen und dann? Ah! Ah, doch, funktioniert. Ja, sonst ist doch egal. Also hinsetzen oder was? Hinsetzen, ne? Dann bleibt der Rest oder oben. Du musst dich hinsetzen und nochmal hinsetzen. Ich dachte, wir bleiben draußen. Ja, aber wir bleiben draußen. Ja, wir bleiben eh draußen. Ja, das andere hinsetzen. Und dann, nee, nee. Und dann fallen lassen. Einfach fallen lassen. Ah, jetzt. Zweimal hinsetzen, Bruder. Einfach zweimal hinsetzen. Geht das zweimal hinsetzen? Ja, ja. Ja, hat geklappt. Jetzt darf ich nochmal hinsetzen. Direkt vom Sitzen nochmal ins Sitzen, Bruder. Der Ehrenbruder hat recht. So machen wir das hier. Ich bin zu blöd dafür, ist das Problem. Dann sagen wir aber, wenn die stören, wartet kurz. Wir müssen uns erst... Wir müssen uns nochmal hinsetzen. Wartet mal, wir müssen uns doch ganz schön hinsetzen. Sogar eine kleine Problematik hier. Können wir vielleicht ein bisschen warten? Was habt ihr denn? Da ist doch Team-Buildings-Sitzung oder was? Ich kann ja einfach herlaufen. Ich weiß, ich fand bei euch auch... Ich weiß auch nicht. Einmal geht's aber nicht. Vielleicht liegt's an den Autos oder so. Ich hab das einmal im Leben gehabt hier. Keine Ahnung. Vielleicht einfach zugemacht. So, ihr stellt euch an die Säulen, ne? Oh, aber das sieht auch wieder geil aus, Bruder. Was sieht denn geil aus? Wie sie da stehen hinter uns, Bruder. Guck mal. Stimmt. Da muss ich das auch P90 nehmen für den Style oder was? Für den Stil schon, ja. Oh, nee. Jetzt ist meine Weste und meine ganzen Sachen sind wieder weg. Ich könnte so kotzen. Ich wollte noch was geben. Ich hab eh eine Weste gekauft. Ich konnte so kotzen. Ich hab extra weiter das Mac und alles gekauft. So eine Scheiße, aber egal. Er weiß ja nie, was passiert, weiß er. Zentrale. Oh, schau, da kommt schon eine Spezialeinheit. Wie viele Geisel haben wir jetzt? Zwölf oder dreizehn? Dreizehn. Warte, ich zähl durch. Dreizehn. Hier hab ich noch was. Hier hab ich noch was. Hier hab ich noch was. Ey, Jungs, ich hab 50 Gold bekommen. Das ist vielleicht nötig nachher. Hast du das gekriegt? Ich hab's bekommen, ne? Danke. Zwölf. Zum Woll. Meine Frage, hat wer ein Nagelbändchen gelegt oder nicht? Oh, gut, das haben wir jetzt nicht mehr geschafft, ne? Ne, haben wir vergessen. Ich hab noch drei Stück gegattert. Du solltest auf dem Auto stehen, das fühl ich mehr, ne? Hör, was? So, du bleibst da vorne stehen und wir machen noch so ein Dreieck. Ach, willst du das auf Illuminati machen? Okay. Ja, so auf richtige Aufstellung. Guck mal, ich hab's im Auto. Oh, Maschallah. Gitt schön aus, ne? Einfach die Hübschen. Ja, so, jetzt muss ich das erstmal, ach, nee, weißt du, was ich jetzt dabei habe? Glaubst du, wie wäre ein Endspit, wenn ich das hier heute verwende? Hä, ich hab's weggeschmissen, Alter. Ne, ich hab auch gedacht, ich hab's jetzt vergessen. Soll ich sonst dir mal sagen, darf ich das irgendwo hinwegschmeißen? Das ist ein ganz wichtiger. Ja, vor allem kommt das in die Hand. Schau doch mal, ob du auch schießen kannst damit. Ne. Was Bummach. Ne, ne, sonst denken die hier schon, das geht zu weit, das wollen wir auch nicht. Aber wär schon, stell dir mal vor, stell dir mal vor, ich pack das Ding jetzt hier so aus, ne? Und Baller hier, mir zieh ich diesen blöden Wagen hier vorne weg, das wär schon schön. Ziel doch einfach mal da rüber auf dich, die haben sicher Freude daran, wenn du das nicht. Nein, 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 das kann ich nicht machen, das wär zu viel. Also, ich sag euch was, ne, also dass wir 13 Geisel so, also wir haben ja 12 geholt, wir hatten keine Probleme, ne? Und wir haben zwei Crops weniger im Einsatz, da bin ich sehr stolz drauf. Na gut, wir hätten zwei von uns fast verloren bei der Suche, ne? Das muss dazu gesagt werden. That's the point. Sind die noch im Krankenhaus? Äh, aber das ist, wenn die die Geisel schießen lassen, bevor sie bei einer selber schulden, ich hab auch einen vom Motorrad weggerotzt. Ja, aber was das ist, das ist, das ist, das ist. Da kommt ein Kopf, ich muss doch mal kurz mal, guck mal. Achso. Dann gehen wir mal nach vorne. Oh, ich hab ne Idee, ich bin der Typ, der hier den Wallet-Parking macht. Einen wunderschönen guten Tag, hallo, guten Tag. Hallo, können Sie lauter sprechen, dann höre ich Sie besser. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bitte. Wir sind hier los. Ja, da ist ein bisschen was los, ist hier. Wenn der Herr Max, kann ich Ihnen helfen? Okay, kann ich die Hände runternehmen? Können die Hände runternehmen, wenn sie nett sind? Sie müssen es aber ganz nett sein. Natürlich, keine Sorge. Ich bin nur hier, um mit Ihnen zu verhandeln. Ich will Ihnen was erzählen. Eine Geschichte über dieses Anbis, über dieses Häuschen. Sie müssen aufpassen, der Treppenaufgang ist verhext. Okay. Der Treppenaufgang ist verhext. Naja, wenn Sie reingehen wollen, ist ja sehr viel los. Das heißt, wenn Sie hier rein wollen, ist der Treppenaufgang irgendwie verhext. Manche kommen rein, manche nicht. Man munkelt, man munkelt. Man muss sich dann hinsetzen, dann klappt es auch auf dem Bocschen. Haben Sie Geiseln im Gebäude? Ich denke, ja. Ja, wie viele Geiseln haben Sie? Ihr müsstet sie fragen. Haben Sie eine Tochter? Das geht Sie nichts an. Ich möchte wissen, ob Sie Geiseln haben. Wenn Ihre Tochter zwölf ist oder dreizehn, dann könnten die Zahlen hinkommen. Okay, vielen Dank. Wie geht es denn, Geiseln? Ich denke mal gut. Die spielen ein bisschen. Ein paar sind Chips gekauft. Ein bisschen Spaß. Einiges. Okay. Wie soll das denn hier weitergehen? Was möchten Sie denn, damit Sie die Geiseln freilassen? Was sag ich mit dem, der bei uns hinten drin war? Das ist die Frage, Alter. Fragen. Was wollen wir denn haben? Wir finden ein Geldköfferchen schön. Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, bitte. Große Geldköfferchen finden wir ganz schön mit viel Geld drin. Ui, wie der Max das gern hat. Und wie viel haben Sie gedacht pro Geisel? Ui, da kommt jetzt aber. Wir können ja ein großes Paketchen machen. Ich bin ja fast wie der Burger King. Da machen wir auch ein königliches Angebot. Sag denen aber mal, wir haben drei betrunkene Geisel. Sekunde. Königliches Angebot. Da muss ich mich beraten. Da muss ich mich beraten. Wir haben auch zwei Polizisten dabei. Also für die könnten wir ein bisschen mehr fordern. Ja, hallo? Was ist los? Ja, ich würde sagen, wir haben zwei Polizisten. Also elf Zivilisten. Darf ich kurz ganz schnell was sagen. Falls ich kurz nicht ansprechbar bin, gell? Dann kann es sein, dass bei mir im Kopf es rattert. Gut. Ich bin wieder da. Ich würde sagen, wir machen, wir haben 13. 13? Wir haben jetzt 13, oder? 13 Geisies. Wir haben 13, oder? Ja. 12. Ja, überste jetzt. Dann ist eine verloren gegangen. Eines saß doch bei uns hinten drin. Ja, was ist die weg? Ich weiß nicht, wo die hin ist. So, ausgestiegen mitgekommen. Achso, die ist weg. Ich weiß nicht, ist er noch drin, hallo? Ich habe den auch nicht rausgenommen. Hallo, sitzt da noch wer drin, hallo? Ja, eigentlich müsste er da noch herkommen. Das, oder sollen wir einfach so scheißen. Oder jemand hat ihn rausgenommen. Er war halt gefesselt. Nein, nein, der kann ja nicht raus. Der müsste eigentlich herkommen wieder. Ja, ganz kurz warten. Ja, einen Moment, Sie beraten sich gerade. Einen Moment. Was meint ihr? Ich warte für die Polizisten jeweils. 30. Sind die mehr wert? Ich muss ja bedenken, eine müssen wir ja noch behalten. Ja, ja, aber was kriegen wir trotzdem für alle das Geld? Was machen wir jetzt mit der einen Scheißgeisel da drin? Was machen wir jetzt mit der? Die war ja einfach fest. Die kann doch nicht einfach weg sein. Vielleicht haben wir doch. Also laut Unamstand müsste es 13 Geiseln sein. Hat jemand eine aus einem Auto genommen? Die waren alle im Auto, du Held. Könntet ihr mal kurz die Geiseln fragen, ob irgendeine Geiseln mit einem schwarzen Van entführt wurde an der Tankstelle? Und dann bitte sagen, ob eine davon Ja gesagt hat? Weißt du? Wir sind ja erst dazugekommen. Der Herzkönig von euch, was mit dem Rücksen zum Casino steht, bitte leidzersprechen. Alter, war mir jetzt wieder Weltuntergang hinter mir. Alter, ich schwöre, ich habe keinen Bock drauf. Angeblich keiner, nein. Ja, dann fehlt uns einer. Weil der war bei uns gefesselt und ist auf einmal weg. Ich gehe ja da schnell. Der war nämlich immer in unserem Auto. Das hat mich verwirrt, jetzt wo der ist. Ich kümmer mich drum. Ich mache das königlich. Ich habe eine Frage. Wir hatten eine gefesselte Geiseln im Auto und die ist jetzt auf einmal weg. Okay, wir schauen mal nach. Danke, das wäre sehr lieb von euch. Der war, ich glaube, der hat so einen Job gemacht. Auf einmal ist er halt Puff. Aber Puff. In der Autobahn war das vorhin. In der Autobahn? Also da vorne, auf einmal war er nicht mehr drin. Ja. Okay, wir schauen mal nach. Danke. Habe ich geklärt. Gut, der schaut mir mal nach. Da muss ich sagen, zwischen 12 und 13 Geiseln. Da habe ich doch gar nicht mal so etwas Falsches gesagt. Da gehe ich nochmal hin. Also wie wollen wir jetzt haben für die Geiseln? Also ich würde sagen, für Zivilisten 30.000 und für die beiden Polizisten 40.000. 30, 40.000. Wie viel ist das ausgerechnet? Kann ich rechnen. Wir haben dann 380.000 zusammen. Was? 30.000 pro Zivilist. Wir haben 10 Zivilisten. Und dann 2 mal 40.000. Da hat er recht. Ich habe aber nie die Gang gesetzt. Also machen wir 400.000 glatt oder nicht? Ja, und ich so machen, Bruder. Okay. Ich hoffe. Du sollst winken, damit die kommen. Winken, damit die kommen. Aber was machen wir jetzt mit der Eingeiseln, Bruder? Ja, ich würde sagen, zwischen 12 und 13.000. Die können wir noch mitrechnen. Eigentlich können wir die mitrechnen. Okay, ja. Da können wir auch eh auf 400.000. Ja, machen wir. So, die Herren. Haben Sie sich eine Summe überlegt? Ja, ja. Wir müssen was Schönes bei ausgerechnet. Okay, super. Eine geschmackliche Geschmacksexplosion, die auf Sie wartet. Sind Sie bereit? Wir haben notiert. Wir wollen einen großen Stallkoffer haben. Wir haben jetzt gerade zwölf Leute. Hier eine Person fehlt. Also insgesamt ganze 13. Na? Haben Sie mich gehört? Spitzbube, komm mal bitte. Ist das der? Ja, das ist der. Das ist der. Das ist der. Okay, sagen Sie eben die Summe, bitte. Nee, jetzt sind es wieder alle 13. Die Summe sind 400.000 Dollar. Okay, danke. Sonst noch Forderung oder war es das? Ja, wir haben zwei Leute von Ihnen hier drin. Die sind ja auch ein bisschen mehr wert, ne? Die haben auch schon mitgerechnet. Für sie sind die sicher mehr wert, ne? Ja? Gut. Man munkelt, man munkelt. Das Haus ist verhext. Hex, Hex. Ich klär das dann mal ab und dann komme ich auf Sie zurück. Der Max, der ist groß und der ist auch entsetzt. Wir hören uns gleich. Tschüssi. Ich klär das ab und dann komme ich auf Sie zurück. Ja, ja, ja. Geil. Jetzt gibt es schon wieder alles, Bruder. Ich probiere mal bestes. Irgendwie muss man sich ja auch mal ändern. Es kann ja immer dasselbe sein. Ich glaube, es ist wirklich überhaupt nicht, wie du redest. Weißt du, wie mir vorkommt? Wie so Alice im Bundel und irgendeine Erzählung. Das kommt mir so. Adles. Nimm mal Brille ab, halt. Aus dem adeligen Königshaus. Aber die Brille macht es doch aus, oder nicht? Ich finde, die schrecklich. Ich finde, das macht es doch jetzt gerade aus bei mir. Das macht mich jetzt anders zu euch, weißt du? Oha. Der Adel ist da. Kennt ihr eigentlich den, ähm... Der Polizist kommt? Nee. Der sagt bestimmt nein. Hm, guten Tag. Also, ich habe das jetzt abgeklärt. Ja. Wir brauchen aber ein bisschen Zeit, weil das eine beträchtliche Summe ist. Ich weiß, ich weiß. Das königliche Adel lässt auf sich warten. Ist kein Problem. Wir haben alle Zeit der Welt, mein Spatzi. Alles gut. Vielen Dank. Wir kümmern uns drum. Dann kommen wir auf Sie zurück. Alles klar. Der Max kann warten. Auch im Garten. Auch ohne Spaten. Man munkelt, man munkelt. Der König ist da. 24,7 macht er AA. Er muss sich da selber verkneifen, das Lachen. Hast du gemerkt? Der Schlami. Er hat sich schon selber was mit dem Falsch. Ja, ich runtergelaufen. Also, wirklich im Vollspiel drunter. Der Commissioner ist vor Ort. Alter, es geht schon wieder hier die Nutsi ab, ey. Ich hasse es. Warum musst du das so stürmen bei uns? Ich merke gerade, mein Ventilator ist gar nicht an. Ah, doch, der ist an. Was ist mit dem Auto los? Naja, kannst du ruhig betanken. Ich schieb doch gar ganz anders, das Auto. Übelst nervig, diese Stimme. Mal wieder krass, dass ich das Ding aussieße. Sag bloß, Bruder, sag bloß. Aber ey, das ist, man muss auch ein bisschen, man muss auch ein bisschen die Rolle fühlen. Ich meine, wir sind, wir sind königlich. Ich gucke euch uns an, wie wir aussehen. Wir sind der König. Wir müssen schon adel sprechen. Ey, bei mir draußen, der Weltuntergang, ey, das scheppert so durch. Alter, jetzt donnerts. Ich hoffe, es schlägt kein Blitz ein, Leute. Bitte, hoffen wir einfach. Drücken wir uns mal die Daumen. Auf die 5000 Likes, Leute. Hauen wir mal drauf. Oder, Alter, wir sind 8700 Zuschauer, Leute. Dann auf die 8000 Likes heute. Wenn wir das schaffen. Leute, mach mal die Pool. Würde mich sehr freuen. Ich wusste, ich weiß, es gewesen, wenn wir diesen alten Karossen angefahren wären, mit dem König drin. Das wäre richtig lustig gewesen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber es wäre, glaube ich, zu teuer gewesen. Weißt du, diese alte Roosevelt da. Dieses Auto. Hast du noch die Eimelne Schokozucker? Ich habe nie eine Schokozucker Eimelne gehabt, aber ich will eine haben. Ja klar, sie geht einfach runter, als wenn nichts wäre. Ist gut, verpasst. Ja, ich kann da auch unterlatschen. Ich verstehe, ich verrufe. Das ist da, livehack.de. Danke fürs Zippwerden. Ken, Merks, 05. Kise, Kise, Kassa. Was ist der Kennystar? Dankeschön. Heinz-Peter-Dietrich. Alter, 50 Euro vorhin. Echte 1-7er haben echte Probleme wegen Chefchen. Echte Gewitter. Echte 1-7er. Ich steck full. Full. Alter, dankeschön. Heinz-Peter-Dietrich war 50 Euro vorhin. Lassen wir mal regeln. Everybody. Das macht man fort, Alter. Ich probiere nur, ich muss ja vorbereiten irgendwie. Ja, sind da mehr Tanz, das ist mal ein Fortnite-Tanz. Jedes Mal 50 Euro gibt es ein Fortnite-Tanz, Leute. BlackRP, liebe deine Streams, der Server ist so geil. Dankeschön. Martin Enders und Leo Lex, danke fürs Zippwerden auch. Und RuziCord auch fürs Zippwerden. Und MrLifehack.de haben wir ja vorgelesen, ne? Vielen, vielen Dank fürs Zippwerden. Und die ganzen Leute, die über Superchat und Edit haben, muss ich dann alle noch vorlesen, weil die werden heute nicht mehr eingeblendet. Das ist heute wieder verbuggt. Freue ich mich voll drüber. Ah, Silke? Mhm. Du könntest Nagelbänder hinlegen irgendwo. Bin gar nicht die Silke. Ich bin ja die Ulrike. Die Uli bin ich ja. Naja, sag mir mal so fünf Minuten, bevor ihr hier rauskommt, Bescheid. Guckst du lange dir von der Seite zu? Ja, dass du irgendwo eine Ecke hast vielleicht, wo wir dann dort angefahren können. Muss das Ding echt loswerden, den Raketenwerfer, ey. Wenn ich damit heute angehalten werde. Aber ich hab halt echt die beste Zeit zum Streamen genutzt, Alter. Aber uns gewittert vier und... Ach, warte, ich nehm mir schon meine Dings raus. Uns gewittert es jetzt sicher vier und 27, bis ich den Stream ausmache. Sobald ich ihn ausmache, sicher kein Gewitter mehr. Scheiße, ich glaub, die Katze ist draußen. Ich schreib schnell Schandl, sie müssen doch bitte gucken, in der Katze. Ich pinke mal grad da drin in die Pflanze. Achso, Krönig. Ja. Brauchst du nur ein Werkzeugrecht, weil der wieder vorgeholte, die hat ein 2 im Kopfraum drin. Wär super, ja. Ja, nachher nimm den rausschneiden. Wobei ich dann auch nicht weiß, was mir im Tank ist, also ich kann nicht oft tanken. Passt schon. Achso, also ich rausnehme einfach. Ja, nimm schon einfach raus. Danke, schönes Kennzeichen. Bitte, danke. Schau mal, wie die anfahren hier, Alter. Oh, die Schütte fahren ja Gefährte auf. Ja, das ist mal nicht ne Übung, das ist ja wirklich ne Geiselnahme, sowas gab's noch nie in der Größe. So, machen wir die Werkzeugkosten ein. Das sind halt echt viele, ne? Verhandlungsführer, bitte wieder herkommen. Ja, ich da. Was ist denn da planieren? Wir können hier fordern, mal mit dem Ranghöchsten zu sprechen, und ich muss gegen die Mom. Guten Tag, guten Tag, man hört, man hört. Wie kann ich weiterhelfen? Ich habe die vier arme Airfahrzeuge und drei. Ui, das ist aber ein bisschen problematisch. Da ist gerade ein bisschen das Handy abgegangen. Ui, 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 ui. Also, nochmal. Haben Sie jetzt mal ganz schön erschrocken, ich mich aber auch, du. Ja, also wir würden Ihnen vielleicht 100.000 geben, möchten dafür aber die ersten vier Geiseln haben. Wie viel wollen Sie? Vier Geiseln, dann bekommen Sie gleich schon mal 100.000, und danach machen wir weiter. Oh, ich bin aber Fan nicht vom Vierteln oder so. Wie heißt es denn, einfach mit mir sagen, Hälfte, Hälfte, einmal so, einmal so. Also, meinen Sie 200? Ja, einmal 200 und dann nochmal 200. Was erhalten Sie davon? Dann bekommen wir aber 6 Geiseln. Na, kein Problem. Okay, ich kläre das mal im Abseekunde. Dann machen wir ja so, aber die ist ja schnell, schnell, ne? Was will ich denn mit 100? Das ist ein königliches Anwesen. Wir müssen aber zum Schluss noch ein paar Geiseln haben, dass wir mit den einsteigen können und so. Hey, was? Wir müssen aber zum Schluss noch 2, 3 Geiseln haben, dass wir einsteigen können. Ja, nee, wir geben 6 ab. Ja, ich meine, wir halten ja 6. Ja, ja. Ja, ja, das ist ja der Plan. Nur das Ding ist, der will jetzt 100 K geben, dann müssen wir das, ich weiß ja, der will es dann so, 4, 4, 4, also Dritteln. Muss man ja auch nicht. Ne, machen wir gleich die Hälfte weg schon mal. Ja, ich meine Hälfte geht schneller, zack, zack. Von hier hier weg. Ich kann ihn nicht. Wie ist es aus? Sekunde. Ja. Mein Mundgut, mein Mundgut. Ja, egal wen. Wenn wir das alles fertig haben, mit den Geiseln und alles, wie ist Ihr Plan? Fahren Sie mit allen Fahrzeugen weg oder wie ist der Plan mit der Flucht nachher? Müssen Sie nicht wissen, oder? Müsst die königliche Kutsche das wissen, in wem der König fährt? Ich glaube, den Untertanen, Sie geht das gar nichts an. Sie wollen wissen, mit was der König fährt, in welchem Gefährt, auf welchem, auf welchem Pferd er reitet. Allgemein, ob Sie alle Fahrzeuge benötigen nachher, oder ob Sie nicht mit allen fahren. Ja, man munkelt, man munkelt, ne? Man könnte natürlich nicht sagen, der König reist in einer Kutsche, aber vielleicht ist der König ja gar nicht mehr da. Man munkelt, man munkelt, vielleicht sind es auch ganz große Schimmelpferne, die um die Ecke reiten und der König sitzt in seinem kleinen, aber feinen Holzbötchen. Ja, machen wir das so. Perfekt, ja. Alter, ich muss mir echt gut einen verlassen, was Sie sagten. Was? Was denn? Guck mal, der steht immer ganz allein hier, wenn wir den auch noch mit reinziehen, Alter. Den Typen? Ja, guck mal, der steht immer ganz allein hier vorne. Alter, aber ganz ehrlich, wenn wir den Verhandlungsführer mitnehmen, ich glaube, dann stürmen sie da einfach rein, haben sie keinen Bock mehr von uns. Aber wäre schon krass, wollte ich mit Thomas schon mal machen. Soll ich den fragen, ob er meine Kutsche will oder nehme ich ihn einfach mit? Dass wir den bedrohen zu dritt? Ja, aber was so scheiße ist, die werden dann uns keinen Verhandlungsführer mehr schicken. Überlegt mal, wenn wir den mitnehmen, dann kommt ja der nächste wieder, dann nehmen wir den ja auch wieder mit, so auf die andere Weise. Wir nehmen einfach alle mit. Wir nehmen einfach jeden Verhandlungsführer mit. Ich würde es nicht machen, das wäre zu viel Risiko. Jetzt könnt ihr probieren, ob sie euch den Höchsten, der gerade da ist, herschicken. Das wäre der Commissioner, der steht auch da unten. Der steht da unten? Wie kannst du sowas sehen? Ich sehe gar nicht, wo ist denn der? Das hat der Rinderf auch gesagt. Ja, dann fragen wir mal, ob der Commissioner immer herkommen möchte. Vielleicht will er ja die königliche Kutsche betreten. Ich hätte da schon Bock, einfach mal noch den Verhandlungsführer mit. Der Kommunistion ist da mit uns eine Runde Blank. Nee, der Arme, der kann nichts dafür. Also ich glaube, ich glaube, sobald wir den Verhandlungsführer mitnehmen, ich glaube, dann ist Ende mit der Verhandlung. Glaube ich. Oder? Ja gut, aber wollen die dann das Leben aufs Spiel setzen von ihm? Das ist die andere Frage. Die andere Frage ist, wollen wir das? Dass wir, dass wir so gesehen, mit denen überhaupt nicht, weil wenn wir das machen, dann sehen die, aha, wir spielen da ein anderes Spiel. Dann können die auch andere Beschützer auffallen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht noch ein paar Polizisten mehr mitschicken, dass sie vielleicht nicht dann allein hier vorne stehen lassen. Ja, keine Ahnung. Dass die mit mehr Leuten vorgehen. Ja, guck mal, es kommt da immer nur eine einzige Person. Ja, aber weißt du, warum sie das machen? Wegen uns machen sie das. Weil sonst sagst du ja, der soll alleine vorkommen. Weißt du, was ich meine? Die machen das wegen uns. Wenn sie das ja nicht machen, es müssen ja mit mehr Leuten vorkommen. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob wir, ob das zu krass wäre, wenn wir das jetzt machen würden. Ich weiß nicht, was die als Reaktion machen. Ja, was? Ich glaube, dass sie das da interpretieren als Verhandlung gescheitert. Glaube ich auch nämlich. Ich glaube, die würden dann die Verhandlung scheitern lassen und würden weinen. Alle anderen sechs, alle zwölf Geis sind plus Polizisten. Ja, das Ding ist halt. Das ist sehr dumm, aber. Ist dumm, aber weißt du, die würden sonst das sonst abstempeln mit, ja, mit uns lässt sich nicht arbeiten. Wir wollen ja mit denen zusammenarbeiten und die wollen ja mit uns zusammenarbeiten und wenn wir denen es einfach mitnehmen, dann haben wir ein Problem, glaube ich, ich weiße. Ich hätte es auch wild gefunden. Ja, ich hätte es auch wild gefunden. Ich meine, wir können es ja probieren, aber ich weiß nicht, ob das gut rausgehen wird. Wollen wir es probieren, Bruder? Komm mal hoch. Ja. Komm mal her. Dann würde ich, weißt du was, ich würde uns das ablenken mit dem Regen, mit einer edlen Karosse und so weiter und dann kommt ihr und nehmt den mit. Wenn alle da unten macht, sage ich eventuell bereit, dass wir gestürmt werden. Nein. Aber ich kann nicht sagen, was jetzt da passieren wird. Also, wir müssen das wirklich machen. du musst bedenken, unseren Koffer, ne? Wir haben jetzt 400.000 ausgemacht. Wir kriegen nicht mehr, wir kriegen nicht weniger. Ich werde nicht mehr. Warum holen wir nicht einfach, warum holen wir nicht einfach den, den, den zu hoch, den, äh, den Commissioner. Commissioner, den können wir noch hochholen. Scheiß doch auf den jetzt. Bin ich ehrlich. Das ist doch irgendjemand. Da holen wir den Commissioner und dann ist lustig mit dem. Ich bin es auch zu gefährlich. Warum riskieren jetzt? Ich denke mal, auch jetzt. Das ist halt. Wir hatten vorhin schon einmal Glück, wir müssen uns jetzt nicht noch mal riskieren. Hat man 400 gemacht? Das ist ein ziemliches Casino, weil wir uns zu glücklich sind. Na eben, das hat da wirklich echt noch 400 gemacht. Okay, aber was ist, was ist, was ist, wenn wir den Commissioner fordern, der mit uns redet? Weil ich sag, ich bin der König, ich möchte mit dem Höchsten reden. Ja, aber auf dem Casino sollten wir meistens raus und dann verloren. Können wir doch machen eigentlich. Ich glaube, das macht dann Sinn, wenn wir den, wenn wir den Typen haben. Genau, der andere ist es nicht würdig, mit dem König zu sprechen. du bist der König und du möchtest mit ihrem König sprechen. Ja, okay, okay. Ach, die kommen jetzt mit dem Zweiten. Pass auf. Die kommen mit dem ersten Geldkaufen. Warte, aber ich mach das jetzt mit dem Commissioner, okay? Machen wir das so. Okay. Hallöchen. Guten Tag. Dann bitten wir sie, die ersten Geiseln rauszuholen, damit wir sehen, dass sie das machen und dann bekommen sie Ich habe noch eine Bitte an sie. Ich bin königliches Adel. Wer von ihnen ist der Höchste? Die Dienstränge geben wir hier nicht bekannt. Können wir bitte den Herr Commissioner hier holen? Steht vor ihnen. Ach, Sie sind der Herr Commissioner? Der sind sie? Ach, guckt. Hört, hört. Der Commissioner traut sich bis zur königlichen Solvenz. Guten Tag. Ich bin der König hier. Wer sind, und Sie sind jetzt mit Vornamen wie? Ich bin nämlich der Max. Und Sie? Bei mir reicht's, Commissioner. Der Herr Commissioner. Hört, hört. Er heißt Commissioner Commissioner. Sie wollen Ihren Koffer haben oder ich will Ihren Koffer oder wie machen wir das? Ich habe nämlich auch einen Koffer im Auto. Wir können gerne einen Koffer tauschen, wenn Sie das wollen. wie sieht er aus. Braune Haare, so leicht hochgegillt vorne, Brille. Hört, hört. Sollen wir ihn hochholen für Sie? Ja, nach. So berutscher blau aus, anstatt nach Kopf. Sechs Stück. Alles klar. Wir müssen sechs Stück Geisen hoch und es wird sich mit dem Koffer bieten. Bitte die Geisen langsam rausbringen. Ich bin ehrlich, ich bin mir sehr unsicher, ob wir das machen sollen. Sehr unsicher. Aber der Commissioner ist gerade da, war mit. Hast du gesehen, mit Ding? Ha? Der ist gerade mit, mit Dings dabei. Ich weiß nicht, ob wir das durchziehen sollen. Das ist ganz schlimm. Ich hätte schon gefühlt, aber naja, egal. Scheiß doch. Ey, aber jetzt, was soll man machen? Mir ist egal, wenn du willst. Jetzt krieg's ja nicht. Aber ich glaube, dann ist Ende. Ich glaube, dann stürmen die da rein. Scheiß das Ding. Also von mir aus, also du scheißt das komplett drauf. Ich hab dir ein Bild geschickt. Also ich sag mal, das ist jetzt auch scheiße. Es geht nur darum, dass wir hier neben rauskommen. Das ist das Ding. Okay. Naja. Was ist das? Das ist das eigentlich, wenn ich gerade quält. Ist das wirklich durchziehen? Was meinen die anderen? Ich find, wenn die anderen fragen. Die anderen sagen auch nein. Ich bin dafür. Worüber geht's? Naja, das. Achso. Hm. Also ich find, das hat halt noch niemand gemacht, ne? Wenn's nach hinten losgeht, ist halt nach hinten los. Wenn nicht, haben wir den Spaß unseres Lebens. Ich find, ja, ja. Mhm. Die machen sich aber hinten schon einsatzbereit, ne? Siehst du das? Wenn nicht, machen wir es nach den sechs Geiseln. Sie bekommen dann den Geldkoffer. Einer von Ihnen kann dann für die Geldübergabe hier vorne herkommen, bitte. Du gehst nach vorne. Wir stellen uns den Torn. Er macht das auf ihr, ne? Ich mach das nicht. Ja. Macht ihr das? Ich mach das nicht. Wir machen erst die Geldübergabe. Ja, ja. Und du das Geld erst mal. Hört, hört. Ich brauch den Koffer. Genau, einer von Ihnen kommt bitte dann bis hier vorne. Das dient dem Eigenschutz nur. Sie bekommen den Koffer. Bis hier nach vorne. Ich guck mal den Koffer von Ihnen. Lass mir bitte die Geiseln einmal da rüber. Ja, die lassen wir dann raus. Ich krieg den Koffer. Ich gebe mir den Koffer. Ja, das ist das Geld. Ich will zuerst den Koffer sehen, ob da Scheinchen drin sind. Ach. Den Koffer hab ich. Den Koffer hab ich. Okay, dann rum. Ihr könnt. Ich tu mal alles ins Auto rein, ne? Ey, das raucht ein orangischer Auto, ja, ne? Hört, hört. Kommen Sie bitte alle einmal hier lang. Bleibt mal einer hier oder zwei hier oben stehen. Wir gehen mal alle rein. Der Rest. Ich dachte, wir ziehen das jetzt durch. Ich hab gedacht, wir ziehen das jetzt durch, hä? Nicht? Kann ich jetzt hier wieder durch? Ich kann hier immer noch nicht durch. Ich kann hier auch nicht durch. Ich hab gedacht, wir ziehen das jetzt durch, Bruder. Gebrochen. Sieben, bleib doch kurz hier unten. Ich helfe den runter. Ja. Ja, mach doch. Ja. Jetzt hat er nicht mitgenommen. Vielleicht bei der Übergabe bei der nächsten. Ich glaube, er hat gedacht, bei den nächsten. Ah. So, sechs Geysel übergeben. 200k sind sicher. Ich glaube, er kommt auch nicht runter, ne? Wallebleb hier. Kommt zurück. Ich helfe euch runter. Ah. Ja. Ach, danke. Das ist ganz strange. Ganz strange, aber wacke. Ich glaube, er kommt da kaum Warnit alleine runter. Ich brauche mal königliche Hilfe. Komm her. Ja, du kannst ja hier runter. Ne, ich... Ah, danke. Danke. Jetzt frag ich, wollen wir das durchziehen oder nicht? Also, mich kitzelt schon ganz schön in den Fingern. Mich auch. Ich dachte, wir ziehen es jetzt schon ab. Ich glaube, wir ziehen es jetzt schon ab. Ich glaube, wir sind jetzt draußen mal fünf Minuten. Dann sind wir zu dritt draußen. Wir sind jetzt alle drin, oder? Ja, falls die stürmen wollen, stürmen wir die. So ein Ding ist das. Das Ding ist, wir können euch von Casino aus nicht unterstützen. Ist das Problem. Vollkommen egal. Wenn dann, die selbst auf euch da draußen so gut wie alleine gestellt. Aber wir haben halt draußen überhaupt keine Deckung. Links standen nur zwei Stück von denen. Ich drehe einfach mal. Oh, tu. Also, da sind gar nicht so viele Leute von denen vor Ort. Den wir hier haben wollen, ist der jetzt nicht wieder weggang. Oh. Ich habe Wodka gewonnen. Scheiße. Ach, komm. Ich habe einfach einen blöden Wodka gewonnen. Weißt du, das ist wieder so typisch. 5.000 Dollar habe ich dafür ausgegeben, für eine Wodka. 5.000 Dollar Wodka, Leute. Oh, Loser. Nein, bei mir wird es wahrscheinlich nichts haben mit dem Unterstützenden Casino. Ich muss nämlich bald schlafen. Bitte die Verhandlungsführer oder einer von die Verhandlungsführer wieder raufkommen. Ja, komm mal schon. Sag dir wirklich, wir gehen gleich hoch. Wir brauchen noch zwei, drei Minuten. Ah, Gold. Ah. Ich habe Gold gewonnen. Das ist richtig viel wert. Sag keiner, einer von den Verhandlungsführern hat sich gerade Fingernagel eingerissen. Ich muss gerade wirklich Real Talk pissen, ne? Habt ihr kurz Zeit, dass ich schnell pissen gehen kann in die Ecke? Ja, ihr sagt, Fingernagel eingerissen. Ne, ihr sagt einfach, ich bin ja auf Klo, komm gleich wieder. Leute, ich bin gleich wieder da. Ich bin nur ganz schnell auf Klo. Bis gleich. Ganz schnell auf Toilette, Alter. Das tut schon willermaßen. Hier. So, wir schafften ihn durch. Perfekt. Ich komm, aber ich komm mit hoch zu dir. Jaja, so viel wie möglich. Also, dass wir mindestens drei, vier, fünf Leute sind hier oben. Informativ für die Verhandlungsführer, dass der Kopf hat, warum wir Kops auch noch haben. Jonas hat noch einen Monat Also, meinst du, ob wir die noch Kops hier drin haben? Maas, wie lange müssen wir uns noch Zeit nehmen? Es ist eh einer Person. Okay. Also, ein Kopf ist noch hier unten. Mein Tiroler Freund, was hast du gefragt? Ein Officer und ein Rookie aus der Dienst bei euch auch. Ja, ein Rookie ist komplett mit Privatkleidung da und und das ist aber noch mit Kleidung und Natur. Also, ein Kopf, Officer drei und ein Rookie. Aiain Administracio mee wir bt Mgamzen da die die Leute Häufiger wird da drin alles rasieren. So, da bin ich auch wieder. Mit einem heißen Getränk. Danke, Robert. Danke. Danke. Bin zurück vom Pissen. Bruder, wir ziehen das durch, Alter. Ja, okay, ich komme hoch. Klo-RP. Ich trag dich. Danke. Und du schreist Zendor oder Taser, ne? Genau. Hä, was, was? Wir tasern ihn. Check. Wenn wir ihn tasern, werden die auf uns... ...die werden auf uns schießen. Taser ist das einzige, wo wir sicher sind, dass er nicht abhauen kann. Und dann packen wir einen Handschuh ran. Die werden auf uns schießen, wenn wir ihn tasern. Sowas von hundertprozentig. Na gut, dann werden wir nur bedrohen, Alter. Dann werden wir nur bedrohen, Alter. Es wird sehr schwer, was ihr vorhabt. Seid ihr sicher, dass wir das mit so viel machen können? Ey, wir sind halt ein paar Leute, ne? Mhm. Und wir haben drei Leute von draußen noch. Ja, aber wundert euch nicht, wenn die dann schießen oder irgendwas passiert. Ich kann es nicht versprechen. Ich muss einfach getragen werden, ich komme da sonst nicht rein. Weil ihr wisst, die dürften sich theoretisch... ...die dürften sich ja theoretisch schweren, wenn sie wollen, würden. Aber... ...das ist halt die Frage. Sagt halt, mit Taser oder ohne? Ich werde mit... Ne, wenn du mit Taser machst, ist hier Ende. Dann sag ich dir, das ist... Dann ist hier hundertproende. Wenn du den anklopst, ist dasselbe. Vor ihn und hinter ihn müssen wir uns stellen. Damit er nicht weg kann. Ja, ja. Dann machen wir das so, dann... Weißt du, was wir machen? Ich werde den Koffer nehmen und in dem Moment, wo ich den Koffer nehme... ...geht ihr, ihr stellt am besten dort hinten hin. Und ihr rennt dann auf ihn zu und umstellt ihn alle. Ich würde den Koffer machen, oder? Er kommt jetzt noch mal nach vorne und erzählt, Alter. Was? Er kommt doch jetzt noch mal nach vorne. Er will noch irgendwas erzählen, weil er aber immer noch irgendwas verfragt. Dann nehmen wir ihn einfach gleich. Die Frage ist, was wollt ihr machen, wenn ihr wegrennt? Ihn einfach abknallen? Weil dann wird sowieso alles eskaliert. Nee, dann lass ihn einfach wegrennen. Wenn das passiert, passiert jetzt. Dann lass ihn auch laufen, Bruder. Dann lass ihn auch laufen. Aber er... Also wenn wir ihn wirklich umstellt haben mit der Waffe, ich glaube nicht, dass er dann wegrennen wird. Auch wenn es eine richtige unehrende Aktion ist, aber ganz ehrlich. Da wirst du noch fahren. Probieren wir es einfach. Ja, aber es hat doch nie einer gemacht. Nee, schon den Bauer. Ey Bruder, ich habe 50 Gold unten gewonnen. Ich bin sehr happy drüber. Hab ich auch geschafft. Also jetzt kommt er zum Reden und dann schnappen wir noch. Okay, machen wir das. Okay. Soll ich ihn raven? Ja, wieder winken. Geht mal da rüber ein bisschen. Da links. Ja, mach. Das wird so schief gehen, Digga. So. Haben Sie sich eine Summe überlegt? Und los. Guten Tag. Die Summe wissen wir doch schon. Nicht weglaufen. Mach die Hände hoch, Bruder. Hände hoch. Und zu uns kommen. Zu uns kommen. Zu uns kommen und reingehen. 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 Funk deinen Kollegen. Es wird dir nichts passieren. Die sollen keine Faxen machen. Okay, Sekunde. 20 to David mit der Info. Mir wird nichts passieren. Dass ihr Bescheid wisst. Bleibt ruhig. Alles gut. Wir haben es durchgezogen. Ganz dritte. Habe ich mich zu? Ich setze sie an. Setzen sie sich gerne her, wenn sie wollen. Wir machen jetzt ein königes Gespräch. Wir können auch gerne runtergehen. Ich hänge hier fest. Ja, das ist das, was wir gemeint haben. Hier gibt es ein bisschen Probleme mit dem ganzen Hin und Her. Denkt dran. Denkt dran. Ihr müsst ihm alles abnehmen. Ihr müsst ihm alles abnehmen. Waffen, Funk, Handy, alles. Dann trage uns halt nicht. Du sollst zu mir kommen. Kommt da hinten. Von euch, du. Was ist denn das? Wie kommst du da rüber? Ihr müsst das zweimal hintereinander machen. Oh, easy. Warte, halt mich du. Normal. Danke. Wie? Einmal Funkstille bitte. Zur Info. Also mir wird nichts passieren. Ich darf meinen Funk behalten. Ich werde aber nicht funken. Wir wollen mit dem Commissioner verhandeln. Und solltet ihr stürmen, werden die sieben Geiseln, die hier unten drin sind, sterben. Und wir wollen mit dem Commissioner verhandeln. Ist das... Und, ähm... Ja, Commissioner, die Täter wollen mit ihnen verhandeln. Das ist er nicht. Ist der Verhandlungsführer. Das ist nicht der Commissioner. Achso. Dann bin ich euer, äh... Der ist ja maskiert, ja. Der ist das. Geise Nummer 7. Wenn man, äh, vermittelt... Ah ja, genau. Euer Vermittler. Das heißt, wenn jetzt was ist, funke ich den Commissioner an und ihr sagt mir, was ich sagen soll. Ich weiß natürlich, wer der Commissioner ist, aber... Ja, warte, warte. Der ist ja maskiert, dann weiß er nicht. Ja, nimm's ab. Und warte, ich brauche noch die Spikes. Das ist ganz essentiell. Aber ich kann euch sagen, ich bin nicht so blöd hier rumzuballern allein. Ah scheiße, ich hab schon welche. Kann jemand anderes noch bei Spikes nehmen? Wir haben euren, äh... Wie heißt das? Eure Verhandlungsführer auch noch mit reingeholt. Ist gut, oder? Guck mal, der kommt leider nicht, Alter. Mh, man hört, man hört, der königliche Verhandlungsführer, ah? Guck mal, ich bin jetzt ausgerüstet. Mein Name ist Max William IV. Wie sind Sie hierher gekommen? Äh, mit der Straßenbahn. Ja, ist aber sehr konkret konkret. Das untere Fußvolk ist ja ekelhaft. Oh, muss ich schon als Hasskönig, äh, hier ausgeben. Hast du dein Bart genommen? Warum fehlt eins? Ah, 97 Gaming, danke. Ah, ich muss dich auch wieder Mod machen, ne? 97 Gaming. Noch langer Inaktivität heute wieder dabei. Abgezogen bekommen. Ja, dann halt fest. Das ist dann halt die Muniz hier oben. Das sagt, glaub ich, noch zwei Gegenstände. Kollege von euch dachte, es ist ne Waffe. Nein, das ist ne Muniz. Also. Der Giftzwerg. Robbert, was ist denn da wieder los? Giftzwerg, als ob das funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert. Ich hab auch gedacht, das wird nicht klappen, aber es hat funktioniert. Halt. Aber ich dachte eigentlich, wir machen das mit dem, äh, sofort. Nicht mehr abnehmen. Nicht mehr vor Ort ab. Spikes. Dann nicht mehr, wir funken, äh, jetzt kommt mit überdeutschen drin. Aber nicht hier drin. Okay. Warte ganz kurz. Alter, Giftzwerg, ich küsse deine Nacken. Vielen, vielen Dank an Giftzwerg. Wirklich. Kuss geht raus an dich. Mua. Geht raus, alter Bruder. Vielen Dank für deinen, äh, Support. 97 Gaming, wie geht ein guter Fahrradwitz? Ja, was ist mit mir? Ja, was ist mit mir? Also über, mit den Tätern das Brotwitz. Der Maskat alles abzieht. Haben wir so mit? Alles klar, dann geh mal mit zu den anderen. Ja klar. Ich hab eine Frage an Sie. Bitte. Wie geht ein guter Fahrradwitz? Ja. Ein guter Fahrradwitz? Ich kenn keinen. Dann erzählen sie mal. Ver. Rat. Ich nicht. Buh. Okay. Ich habe gedroppt für dich, 97 Gaming, nur für dich. Haben sie den erfunden oder kannten sie den schon? Nee, den habe ich geklaut. Als ich mal ganz weit weg in Spanien war. Max K. Der zweite. Eigentlich auch der vierte. Okay, super. Darf ich mit den Geistern sprechen, wie es denen geht? Ja, darfst du. Danke euch. Komm jetzt. Mir gehört das was an. Was? Was? Na, war ich für ein Schluss? Ich labe einfach irgendwelche Wörter daher. Das ist so dumm einfach. Geht's euch allen gut? Richtig geschwollener, Jarin. Ja, weißt du, wie gesagt. Max William der vierte. Besitzer des Diamond Casinos in Los Angeles. Wo ist der? Okay. Man hört, man hört. So. Danke, ey, Gifts. Wirklich, Kuss geht wirklich raus an dich. Mua. Wirklich. Nico. Wann kommt wieder Tower United? Weiß ich nicht, Nico. Mal schauen. Achso, okay. Danke, Nico. Deswegen war ich jetzt irritiert. Muss jetzt eh gucken. Jetzt habe ich die Super-Chat-Sachen nicht vorlesen können. Okay, gut. Aber ey, wir haben das geschafft. Der ist da. Der ist da, der Typ. Kann ich antworten? Ja. Ja, komm. 200.000 übergeben. So MrLifehack.de. Kann endlich spenden. Please, Herzring hat er vorhin geschrieben. Vielen Dank. Kann dich mal raushuppeln dann. Moin kurz, dass ich jetzt erst da bin. Grüße. Von Jannik Heck. Kennst du dich noch? Wo wohnst du ungefähr? In der Hundehütte 1. Dankeschön. Dann gib ich das so durch. Moin, bist der Beste. Bitte, Doscha, aber auf E. Danke, Leolex. Ist grad ganz schwer jetzt grad. Die letzten Sekunden. Ich finde es cool. Dann MrLifehack.de auch noch raus. Kiss my Pablo. Dank für einen Euro. Der Cheatcode ist auch dabei. Wann kommt wieder Phasmophobik? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Ahn und Mo. Jetzt krieg ich die noch vorlesen. Die letzten sieben Geiseln werden für die letzten 200.000 übergeben. Ich werde als letztes auch zum Schutz der Geiseln mit den Tätern aus dem Gebäude kommen. Du fährst dann gleich bei mir wegen deinem Auto, oder? Ja. Okay. Hey Leute, ich hab grad die Idee meines Lebens. Was ist, wenn wir die Beute direkt in Chips umtauschen? Du kannst doch direkt einfach das Wahlkonto zahlen, Bruder. Scheiße, das recht ist ein Geldautomat. Ich bin so traurig. Aber irgendwie würde ich so sicher finden, einfach das ganze Geld hier zu verzocken. Check, genau. Also ich komm dann als letztes mit den Tätern raus und für mich bitten die Täter darum, dass keine Nagelbänder gelegt werden. 200.000 lege ich mal rein hier, ne? Da ist ein Geldautomat drin, hab ich voll vergessen. Bitte. Was? Man munkelt, man munkelt. Wie bestellt man zwei Bier auf Englisch? Two Bieres, oh mein Gott. Sekunde. 22 David mit der Info. Äh, bitte eines Täters, ich soll durchfunken. Es soll dem PD eine Lehre sein, um nicht alleine vorgehen zu lassen, ohne ihn zu sichern vernünftig. Das musst du zugeben, wo du sagst, man hat 10 Meter Platz zwischen dir und dem. Ist so. Ohne Scheiß war so. Guck mal, ganz ehrlich. Warte uns jetzt, ne? Mal einfach im Guten. Ja, als ich... Wer von euch war das gerade, der hinter mir war? Einer der ist, glaub ich, oben gerade, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Als ich gesehen hab, der steht am Auto. Ich dachte so, jetzt kommt der und nehm ich mit. Unabfreu. Ich hab's gespürt, ne? Dann seh ich ihn so neben mir laufen. Ich denk so, jetzt geht's mit rein. Aber alles gut. Aber deine Kollegen haben gut gehandelt, oder? Sie haben nicht geschossen, wenn sie das überhaupt bemerkt haben. Nein, haben sie auch nicht vorgehabt. Also... Naja, ein Kollege wollte sie Taser. Ich hab noch dagegen steuern können. Stellen Sie mal vor, er hat jetzt einen Taser abbekommen. Nicht gut gewesen. Ja, manche sind da vielleicht nicht so schlau, aber wir sind da doch schon gut eingeplant. Ich meinte grad unsere Jungs, aber ja, ist auch okay. So, Chips kaufen. Ich kaufe nochmal 1000. Also ich hab kein Geld. Super. Da hab ich gedacht, okay, komm. Bringt jetzt sowieso nix. Es donnert schon wieder. Die Katze will unbedingt raus, aber ich kann sie jetzt nicht rauslassen. Die Katze ist Gott sei Dank drin, Leute. Das ist Gott sei Dank drin. Marmorboden hatten sie noch nie. Marmorboden. Nee. Eraser, mach weiter. So, danke schön. Eraser. Frank, nochmal. Macht ihr die Verhandlungen jetzt drinnen über Funk? Positiv. So. Einmal noch drehen, Leute. Einmal dreh ich noch an dem Dings. Jetzt nochmal. Gold, 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 Gold. Oder Auto, 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 Auto. Jungs, Jungs, drückt mal auf den Like-Button jetzt hier. Auf das Auto. Bitte. Bitte das Auto mal. Bitte, Alter. Wie geil wär das? Doch. Ernsthaft jetzt? Nee, ich mach nur Spaß. Ich hab grad mein Geld genommen für... Hast du eingezahlt, ne? Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Hast du eingezahlt? Die Sock. Ja, ich hab's eingezahlt. 200k. Okay, wir kriegen euch die nächsten 200. Ja, lass mich doch hier am Automaten spielen. Bin spielsüchtig. Der König, der will hier die Diamanten ziehen. Dreimal wie ich hier. Dreimal wie ich hier. Mit der Waffe aber. Gib mir. Gib. Ah. Gewonnen. Der gönnt gar nicht der Automato. 97 Gaming. Sorry, das musste sein. Mir wurde der Taschenrechner geklaut. Damit hättest du aber nicht rechnen müssen. Ja. Mit der ist aber auch schon alt. Ist schon cool, wenn du im Casino eine Geiseln haben hast. Ganz einfach an die Automaten spielen gehen. Macht voll Spaß. Irgendwie, die machen keinen richtig guten Playout irgendwie, ne? Oh. Äh. Hat der nicht gezählt jetzt? Der hat nicht gezählt? Ah ne, der zählt nicht. Der zählt nur ab 3. Okay. 500 Chips hab ich noch. Da kauf ich noch mal 500 Chips und dann ist gut. Einmal spinne ich dann noch hier am Rad und dann ist es gut. Und Auto, 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 Auto. Ich hab ne Frage. Hä? Ja? Aber ey, wir kommen ja eh davon. Alles gut. Ich hab grad überlegt, ob ich dem Kopf diese Karten geb, die ich noch hab. Äh. Warum da vorne? Was glaubst du? Ich hab ne Malicious Karten. So ne andere, weil ich ja dachte, wir rauben zuerst die kleine Bank. Ah. Ah. Dann hab ich die noch, weißt. Wird die sich abgenommen oder was? Wuh, 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 wuh. Nein, nein, nein. Ich wollte sie nicht geben, aber wir werden ja nicht verhaftet. Wenn's gut läuft. 200. Ah. Abzocke das Ding. Abzocke. 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 Will ich den Verhandlungsführer in SPD verlegen und, also Warten kann man leer machen. Also übertreiben muss man jetzt aber auch nicht Classics. Sie sehen da, wie viele Leute wir sind. Naja, klar. Ja. Carsten, guter. Du bist kurz, 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 kurz. Kannst du mal kurz kommen? Tito. David nochmal mit der Info. Äh. Bitte der Täter, oder bzw. der Hinweis der Täter, stürm, geht nach hinten los, weil dann sterben alle sieben Geiseln, die in Tamir sind aktuell. Also nicht stürmen. Plus sie. Plus sie. Plus mir. Oh, heißt der Herr der Bruder. Oh, schön. Bruder Jakob, der Zweite. Auch wenn die sagen, die stürmen nicht. Ich trau denen das nicht zu. Was ist jetzt der Plan überhaupt? Haben wir noch einen Biker unten? Hast du das so ein Tipp bekommen, ne? Zwei. Zwei. Sechs gehen mit raus. Drei von denen oben. Zwei von den Obern. Der letzte Polizist, den wir reingezogen haben, nachträglich, ist der, äh, für, hab ich noch keine Nagelbänder gefordert. Mhm. Okay. Und, ähm, dass wir ihn mit rausnehmen und alle einsteigen können, dann chips wir ihn halt weg. Also er ist der letzte, mit dem wir das Haus verlassen. Och scheiße, was ich mache. Habt ihr den schon untersucht oder habt ihr die Sachen abgenommen? Ja, alles, ja. Alles. Habt ihr ihm auch schon so was abgenommen, zwei Sachen? Ja, aber Polizei aus Weißen Spikes. Hatte dir ein Fallschirm dabei? Das weiß ich nicht. Ich gehe nie wieder raus ohne einen Fallschirm. Das ist das Ding. Ich brauche immer einen Fallschirm. Das ist mein letzter Fallschirm. Wenn mal was sein sollte. Ich fahre bloß sehr lieb. Ich nutze den nicht. Danke. Ja, in dem Notfall. Ach, ich habe ja kein Handy. Aha, wie später was? Es ist gerade 23.07 Uhr. Okay, oberhalb ist die komplette Straße dicht. Also über eine halbe Stunde, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, Richtung Stadt auswärts. Alles voll mit Nagelbändern. Ich würde schon fast brauchen, alle 40 Minuten auf jeden Fall. Irgendwann, wenn jemand auf der Uhr, wie lange wir hier schon drin sind in dem Casino? Ich glaube 30, 20 Minuten. Okay. Ich vertraue den Cops nicht ganz. Sie wissen, 60 können sie rein. Ich würde das sehen. Ich stehe auf der Brücke. Okay. Kurze Info. Es sind jetzt fast 40 Minuten. Oder sogar fast 45. Ja, ich würde sehen, wenn die sich irgendwie sammeln oder irgendwas machen. Ja, Richtung Stadt auswärts kann man sowieso nicht raus, weil es ist die komplette Einfahrt dicht und oben die Straße ja komplett dicht. Ja, statt Einfahrt ist auch... Wer kommt, hallo? Ja? Wer kommt jetzt bei mir mit? Raus? Ich würde mit rauskommen, wenn du rauskommst. Nein, bei mir ins Auto meine ich jetzt nachher. Achso. Ja, ich. Ich auch. Wir beide, ne? Mhm. Passt. Ja, ich bin der Chromfarbene. Bitte denkt dran. Fände der Chromfarbene? Ihr müsst ja gucken. Ihr müsst ja jetzt mal Wege finden. Äh, alle goldenen Chefs einmal hoch, bitte. Gleich Geldübergabe. Leute, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf diesen Kanal, lasst jetzt komplett kostenlos ein Abo. Da würde mich sehr freuen. Kostlos abonnieren und aktiviert die Glocke und lasst ein Like da. Ja, wir sind kurz vor den 7000 Likes, wenn wir weiter schön einen Like-Button drücken. Willst du das riskieren? Nice. Ja, die müssen uns in Flucht weglassen. Ihr könntet ja laufen. Das ist aber auch schon wild, oder wie das hier aussieht, Alter. Mach mal ein Foto von deiner Seite, bitte. Äh, ich komm mal nicht raus. Ja, schwierig, wenn ich mich jetzt hier mit davon so drauf stelle. Ich glaub, dann, äh... Wie machst du das so schnell? Ich bin dafür zu blöd. Danke. Äh, das ist mit dem rauskommst. Ich bin dafür zu blöd, einfach. Ja, ich muss nicht, Bruder. Ich muss nicht, ich kann durchlaufen. Ich hatte den Foto geschehen. Achso, du musst nicht, deshalb. Vorhin schon, er zucht im Ausstand. Ich tue ganz so schnell das Ding hier auftanken, ne? Was sollen wir denn nochmal sagen? Sollten wir vielleicht ein bisschen laufen lassen, Alter. Bitte, was sollen die? Hast du gehört? Nee. König. Was sollen wir sagen? Ich kann nur mal sagen, dass wir uns gleich mal einen kleinen Weg lassen sollten, Alter. Hier ist alles dicht. Ja, hier ist alles dicht. Wir müssen hier mal aufmachen, sonst kommen wir hier nicht raus. Ich fahre mir Förder-Rettbahn und fahren eine halbe Stunde im Kreis. Ich fahre mir das halt. Ist die alle rennbar? Das ist mir auch nicht schlecht. Der war jetzt ungefähr 40, 45 Minuten, sind wir jetzt hier. Mal, wenn sie jetzt überlegen, wie kommen wir jetzt nach vorne, Bruder. Ihr bleibt hier hinten, bitte noch mal. Guck, es sieht aber so aus, als würden die uns noch links rausleiten wollen. Guck mal. Weil links ist nichts und rechts ist komplett zu. Sieht sehr nach links lastig aus, ja, ja. Sehr. Wir glauben da was, sonst würden es uns nicht nur diese Option geben. Ja, dann werden wir nochmal sagen. Wir werden mit dem Polizisten nach vorne kommen und nochmal schön sagen, sollen wir die rechte Seite ein bisschen aufmachen. Wissen wir auch, das geht ja nicht. Was machen wir mit dem letzten? Aber es sieht schon wild aus, ne? Schon, ne? Das ist, ich glaube, einer der größten Einsätze, die das PD die letzte Zeit hatte. Sogar Homeland ist da. Oh. Ach, da ganz hinten? Ja, echt hinten. Sogar die chillen hier. Wir haben es bis zur Ausreise geschafft. Direkt Ausreise danach. Direkt Ausreise nach dem Fall hier. Aber es war zu krass. Bin die zu hart überfordert. Guck mal, wie viel AMR da auch steht und FD, Alter. Guck mal. Sicher, jetzt macht die Straße hinter uns, hat die. Ja, das klären wir gleich. Obwohl, ich glaube, beim Schießen hätten wir einen ganz schön krassen Vorteil da drinnen, ne? Guck mal, da drüben stehen zwei Verheike, Bruder. Ja, ja, die stehen noch mal. Da kommt wer, da kommt wer, aufpassen. Und wenn in so Richtung. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, der rennt da jetzt. Aber guck mal, wie sicher die jetzt machen, ne? Weil der eine mit reingepackt wird. Ich habe erst mal über fünf Punkte euch gehen lassen, die soll nächstes Mal vielleicht raus lernen. Sollte in eine Leere sein, habe ich gesagt. Ja, stimmt schon, irgendwie. Wollen wir so einen riesengroßen Ding, was wir gerade ziehen hier. Der stand halt zehn Meter alleine vor uns, dahinter war nichts. Das Ding ist, das ist kein Standard Juve drauf, was wir machen. Das ist ein riesen Geiseln-Name. Und der kommt alleine vor. Geiseln, Bruder. Guck mal, wie viele da drüben, guck mal, Besprechung, guck. Alter, da muss ich einfach so gern mithören. Boah, Alter, wie viele. Wo denn? Ach, da links. Boah. Das ist eine ganze SWOT-Einheit da drüben, ne? Guck mal, mit Helm. Nee, das hieß nicht SWOT, das sind die Dinge, glaube ich. Die normalen. Ah, okay. Die sehen aber voll so aus wie SWOT von beiden. Also, ich sehe es gerade an der Aufschrift, ja. Doch, einer ist SWOT da vorne, glaube ich. Geber wöchelt dem Officer drin Bescheid, er soll durchfunken. Die drei Minuten sind schon lang rum. Da kommen noch welche. Es kommt Polizei nach. Nachschub. Ja, die haben es zur Verstärkung gerufen. Alter, guck mal, da drüben. Guck mal, da drüben sind die Biker, guck. Ja, ja, eben, aber ich habe gesagt, die stehen da. Guck, wie ihr hier rüber guckt. Ciao, ciao. Ciao, hallo, wir sollen mal rüberwinken. Ich wicke immer rüber. Wo denn, wo denn? Eines, Daniel Langenhahn, der gerade vorliegt. Wo denn? Ach, da ganz hinten. Ja, Richtung Tankstelle hinten. Oh, da ist auch ein Chef, ne? Mit weißer Kutter, Alter. Ja, ja, Daniel ist, glaube ich, Vize oder so. Ja, rüberwinken. Hallo, wir sind's. Ja, ich weiß, Daniel Langenhahn. Ich meine, der ist Vize. Ja, ist Langenhahn. Ist sofort da, wird alles vorbereitet für die Übergabe. Ich finde es lustig. Alter, guck mal, wie viel, ne? Alles vorbereitet für die Übergabe. Wird anscheinend noch besprochen und dann findet die Übergabe gleich. Das sieht einer nach Stürmung aus, Alter. Ja, hätt ich auch gesagt. Sagt, ihr müsst das eben noch mal auf ein allerletztes Mal. Ey, 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 ist nur so viel. Die sollen jetzt Gas machen, gebt das weiter, weil das sieht mir nach Vorbereitung einer Stürmung aus. Ja, die gehen auch nach hinten, guck. Ja, die zählen auch schon auf uns, die zählen auf uns. Jetzt die Frage, worauf die warten. Ja, ja, wir müssen da raus, Jungs, wir müssen da raus. Sollen wir die mal alle hochholen? Ja. Machen wir ein bisschen Druck jetzt, wir holen alle hoch, alle Geyser raus. Ey, wie wäre es denn, wenn wir eine Geyser mitnehmen? Das wird doch keiner merken, wenn wir eine mitnehmen, oder? Naja, doch, das wird auffallen. Die werden durchziehen. Also es wird auffallen, wenn wir den einen mitnehmen? Ich glaube nicht. Das wird dann auch erst auffallen, ja. Danach wird das auffallen, ja. Bei so vielen Geysern fällt es nicht auf. Achso, scheiße, wir müssen ja den Koffer übernehmen, da war ja was. Ja, ja. Wir haben es nur die 200.000, ne? Ja, ja, und jetzt kommen wir mal alle raus, wenn wir ein bisschen Druck machen, weil darum werden die nicht reinrotzen. Ey, Jungs, wir müssen jetzt mal raus, ja. Dann auf, ich weiß nicht, was die machen, es sieht aber definitiv nicht nach Verhandlungen aus, Bruder, da draußen. Es kommt keiner zu Verhandlungen, ja. Ich mach nichts, ich hab's durchgefunden und der Koffer ist jetzt gerade durch Funk durchgegeben worden, dass der Kollege, der ihnen den übergeben wird, den in der Hand hat. Gut, wir nehmen jetzt alle mit raus, trotzdem. Alle. Gehen wir jetzt zusammen hoch, alle? Ey, warum nimmst du alle mit raus? Nee, die bleiben hier drin. Warum tragen sie mich denn jetzt? Ne, lass dich doch dich ja drin, wenn es da draußen Probleme gibt, ist doch dumm. Na gut, meinst du lieber reinrotzen in die Menge, Alter? Nee, lass dich mal drin, alle. Wir wollen ja verhandeln, wir haben ja keine, wir wollen ja nicht weiter sitzen, wir wollen ja weiter, weiter. Ja, wenn ich auch, ich hätte die mit rausgenommen, oder? Nee, nee, nicht mit rausnehmen. Ach nee. Ich rausse es. Ich auch. Das ist so blöd. Äh, ist so stark. Geht nicht. Noch nicht gereicht. Jetzt, danke. Wie sieht's jetzt aus? Schlecht? Das sieht eher aus, als würden die uns stürmen, anstatt die uns das Geld geben. Ja, das stimmt doch mal keiner, ja. Nehmen wir alle die Waffen in die Hand, bitte. Alle Waffen in die Hand. Wir müssen jetzt sagen, dass wir das Geld wollen, sonst legen wir ja alle um. Die Frage ist, ist das ein Grund, die Verhandlungen scheitern zu lassen, weil wir den Typen entführt haben? Ne, wir verhandeln ja, das ist ja das Ding. Lass die die Verhandlungen scheitern lassen, weil wir den Typen entführt haben. Ja, aber es ist doch dumm. Ja, aber er ist ja nicht dumm geschalten. Wir metzen doch alle, wir metzen, wir metzen doch dann uns da unten alle ab. Acht Leute sind das da unten, ne sieben. Ja, Alter. Keine Ahnung. Wir müssen schon fahren. Ah, da kommt der Koffer, guck. Die Kollegen kommen hoch. Guck mal, wie sie es machen. Guck mal, guck mal, guck mal. Man hört, man hört, der Koffer ist gekommen. Dann können wir nicht fortfahren, wir machen das schnell, schnell. So, guten Tag. Guten Tag. Sie brauchen keine Angst von uns haben, ist alles gut. Solange wir den Koffer haben. Wären Sie so gut, das so zu machen wie gerade vorher, dass die Geiseln hier hochkommen und wir dann die Geldübergabe machen. Dann müssen wir das warten, ja? Ja. Wir warten, das ist kein Problem. Zu meiner Eigensicherung wird hier gerade gezielt. Hört, hört, bitte passt auf hinten, ne? Nicht, dass hinten auch nur wer kommt oder irgendetwas passieren sollte. Du, dich bitte auch mal umdrehen. Okay. Ich habe nämlich gesehen, dass da auch Leute sind. Hm. Kommen die? Die Geiseln bitte, sechs Geiseln nach oben. Sechs, äh, sieben meine ich. Außer den Officer. Wären Sie so nett und würden dann vorne vielleicht aufmachen für uns. Die Autos stehen da wirklich sehr präpotent, wie man sieht. Da kommen wir nicht mal vorbei. Ja, aber links ist genügend Platz. Oh, nee, links ist nicht genügend Platz. Wissen Sie warum? Warum? Unterwegs. Weil dann das Ding hier rückwärts fahren wird und dann steckt man hier drin fest. Das ist doch dumm. Welch, ich meine jetzt dort unten. Die Auszahl ist komplett frei gehalten. Also wir wollen, wir wollen aber hier rausfahren. Wir wollen dort unten nicht raus, wir wollen hier rausfahren. Wir wollen uns, glaube ich, beide Wege offen halten, also. Wissen Sie, das königliche Gestüt muss auch einfach durch, wo es möchte. Das können wir leider nicht sagen, wo das Gestüt hin will. Ob es nach links oder rechts will. Vor die Tür bitte. Beide Seiten bleiben offen. Vor die Tür, hier, hier, vor die Tür. Ja, klar. Ja, vor die Tür. Oh, ich komme alle durch. Perfekt. Five. Auch komplett leise. Haben Sie nicht verstanden? Kommt ihr durch? Ja, ich habe schon verstanden. Das mit dem Gestüt ist nämlich ein Problem. Ein großes Problem, ja. Dann sagen Sie mal, Kollegen, ja so ein bisschen fürs Gestüt sein Platz. Schauen Leute, habt noch einen schönen Abend. Gute Not. Das ist sehr lieb von Ihnen. Denn das königliche Gestüt wird von sich selbst auswählt, ob es nach links oder nach rechts will. So eine Art in dem Joker, naja, ich bin gerade einfach ein König, ich probiere einfach königlich zu reden, wie so ein abgehobener König halt. Der Herr? Meine Majestät heißt das, ja. Ihre Majestät. Danke. Max William IV. bin ich, wenn Sie mich, Majestät Max William IV. können Sie mich auch gerne nennen, oder Max William IV. Sonst auch der Zweite von Oberhort, aber das ist eine andere Geschichte. In Ordnung. In Ordnung. Zum Schutz von den Medizinern und Feuerwehrlern dort vorne würde ich Sie bitten, vielleicht die Ausfahrt dort unten zu nehmen. Ich sorge dafür, dass dort unten die Ausfahrt auch frei ist. Allerdings ist dort oben die Rettung postiert, deswegen... Das können wir verstehen, aber wir wollen ja dort gar nicht hin. Sie können ja vorne zumachen, dann machen Sie es nur hier auf, wenn das königliche Gestüt ruhig will, dann muss das durch. Wenn Sie die Straße da hinten absperren, ist ja kein Problem. Okay, das heißt, wenn wir die Fahrzeuge dort postieren, dass Sie nicht dann durch den Einsatzpfad der Rettung fahren, wären Sie einverstanden. Machen wir das so, dann ist es trotzdem mehr offen für das königliche Gestüt und dann passt das doch. In Ordnung, dann gebe ich das den Kollegen ganz kurz durch. Alles klar, lassen Sie sich ruhig Zeit. Das königliche Gestüt muss da durch. Gibt es das Wort Gestüt überhaupt? Ich weiß es nicht mal. Ich weiß ja nicht mal, ob das Wort Gestüt überhaupt... Also das gucke ich jetzt aber nach im Wortlaut. Ja, im Ordnung, der Opfer ist also oben. Gestüt. Achso, lust. Gestüt? Funktioniert doch. Wirklich? Es gibt Gestüt? Ein Gestüt ist ein Landwirtschaftsbetrieb, der sich auf Pferdezug spezialisiert hat. Ich bringe jetzt gerade einen kompletten landwirtschaftlichen Betrieb her. Das will ich nämlich durch. Das Gestüt! Ist ein Land... Okay, gut. Ich habe was Neues gelernt. Danke. Ich wusste nicht, dass es das Wort gibt. Ich habe einfach... Wegen Stute habe ich mir gedacht, das Gestüt läuft an. Ja, existiert. Ja, was heißt? Das ist ein Bauernhof für Pferde. Und ich sage zudem, das Gestüt kommt an, Alter. Das ist halt... Ah, ist zu gut. Auf einmal fährt da so ein Bauernhof an, so ein ganzer, mit Pferden drin. Stell ich mir lustig vor. Ein ganzer Bauernhof kommt rein. Oh, nee, ey. Das wird so schief gehen, Leute. Wobei, das Rummelos hat gesagt, das klappt heute. Es heißt eigentlich Gemüt. Nee, ich habe jetzt einfach... Bruder, ich weiß nicht mal, was ich sage. Ich labere so einen Scheiß daher, einfach um die abzufacken. Ich habe einfach mit Wörtern, lasse ich mir einfach einfallen. Ich labere halt irgendwas gerade. Das ist das Lustige. Das Gestüt. Irgendwann hat sich das Lustige. Ja. Max William, der vierte, ist für Sie da. Oder auch der zweite, von Overford. Wunderbar. Ist das jetzt für Sie in Ordnung? Sieht sehr in Ordnung aus. Ist okay. Besser ist der Vormann hört und man munkelt. Wenn es rumpelt, im königlichen Gestüt. Gut, ich kriege den Koffer von Ihnen oder wie machen wir das am besten? Eine stellt hier gerade Barrikaden auf, nach der Casino Parkplatz, wenn man links Richtung Taxi fährt. Sie kriegen einen Koffer und Sie kriegen einen Geisel wieder nach dort beim Diamond Schriftzug geliefert. Ja, dann kriege ich jetzt erstmal einen Koffer. Genau, schauen Sie erstmal, kommen Sie bitte ein Stück näher. Ja, dann gucken wir mal. Das ist im Koffer. Dann gucken Sie einmal bitte in den Koffer rein. Dann gucken wir mal rein. Kann ich den gleich an mich nehmen? Ja, den kann ich gleich an mich nehmen, ne? Dankeschön. Gut, ich bring den Koffer mal weg. Wir sind gleich bei Ihnen, ja? Gut, einmal die Geiseln raus. Ich habe den Koffer. Ich habe den Koffer. So, für dich gibt es jetzt auch nochmal das königliche Gestüt. Ja, wirklich? So. Alle auf ihre Höschen. Kletzchen los. Ja, warte, 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 warte. Wir warten. Wir warten. Oh, Alter, mein Herz. Habt ihr es gerade gehört? Holy shit. Da ist gerade bei mir irgendwo der Blitz eingeschlagen. Alter, mein Herz. Ich kann es nicht glauben, dass das gut gegangen ist bis jetzt, ne? Alter, mein Herz. Abwarten. Niemand sagt, dass du wegkommst. Huch, das Blitz. Ganz in der Nähe gerade eingeschlagen. Holy shit. Ey. Bitte wiederholen. Ja. Ich staunen, steig mich gleich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war's mal Chrom, ne? Okay. Hä, warum steig ich nicht bei mir ein? Habt ihr keinen Bock, bei mir zu fahren? Okay. So, der baut hier gerade sehr viele Barrikaden auf Richtung Ausgang der Gare... Das war ich bei dir mit. Das ist gut. Ja, ich würde halt nur gerne haben, dass einer bei mir mitfährt. Ich weiß es mich nicht wert. Ich weiß, sonst bei dir mit Maus, du steigst ins Chrome-Auto da daneben, okay? Ja. Das habt ihr durchgehört, ne? Ich hab ein Herz etwas bekommen. Verdammt. Bruder. Verhandlungsführer, bitte noch bevorkommen. Weißt du welches? Aber ey, vor kurzem ist es bei uns ein Blitz eingeschlagen, der war drei Meter oder so vom Ausgang, ich schwöre. Ja. Willkommen mit dem Rest jetzt. Ja? Fehlt Ihnen etwas? Fehlt noch ein Kollege. Der ist unterwegs. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ihr Kollege fehlt Ihnen. Genau. Wie gesagt, der ist noch im unteren Gestüt. Er ist gleich bei Ihnen. Da ist er. Ah, okay. Er war im Pferdestall. Er war den Pferdemist raus. Wo ist er denn? Ah, hier. Ja. Ach, da ist er. Ach, guck. Erwähnst du nochmal bitte die Nagelbänder? Bitte? Ja, nochmal die Nagelbänder. Und dass alle einsteigen lassen und dann erst erfreit lassen. Ach, ja. Also nochmal für Sie zum Mitschreiben, bitte, bevor wir Ihnen den Herrn übergeben. Ja. Das ist wirklich zum Übergeben. Wir hätten gerne keine Nagelbänder. Die Nagelbänder wurden bereits entfernt. Wir wollen nicht, dass geschossen wird. Es geht hier alles königlich zu, ja? Wir legen auch keinen Wert auf den Schusswechsel. Da haben wir alle keine Lust drauf. Perfekt. Es braucht einer nochmal eine Pipi-Pause kurz. Auch jetzt? Okay, genau jetzt auch warten Sie ganz kurz. Jemand muss noch eine Pipi-Pause einlegen, bevor wir in das Gestüt einsteigen können. Sag mal kurz Pinkelpause. Ein Gestüt ist außerdem eine große Pferde-Ranch, auch bekannt als Pferde-Bauerhof. Da werden Pferde drin gemistet und genestet und auch geboren. In einem Gestüt, wussten Sie das? Das wusste ich nicht, nein. Da haben Sie dazugelernt. Ich glaube immer weit, dass du zu bist, damit ich die Pinkelpause machen kann. Auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass die Pinkelpause nicht allzu lange dauert. Ich will jetzt langsam mal weg. Mein Duftbaum im Auto ist schon ganz ausgelaugt. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Digga, bei mir daheim... Was? Stummt wer draußen und zwei Katzen kämpfen? Ja du, ich hatte mal den... Ich habe euch ja immer erzählt. Ich hatte mal den Fall, dass ich gedacht habe, eine Katze stirbt draußen. Dann waren es zwei Igel, die gerade Liebe gemacht haben. Und das war so dermaßen laut. Ich habe gedacht, eine Katze kriegt keine Luft. So laut wie das war. Ich bin dann rausgestirbt mit Schandl. Dann waren so zwei Igel und die hatten es gerade miteinander. Seitdem her bin ich schockiert, dass Igel so laut sein können. Also solltet ihr mal irgendwo bedenken, dass irgendwo eine Katze sich übergibt und keucht. Das ist meistens ein Igel, der gerade Liebe macht. So hört sich das nämlich an. Fertig. Können wir jetzt dann weiter losgehen? Da sind noch ein paar Leute im Gestüt. Könnten die vielleicht mal raufkommen. Oh ne, es scheppert immer noch. Ey Leute, ich habe gar keinen Bock, dass ich mich jetzt gleich erschrecke. Es kann sein, wenn ich jetzt mit dem Auto fahre. Ja, alles gut. Boller der Blitz rein und dann war es das hier mit dem Stream. Und mit meinem PC. Dann war es das hier. Warum jemand von ihnen da festhing in der Tür. Der Chat lacht. Ja, aber ich schwöre euch. Ich habe sowas noch nie gehört über mein Leben. Ich habe so Angst bekommen. Ich weiß es nicht, ich bin es nicht. Eger haben ein lautes Organ. Wirklich, ja. Ich wusste nicht, wie sich ein Igel haben sollte. Jetzt weiß ich es. Läuft bei dir. Die hochbegabten Türen. Josefine ist fertig. Dann kommt und kommt. Na egal. So, so Much, Alter. Ich glaube wir werden alle drauf, Alter. Was werden wir? Noch, vergisst du es nicht. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Ey, das Auto ist schwer, ne? Hast du einen Auto? Das haben wir alle zusammen beschossen, Alter. Ich habe zwei Flaschen habe ich dabei. Bist du fertig jetzt? Ey, du hast zwei. Ich habe dir eine gegeben. Ja, eine hat mir Dings gegeben hier. Werner. Ich habe da auch noch eine. Werner, genau. Dann gib mir die mal. Ich soll dir die geben? Gib mir die mal. Die eine. Ich habe keine. Ich habe die ihm gegeben. Dass ich zwei habe. Jetzt habe ich keine zwei mehr. Aber egal. Ja, egal. Jetzt habe ich wenigstens zwei. Ach schön. Der Cheffe? Der Cheffe geht vor. Vor dem Cheffe. Ich hab's euch. Da mussten wir denken. Ich bin Max William der Zweite. Ich habe neuladen gefunden. Ist er da da? Alle da, du kannst. Dann sag jetzt. Wir steigen jetzt alle ein, bitte. Sag ihm das. Josefine das Orangene. Wir steigen jetzt alle in die Gestüte. Jawohl. Wir warten. Oder du nimmst deine Waffe nochmal raus, ne? Falls wir Ballern müssen. Ja, ja. In die Gestüte. Schalt dich an. Richtig und richtig. Also Leute, ich kack dich ein. Bitte nacheinander fahren, ne? Nacheinander fahren. Nicht alle auf einmal, Alter. Und dann nach rechts. Links sind Barrikaden. Nach rechts. So willst du nach rechts. Und links sind Barrikaden und Autoschirm. Abfahrt. Ich hab's gesagt. Mich jetzt überschlagen. Nur einer hinter uns. Hint vor. Die beiden standen dort. Besten Bremsen. Das Alter ist ultra gut. Geht's dir gut? Ja, selber? Ja. Das Alter ist echt beschissen. Also nächstes Mal nehmen wir was anderes. Total beschissen. Ich kann einfach gar nicht lenken. Gar nicht. Nee, man kann doch nicht bremsen damit. Du fährst einfach gegen die Mauer, gegen die nächste. Aber da haben wir uns jetzt mal eine Challenge geholt. Ist richtig Challenge, ja. Ist ja nur einer. Geht ja. Ich hab zwei hinter mir. Ich hab keine Ahnung, wie die jemals losfallen sollen. Einfach geschubst. Irgendeiner hat halt zwei Autos und R1 hinter sich. Ja, das bin ich. Danke. Äh, das ist nur einer, ne? Äh. Ich hab ne Idee. Das ist, wenn's hart auf hart kommt, das ist nur einer, ne? Ja, er ist da. Ne, er ist falsch gefahren. Höh. Er ist falsch gefahren, der Idiot. Er ist weg. Weg, weg, weg. Er ist einfach falsch aufgewogen. Ja, 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 das war das NOS, weil wir so schnell weg waren. Wir haben's. Wir sind weg. Ja, wir nicht. Ja, aber guck mal, der hat uns da... Was ist mit denjenigen, die geschossen haben, haben jetzt überlebt? Ich glaub, wir sind weg, oder? Nee, wir hatten NOS drin, wir hatten NOS. Ja, ja, aber er war 50 Meter hinter uns. Ja, ich hab drei Kopf und die R1 hinter mir, was soll ich denn tun? Ich brauch ne Abholung vom Viersitzer, Abholung vom Viersitzer. Bist du? Ich stand, ah, ich weiß nicht, wie man das nennt hier. Da hinten, wo das Haus von Max Owens ist hier, Mirror Park heißt das. Mirror Park. Bin unterwegs, bin unterwegs. Wir bräuchten auch ne Abholung. Haltet euch auf Backup auch für uns bereit im Notfall. Jetzt, danke. Wir fahren noch ein bisschen, ballern wahrscheinlich. Ja, wir sind zu zweit, als Abholung. Das Geile ist, ich wusste, Nitro, wenn ich das in der Stadt zünde, die Straße runter durch, ich wusste, wenn ich da zünde, klappt das. Ich wusste es einfach. Also, wer ist jetzt schon weg? Freddy? Na, Polo. Freddy, Mario. Wir sind auch weg. Also, hier, Dario und Rumpel. Okay, wo seid ihr? Wir sind gegenüber vom Filmstudio. Da gibt's so ne Parkgarage, wo du reinfahren kannst. Dort gegenüber sind wir. Äh, die Stadtwerke-Garage, oder? Nein, nein, das ist diese Garage, wo es die Apartments gibt. Einen abgeballert. Einen schwarzen Audi RS6. Bei uns? Ja, bei Mirror Park. Ich fahre einen schwarzen Audi RS6. Darf ich schaffen nicht? Also bist du hier. Ich bin hier. Äh, wir haben den Kopf abgeballert. Ich hab einen Kopf so weggeschaltet, aus Versehen. Uff. Ich bin auf dem West Highway mit zwei Kopf hinter mir. Steig aus. Äh, äh, schick mal, schick mal ein Standort-Rumpel, Dario. Was? Standort? Was, Gimala? Äh. Ich hab verkocht. Ich hab Waffe nicht weggelegt, Digger. Kannst du überschlagen, ich bin raus. Man kann da rein? Scheiße. Du, man kann da rein, ne? Du musst aufpassen. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht schieße. Ich dachte, ich kann die Waffe nicht ziehen. Ich hatte Handy in der Hand. Scheiße. Trau dem nicht. Nee, der macht das nicht. Hast du Standort gesendet? Ja, ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon. Er findet, glaube ich, den Eingang nicht. Ey, wer auch da jetzt immer in der Nähe ist, bitte pass auf, das ist Polizei in der Nähe. Ja, ihr seid hier links drin, ne? Wir sind in der Garage, in der Einfahrt drin, wo du reinfahren kannst. Ja, da bei diesem Kreisel kannst du runterfahren. Willst du mich tragen, oder? Hast du keine Maske mehr? Nö, doch. Warte, ich tu mir schnell. Achso, das heißt, wir sind noch voll bewachen und alles, okay? Muss einen tragen. Ich bin auch voll bewachen mit. Ich trage dich, passt. Ihr habt zwei Cops weggeballert, die bin jetzt alle los, Travis. Ah, pass auf, Air One. Hat schlecht jetzt rausfahren. Äh, du, ich glaube, ich habe ihn verloren. Dario? Ich bin noch da. Okay, bei mir bist du nicht mehr in der Hand, das ist egal. Warte, der ist unten rechts an deinem... Ah, okay, sehe ich gerade, ja. Ich kann die ganze Zeit reden, von mir aus. Alles klar, Nö, alles gut. Und wenn ihr mich nicht mehr hört, dann wisst ihr, dass ich am Arsch bin. Alles gut, wir sind weg. Also, dann erzähle ich eine Geschichte. Und, bitte nicht. Es war im Arm ein kleiner Kornstück. Und hoffen, dass das so... Ich kann dir auch absetzen, wenn du das willst. Hi, ich bin neuer Abonnent. Dankeschön. Leute, abonnieren, Blog aktivieren. Kostet nichts. Würde mich sehr freuen. Ich habe überall Dünnschiss. Und, lasst bitte ein Like da. Jetzt habe ich jetzt wieder so einen Dünnschiss. Jetzt drückt der Stift. Würde mich sehr freuen, Leute, wenn wir das machen können. Würde mich sehr freuen. Die wirken ähnlich. Na, jetzt geht's wieder. Aber ey, das mit Nitro-Durchschalter, ich habe eine Flasche gebraucht. Aber er hätte uns sehen können. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Ja, ja, aber weißt du, was das Ding war? Der hat uns nicht mehr gesehen. Ja, wir waren so schnell weg mit der Kiste. Er konnte nichts mehr machen. Weil wir so schnell waren. Er hat uns verloren in der Sekunde, wo ich abgebogen bin. Aber guck mal, nee, nee. Der war, glaub mir, der war vielleicht 50 Meter hinter uns, als du abgebogen bist. Da tun wir schnell die Waffen weg. Der hat uns locker sehen können. Der muss noch abkuttern. Irm und ich sind auch weg und haben schon gewechselt. Da steht umziehen drin. Ja, gehen wir uns umziehen. Umziehen, aber ganz schnell. Oh, nee, hast du einen Schlüssel? Ich mach auf. Das kriegen wir dann nicht raus, Bruder. Wenn wir alle Kops wegballern. Das schafft wir nicht, Bruder. Alter, wie sollst du das machen? Hast du gesehen, wie viele das sind? Ja, Köln, das würde das Einzige, was das bringen würde, ist, dass wir die Waffen von denen wegkriegen. Das macht keinen Sinn. Fahr euch weiter, Bruder. Gut. Das Ding ist, das Einzige, was es noch bringt, ist, es hilft den anderen bei der Flucht, wenn sie im Krankenhaus sind, weil dann so ein Chaos ist, dass die Ärzte vielleicht nicht wieder durchsehen. Ja, aber dann werden halt die FD da sagen, die wurden mit der Schießerei rausgeholt oder so, weißt du, das bringt uns nichts. Das bringt uns gar nichts, Bruder. Also, weiß ich nicht, dass Brinus halt nicht war, aber eng getämmt sind die halt trotzdem so, weißt du, ich mein? Und das hilft die uns, die stehen dann daneben und sehen es auch. Ich kann beim P1 draus packen, stimmt eigentlich. Sind das alle so weit weg, bis auf die, die sich überschlagen haben, oder? Ja, wir sind weg. Irgendjemand, der nicht weg ist. Das ist mit Wolfi. Der meinte vorher mal irgendwie Schießerei ein. Ja, 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 jetzt war es komplett weg. Ah, okay. Safe. Ich bin komplett safe. Das Rubbellos hatte mal wieder recht, Leute, das gibt's doch gar nicht. Das Rubbellos hatte mal wieder komplett recht. Aber ich muss aufmachen. Jetzt. So. Wunderbar. Wunderbar, Digga. Das hat ja ultra gut funktioniert. Oh ja. Das hat richtig gut funktioniert. Hast du da noch ein bisschen Schissi-Papierle in deinem P1, oder? Im P1 ist er Schissi-Papierle drin. Da ist er Schissi-Papierle drin. Da ist er Schissi-Papierle drin, ja. Ich bin jetzt stolzer P1-Besitzer. Ich habe auch einen, ja. Geil. P1 ist einfach Liebe. Und dann kommt der Ryan der hat 6p1. Der braucht das auch. 6p1 gefühlt. Mal gucken was der Goldpreis ist. Ich hab mich vorhin im Casino gezockt und hab da ein bisschen Gold gefarmt. Nice. Ich hab Wodka gekriegt und nichts. Ich hab auch Wodka bekommen. Eine Flasche. Hat er mich auch ausgegeben? 20.000 sicher. Ich glaub ich hab 20.000 ausgegeben. Ich auch. Ich hab mich viel verballert. Ja. Schau mal was ich jetzt mal in Richtung Dings und dann schau ich das mal an. Aber endlich mal stolzer P1-Polizei, ist er? Lange mal wieder. Grün. Frosch. Wir haben tatsächlich ein kleines Problem. Oh, jetzt kommt's. Grün ist die Farbe des Glücks. Nationalbank Tankstelle. Was ist hier an der Tankstelle? Korps Nationalbank Tankstelle. Was machen die? Die verfolgen jetzt Liam. Der hat sich die Korpskarte gesnackt. Warum snackt er sich die jetzt gerade? Hä? Dann aber sein Problem soll ich dir ganz ehrlich vorsachen. Jetzt ist nämlich gerade ein schlechter Zeitpunkt dafür, denk ich mir gerade. Ok. Ok, passt. Bei jedem, aber das ist halt jetzt echt unnötig bei der Situation hier. Ich hab gefragt und äh... Ja. Alles gut. Goldbahnen sind gut. Wo bist du Liam? Bin weg. Er ist weg glaube ich. Aber ich wär sonst auch in der Nähe. Wenn du dich irgendwo hinpackst und ich dich abholen. Äh Thomas, ich pack die zu dir in die Garage, wo du willst. Ich bin auch noch da. Auch bei meinem Haus oder was? Ja. Aber du kannst dich auch vorgepacken. Oh Bruder, bitte nicht. Ja gut. Wo soll ich die dann hinpacken? Da hast du in die Garage, bei der Nationalbank. Da wollen wir die Geiseln unterbrochen haben. Ah krass alter, was soll da denn was? Wir fahren mal dran vorbei. Wo willst du? Ja gut, hol ich deine Mutter ab. Aber es ist dumm, wenn wir jetzt... Äh es ist dumm, wenn wir jetzt dran vorbeifahren. Fahrstück zurück. Äh ja, ich pack den bei der Mikon, ich sag schnell. Ist das besser. Meinst du an der Tankstelle? Ey Garage mein ich. Ich kann alle durch Geiseln lassen. Jaja, ah ne das ist dumm, stimmt. Wer hat das vorgeschlagen? Ja guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Ist der da grad ausgestiegen? Ich glaub schon, ja. Hä? Ich hab mir das komplett zuerst gemacht. Okay, dann verknüpfen wir uns doch mal in meinem Gelände, oder? Ja. Ey sag mal, ist der von euch aus dem Polizeirotor während der Fahrt ausgestiegen? Ach, war das ein Cop? Ja, den Cop hat's während der Fahrt aus dem Auto rausgeschaltet. Ja, hab ich mir auch grad gedacht. Ich bin vorbeigefallen, auf einmal schaltest du den raus, das Auto. Ja, wenn ich mich umgedreht habe, hab ich schon gar nicht in Ordnung. Ich hab gesagt, nö, aber danke. Auch nicht schlecht. Wir fahren nur ganz schnell mit Elektroantrop. Das wird meiner Garage. Ich bin in der Garage, ja. Aber ich bin leichter. Warte noch, das ist jetzt aber. 10 Sekunden, das ist jetzt. Ich bin jetzt am Eingang. Ne, ich hab meinen Motor abgewürgt während der Fahrt. Das ist jetzt zum Ende ist aber so. Ey, ich wollte nur ganz schnell noch zu meinen Goldbarren verkaufen gehen. Ja, nur schnell. Ja, warten. Echte P1 Fahrer fahren in die Nacht. Mit einem P1 und verkaufen ihre Goldbarne. Barne, Barne und noch mehr Barne. Kurz in deinem Auto ganz konzentriert eine Wasserflasche zum Trinken. Perfekt. Kein Problem. Ich fahr extra brutal jetzt. Perfekt. Jawohl. Das ist Polizei. Das ist Melkwurst. Ach, ich hab immer Angst, dass ich mir mal rein dollert mit voller Kalle. Das Tanken fahren. Oh, ich bin stolzer P1-Besitzer durch Freddy. Mit Volltuning. Ich bin sehr froh drüber. Oh, da ist die Tanken. Verfahren. Dank Freddy. Danke Freddy für den P1. Danke. Wir werden mir endlich einen P1 leisten. Danke. So. Blaulichtspot, sonst kann ich das auch mal vorlesen. Danke für den Euro. Schaut ihr schon mega lange Top-Streams? Leider mein PC kaputt gegangen, sonst wäre ich auf RLO. Oh, Kuss geht raus. Ist traurig. Aber vielen, vielen Dank. Dm90 Gaming bin jetzt ruhig. Waren genug schlechte Witze für heute. Und noch einen schönen Stream. Dankeschön. Musste ich aber noch Mod machen. Da war ja noch was. Carsten Wunder, du bereist mal nicht. Das ist mal vorlesen. Da geht auch mal Kuss raus an dich. Eraser, mach weiter so. Das ist mal auch vorlesen. Vielen, vielen herzlichen Reizdamm, Leute. Für euren Support. Wirklich. Da geht Kuss raus. Und mit der Lifehack haben wir ja vorlesen. Mit der Lifehack.de. Und, äh. Ah, da sind noch ein paar Donis. Von fliegender Controller. Kannst du uns, äh, Green, Haydn Chasen und Elias grüßen? Das sind wir alle zusammen. Jawoll. Mecklenburg LP. Danke für euren Euro. Superzocker 4. Danke für euren Euro auch. Danke, danke. Alter, ich hab mir grad voller Schrock, wo der herkommt. Wenn man von spricht, ha? Ja. Was ist denn ein Pistide eigentlich? Kradau macht, oder? Alter, hast du grad gesehen. Hast du grad deinen alten Mann da hinten gesehen? Hallo? Achso, du bist grad... Den hab ich gesehen? Jetzt. Ich hab... Der Mann da hinten. Hast du ihn gesehen? Nee, wieso? Ich hab zuerst mal ein Kopfloser. Guck dir das an. Das ist gekauft, das Ding? What the hell? Hab ich grad voller Schrocken. Was? Der kam grad aus dem Nichts, weißt du? Der kam grad aus dem Nichts. Was so? Wisst ihr? Ich hab mir grad voller Schrocken. Ich dachte, der fährt in die... Ich dachte, das wäre ein Kopfloser. Der fährt gleich in die Tankstelle rein, Alter. Da hab ich richtig eingestuhlt gerade. Du hast schon nen Tank jetzt, Ehre. Ja, ja. Da sind's ausgegangen. Ich dachte, du hast es schon verkauft. Nein, nein, nein. Das dauert noch ein bisschen. Wir sind aber gleich da. Das wär unverschnell. Das wär schön geil gewesen, uns auf die Schnee verkaufen. Sucht die, schreibt. Was hat fünf Beine und ist wirklich ein Pitbull auf dem Spielplatz? Den kenn ich auch schon. Lief gar nicht mal so schlecht. Was ist nicht schlecht? Lief gar nicht schlecht. Ich muss sagen, es liegt aber auch im Rubbel los heute. Meinst du, es war's Rubbel los? Ja, ich hab doppelt das Glück gehabt. Dann weiß ich, ich komm weg. Auch, obwohl wir heute so viel riskiert haben. Das ist auch möglich. Ja, weil das hätte echt... Heute war high risk. Aber weißt du, was mich wundert? Die Polizei hat heute nicht angerufen in dem Auto. Das da involviert war. Ja. Was hast du mal involviert, was? Mein Auto war ja involviert in was Illegale. Du bist jetzt nicht angerufen. Ja. Was? Okay, komisch. Wundert mich so ein bisschen. Ich hab Marius... War das Marius weggekommen? Ich weiß nicht. Marius, bist du weggekommen? Ich hab mit dem Abholen gebeten. Ja! Perfekt. Ich hab dir die 2000 überwiesen. Das weißt du, ne? Hab ich denen die Hand gedrückt, dass ich sie nicht habe, wenn mir was passiert. Ja. Perfekt. Du wurdest nicht enttäuscht. Ja, danke. Du hast die Marius gegeben. Das war unfaulich. Ich hab's richtig schnell Marius gegeben, weil ich mir gedacht hab, wenn die jetzt sich merken, dass ich das bin, ne? Und dann mich aber festlegen, dann haben sie das Geld nicht. Ich denke, das hätte ich schafften. Weil die hätten sich ja merken können, welches Auto ich eingestiegen bin. Deshalb hab ich das ganz schnell Marius gegeben. Aber Marius hat heute zweimal rubellos Glück. Das hat da immer Indikaten gespielt. Ja, aber ich heute auch. Aber er hat heute 20.000 gewonnen, gell? Zweimal. Ja. In drei rubellosen zweimal 10.000 gewonnen. Aber ey, da musst du halt echt Lack des Todes haben, dass du das schaffst. Ja. Bruder. Und zweimal in drei losen mit einmal kaufen. Das ist schon kränk. Richtig kränk, das Ganze. Ach ne, das sind doch die Gold. Ich dachte, das wären Goldbarren. Gold ist gerade im Minus. Ich dachte, das sind Goldbarren, die ich hab. Perfekt. Danke für nichts. Stark wunderbar. Goldbarren ist nämlich jetzt gerade ein Plus. Das ist aber das, was du vom Bankraub bekommst. Ach so. Jedes Mal vertrauche ich das Ding. So ein Scheiß. Nichts bekommen. Nichts erwartet. Möchtest du mal fahren? Äh, ich kann schon fahren. Ist egal. Ja, verdun mal. Wir müssen zu 1.07 rüber. Verdun mal. Okay. Mach ich. Dann kannst du dir mal Probe fahren, wie der ist. Hast du auch einen P1? Ich hab den. Ja, ich hab einen. Ist einer getunt? Meiner nicht. Meiner ist voll. Der ist voll. Ich hab einen von Freddy. Ich hab eine Million bezahlt und einen von Freddy bekommen. Voll tuned. Das ist natürlich schnappbar. Ja. Sonst zahlst du 1,8. Mit Tuning. Ja, ich hab ihn gekauft und aber mehr konnte ich nicht machen. Farbe geändert. Arius, du musst unten in den Keller. Natürlich. Du fliegender Controller. Das ist einer vorgelesen. So, Toni. Alter, was ist denn jetzt los? Habe ich jetzt einen Ping? Ist er oder ist das er? Ein Ping ist es nicht. Das ist er. Bist du können mir... Marius, was ist denn da los? Alter, Marius. Ein Ping muss ja auch über 9.000 gehabt gewesen sein. Herr Muggi, danke für einen Euro. Dann Toni, danke für einen Euro. Ich beiß. Danke für 2 Euro. Endlich viel Pi gegönnt. Kuss geht raus. Joel Scherer. Dankeschön. Für 99 Cent. Superzocker. Vier Dank für 1,11 Euro. Öfters mal hervorgewiesen. Und, äh... Das haben wir auch veröffentlichen. Kommt ihr durch einmal? Oder? Ja. Einmal kommt ihr durch. So können wir das machen. Perfekt. Danke, Robert. Danke. Hat doch mal funktioniert hier. Reo. Kommt ihr mit her? Na, willkommen. Fall aufm Weg. Alles umsonst hergefahren, weißt du. Das war's mal wieder komplett. Ach ja, Leute. Ich vergesse das immer wieder. Jetzt kann ich ja... 8.000 Zuschauer sind wir gerade. Lasst erstmal ein Like. Da kommt die Kurs. Das würde mich sehr freuen. Auf die, ähm... 7.000 Likes. Ähm... Der Server hat hier eine Bewerbungsphase. Das heißt, wenn ihr euch bewerben wollt. Jetzt ist der Zeitpunkt. RelifeOnline.net oder gebt euch auf RelifeOnline ein. Dann kommt ihr auf die Website und könnt euch registrieren. Könnt euch alles durchlesen. Könnt dann eine Bewerbung absenden. Eine schriftliche. Und danach gibt's noch eine mündliche Bewerbung. Und, äh... Ja. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf den Server habt, kommt drauf. Die Bewerbungsphase ist jetzt. Derzeit offen. Ja. Also, ihr könnt rein jetzt. Wenn ihr drauf Bock habt, natürlich. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst es bitte. Oh mein Gott. Alter. Ja. Hab ich grad ein Leck des Trulis grad bei Dario. Ich mein das glaub ich Dario. Hab ich Darius gesagt? Ich hab Darius gesagt. Hab ich zu Dario Darius gesagt? Ne, das ist Dario der hier drinnen sitzt. Äh... Marius ist woanders, Leute. Marius ist hinten am... 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 Einen Sie schon... High-Lyster Giust hat versprochen sein. Fabi, danke für 5€ Für den netten, tollen Controller, der kaputt gegangen ist. Dankeschön! Danke. Kann sich ein P1 umlackieren... Ne, der muss doch Bruder, der muss genau diese Farbe haben... Hat auch einen Grund warum. Wegen Andl. Der muss da bleiben. Der wird sich niemals ändern, der P1, der bleibt immer so. Ausser ich hab Bock den Weg mal umzulackieren, aber ich lass ihn erstmal so. Sag mal, steht da wirklich das Fluchtfahrzeug da? Welches? Das hier? Hallo? Sag mal, ist das nicht ein Fluchtfahrzeug? Nö, das ist irgendein Fahrzeug vom D. Achso, das stand vorher schon, okay. Achso, ja. Warum hast du Kennzeichen geändert? Das war doch geil, Alter. Was? Ich musste mein Maxi-King-Kennzeichen vorhin absichern lassen, weil ich ja vorhin, die Polizei hat mich angehalten und ich hab dann das Kennzeichen nochmal umgetan. Oder Marc? Ist einmal mein, also bei Verhandlungen war mir fast immer zu, ist einmal mein Name gefallen? Was? Bei der Verhandlung vorhin. Bei der Geiselnahme. Ist das dein Name gefallen? Von wem denn? Nein, Freddy Frog, ob es seiner gefallen ist. Nein? Warum? Okay. Ich war vorher noch kurz am Hauptplatz und da haben ein paar von der Geiselnahme gesprochen. Ich glaub, der eine war Geisel und der hatte halt da gesagt, ja, irgendwie hat der Name Freddy. Das Ding war nämlich, ich war mit dir ja nie im Auto, von mir kann es nicht sein, denn dann muss es ja in deinem Auto gewesen sein. Ich rede nicht davon, dass du das warst, sondern wo wir jetzt zusammen waren, in der Zeit, wo wir zusammen unterwegs waren, hast du aber nie einmal mein Name gefunden. Nee. Vor Geisel haben die auch nicht meinen Namen gedroppt, Thomas. Nein. Habe ich auch nicht gehört, also ich habe nicht einmal den Namen gehört und ich habe sehr darauf geachtet, dass das nicht passiert, also wirklich, ich habe richtig drauf geachtet. Ich glaube, ich habe anscheinend einmal Thomas gedroppt, habe ich gar nicht mitbekommen. Wer hat Thomas gedroppt? Ja, ich habe einmal Thomas gedroppt anscheinend. Ich denke, ist er für mich. Aber, vergesst bitte nicht, dass Thomas vier Autos da verwickelt hatte drin, ne? Also es gab mal vier Autos angemeldet, ob wir das eine Auto hatte, Kennzeichen, Thomas. Was? Ähm, ich muss ganz schön meine Sachen runterbringen. Ich muss ganz schön meine Sachen runterbringen. Mal ganz schön meine Stuff runter. Ab 16 ist das vorbei. Yes, ab 16, Leute! Der Survey ist ab 16, damals war ab 18, jetzt ab 16, also wir haben schon ein bisschen mehr aufgestockt, dass die Leute trotzdem hier zocken können. So, die RPG lass ich, die muss ich irgendwie vernichten lassen, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, sonst muss ich vernichten lassen. Man ist eigentlich Marc und Gisis Hochzeit, höchstwahrscheinlich auf 3-0, wenn wir das machen, glaube ich. Also wenn wir nicht auf 2-0 machen. Schauen. Ja, hallo. Der fährt geradeaus, ich komme von der Seite leicht rein und der fliegt voll über die Front. Der ist so in die Luft geflogen, ne? Oh Gott. Das ist halt ärgerlich, ja? Scheiße. Ich muss das nicht. Also ich habe Marius richtig Action gehabt, ne? Ach nee, das kann ich auch nicht machen wie ein Trottel. Müssen wir lernen, wenn irgendwas passiert, einfach durchzufunken, wo ihr seid und was ihr macht. Das ist viel wichtiger. Hast du anderen auch mal unsere Schüsse gehört, Alter? Ja, ja, das waren wir. Wir sind versehentlich fast in den Kopf reingefahren, als ihr angefangen habt, weil wir nicht wussten, dass wir so nah sind, aber wir sind ausgewichen. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir den rausgeschossen haben, auf jeden Fall war es richtig gut von mir und Marius, Alter. Also ich glaube, der ist weitergefahren. Meinst du? Aber denk doch, wenn du einer schießt, wenn du Pech hast, legt der mit dem Kopf auf dein Ruppo, Bruder, mit dem Fuß auf dem Pedal und dann gibt der halt Stoff so. Alter, wir, uns hat ja auch einmal fast überschlagen, nämlich in die Mauer gefahren, weil das Ding keine Bremsen hatte. Weißt du, was wir dann gemacht haben? Am Hauptplatz sind wir gefahren. Das ist die eigene Straße da runter, ne? Da gibt's ja beim Hauptplatz unten, wenn du bei der Bank vorbeifährst und du kommst zu dieser Brücke, kannst du einmal komplett durchrasen. Da haben wir Nitro gezündet. Und an der Kreuzung hat der Kopf uns dann nicht mehr gesehen. Da sind wir weggekommen. Oh mein Gott, Nitro hab ich gar nicht gezündet. Also bei dem Auto hätte ich es glaube ich... Ne, und es war auch wirklich schwer zu bremsen dann hinten. Also wir haben echt... Ich hab gedacht, ich krieg die Kurve nicht mehr. Ich dachte, es ist das Ende. Also wir haben es kurzzeitig voll in die Kurve reingedriftet. Wir sind erstmal auf zwei Reifen gefahren. Alter. Das Auto ist halt echt beschissen, Alter. Aber das war eine Challenge, Jungs. Das war eine Challenge. Das stimmt, ja. Das macht nicht jeder. Ja, na gut. Aber Marc. Ich hätte gesagt, fürs nächste Mal suchen wir uns ein Auto, was noch beschissener ist. Ja, also auch wieder zu machen. Dann machen wir einen geißen Namen mit 20 Geißen. Willst du ein richtiges Scheißauto haben? Ja, das ist richtig scheiße. Also noch schlimmer ist das. Ich melde den an. Ich hole den. Einfach nur, um das Feeling zu kriegen, wie kacke ein Auto sein kann. Ich teste das alles durch. Also eine Million. Eine Million war auf die Hand, wenn jemand da mit vor irgendeinem PD-Wagen wegkommt. Pichot? Schlimmer. Hast du gehört, Marc? Hast du nicht gehört? Das Geld hat noch in die Firmenkasse, ja? Ich hab mein Geld auf dem Konto. Ich hab's ja eingezahlt drüben. Ich hab's jetzt nicht. Ich hab ne Frage. Kann ich dir das Geld geben? Ich muss dann bald schlafen gehen, ist das Ding. Ich höre mich auch bald hin, aber wenn nicht mal das nächste Mal. Ne, aber weißt du Thomas, wer ist noch länger da? Liam, bist du noch da? Nicht mehr lang. Scheiße. 10 Minuten vielleicht noch. Ryan? Mhm. Willst du noch kurz sagen, kann der Marc die 200.000 für die Firmenkasse überweisen? Einfach auf die Firmenkasse tun. Aber er hat's nicht auf der Hand. Ja. Achso, ich hab 400.000 auf der Hand. Ja, ich würd's dir nicht überweisen, weißt du? Schnell übers Konto. Du hast es in die Firmenkasse, die 200.000. Ja, ja, ich hab eh 400.000 dabei. Ja, aber dann geb ich dir 200.000 auf die Bank. Ich brauch nur deine Bankleitznummer. Das ist deine Handynummer. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hab. Ja, meine Handynummer. Also 800. Äh. Jetzt hab ich's vergessen. 2.600. 2.600. 2.600. 2.600. Ich hoffe das klappt. Kurz 200.000, falsch überwiesen. Sorry Jungs und Mädels. Ich verabschiede mich dann aber auch. Ich verabschiede mich dann aber auch. Ich verabschiede mich auch Jungs. Gute Nacht. War wild. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Möchte ich noch mitnehmen oder hast du Auto hier? Ich hab Auto hier. Jo, passt. Na dann tschüssi. Soll ich noch wen mitnehmen? Nee, ich würd schon schlafen gehen. Ich hab mich auch wen am Hauptplatz. Auto einparken. Park dein Auto auch ein, dann suchst du's wieder ewig. Ja, stimmt. Ah, perfekt. Ja. Danke, danke Bruder. Danke. Gut, von wem krieg ich das jetzt hier? Von dir? Danke Bruder, danke. Danke, sehr lieb. Gute Nacht, Bruder. Gute Nacht, Bruder. So. Hey, Daria. Ries mal. Sing's mir mal ein Ständchen, gell? Gute Nacht. Ja. Danke fürs Vertrauen, ne? Mit den 200, ne? Ja, ich dachte, dir passiert meistens nichts. Ah ja, ach. Ich hab Marius voll gesaved, alter. Ey, ey, ey. Ich bin gut weggekommen, aber ey, ohne Scheiß. Geht schon offline, im Anschluss kommt noch was, Leute. Geht's noch nicht offline, es kommt noch was. Wir spielen heute noch GRP. GRP. Perfekt. Noch mal. Komm, komm her. Ich weiß, dass du mich lieb hast. Nein. Du weißt, dass der mich lieb hat. Marius, brüch dich mitnehmen oder? Ich fahr mal weg, man sieht sich. Ich hab, ich hab jetzt den Ricky heißen. Alles klar. Alles klar, tschau. Kuss. Ausgetragen, nicht vergessen, ne Jungs? Ja. Trag mich mal aus, Bruder. Ja, mach ich. Kuss. Euch auch, oder schafft ihr selber? Ja, was schaffen wir selber? Austragen? Ich hab mich selber ausgetragen, ich bin groß genug dafür. Alles klar, wunderbar. Ich bin großer Junge. Abend. Wir haben uns heute noch auf Grand drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich mich auf Server 2 draufschmaß oder auf Server 4. Mal schauen. Oh, kleiner Tipp an euch. Ihr müsst euer Auto woanders hinbringen. Die Hauptplatzgerage ist abgesperrt. Was ist denn tot passiert? Absach Sandy. Das letzte Mal, da wurde jemand umgeschossen. Da steht auch ein Krankenwagen. Alter, was ist los? Ab nach Sandy, Jungs, wenn er auf Platz 2 ist. Hä, warum? Ich fahr zum Autohaus. So, oder? Ich fahr zum Autohaus. Ich bin egal. Ach du Scheiße. Fred, ich hab dich fast weggeräumt, ne? Alter, hab ich mal erschrocken. Ich habe da drauf drauf ausgewischt, Bruder. Ja, NPC gerade. Ich hab gefahren mit Internet. GRP, Geisel RP. Nein, Grand RP. Geisel RP. Ich sag nämlich schon GRP dazu. Schau mich hin, Bruder. German LP, was? Ich bin extra los. German RP. Wie, äh, GLP? German Let's Play. Gibt's dann auch, äh, German RP? Perfekt. Also GLP ist, äh, Grand RP, ja. Grand, Grand. Großes RP. Ich fahr jetzt aber auch richtig geschissen jetzt in diese Uhrzeit. Na dann, bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Dann wird vorbei. Bis morgen, Rainer. Ich muss jetzt mal an, ob das hier wirklich so schlimm ist. Entscheidend tatsächlich, ja? Da wurde wer erschossen gerade. Holy Shit. Hauptplatz, Parkplatz ist freigegeben. Oh, kurz freigegeben, oder? Ja, ich bin grad da. Ich fahr vorbei. Gerade umgeschossen worden. Perfekt für mich. Hupe, Bruder? Schön. Schöne Hupe. Ganz toll. Schon mega? Mhm. Mega nice. Hallo? Ich hab hier noch ein Cop-Auto. Fast vergessen. Gönn dir. Ich bin schon auf dem Hauptplatz. Ich lege unter dem Stadt aus. Der Brenzheimer, 1 zu 7. Home of the P1. Skylar stream wie immer. Kuss. Dankeschön. Kuss zurück. Kuss. 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 Home of the P1 einfach. Ach, ganz schnell weg hier, Alter. Ganz schnell weg. Ab mit den Fahrschulen da unten, aber ganz schnell in die Garage. Klappt doch. Wusstet ihr, dass hier hinten ein Stiegenaufgang ist? Wusstet ihr das? Das ist ein geheimer Stiegenaufgang. Hier. Guck dir das mal an, bitte. Hier. Wißt du, wo der rausführt? Der Stiegenaufgang? Wollt ihr das mal wissen? Sag ich das mal. Der Stiegenaufgang, der führt ins... ...absolute nichts. Gut, Leute. Dann gehen wir mal rüber auf Grant. Da wird's jetzt erstmal wieder alles runterladen müssen. Dass das mal wieder fertig ist. Äh, ja. Ist halt so. Aber wir wuppeln nochmal rüber. Ich bin gespannt, was los ist. Weil ich war jetzt schon etwas länger nicht drauf. Äh, ob meine Gang sich jetzt schon komplett bei mir, äh, fertig gefahren ist. Oder ob die Gang sich erweitert hat. Ich weiß es nicht. Äh, schauen wir mal. Du bekommst irgendwie. Muss man machen. Machen sehr viele Streamer nicht. Verstehe ich irgendwie nicht. Soll ich schon offen, äh, mit der Community umgehen. Selbe, was jetzt derzeit ist. Die ganzen Streamer jetzt gerade auf diesen... Äh, wie heißt denn das? Oh, V-Stream. Die waren ja auch bezahlt irgendwie. Und da hat keiner irgendwie Werbung rumstehen. Schon mal aufgefallen? Keiner. Das verstehe ich nicht so ganz. Dass die Leute das nicht machen. Ich sag halt, weil... Also wenn es dich immer trifft, ne? Dann musst du Strafe zahlen für sowas. Dann musst du Strafe zahlen. Aber gut, da war ja so... Ich glaube bei Hope V war ja so, da war es ja, glaub ich, ähm... Geheim wurde es ja gehalten, dass man da irgendwie Geld verdient hat, wenn man da so gestreamt hat oder so irgendwie. Keine Ahnung. Die haben da ein richtig großes Thema dann draus gemacht. Ist aber ordentlich korrekt. Man soll schon mit offenen Karten spielen und sagen, für was man Geld kriegt, für was nicht, ne? Ähm, Dankeschön an... Äh, das muss ich wieder vorlesen, ne? Weil schon wieder die Dings nicht eingeblendet wurde. Jawoll! Da fliegende Kontrolle... Da fliegende Kontrolle habe ich die vorlesen. Merlin, äh, Borba. Dankeschön. Wie geht's dir so gut? Ich hoffe, die auch. Könnt ihr zwei Ausnahmen machen? Nein, die machen keine Ausnahmen, der Gamer-Abi. Aber trotzdem, danke. Dann der Fabian mal vorlesen. Das war der Sticker, den hab ich gesehen. Äh, Philipp. General, danke für den Euro. Vielen Dank. Mecklenburg LP, danke für den Euro auch. Nice, das Team wie immer. Und bin derzeit 2019 dabei. Von Galaxy, Dankeschön. Vielen Dank Galaxy, auch schon seit längerer Zeit dabei. Also 600 Euro für eine Fraktion. Naja, das ist das eine. Das andere ist halt, dass die Streamer das so geheim halten, dass sie dafür bezahlt werden. Ich denke mir so, man soll das in der Community nicht bescheißen. Man soll schon sagen oder wenigstens einblenden, wenn man für etwas auch bezahlt wird. Bin ich so der Meinung, ne? Weil ich gehe damit komplett offen um, dass ich dafür auch Geld bekomme, dass ich auf Grand-RP spiele. Da mache ich da kein großes Ding drum. Ähm, alle Streamer werden auf Grand-RP bezahlt. Also wirklich alle. Aber viele wollen es irgendwie verheimlichen oder schreiben halt keine Werbung dazu. Oder halt das, was ich ja gerade gesagt habe mit Hope V. Da werden die ja auch bezahlt, die Streamer. Die werden dort halt wirklich so auch eingekauft teilweise. Und die machen halt auch nicht Werbung oder so dazu. Oder sagen in der Community, ja, sie werden dafür bezahlt. Finde ich dann so ein bisschen, äh, ich weiß nicht. Bin ich kein Fan von. Also ich finde, man soll schon den Leuten auch sagen, wenn man für was Geld trägt und wenn nicht, ne? Sollte man machen. Das ist einfach, zum einen Realer und zum anderen, also ich finde, zum einen macht es einen Realer. Und zum anderen, ähm, hältst du dich an die Gesetze, ne? Weil man muss das angeben auch, ne? Muss man rechtlich gesehen, wenn man für was bezahlt wird auch. So, schauen wir mal jetzt hier, was der Lowes ist. Was ist GRP-Mod? Das ist Grand-RP. Darf man erst ab 16 Jahren auf den Server? Auf Grand-RP darf, glaub ich, ab, das ist, glaub ich, ab 13 oder so drauf. Ich weiß nicht, ob ich ganz irrt. Und auf, äh, eher nur ab 16. So. Xion is the best ever. Hallöle. Willkommen im Chat. Zockst du mit Dario GRP? Ich weiß nicht, ob er heute kommt. Ich würd mich freuen. Ich, 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 schau mal, ob er kommt heute. Weil eigentlich würd ich mal mit Dario zusammen, äh, Grand-RP zocken. Das war ja eigentlich unser, unser, unser Ding. Dass wir immer zusammen zocken. Aber ich schau mal. Ah, das Ding wär dabei. Freddy wär heut dabei anscheinend. Okay. Wär schon cool, wenn Freddy auch dabei ist. Wenn wir alle wieder zusammen sind, so. Schon Bock drauf. Oh, ich hab'n, äh, falschen Passwort eingegeben. Ah, richtig eingegeben. Perfekt. Schauen wir mal. Also, wenn Dario kommt, wär's geil. Essen. Warum Essen? Welchen Server gehst du? Server 2 bin ich jetzt gleich. Geld-RP. Naja, es ist halt Win-Win für alle, ne? Ich sag so, ich, äh, zock auf Grand-RP, um runterzukommen von nem Hardcore-RP. Zum anderen wirst du dafür bezahlt. Für mich war es Win-Win-Situation. Das wirst du nicht machen. Der, du Heisel. Der, Gamergeek. Was laus? Also, für mich ist nämlich Grand-RP so ähnlich wie GTA Online. Muss man dann sagen, Grand-RP ist wie GTA Online, wo man halt so ein bisschen abschalten kann. Das Ding ist halt, auf, auf GTA Online kannst du nicht zocken, weil die ganze Zeit irgendwelche Modder oder Hacker sind. Und auf, äh, Grand-RP werden die direkt rausgeschaltet. Wisst du, was ich mein? Das ist eben das Geile. Da hast du deine Ruhe trotzdem. Außer es war mal dieser eine Typ mit diesen fliegenden Autos. Wisst ihr noch? Der eine Typ mit den fliegenden Autos. Ja? Das war auch nicht schlecht, du. Hab ich auch nicht gesehen. So, Familie. Sind vier da. Hausnummer. Gehen wir mal hin. Gucken wir mal. Freutiges Geschenk abholen. Ab ins Parkhaus. So, weil das seht ihr ja gerade gar nicht. Ich muss mal anmachen für euch. So. Ich darf dann nicht vergessen, schon wieder mein Soundpack reinzuwuppeln. Ist wichtig und richtig. Startet das Spiel! Oh, wer wartet denn da unten? Aha. Ich kann mich da jetzt gar nicht runtergehen. Da ist wer. Oh, ich hab drei Sterne. Warum hab ich drei Sterne? Nein! Ich hab irgendwas nicht bezahlt. Hab ich recht? Bank. Bank, Bank, Zahlung, Strafgeld. Ich frag nicht wo das herkommt. Ich hab doch, ich hab doch für die zwei Häuser, die hab ich komplett bezahlt plus, jetzt haltet du dich fest, ich hab für die Häuser Versicherungen gemacht. Für über 30 Tage sogar. Warum zum Teufel hab ich, wenn ich eine Versicherung aufs Haus hab, Strafgelder in Höhe von 165.000 Dollar? Das verstehe ich gerade nicht. Welche Zahl ist dann das weg? Die Sterne? Nee. Scheiße, Alter. Scheiße, Bruder. Ich dachte, ich krieg dann keine mehr. Oh ne, meine Schuhe sind ja richtig ranzig, Alter. Die müssen weg. Aber schnell. Wo sind meine besten Schuhe, die ich heute anhaben sollte? Wo sind denn die denn? Meine Schluppers. Hab ich die nicht mehr? Ne, sind die Gucci Schuhe? Hä, wo sind meine? Ah, da sind sie. Hab ich schon. Da sind sie. So. Ich weiß nicht, warum ich drei Sterne hab. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Paul ist auch da. Paul Lichtenstein ist auch dabei. Ich erzähl mal gucken schnell, ob wir noch irgendwas brauchen. Ah, draußen. Jetzt gucken wir mal nach hier in die, äh, in die Familie. Wie ist die Familie gewachsen? Familienmanagement? Ah, Mitglieder. 72 Personen. Also Familie ist kaum gewachsen. Das ist schlecht. Und die Familie kaum wächst. Das ist sehr schlecht. Schauen wir mal. Was ist hier los? Mal ganz kurz. Was ist hier? Zielort. Ja, sagst du ein paar Mal. Bitte? Guten Tag. Was kannst du hier tun? Guten Tag. Äh. Ich, äh, wohne hier. Ja, ich weiß, Herr Benz. Ja, warum fragen sie? Was kann ich für sie tun? Ja, das frag ich mich. Ich dachte, ich dachte nicht. Gerade, ich bin da am McDonalds-Schalter. Wie kann ich irgendwie hilflich sein? Ne, alles gut. Ich hol jetzt gleich mein Auto raus. Da ist ein, äh. Ja. Sag mal, wissen Sie, für was der Zielort ist, da hinten? Nein. Ich fahr da sonst mal hin. Der wurde mir ja eh vorgeschlagen. Ich soll da hinfahren. Ja. Ich hoffe, da wartet keiner auf mich. Ne, ich muss ganz schön runter her. Ich baue nämlich schnell aus der Garage ein Auto. Äh, sind die Autos? Ja, Autos sind da. Aber ich frag mich echt, Leute, für was ich so viel Geld jetzt bezahlt habe. RIP-Geld, aber sowas von. Für was hab ich das jetzt bezahlt? Oh, hallo. Opa, es geht's. Oh, da bist du ja. 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 Ja, hallo Englischer. Endlich bist du mal da, du. Ich hab dich nicht gesehen. Wie lange ist denn das her, bitte? Ja, ich bin auch nicht. Es freut mich. Wie geht's? Wie lange ist denn das her? Ach, warte, jetzt muss ich dir aber eine Umarmung geben, du. Jetzt kommst du mal her, du kleine. Du kleine Pantöffel, du. Wie geht's dir? Ja, es muss, ne? Es muss. Was hast du gemacht über die Jahre? Sehr viel Geld verdient, so wie's aussieht. Ja, einigermaßen relativ gut. Ich, äh, du siehst, das Business ist booming, du warst doch schon hier, ne? Ja, ja, ich war schon, ja. Oh, schön, dass du dich nach den Jahren erst mal wieder bei dem, äh, 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 großvorder Melde. Jetzt komm, stell mal ein, wir müssen mal reden. Ja, okay, ich mach mal. Das ist einfach Dario. Wir sind jetzt zum ersten Mal, das ist gerade so im, im Game. Ist das lustig, Alter? Ja. Wie lief's in der Schule? Ich hab, ich hab gehört, du bist richtig abgesackt in der Schule, stimmt das? Ja, ich hab, ähm, sehr viel schlechte Noten geschrieben. Aber du hast mich gerade überrascht, aber wir hatten dir den Schlüssel gegeben vom Haus. Ja, hast du Scheiße. Wir hatten dir den Schlüssel vom Haus gegeben, ich wollte das nämlich nicht. Ja, ich hab... Ach, guten Abend, Evans. Und, oh, guten Abend. Hallo. Ich hab, äh, noch viel gesucht. Du hast noch mehr gesucht? Sondern hab ich gesagt... Du, äh, jetzt, jetzt, aber mal, jetzt, aber mal halb lang. Du hättest einfach anrufen können und einem alten einfach mal sagen können, alles Gute zum Geburtstag. Du hast bei letztes Jahr gar nicht gratuliert. Ey, du bist ja abgehauen. Ich bin doch nicht abgehauen. Ich hab hier geerbt. Ganz normal, wie der andere auch. Das weißt du auch von deinem Urgrossvater, dem... Ach, ich wollte schon sagen, der... Den kennst du auch, glaub ich. Weißt du noch überhaupt, wer dein Urgrossvater ist? Äh... Ja, siehste, kennst du doch nicht. Tja, aber du weißt nicht, manchmal, wer dein Urgrossvater ist. Das ist unglaublich. Ja, den Rocco. Der war bei der Familienfeier, bei der Hochzeit von der Enkelin, von der Schwagerin dabei. Und der Rocco, der da hinten gesessen hat und die dermaßigen Bauchschmerzen hat, dass er nach Hause gehen musste. Das war der Urgrossvater, war das. Ach so. Genau. Und von dem haben wir ja geerbt. Der Rocco war ja stinkreich. Der stinkreicher Vogel war das. Und wir haben noch so ein bisschen Periwons. Wir sind grad am aufbauen. Wieso hab ich nie was von dir geerbt? Von du erbst? Ja, ich bin doch nicht tot. Wieso lasse ich jetzt vor deinen Augen? Gut, weißt du was, komm. Nimm die Waffe und ziel auf meinen Kopf und schieß mich weg. Dann darfst du gerne erben. Nein, so hab ich das nicht gemeint. Ja, wie denn sonst? Du hast mir letztes Jahr nicht einmal zum Geburtstag gratuliert. Weisst du überhaupt wie alt ich bin? 73. Siehst du, du weißt nicht einmal wie alt ich bin. Perfekt. Doch. 73. 73? Ja. Und woher weisst du das, du kleiner Knopf? Weil man das weisst. Ich hab dich jahrelang vermisst. Du hast mich jahrelang vermisst. Bist du dir sicher, dass ich so alt bin? Bist du dir hundertprozentig sicher? Ja schon, außer du hast aus dem Jungbrunnen getrunken. Oh, vielleicht hab ich das ja. Weisst du, weil mein Alter ist und bleibt ein Rätsel für alle. So, ich muss noch ganz kurz gucken. Da ist nur gerade ein Ort, der wurde mir vorgeschlagen, ich soll hier herkommen. Aber ich glaube, da sind ein paar abgeschleppte Fahrzeuge von ein paar Leuten. Aber nee, es freut mich, dass du trotzdem da bist. Aber du hättest die Jahre auch mit deinem Opa alles Gute zum Geburtstag wünschen können. Hey, du willst die Weihnachtskarte, die ich dir gesendet hab, da hab ich auch keine Antwort drauf bekommen. Die ist bei mir nie ankommen. Die ist bei mir nie ankommen. Oh, Strafen. Perfekt. Ich hab keine da. Der wird mal die ganzen Familienfahrzeuge abschleppen lassen. Unglaublich. Nichts. So, ich hab noch ganz schnell ein paar Familienfahrzeuge wieder zurückgeholt in die Familie. Ja, weisst du was nämlich ist? Wir sind eine grosse Familie. Aber du bist ja Mitglied der Familie. Die geben keine Sorge zu unseren Autos. Wie die, was ist mit den Autos? Geben die keine Sorge? Oder wieso sind die hier? Ne, das Ding ist, wir haben ja Familienautos, ne? Ja, ja. Und ich muss das zahlen, wenn der falsch parkt, muss ich das bezahlen, ne? Aber warte, was machen wir da oben? Gehört er zu uns? Wir haften für dich, oder was? Ja, wir haften für dich. So ist es. Du bist Teil der Familie. Du bist sowieso Teil der Familie, weil du mit mir verwandt bist. Genau. Wir haben ja da zusammengeführt im Endeffekt. So in etwa, ja, haben wir das. Äh, scheiße, wo ist mein Auto hin? Ach, nein. Ach, nein. Verdammte dreckige. Das ist doch unglaublich. Guck, das Auto ist wieder weg. Ich habe so gerade erst geparkt. Hat sie sich auch weggeklaut, oder was? Hallo? Hallo, haben sie gerade mein Auto weggestellt? Oder? Ich muss das noch ganz schön mit ihm klären. Geben wir weg ein Stück. Ich mache das gleich. Herr Collins. Haben Sie gerade mein Auto weggestellt? Herr Collins. Ich glaube, ich muss das auf eine andere... Scheiße, ich habe jetzt meine Waffen nicht dabei. Herr Collins, haben Sie meine Autos? Haben Sie die weggestellt gerade? Ich habe da gerade mein Auto hingestellt. Ist es weg? Mein Auto ist einfach weg. Hey! Hey! Was ist denn falsch mit dir? Was ist dein Problem? Geh ich doch jetzt meinen Enkel an. Hau dir mal eine drüber. Mach nichts. Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das. Ich bin ja gut drin. Mach nichts. Ich mache das jetzt fertig. Das ist doch eine Frau. Das ist eine Frau. Das ist Bibi Langstrumpf aus der Hölle. Ist das? Komm her Bibi Langstrumpf. Ich mache dich jetzt fertig. Pass auf. Misch dich nicht ein. Ich mache Bibi Langstrumpf fertig. Pass auf. Ich mache Bibi Langstrumpf fertig. Ich mache Bibi Langstrumpf fertig. Ich mache Bibi Langstrumpf fertig. Kein Problem. Wenn du Bibi Langstrumpf aus der Hölle bist, habe ich kein Problem mit dich fertig zu machen. Ich habe kein Problem damit. Na komm her. Komm her. Bibi Langstrumpf aus der Hölle. Ich zeige dir jetzt wie es geht. Es ist Bibi Langstrumpf aus der Hölle. Oh, Entschuldigung. So, jetzt aber. Jetzt habe ich dich. So. Hast du gesehen? Oh mein Gott. Hast du gesehen? Oh mein Gott. Ich habe damals boxen gelernt. Ich weiß ganz genau wie man boxen. Gut. Frauen sollten wir nicht boxen. Aber das war Bibi Langstrumpf aus der Hölle. Ich habe das Gesicht gesehen. Das war eine Geistengröße. Ich weiß gar nicht ob das gerade. Hast du gesehen? Das ist doch gerade verschwunden. Hast du das gerade gesehen? Ja. Das war ein Geist. War das gerade. Ja. Ich muss das gerade abheben. Abgratisch hässlich aber auch. Abgratisch hässlich. Das war Bibi Langstrumpf aus der Hölle. Ich sage doch wie es ist. Das war gerade Bibi Langstrumpf. Oh warte. Ich habe jetzt gerade mein Handy. Also. Ich habe gerade wer angerufen. Guten Tag. Hallo. Alles gut bei euch. Alles gut bei euch. Ja ne. Da war gerade so ein Bibi Langstrumpf aus der Hölle. Das haben sie sehen müssen. Das glauben sie mir ja gar nicht. Was da gerade passiert ist. Sie attackiert wie eine Furie. Richtig attackiert uns beide aber. Ja. Ich muss mal gucken. Ich war kurz davor sie zu erschießen. Haben sie was zum snacken dabei? Ich? Ja klar. Könnten sie mir was geben bitte? Der hat hier richtig drauf reingeschallert bei mir. Ja alles gut. Ich habe jetzt auch was. Nee. Ich nehme von dem fremden her und der hat mir doch sicher irgendwas untergejubelt. Achso. Haben sie das bekommen? Ja ne? Ich. Ja ich habe ich bekommen. Dankeschön. Gebratener Steak. Das war eh nicht eh. Perfekt danke. Oh sie sind ein Scherz. Ich muss nur ganz kurz dort zurücklaufen. Ah ja. Und der Typ hat dann Kopfschmerzen bekommen oder was? Nee. Das war kein Typ. Das war Pippi Langstrumpf aus der Hölle. Und die habe ich zerkloppt. Und als ich zerkloppt habe hat die sich in Luft aufgelöst. Ich glaube das war ein Geist. Ja. Und hat dir Kopfschmerzen bekommen. Nee. Das war ein Geistergesicht. Sie hätte das sehen müssen. Das war ein Geist vor mir. Scheiss drauf. Die hat doch keine Kopfschmerzen gehabt. Ja gut. Ich habe mir ein paar mal in die Fresse gehauen. Aber ich vor mir. Vor mir. Aber ein bisschen vorstellt. Vor mir. Es war ein Geist. Die hat ausgesehen. Die hatte so rote lange Haare. So Zöpfchen wie die Pippi Langstrumpf. Aber das Gesicht war ein Geist. Und die hatte auch so ein Geisterflunder an. Also hundertprozentig nicht von dieser Welt. Sollten wir die Geisterjäger holen. Ich muss mal zurückholfen. Ich weiß nicht was die von mir wollten. Wir brauchen die Geisterjäger. Ja. Das war ganz schön. Streamstile. Das wird es geklappt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Was ist jetzt mit dem Auto? Ah jetzt. Hallo. Hi Jens. Hallo Herr Stecker. Was gibt es bitte? Ist dein Fahrzeug noch da oder nicht? Weil ich hatte jetzt gerade mal alle Fahrzeuge betankt. Ach du warst das. Mein Auto war auf einmal weg. Ist weg? Ja ist weg. Ich war nämlich gerade folgendes. Ich habe nämlich die ganzen Autos aus der Versicherung zurück geholt. Die beschädigt waren. Sicher wieder über 2 Millionen Dollar gezahlt gerade. Aber eh. Ja super. Soll ich dich gerade irgendwo abholen? Tut mir gerade leid. Wusste ich das dein Auto damit verschwinden. Ja ne. Gegenüber von der Polizei Versicherung. Da stehe ich gerade. Ich bin 10 Sekunden da. Alles klar. Danke. Tschüss. Bitte. Ciao, ciao. Wo ist jetzt mein Enkel hin? Sag mal. Äh. Ich habe gerade ein Problem. Mein Enkel ist gerade weg. Oh. Ja okay. Hau rein. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ja wünsche ich dir auch. Tschüss. Ja ich hab die Nummer Christian. Ich warte da sonst schon auf mein Enkel bis er wieder da ist. Ey. Du willst mein Auto abholen? Lasst uns mit dir weg. Ich habe so Durst. Ich bin gleich wieder da Leute. Ich bin gleich wieder da Leute. Ich bin gleich wieder da Leute. Ey das war gerade lustig mit der Pipi Langstrumpf. Was passiert das Auto hier? Gib mir 2 Sekunden. Ich hole was zum Trinken. Jettekong. All donors. All losers. All losers. All losers. Allukan, die concerti hierarchy. Nhung ich mich fest, Mister ist in Ann은je. geil was geholt ihr könnt es mir glauben oder auch nicht aber haltet euch fest gut ich habe eh Dauerwerbung stehen kann ich mal Props hier rausballern wer von euch im Chat jetzt mal ohne Scheiß wer von euch im Chat aus Deutschland aber bitte nicht aus Österreich die Österreicher kennen das sicher kennt von euch Kelly Chips also Kelly mit Doppel L gibt es die in Deutschland bei euch schreibt mal rein das ist keine bezahlte Werbung hier an dieser Stelle ich muss euch das einfach sagen das sind die geilsten Chips einfach einfach die geilsten Chips ich schwöre ich habe die Schattenbeite heute wieder mitgenommen das ist diese diese Kelly's Ketchup Alter wenn ihr die habt in Deutschland holt euch die oder aus gut die Österreicher können sie das sowieso holen ich schwöre Bruder die sind so geil und ich habe ich war so happy als Schatten die mir mitgebracht hat weil das sind meine Lieblingschips also wer die noch nie gegessen hat man denkt zuerst Ketchup Chips übelst ekelhaft aber dank Butti liebe ich die weil Butti hat die damals mitgebracht ich hätte die sonst niemals gekauft ah komm ich kriege die Packung nicht auf scheiße kenn ich nicht ja gut die Deutschen kennt sich tatsächlich weil Kelly ist hergestellt in Österreich mit österreichischen Kartoffeln ja gut das ist halt aber ich Leute wenn ihr mal in Österreich seid gönnt euch mal Kelly Chips die mit Ketchup ich schwöre das ist das geilste was ihr machen könnt ah ich kriege die aber nicht auf was ist denn da los wartet mach oh ne oh nein ich habe die jetzt unten aufgemacht nein habe ich die jetzt unten ah die ist oben offen perfekt ich mache die ASMR mache ich jetzt ja verstirbt pierde HIJ rei ist Stärber Alter überhaupt nicht gegessen alter ich will ja mal chips ähm aber wie gesagt das sind sozusagen gerade die momentanen probleme also heute zumindest gewesen ich will aber an Was sind das für random Nummern, die mich anrufen? Und das sind irgendwelche Leute, die mich toll mögen? Mal schauen. Achso, und heute war auch jemand da, der, ah ne, das war Köpfe gestern, da warst aber Köpfe auch da, oder? Der irgendwie unnötig dann Stress... Moin, moin! Bitte? Ja, moin, Christian hier! Oh, Christian? Ich hab gerade eine Nummer bekommen, von einem hier aus der Familie. Oh, du bist ja Steißbein, oder? Ja, Steißbein, mein Name. Ich kenn ihn ja, oder? Was? Kenn ich ihn nicht schon? Ja, natürlich, aber ich hab ihre Nummer jetzt erst bekommen, deine. Achso, achso, die Nummer hast du jetzt erst bekommen, okay, alles klar. Ich hatte deine Nummer noch nicht, ich hab in der Familie gerade nach der Nummer von dir gefragt. Achso, ach du, okay, ja, passt. Ich wart grad, ich bin grad da mit meinem Enkel, aber der ist grad... Oh, der ist ja wieder. Sollen wir dich abholen, komm? Ja, ich bin hier am Familienhaus. Achso, wir kommen gleich, perfekt. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Ich muss mal abholen. Nee, doch, Herr Steißbein ist da. So, haben wir noch Platz da? Ach, scheiße. Ey, was geht? Ja, was geht? Nichts bei dir. Komm, ich muss mal rein, du. Kannst du mal aufmachen? Perfekt. Habt ihr noch Platz? Ja, wir haben noch hinten noch Platz. Der Präsident sitzt hinten, ne? Ne. Du kannst auch gern den Kofferraum, Manni. Der Manni. Der Manni. Ich weiß nicht, ob der Kofferraum was für mich ist. So, wo soll's denn gehen? Lolo, dankeschön für 2 Euro, bin wieder da. Der sucht die Dank für 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Stefanie, danke für 90 Cent und den Sticker. Was wollt ihr denn? Okay. Ey, wir müssen einmal zum Haus noch mal drauf. Zum Familienhaus. Zum Anwesen. Zum Anwesen. Genau, so ist es. Ach, aber es ist so heiß hier. Ich schwitz schon wieder. Sonst geht's euch allen gut. Ja, genau. Ja, ja. Was du gerade pinkeln, oder was? Was? Was du gerade pinkeln, hat ein bisschen lang gedauert. Hast du auch Sachen, wenn es ein Pinkeln ist? Ja, ich hatte gerade, ich weiß nicht. Mich hat kurz einfach der Schlaf überfallen. Du, jetzt nichts gegen dich, ne? Aber du bist ganz schön hässlich geworden, ne? Ich? Du warst so süß, wie du klein warst. Unglaublich. Du hast damals so schöne blonde Locken gehabt. Richtig schöne blaue Augen. Gut, die hast du jetzt noch. Aber... Ja, kannst du dreimal raten, von wem ich's hab? Von dir? Ja, ne, von deinem Papa. Der hat's von dir. Du, dreimal darfst du raten, welcher jemand ich bin. Bin ich jetzt der vorderseitige, oder der mutterseitige Vater? Weißt du, das ist gar nicht so, dass ich deine Mutter nie erzählt. Das ist der Vater, der deine Mutter bin doch. Das ist von deinem Vater das Hässliche, was du dir am Kopf hast. Das ist nur von deinem Vater. Und ich sag dir, wenn es so weiter geht, in zwei Jahren hast du eine Glatze. Ich hab kein Glatze. In zwei Jahren hast du eine Glatze. Guck, ich hab schöne, graue, aber zwar flüffige Haare bei dir. Fängt schon vorne an. Guck dir mal die Geheimratsecken an. Das wird bis nach hinten gehen und irgendwann hast du eine Glatze. Das ist leider so. Das hast du von deinem Papa. Aber finde ich auch lustig, dass du denkst, dass ich vom Papa der Vater bin. Dass du immer das weißt. Ach mein Enkel. Ich hör, mein Enkel weiß gar nichts über die Familie. Die sind nicht aufgehauen. Ja ne, die sind nicht aufgehauen, aber den vorderen Alkoholiker. Schwerstalkoholiker. Ist doch klar, dass sie eine Miese macht. Ein Versorger und ein kompletter Volltrottel. Also von dem her. Aber das ist ja gut, dass du bei mir bist. Ich pass ja gut auf dich auf. Moin Moin, Landrennen. Guck, das ist der Herr Steißbein. Guck. Der ist neu bei uns. Christian Steißbein, mein Name. Wer sind sie, wenn ich fragen darf? Manni. Manni und Jens. Haben sie sich in eine Zeh gestumpfen oder warum reden sie so komisch? Jaja, ich hab mir als kleines Kind den grossen Zeh angehauen. Nicht nur der ist der vorderlich schwerste Alkoholiker gewesen. Oh, das ist mies. Richtig mies. Na, bei mir passiert das eher immer mit dem kleinen Zeh. Und hast du auch mal zu uns Schluck genommen oder was? Ne, der Jens ist halt früher, der wollte zu Tamke gehen kippen holen und kam dann halt nie wieder. Ah. Bist du also eine oder was? Ja. Was will ich? Irgendeine Kippe? Das war doch nicht ich, das war doch dein Papa. Ich war doch nicht dein Papa. Ich bin dein Urgroßvorder. Was? Ich bin dein Urgroßvorder. Ich bin dein Urgroßvorder. Ach, schau mal. Der glaub ja alles ist nicht unglaublich. Ne, ich weiss nicht so ein bisschen aufspöbeln. Hehehehe. Der weiss einfach gar nichts über mich. Das ist unglaublich. Aber nicht einmal zum Geburtstag. Ich weiss mal wie alt ich bin. Du bist 71 habe ich doch gesagt. Ja, vorhin war es 72. Jetzt bin ich auf einmal 73. Unglaublich. Ja, jetzt ist er leise, ne? Aber wie er bis jetzt. Jetzt ist er leise, guck. Vielleicht bin ich morgen 71. Der weiss selber nicht mehr wie alt ich bin. Ich mach nur Spaß. Alles gut. Alles gut. So, Jungs. Wie sieht es aus? Wie laufen die Geschäfte? Wurde eingebrochen. Warum hab ich heute schon wieder eine Rechnung in Höhe von zum einen 2 Millionen Dollar bezahlt für die Autos. Zum anderen, ja. Was? Ich höre ich nicht. Ach Gott. Das ist unglaublich. Ich höre schon auch nicht. So, jetzt hört er mich. Ach, jetzt. Ah, jetzt. So, warum hab ich heute eigentlich schon eine Rechnung bekommen für das Haus anscheinend wieder? Ich hab da versichern müssen. Über 30 Tage. Ich hab wieder 260.000 Schulden. Oder nicht. 160.000 von uns, glaub ich, Schulden gehabt. Äh. Wurde er eingebrochen? Kann sein wegen Falschparken. Kann sein wegen Falschparken. Äh. Geschwindigkeitsbegrenzung. Alles mit deinen Fahrzeugen. Alter. Erfolgszunehmen. Das geht alles auf mich? Nein, nein. Ich doch nicht. Aus dem Grund fahre ich immer meine eigenen Fahrzeuge, weil dann bezahle ich immer nur meine eigenen Rechnungen. Ich will nichts sagen. Ich werd mich jetzt derzeit schon gesucht, deshalb anscheinend. Ach du Scheiße. Ja. So schlimm. Ich weiß nicht wer das war. Aber irgendwer muss da rasant viel Scheiße gebaut haben mit meinen Autos. Na da. Warte mal. Der Herbert, der hat doch zwei, zwei Leute, äh, 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 zwei Leute sag ich schon. Zwei Autos versenkt. Das weiss ich auf jeden Fall. Versenkt hat er die? Ja. Echee hehehe. Ah! Ah., äh, der hat eben, der aben morgen aufgewacht Also ich bin eben morgen aufgewacht. Also ich bin eben morgen aufgewacht und da hieß es dann… Da hab ich dann gehör Ja, hier, ich habe ein Auto versenkt. Ich bin ja entzückt. Wo ist denn die Frau Winter, sag mal? Das ist meine Frau. Ist das Ihre Frau? Das ist Ihre Frau? Okay, gut. Ich war schon wieder zu spitz. Gut, dann lassen wir das Wunder stehen im Raum. Alles gut, nur gucken, nicht anfassen. Nur gucken, nicht anfassen, alles gut. Ob nicht zu tollen, aber gegessen wird zu Hause. Ich muss etwas sagen, ich habe einen Call Me Girl. Wenn ich sie anrufe, die kommt vorbei, die ist bei mir, die hört mich echt gern. So was ist ganz richtig. Sugar Daddy, oder was? Ja, ja, doch. So kann man es schon sehen, doch. Was muss, das muss, ne? Was muss, das muss, hat er ja recht. Gut, also, sonst finanziell, wie sieht es aus? Haben wir noch irgendwelche Probleme? Ich sehe mich auch, finanziell fahre ich Einziger irgendwie einiger mit den Autos. Das ist das Erste. Aber wie sieht es dann aus mit dem Office und mit dem Bunker? Gibt es da Neuigkeiten zu? Ja gut, Office, wie gesagt, kann ich jetzt noch benutzen. Wie gesagt, wir bräuchten erst die Aufstockung. Ja. Ich werde mal gucken, ob ich bei der Regierung nachfragen kann, ob man das verkaufen kann, ob man den Betrag wieder zurückerstattet bekommt. Okay. Oder es ist halt jetzt doperweise in den Sand gesetzt worden, sag ich jetzt mal. Bunker, soweit eigentlich alles ganz gut. Produktionen laufen an. Ich war jetzt nur die letzten Tage selber grad in Europa aktiv, von daher weiß ich jetzt nicht ganz, wie die Leute hier vorangekommen sind. Also hat letztes Mal 10 Millionen Sand gesetzt, oder? Nee, das nicht. Das Problem ist, durch die Inflation sind die Preise total angestiegen. Ja, das hat mir wer gesagt, dass das angestiegen ist, der Preis. Das hatten wir letztes Sommer beredet. Da hatte ich ja gesagt, dass man die 55 Millionen braucht, um komplett 100 Prozent vom Büro zu haben. Genau, das hat er mir auch schon erzählt, dass das Ding ist, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das am besten umsetzen. Wegen Bunker, funktioniert das mit den Waffen so? Funktioniert das mit dem Verkauf? Verkauf ist ganz gut. Wie gesagt, ich halte es noch nicht die Tage in Europa. Ich konnte es nicht großartig produzieren, aber jetzt bin ich ja wieder hier, das heißt, ich mache mich gleich wieder komplett an die Arbeiten, alles. Okay. Wenn du mir mit einer Einweisung gibst, kann ich dir natürlich mit helfen gerne. Also ich bin jetzt in den nächsten Tagen bin ich auf jeden Fall sehr, sehr viel hier im Staat unterwegs. Also das wäre kein Problem, ne? Ich habe auch Bock auf Ballern. Du, wenn du ballern willst, wir können jederzeit ins Gangviertel fahren, wenn du dir auch Bock hast. Ich habe Bock auf Ballern, Alter. Hat jemand Ballern gesagt? Also bei Ballern wäre ich mit dabei. Dann lassen wir alle ballern als Familie. Hätte ich kein Problem damit. Also wenn du, ich sage, ich werde noch nie ballern mit der Familie. Aber, wir könnten uns einen gewissen Respekt machen, das wäre auch lustig, ne? Ja, ja. Wir könnten irgendwelche Familienhäuser mal so überfallen, weil wir ja auch jedes Mal überfallen werden und es könnte auch gut schmecken. Wir haben Immunität, wir kommen an keine Häuser dran. Die sind von uns geschützt, wie wir vor denen geschützt sind. Achso, okay. Ach, schade. Was, können wir keine Leute überfallen, oder was? Wir können aber Schutzgeld von denen verlangen. Sprich, wir können hingehen und können sagen, okay. Ja, stimmt. Ne, ne, ich will ja Ballern. Ja, kannst ja, wenn sie ja nicht zahlen. Wenn sie ja nicht zahlen, sagst du einfach, ja gut, dann scheppern wir euch. Da sehe ich mich alles. Ja, scheppern finde ich gut. Wir haben also im Allgemeinlager... Eine Lieferung, eine Lieferung ging verloren. Was ist, wenn wir eine Waffenlieferung bestellen würden? Was seid ihr davon? Können wir mal machen, ne? Wir müssen mal eine Lieferung holen. Ich schau das uns mal an. Ich habe doch nie eine Waffenlieferung gemacht, aber ich schau mal rein zu uns. Lass uns das mal machen. Weil ich hätte schon Bock mal ein paar... Weiß das Ding ist, wir lassen uns ja so viel gefallen, haben wir noch nie Leute weggeschäppert. So richtig. Ja, genau, das ist wir hier, um die Leute wegzuschäppern. Lass Leute wegschäppern! Gambo! Wär schon lustig jetzt hier, um die Uhrzeit. Waffenlager. Ja, ich habe auch Bock auf Beine. Wir müssen holen. Wir brauchen eine Munition bestellen. Ne, wir müssen echt... Die Fotos sind noch drin, das ist wichtig. Wir müssen echt bestellen jetzt so langsam. Schauen wir mal, Familie. Familie und Management. Du bist über 16 und kannst gut schießen. Dann komm zum Anwesen. Ich scheppere alle weg. Äh, das ist übrigens über Anwesen. Was ist das? Ich habe Werbung, ich habe Werbung gemacht. Gewinnst. Hallo, ja, ihr habt doch noch gar keine Waffen. Ich könnte doch keine Werbung machen. Doch, doch. Für neue Bewerbungen, als ob sie neu mitmachen können nachher. Meine Organisation? Wie denn? Wo mache ich das nochmal mehr auf meinem Inventar? Mein Job erreiche... Ne, wo mache ich denn das nicht? Ich habe noch nie... Ich habe noch nie Dings geholt. War es schon so lange her? Ich habe mich gekauft, ne? Mit SugarDaddy-Geld. Von Geld. Ah, hier glaube ich war das. Oh, ne. Das sind die Masten, das sind... Ah, das sind die Sachen, die Extras, die man sich holen kann. Ne, ich möchte eigentlich, äh... Ich habe nur 11.000. Ich habe hier für eine Million noch ein Auto gekauft. Inoffiziale Organisation? Ne, das will ich auch nicht. 1 und 2, gell. Geil. Shop, Primions, Geld verdienen, tägliche Aufgaben. Ne, ich will für meine Familie Laufen holen. Verlasse deine Familie, Familie in Eigentum. Ne. So viel Geld habe ich da auch nicht. Eigentlich Familien... Oder Events? Ne, Familienmanagement ist das eigentlich. Keine Ahnung. Er hat eine Million gekostet. Hört auch nicht wegen dem Sturm. Wenn ich mit Rollenverwaltung... Irgendwo... Da war das doch, ne? Oh, Ehre. Was kriege ich für diesen Betragstest dann jetzt? Ich bin... Ich bin schon immer... Boah, ich hätte da mal schon Bock, Leute, immer zu verfallen und so. Ich hätte da richtig Bock. Anzeige von Familienfahrzeugen. Ja, Steichsbein hält gern. Von Beteiligenfahrzeugen. Ne, also ich bin... Wo finde ich denn das? Ich wüsste nur, hier gibt es das Inventar. Man kann aber... Eine Waffenlieferung kannst du ja machen. Kannst du ja alles... Munition bestellen geht. Ah, hier kann ich... Ach, wirklich? Alter! Ah, hier. Er hat mich gezwungen, Alter. Ne, ne, ne. Wo ist denn das denn? Bezahlen. Muss Familien spenden. Nein, wo ist das denn? Ne, Lackdosen. Um Waffen in allen möglichen Farben neu zu lackieren. Waffen werden... Ne, das ist es auch nicht. Hä? Ich bin nicht dumm, Leute. Ich weiß nicht, wo man, äh, Dings bestellt. Ich komm da nicht mehr drauf. Ich hab einmal das gehabt, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo das ist. Du kannst ins Waffenlager... Äh, im... Im Lager 3, glaube ich. Im Waffen 1, dann geht das nicht, ne? Ähm... Es ist nicht genug Waffen, bla bla bla. Bestand ist offen. Ja, ich hab meine... Ich hab meine Standardmaske wie immer. Äh, Lagerhaus... Ich hab auch ne krasse Maske, die hab ich bekommen im Taxi fahren. Hab ich die geschenkt bekommen. Ne, das ist meine Standardmaske von immer. Geschichte? Guck mal, die hab ich geschenkt bekommen von jemandem. Keine Ahnung. Munition bestellen. Ich kenn nur diese Seite hier. Das ist meine Maske. Komm, ich weiß was dein. Manu? Warum hast du denn ne Maske auf? Ich hab noch das hier. Ne, fünf Masken drauf. Haha, er hat's verstanden. Ich hab jetzt alles gekriegt. Ich krieg... Also, ich weiß nicht, wo man da die Waffen bestellt. Ich glaub, du kannst nur Munition bestellen. Ich kann nur Munition bestellen, gell? Aber wir können ja runter... Ne, aber ich dachte, wir können... Wir können auch Wochen liefern lassen, oder bin ich blöd. Weißt du, was mir passiert ist? Munition. Die haben mit ner EMP... Haben die mein Auto stillgelegt und uns überfallen und alle Waffen geklaut, die wir gekriegt gekannt haben. Aber da ist sie schlecht. Ne, da steht... Du kannst nur Munition bestellen. Also Waffen geht nicht. Naja, wir müssen die selber... Mir kommt vor, du kannst irgendwie ne Waffen, äh... Wie sagt man... Aber ich glaub um die Uhrzeit, ich weiß nicht. Unten, beim Schwarzmarkt. Naja, wir können gehen. Ja, ich brauche aber schon... Du kannst den Game Strich zur Seite ziehen. Ne, das geht nicht. Das sah nur so aus. Ich hab das schon mal probiert, wenn ich da draufgehe. Warte, ich zeig dir das mal. Mit den Familien, dann unter dieses Events oder was auch immer. Waren das ja, ähm... Familienaufgaben. Das hier, ne? Das kannst du nicht ziehen. Ich dachte nämlich auch ne Zeit lang... Achso, man kann so ziehen. Aaaaah. 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 Bestellte Munitionsersatz und Waffenkammer geliefert. Aaaaah. Okay. Gut, ich kanns doch ziehen. Ich kanns doch ziehen. Perfekt. Moin, Alter. Danke, Bruder. Danke. Es klappt doch. Ändert deine Immunität... Ändert die äh... Nationalität der Familie. Also holen wir jetzt für ne Knarre, oder was? Ja, ja. Ich weiß nicht. Ähm... Gott, die Sachen, die da drin sind. Unglaublich viel. Kacke. Der... Der Barsch. Aber ey, meine Waffen sind ja auch nicht mehr drin hier. 15 Stück. Was ist das nochmal? Scharfschützen... Ach, ich hab ja noch im Auto, hab ich ja die ganzen Sachen. Im Auto sind ja die ganzen Sachen drin, Leute. Hab ich voll vergessen. Ich bin so ein Trottel. Weißt du, ich denk mir nämlich, wo sind meine Waffen hin? Ich hab's im Auto. Der müsste im Monte, äh, Auto müsste da drin sein. 100 Pro. Im Monte Mobil ist er. Passt auf, wenn ich da jetzt aufmache, das Ding. Kofferraum öffnen. Dann werden wir gleich sehen. Gut, ich bin jetzt nicht im Kofferraum. Ne, aufschließen. Wollen wir gleich sehen. Ich hab... Ja, da sind die Waffen drin. Ihr sagt doch. Ihr sagt doch, da sind unsere Waffeln drin. Huiiii. Ja, und wie sie da drin sind. Oh ja. Das tut gut. So. Gut. Ich frage jetzt, wo wir mit dem Auto fahren oder mit dem anderen? Ich würde mit dem anderen fahren. Oh, warte. Zumachen das, äh. Ne. So, zumachen. Ne, ich hab grad ein paar Werfe im Auto gefunden. Ach so. Was ist denn für mich? Ne, ich hab, ich hab nur noch ne Pistole. Oder ich kann Muni dafür. Weil dann geh ich, dann geh ich mit ihm eine kaufen. Wir gehen zusammen eine kaufen. Wir brauch, ich brauch auch noch Sachen. Ich brauch auch ne Westi und so. Mit dem Rolls. Mit dem Rolls. Ja, da fahren wir mit dem Rolls. Ja, da fahren wir mit dem Rolls. Der ist ultraschnell. Ich bin in den Eimer gefahren. Der ist auch in Viersitze, oder? Schreibt mal ein. Ja, perfekt. So ne aufbrochende Birne guckt raus. Ja. Nicht so schlimm. Der Steißbein, können sie nicht rein? Ach, geht doch. Rück zum Steißbein, oder was? Oh, der Steißbein braucht immer etwas länger. Ja, ja. Ah! Was geht? Was steht an? Oh, wo werden die jetzt da? Wo sind die jetzt da? Wo sind die? Ach komm, wir fahren mal los. Opa, das Auto lässt sich sehr gut fahren. Ich hab das mal ne Nachtaktion genommen. Ciao. Nachbarin. Hallo Nachbarin! Hallo! Hallo Nachbarn! Ich hab keine Lust auf uns. Lady. Ich glaub da ist Andi. Unfreundlich. Wer ist Andi? Ja, hier ist Christian. An der Leitung. Achso. Ja, ja. Wir kaufen jetzt mit Money und Jens. Mach für mich. Ich hab doch kein Geld wie immer. Sugar Daddy Jens ist am Start. Haha. Sugar Daddy Jens? Ja, ich darf schon. Aber damit darf ich hin. Alter, ja. Seid ihr im Funk eigentlich? Jungs? Also ich bin nicht im Funk. Seid ihr im Funk? Ich hab keinen Funk an. Ich hab den nicht mehr aus. Das ist angenehme. Das ist ganz schön laut, ne? Ja, deshalb hab ich den auch aus. Weil immer zu laut ist. Ihr müsst echt aufpassen. Jens, der meint eben hier im Funk, du musst Familienkleidung kaufen für alle. Familienkleidung. Jetzt direkt. Was brauchen wir dafür? Ja, perfekt. Brauchen wir Familienkleidung oder? Ich mein, die wissen ja, was die Familienkleidung ist. Ich kann dir eine kaufen. Ich zeig dir jetzt, wie das aussieht. So, wir sind da. Wenn wir irgendwas mit dem machen, wenn wir... Warte, ich zeig dir mal, wie das aussieht. Pass auf. Bevor wir scheppern, müssen wir Familienkleidung tragen. Warte, so. Warte, so. Gut. Ich zeig dir das mal. Die Crocs. Oh, das ist die Familienkleidung bei uns. Warte, ist die das für einen Schlafanzug? Ja, das ist ein Schlafanzug. Ich weiss, aber so muss der. Ich wollte was lässiges machen, was anderes. Nicht das, was alle anderen haben. Das sieht aus, als wenn du gleich ins Bettel gehst. Ja, aber passt auch so. Ich bin voll rein. Guck mal. Der Rücken sieht aus wie deine Haare. Was willst du? Was willst du? Das war was geiles. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Ach, scheisse. Ich bin zu voll. Ich muss Sachen loswerden. Oh, da gibt's aber viel. Wie teuer ist das denn? Wie teuer ist denn denn? Ich kaufe es dir einfach. Da steht gar kein Preis. Ich schenke dir mal ein bisschen Bier. Danke. Komm mal. Ein bisschen. Ja, das kann ich jemandem schenken. 70 von 8. Wie viel wiegt das? 10 Kilo. Ich muss noch was loswerden, Leute. Das wiegt zu viel. Wobei, meinen Sessel brauche ich eigentlich nicht mehr. Was wiegt denn der? 1 Kilo. Hm. Was wiegt denn hier am meisten, was ich dabei habe? Das ist ja eigentlich sicher, ne? 10 Stück, 1 Kilo. 0,3 Kilo, 0,1 Kilo. Das wiegt alles nichts. 0,3, 0,1. Also sowas am meisten wiegt sicher auch die Waffen, ja. 0,4. 5 Kilo die große Sniper. Gut, das ist nur ein Problem. Wenig genug Platz. Oh, äh, Bensinkanister. Gut, der zieht richtig. Ja, ich habe doch drei Plätze frei. Äh. Ne, ich möchte den droppen. Hallo? Wie droppe ich das Ding nochmal? Äh, nicht verwenden, sondern äh. Nochmal. Wie mache ich das nochmal? Wie ziehe ich das weg? Ich will das nur auf dem Boden. Kann ich das nicht auf dem Boden legen? Oh, komm. Behalt deine Schuhe. Geh weg. Ach, war halt mega uns kurz. Geh ich das ins Auto einfach rein und fertig ist die Sache. Ehrenbruder Basis. Bin gespannt, ob wir ihn wegscheppern können oder nicht. Ach, viel mehr Platz. Viel besser. Viel besser, Bruder. Das war Louis Vuitton-Weste. Das passt. Schauen wir mal, ob haben wir noch irgendwas. Munition. Sturmgewehr. Was ist denn du für ein Problem? Wer ist er denn, Alter? Briso einfach. Am Start, Alter. Was ist denn du für ein Problem? MGMG ja mal ein bisschen. Schau mal. Schau mal. Was war der jetzt hier? Schau mal. Schiesst du weg. Ja, mach doch mal die Klubschne auf. Habe ich sie in der Hand oder was? Ne, der hatte eben eins in der Hand, nicht du? Wir sind hier auf einem Schwarzmarkt. Natürlich hat der Mann Schiessgewehren. Der hat das nicht überall Gewehren. Geh zurück zu dem Togo-Fanclub oder wohin auch immer. Aber wir sind hier auf einem Schwarzmarkt. Unglaublich. Immer die Rosti-Rentner hier. Was wissen von mir? Einfach unglaublich. Riso ist am Start, Alter. Rosti-Rentner hier. immer ein besseren Rentner als so ein Jungspund, der bei Togolino zu hause sitzt und kuckt. Unglaublich. Habe ich einen? Riecht er sich auf, dass wir auf einem Schwarzmarkt die Waffe in die Hand nehmen? Hallo? Oh Herr Schraube, hallo. Herr Schraube. Was kostet der die, drei Komma? perfekt schrotflinde auch gekauft mit voll ausgerüstet leute für maschinenpistole er kommt da auch noch mal kaufen aber ich glaube das ist zu viel naja kommen kaufen wir also jetzt nicht nur 50 schuss mit dem pass mal auf du brauchst einen neuen rucksack braste wir müssen rucksack kaufen gehen ist aber kein problem ist ganz klein ja ich hole den rucksack ist kein problem schafft mehr das macht schon mal wo man rucksack herkriegen am strand okay fahren wir zum strand kann ich so ein großes nahrung kaufen jungs wie sieht es aus wegen dem outfit wie immer ich kenne das schon bin ich gewohnt wie im outfit das ist ja eigentlich unser outfit was wir immer geplant hat und das muss ich gerade habe ich weiß nicht was ihr dazu sagt also jetzt bis auf die weste natürlich ich finde ich habe es noch ich habe es auch noch aber ich könnte einstecken warum geht das ja können wir fahren wir brauchen einen rucksack mal einen rucksack kriegen wir auf dem strand nähen guten einen moment einen moment ich habe irgendwo ein zweier rucksack noch rumliegen ach so hast du noch ein ja wir brauchen aber eh zwei oder der doch christian und der mani brauchen beide einen rucksack oder jens wenn du mir kurz eine minute ich kann jemand anrufen der rucksack christian komm mal kurz aus dem auto das wäre super wenn wir das hinkriegen das wäre super wenn wir das hinkriegen das wäre super wenn wir das hinkriegen das würde ich schon mal noch mal schnell das kind von einem torcolino torcolino club ach nee das arme kind pack doch die waffe weg pack doch die waffe weg das ist nämlich schwarzmarkt wo überall waffen offen rumliegen und da soll man so die waffen weg packen ach das ist zu gut gewesen das ist zu gut gewesen jetzt vorhin michael kurd dank für 25 euro hektionen was macht ein pirat am computer er drückt die enter taste ja ich weiß nicht ob wir an den rankommen ach an den kommen wir nicht rein ich weiß nicht ob man an den so rankommen ich muss mal fragen äh andy die lieferung das liefer nicht so gut ich hab mal ne frage an andy ja wir ja bitte ähm es gibt ja 1er 2er 3er rucksäcke weißt du wo man die 3er sonst noch her bekommt äh die bekommst du nur aus den china-containern glaub ich dann noch genau so wie ich mir gedacht hab also an die kommst du dran du kommst erst auf 2er rucksäcke kommst du drauf an ja ich hab jetzt den 2er rucksack und 2er rucksack hab ich grad weitergeben können perfekt dann nimmst du den 2er rucksack also ich hab einen der verkauft die level 3 rucksäcke ja aber hast du jetzt genug um du können wir doch den kaufen was will der dafür haben ist die frage ich glaub also hier werden sie auf den start 300.000 gehandelt das könnte ich kaufen wäre nächstes problem ja hier auf dem start halt 300 300 300.000 dollar ist halt standard hier also hab ich selber für meinen bezahlt der sieht dann so aus wartet ja den will ich den ja nicht den wollen wir sagen kaufen jens ja ist dann so einer wollen wir so einen kaufen oder ich könnte so einen kaufen das ist das problem ist level 3 und der hat direkt zwei stück auf lager ja ich hab nämlich auch einen level 3er oder ich zeig dir den mal ja dann wollen wir ähm manni auch einen haben ja manni wollte doch aber auch einen ja wir können mal gucken dann kaufen wir zwei äh gold rucksäcke wollte ich schon sagen 3er rucksäcke ja kleinen moment ich schreib nämlich schnell ja wenn wir den hinkriegen jens ja mal ne frage ganz kurz noch bitte warst du schon nochmal bei 1.02 und hast ins waffenlager geschaut weil da müssten noch um die 70 waffen eigentlich wir kommen in das waffenlager auch eigentlich nicht rein ich kanns nochmal probieren aber ich glaube wir kommen nicht mehr rein weil die familie verschoben haben ah das kann sein ja das ist das problem jetzt wäre mal schön viele leute gewesen dass man die ganze muni und alles holen hätte ja 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 ne wir kommen ja glaub ich kann nicht mehr probieren aber ich hab geschuckt und ich komm nur noch ins inventar aber das lager ist dort nicht mehr ich könnte es noch mal probieren aber das ist glaube ich wo die familie umgezogen ist ich probier es uns nochmal ja das kann durchaus sein ja ich fahrs nochmal vorbei und check ab ja jens kauf uns ein 3er rucksack oh ich bin schon wieder zu blöd achte ja was sitzt denn da vorne drin du hast einen 4er rucksack ey manni du sitzt bei mir drin vorne ich komm nicht rein in mein auto also Entschuldigung ja ich denke mir schon ich bin blöd sorry oba sorry oba na dann brauchen wir aber nur einen oder ach der Herr Schraube fährt mit will ich noch mehr mit fahren ich hab noch einen Platz frei glaube ich warte warte komm nee wir fahren zu 102 rüber wir gucken ob wir dort noch was im lager haben aber ich glaub nicht ahja wenn wenn nicht dann soll Christian mich anfunken dann ist eigentlich dem Kollegen bescheid ja dann soll der doch einfach da soll der doch einfach dahin kommen ja mann hat dich gehört gut ich fahr mal los ich schau schnell was da drin ist jo so ob hier müssen wir aufpassen so ob hier können wir abgeknallt werden ja 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 auf die 102 2 ich hab was für ne Weste die Weste ah ja ich hab leider keine Weste mehr gefunden ja ich hab ne Weste dabei jetzt da liegt einer im Krankenhaus äh eben im Kofferraum alter ja 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 ach du scheiße ja das ist normal ja bitte wir müssen ja mal vorbei dankeschön alter 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 ja das ist sehr bequem hier hinten so die sind bei 1 durch 2 da ist unser Haus wo alles angefangen hat doch ich check da noch ganz schnell ab und her hier sind noch Knarren oder was ich guck ich guck ob noch Knarren drin sind ich konnte es nicht versprechen ich glaub da kann man nicht rein ne wir haben da kein Waffenlager mehr ne die 70 Waffen sind weg aber noch Holz haben wir noch drin oder Strompatron die nehmen wir die nicht mehr die musst nicht der eigenen das Lager kann ich nicht habe ich den gleich geladen oder muss ich den nochmal nachladen die machen ne also werfen wir doch keine mehr drin das ist wirklich weil wir hier umgezogen sind da kommst du nicht mehr ans Waffenlager ran aber so wie ich mir gedacht hab das geht nicht mehr Ich habe aber noch Patronen gefunden. Ich meine nicht was. Ich fahre mal schnell zum Schwarzmarkt wieder zurück. Aber warte, ich habe das Haus nicht abgesperrt. Warte, kommt kurz. Sorry, es ist geschlossen. Vorne ist alles kaputt. So, der sucht die Dank für's SIP-Pferden. Da bret es nach einem 1.07. Das ist ja mal vorgelesen. Home of the P1. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, aber dann laden wir mal hier die Büchse voll, oder? Ja, ne, wir müssen gerne mal umdrehen. Wir sind noch feuch. Wir müssen noch einmal die andere fahren. Was? Da drüben ist aus der Schwarzmarkt. Da sind wir jetzt richtig. Wir können hier den Koffer anfüllen. Den Koffer anfüllen, das wäre eine Möglichkeit, ja. Hast du jetzt noch ein bisschen mehr Munition für mich? Ich hätte, ich könnte jetzt teilen mit dir. Was brauchst du für eine? Ich habe auch jetzt mehr Platz, oder wollen wir erst den 3er Rucksack kaufen? Ach, du hast dich erneut, dann guck mal, wie viel Platz du hast, sonst probieren wir. Geh mal mal kaufen. Alles, kauf alles, was du kannst. Brauchst du Geld? Brauchst du Geld? Hallo? Ich höre dich gerade nicht. Hörst du mich? Jetzt hörst du dich. Brauchst du Geld? Der Steißbein, ich hörst du nicht. Hallo? Der Steißbein, ich kann sie nicht hören. Jetzt hörst du mich. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Der Steißbein, wir hören uns gegenseitig nicht. Hallo? Hören Sie mich? Gucken Sie mal ganz kurz. Hören Sie mich jetzt? Ja, ja, hallo. Ich höre Sie die ganze Zeit. Ja, ich höre Sie nicht. So, jetzt alle. Ja, ich habe die Venere. Sie kriegen mal ein bisschen Geld von mir. Achso, naja, sollen wir erst den 3er Rucksack kaufen? Ja, müssen wir mal gucken. Komm, wir müssen erst mal alles, was reingeht, mitnehmen. Alles, was geht, was du brauchst. Jens? Bevor hier alles weg ist. Ja, bitte. Wäre nicht eigentlich ein Haus mit E-Gener-Fuß? Soll ich so eine Wäste kaufen? Was, wer bitte was? So ein Haus mit Helipad? Haus mit Helipad. Warum brauchen wir ein Helipad? Soll ich auch eine Weste kaufen? Ja, kauf eine Weste. Also, ich brauche jetzt keine Helipad, ehrlich gesagt. Soll ich so auch nichts drehen? Also, dann könnte man schneller vorankommen. Ja, man kann ja trotzdem auf dem Dach oben landen, oder nicht? Im schlimmsten Fall der Fälle. Da bräuchten wir erst mal jemanden Helikopter. Können Sie was gucken. So, die habe ich dabei. Ich habe eine Weste. Die habe ich auch dabei. Also, 1, 2 auf 2 habe ich eine Waffe. Du kannst nicht mehr als eine Waffe aufheben. Was? Äh. Hä, wie jetzt? Soll ich 1? Die 2, äh, 3, äh, 2. Warum kann ich die nicht aufheben? Ja, bitte? Hättest du ein bisschen Geld für mich? Ich brauche, äh, Waffen. Was brauchst du? Wie viel? Äh, 50. Das war vorbereiten. wir wollen ein bisschen scheppern heute zuerst ein großer einsatz auf rno mit den mit dem casino und jetzt erstmal scheppern da habe ich richtig bock drauf mecklenburg rlp da immer von euro der sucht die dankeschön für den zwei euro sticker vielen dank dafür perfekt schauen wir mal rein da in die kiste ja guck das ist was drin so müsste es ja auch falsche munition perfekt jetzt habe ich die nachgekauft noch ja perfekt falsche munition geben besser geht's nicht ja dann kauf ich noch mal ein genau so ist es kann ich den koffer raumpacken oder was die munition du kannst den koffer raumpacken guten tag ja bitte wissen sie vielleicht aber kennen sie jemanden der ein haus verkauft aktuell oder ein haus verkauft wo suchen sie denn kleines haus einfach ein kleines haus ich bin um überlegen ob ich manchmal verkauft ich habe ein haus das ist aber in einem gangviertel da wollen sie nicht wohnen ich glaube eigentlich egal wenn sie in einem gangviertel wollen da geht es richtig ab das wollen sie nicht glauben sie mir das will keine weil ich bin nämlich gerade auf dem haus am sparen ja wie viel wollen sie denn ausgeben ich habe gerade eine million auf dem konto in einer stunde kommen wenn man mal hundertfünfzig oben kauf im staat ja das ist zu wenig da behalte ich mir das haus lieber ich habe nämlich eine kleine hütte nächstes mal im staat das weiss ich nicht keine ahnung aber ich glaube ich werde es sobald jetzt nicht verkaufen für mich hat das einen ideellen wert das haus ja sonst spar ich einfach mal drei vier millionen oder fünf millionen ich weiß auch nicht ob ich es jemals verkaufen werde ich hätte jetzt mal gefragt was sie dafür bezahlt hätten ich glaube ich das haus behalte ich mir für das erste ja gut einen schönen tag nach haben wir jetzt genug waffen ich bin zu doof etwas in den kofferraum zu packen und du gehst in kofferraum also du gehst rein in koffer weiß wie das geht in kofferraum nein das weiss ich ja eben nicht da ist ein bei rolls royce muss das drücken da hinten auf dem kopfraum decken und dann stunden nehmen muss er von der tasche und ziehst es rüber und ich kann das nicht du möchtest den funk aus ich habe den auch aus deshalb der ist zu laut ich habe das eingeschaltet ich habe das eigentlich ausgeschaltet es gibt zwei funk es gibt einmal den den job funk und einmal den familien funk du hast den funk von der arbeit ausgeschaltet ja du brauchst familien funk der ist auf dem anderen weite wie schalte ich den ein aus f und dann die vier im funk gerät da ist er knopf trotzdem weiter ich drehe gleich durch ja nee der redet weiter aber wenn er aufhört zu reden dann ist es weg dann ist er aus schrecklich ich weiß wenn ich jetzt auf den i kloppt und da passiert ja nee du links hast du und rechts hast und rechts sollten kofferraum stehen steht bei dir nicht kofferraum ach so weiss was ich glaube ich glaube das ist weil er noch nicht so weit befördert ist er hat noch keinen zugriff auf das auto warte mal ganz kurz ich habe das auto aufgeschlossen ja nee pass auf das ist er muss zugriff aufs auto kriegen ich muss ihm das gehen warte ganz kurz ich mach das schnell ähm ich höre ihn immer noch reden ich dreh am rad ja ja steißbein wir haben das gleich steißbein beruhig dich alles gut oh ist das laut alter hört ihr das auch der ist das boot des untergang hat der gerade gesagt oh schrecklich das ist mein rosy den ich gerade fahre von der arbeit ist ausgeschaltet das ist er ne ausgeschaltet ich höre ihn immer noch reden jetzt müsste es funktionieren probier mal ja probier armer freddy der funk der ist so laut ich hör dich ich bin zu dumm geht das bei dir will ich nicht aber das ist dumm ich bin einfach dumm nee sonst steigen wir einfach ein und lassen das so wie es hier ist dann holst du doch ein paar waffen führen dann holst du doch ein paar waffen und dann fuhren wir los sauber jetzt fahren wir aber ohne ihn oder? hätte ich gesagt da krieg ich nicht mal den Kofferraum auf den können wir auch gleich entlassen mach nur Spreis ah fred was hast du denn der zeit gemacht? wie was ich gerade gemacht habe in der zeit? ja wo wir uns nicht gesehen haben ja ich hatte ein date mit einer dame ich bin verlobt ich krieg grad ich krieg noch ein kind und ja ist tatsächlich noch ja ist eine sehr junge dame also wenn es noch klappt dann ich kann dir keine Munition mehr kaufen weil es zu schwer ist dann ja dann da kommt sonst gleich einer bei mir so vor Ort zurück Manni hat mir einfach die falsche Mund hallo? ja ich weiss was passiert ah ooooh Kuseng, Bruder er hat mir die falsche Mund die Zoo gegeben der hat mir einfach weißte schon er heult seit 5 Stunden der hat mir die falsche Mund die Zoo gegeben ja Kuseng er hat mir die falsche Mund die Zoo gegeben er hat mir die falsche Mund die Zoo gegeben Ich hör den einen die ganze zeit hier funken, ich dreh ihn gleich am Stock, obwohl ich das- Hahahaha Ah, ich bin nicht verreißt, weil ich das da befrei, ich hör das jetzt einen Stundnach Ich hör das jetzt über mich geredet, dass ich auch nicht die Familiengteilung hab und der ist ein Fischhörer Und der ist ein großer Größdruck, der war auch ganz Ey, Opa, weißt du, wo ein großer Größdruck Spockers ist? Oh, ich? Wie geht das aus? Wie geht das aus? Wie geht das aus? Ich kann dich nicht mehr. Er ist hier noch angekommen, der weiss nicht wohin er soll. Hey, was? Zu welchem Parkern soll ich denn fahren? Hallo? Ja, hallo? Ich kann das gerade am Punkt. Zu welchem Parkern soll ich denn jetzt fahren? Sag ihm, er soll dich, wenn du auf die Google Maps gehst. Ja, bitte. Warte, ich bin am Telefonverwalt. Ne, pack dein Handy nicht weg. Du fährst... Weisst du was, ich schicke dir einfach meine Adresse, okay? Achso, wir treffen uns hier oder was? Okay. Wir jetzt schon. Achso, wir treffen uns hier jetzt, verstehe ich es erst, okay. Alter da Freddy, ich schwör, ich lach mal ab. Ja, sicher hat er uns beschwert. Ach, das geht nicht aus und er hat mir die falschen Kugeln zugesteckt. Und ach, ich schicke diesen scheiß Funk nicht aus, das ist so laut. Das ist so laut, Herr Funk. Du sag mal, Herr Steißbein, ist der Funk immer noch laut? Jetzt ist gerade Ruhe. Ach gut. Ich soll sie die ganze Zeit da hinten sempern. Ich könnte schon wieder schlafen gehen, ne? Ich bin so doof, was den Koffer rumzupacken. Ja, ne, das verstehe ich aber auch nicht, Herr Steißbein. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es am Auto, dass wir die einzigen sind, da drauf Zugriff haben. Das kann schon sein. Opa. Ja. Fahr mal zu unserem Haus, was haben wir für eine Nummer? Achso, äh, die Hausnummer. Ich kann es dir auch so sagen, du Lustiger, warte. Sag mir das bitte, mein Cousin, der ist lost hier. Der kam gerade an, der weiss nicht wohin. Der wurde alles anscheinend geklaut, der wurde ausgezogen, alles. 727. Er heißt nicht mal 727. Ich muss ja echt den Ding... Was hängt? Komm zum Haus 727, okay? 727, sag das den anderen, womit du bist, die wissen sicher, wie man da hinkommt. Sorry, dass ich gerade weg bin, aber es ist so dermaßen heiß in dem Scheißzimmer. Weil der PC so warm wird. Ich schwöre, ich glaube, hier hat es 37 Grad oder so gerade im Zimmer. Und wie gerade ist der... Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, geil. Ich habe gerade den Ventilator zu mir gedreht. Oh, Scheiß, ist das geil. Oh, jetzt werde ich endlich mal richtig vom Ventilator angeflitzt. Geil. Sollen wir zum Ding fahren, zum Grundstück? Zu unserem Haus, Opa, bist du dement? Ja, wohl, zu jedem Haus. Zu unserem... Ja, wir haben zwei Häuser, wir haben 1 und 2, wir haben aber auch das 727. Ja, das ist das offizielle Familienhaus. Ja, deshalb frage ich ja zweimal zu welchem Haus, denn wir waren vorher beim anderen Haus. Du sagst das Wort im Haus und weiss nicht welches Haus. Haus, Haus, Haus. 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 Opa, wo hast du Englisch gelernt? Im Haus. So, in einem Klassenhäuschen. So, sind wir da. Gut. Ich probiere das jetzt nochmal. So, warte mal. Muss ich vorher hier auf den Gegendorf drücken oder nicht? Ah, du musst nicht auf einem Gegend... Ne, warte mal. Ich mache jetzt auf, pass auf, so. Öffnen wir den Kofferraum. Jetzt guck mal rein. Das habe ich eben auch schon gemacht. Und dann guckst du rein. Oh, ich habe es gerade verschlossen, so. Also, ich kann reingucken. Dann seh ich aber, dann seh ich doch aber meine Klamotten. Ja, aber guck mal rechts davon. Oh, da siehst du da nichts. Ne, da ist nichts. Ja gut, dann hast du keinen Zugriff auf das Ding. Frag mich nicht warum. Hallo, bitte. Hallo. Brauchen Sie Hilfe? Äh, ich habe eine Frage. Ist Kenny da? Bitte, wer ist der? Hey. Danke, Bruder. Hey, Cousin. Oh, die kannst du euch nicht... Was geht? Kelly oder was? Kelly? Nicht Kelly, Kenny. Kenny. Ich muss mal fragen, ob Kenny da ist. Ja? Dann guck ich mal. Dann guck ich mal. Ey, ey, ey. Hast du den Funk an? Schleißkeim? Ne. Ich muss fragen, ob Kenny da ist. Aber ich kann das mal gucken. Im Dienst kann ich gucken. Warte, ich guck schnell. War der Retter in der Not. Ehrenmann am Steuer. Überfamilieren? Andy. Kenny Wolf. Sie meinen, äh, Kenny Wolf, ne? Ganz genau den Mann. Ja, der ist da. Ich funks uns mal durch, dass er mal herkommen soll. Oha, da ist ja eine Frau am Steuer. Oha. Äh, Kenny Wolf. Frau am Steuer, ungeräune und das wird teuer. Ja, bitte. Äh, du sollst mal kurz herkommen. Da ist eine rothaarige Frau für uns am Tor. Die will dich haben. Oha, die will mich. Ja, ich komm grad. Ja, die fragt nach dir. Jo, ich komm grad. Perfekt. Oh. Ja, der Kenny ist auf dem Weg. Alles gut. Achso, kommt er jetzt doch ab? Ja. Dann wäre ich runtergefahren. Ne, ne, der kommt. Er hat gesagt, er ist gleich da. Alles klar. Perfekt. Sie können da parken. Kein Problem. Immer gerne. Kevin. Kevin. Geil, Mann. Ich warte mal. Ich wurde so hart abgezogen. Ich kenn den gar nicht. Wer ist denn das? Mein Cousin, der hat mich aufgerufen. Boah. Ich wollte ihm schon die Kugel durch den Ding singen. Als die dann mit zu viert im Auto gekommen sind, wollte ich ihm grad die Kugel in den Kopf setzen. Weißt du, wir waren da schon öfters geredet. Da muss man aufpassen. Das ist mein Opa. Ja, ich bin sein Opa. Ich bin sein Opa. Möchtet ihr euch auch eigentlich kennen so ein bisschen über ein paar Ecken, oder ne? Ne, er kennt meine Opa nicht. Ich kannte mich selber selber nicht. Warte mal. Wer bist du jetzt? Du bist jetzt der Sohn von ihm, oder wie hast du ein Kind gekriegt? Nein, nein. Der ist nämlich genau so hässlich wie du. Ich mach noch Spaß. Ich mach noch ein bisschen. Ich zieh nicht mehr auf, dass er bald Haarverlust hat. Ich hab noch zwei Jahre, da ist das ganze prachthaft. Ne, äh. Ach, sie sind dann wer, der Lehrer von ihm? Äh, der Cousin. Cousin, Cousin, Cousin. Ach, der Cousin? Warum kennen wir uns da nicht? Was über die Familie? Da war ja bei der Ingrid dabei. Von der Stiefmutter, die Oma. Da hat ja die eine Cousine vom Grossonkel, von Herbert, hat ja geheiratet. Waren sie da auch dabei? Ne, ne, ich komm von der Inge, von der Inge. Ach, von der Inge. Von der Dicken oder von der Dünnen Inge? Äh, von der Dicken, von der Dicken. Ach, das merkt man gar nicht. Weil eigentlich von der Dicken Inge, sondern die ganzen sind eigentlich dick. Die ganzen Kinder von der Inge. Ich schwör, das liegt auch an der Nähe von. Nein, ich hab die guten Gene gekriegt. Ja, das sieht man. Schau, der Herr Stecker ist auch da. Wieso legt hier jemand Munitionen auf? Ja, äh. Weil ich die eh nicht brauche. Der braucht die nicht, der liegt ja hier vorne hin. Aber wir können ja auch ein Dings waschen die mit. Oh ne, ist zu viel. Kann die die Munition einlagern? Geht das bitte? Danke, sehr nett. Ja, hab sie. Sehr nett. Ich brauche Sturmgewehr Munition. Ich hab zwei Sturmgewehr. Und der Cousine? Der aus dem Auto, der hat mich sogar erstmal eingekleidet, Mann. Der hat mir sein altes Auto gegeben. Ach so. Kennen Sie den auch vom Auto? Äh, ne den hab ich im Krankenhaus kennengelernt. Ach so. Also Kenny, da vorne. Da, äh, da sitzt eine Stille drin. In dem Auto da vorn. In dem, äh, Pickup. Alles klar. Danke. Ja, der hat mich gefahrt, ob die hier parken. Hab ich gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob die da noch drin sitzt. Müsste gucken. So, gleich mal geguckt, ob nicht Kenny da ist. Gut, äh. Dann schütteln wir uns aber mal die Hand, bitte. Dann schütteln wir uns aber mal die Hand, wir zwei. Ist ja sonst auch, wenn wir das nicht machen, ne? Guten Tag, ich bin der Jens, Benz. Ich komme nicht vor der Benz-Industrie. Ich baue keine Autos. Ich heißen ja so. Oh, sie heißen auch Kevin. Kevin Scheune. War das richtig? Ah, freut mich. So, wollen wir jetzt ein paar Leute, also ich hole immer noch Munition. Äh, ich brauche nicht. Ich hole immer noch Schweine Waffe und Schwarzmack. Wir wollen Leute abknallen. Tut mir leid, ich hatte gerade ganz starke Kopfschmerzen gehabt. Ach, du auch? Code check. Ja. Also ich muss noch mal Schweine Waffe holen. Ich check jetzt, dass es zwei Waffen waren. Ich troppel. Das aber jetzt nicht funktioniert. Ich möchte noch einmal Familienkleidung, bitte. Äh, mal ne Frage. Braucht man die Schrotflinte? Ich hätte noch eine. Ich brauche ne abgesägte. Wenn du ne abgesägte hast... Ich hab ne abgesägte. Ich hab ne abgesägte. Aha, perfekt. Pass auf, ich geb dir die. Rein in den Stecker. So, hast du bekommen? Ja. Perfekt. Ich hab ne abgesägte. Hatte ich nämlich noch eine. Ich hab nicht zwei. Ich hab ne gekauft. Aus Versehen. Ich hab meine Waffen verloren irgendwie. Ich brauche jetzt noch schnell die Munition. Dann bin ich auch bereit. Perfekt. Dann müssen wir jetzt nochmal zum Schwarzmarkt, oder? Ne, ich glaub wir haben sogar gekauft. Haben wir keine Schrotflintenmunition im Auto gehabt. Ich lass mich mal gucken. Äh, hat die nicht gerade... Ja, die ist im Auto. Wir haben 180 Stück hinten drin. Schrotflinte? Ja, 180 Stück ist hinten drin. Die ist im Auto noch ein bisschen raus. Haben wir im Allgemeinlager noch was? An Waffe? Äh, ne Taschenlampe haben wir noch. Äh, hab ich die komplettes reingezogen. Hä, jetzt bin ich auch voll verwirrt. Ähm, nochmal. Da hab ich jetzt die kompletten Munisachen weggemacht. Also jetzt bin ich hart verwirrt. Oder hab ich ihm die grad übergeben? Die Muni. Ja, moin. Ich hab ihm... Ach, die ist da drüben. Ah. Unter Munition. Das hab ich nicht gesehen. Perfekt. Ach so, warte mal. Ich... Jens? Mann, hörst du dich? Äh, bitte? Ja, was? Hast du die Sturmgewehr-Munition mitgebracht für den Christan, oder? Äh, wir haben im Auto Sturmgewehr-Munition. Warum? Also die soll drin sein, oder? Oder ist die falsche? Ne, ne, der Christan braucht noch äh, Munition deswegen. Ja, ne, die ist im Auto. Müssen wir mal rausgeben. Er kann sie nicht tragen sonst. Also er kann nicht ans Auto. Kannst du ihm die geben einfach? Kannst du an das Auto? Ja, er kann es machen. Ja, kann er ins Auto. Ja, kann er ins Auto. Guck mal, wie viel das ist. So. Der ist, der ist, der ist richtig her. Ja. Äh, ich weiß nicht. Ach, die haben auch einen Hund. Ist das ihr Hund? Ja, das ist mein Hund. Oh, warten Sie, ich habe auch einen. Oh. Oh, hi. Ja, das ist mein Rainer. Mein ganzer Lieber. Ich sehe zum ersten Mal jemanden, der auch einen Hund hat. Das ist ihrer da hinten. Oh, das ist aber auch süß. Ich glaube, der freut sich gerade. Maschallah. Überall zu, wo ich hingehe. Vorhin hat jemand mit einem Schwein spazieren gegangen. Jetzt mit Hunden. Ach, mit einem Schwein. Ich habe vorhin jemanden mit einem Schwein gesehen. Ja, ne. Ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen. Außer mich, der mit so einem Hund. Oder mit irgendeinem Haus, der rumläuft. Sind das sehr sündhaft teuer, die Dinge. Ihr habt halt alle Geld zum Scheißen, ne? Ja, muss auch. Irgendwo muss das Geld ja auch haben. Ich muss hier gucken, wie ich mir Schuhe finanziere. Ihr lauft mit Hunden rum, die mehr kosten, wie man ganz out wird. Ja, vielleicht auch sogar mehr als das ganze Haus. So ein Hund ist ja wirklich nicht günstig. Ja, ja, ja. Und das Ding ist, die sterben ja nach zwei Wochen, ne? Oder Monaten. Ne, ne, nach zwei Monaten. Oder zwei, drei Monate, glaube ich, halten die. Aber ist das nicht dann Geld in den Sand gesetzt? Das stimmt. Aber das macht man doch gern für einen Hund, oder nicht? Ja, aber zwei Monate. Stell' mal vor, jetzt zum Beispiel. Ganz kurz. Ja. Du würdest einen Monat ausreisen. Naja, ich habe aber mein Geschenk bekommen. Ach so, okay. Das ist ja was anderes. Ja. Also mein Hund war auch geschenkt. Aber ich weiß, dass es sündhaft teuer ist. Ich hätte es jetzt nicht leisten können. Boah, also ich hätte mir das auch, wenn ich es mir leisten könnte, nicht gekauft. Nee, also ich bin, ich bin froh, dass ich ihn habe, wenn ich mal einen Weggefährten brauche. Das Lustige ist, ich war vorhin in der Stadt Halle. Wie ist dein Name von dem Hund? Hey, was ist? Wie ist dein Name? Rainer. Mit AI, ganz wichtig. Also ich habe eine Frage, kann der eigentlich auch angreifen oder so? Äh, nö. Ich wüsste jetzt nicht, dass der angreift. Das kann nur ein Rottweiler und ein, ähm, ein Labrador. Und ein Fuhr. Ja, das ist aber ein Labrador. Ähm, nee, warte mal, nicht Labrador, sondern Golden Retriever. Ich glaube, das ist ein Goldie. Ja, das ist ja, das ist ja ein Goldie eigentlich. Also kein Labrador, sondern Golden Retriever doch. Ja, deswegen. Richtig. Der kann das nicht. Achso, der kann das nicht, gut. Ausgerechnet der kann das nicht. Ja, dann gebe ich den Ort direkt zurück. Kann Rainer denn wenigstens Bällchen holen? Weil das kann Loon nicht. Also meiner kann auch kein Bällchen holen. Meiner ist nur der Volk bei Fuß. Also ihr habt euren Hunden nichts bei, aber kein Stöckchen Bällchen. Kann Rainer denn Stöckchen holen? Weil das kann du. Ich, äh, probieren sie mal. Also ich hab das noch nie mit denen ausprobiert, ob er das kann. Pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Nimm mal deinen L-Muskel. Nimm mal deinen L-Muskel. Ja. Ja mach ich. So. Was steht jetzt? Was steht denn jetzt da? Ja, ich kann ihn nur umziehen. Folgen du und Rückgabe. Achso, ja gut. Dann hat er das gleiche, was Luca. Ja, der kann nix. Oder es gibt auch noch die Möglichkeiten, dass sie mit Wäldchen spielen können. Ja, meiner kann gar nix. Meiner will nicht mal fressen. Wenn ich ihn fressen mache, der will nicht mal fressen. Ja, das macht meiner auch nicht. Sparsame Hunde auf jeden Fall. Ja, und ich hab so viel Hundefutter gekauft für den. Weil ich gedacht hab, der stirbt natürlich nicht fütter. Ist aber scheißegal. Was hast du für Rainer bezahlt, wenn ich fragen darf? Ich hab ihm geschenkt bekommen. Oha. Das war ja eine gute Investition. Ja. So ist es. Ich hab ihm damals geschenkt bekommen. Und, äh, ich wüsste gar nicht. Ich weiß nicht, dass Hunde sind hafteuer sind. Wie lange hat der jetzt noch? Nicht mehr lang, glaub ich. Ich hab dann jetzt schon Zeit. Ich glaub, eineinhalb Monaten vor zwei. Das siehst du auf dem Käfig. Ja, ich glaube, warte. Warte, ich muss ihn mal, ich glaube, ich muss ihn mal mitnehmen. Warte mal ganz kurz. Ja bitte. Aber der Hund sieht bisschen traurig aus. Ja, hab ich eben schon gesehen. Ich komm jetzt nur noch Sekunde. Sieht bisschen traurig aus, ne? Der Golden Red Peacock, der sah bisschen traurig aus, der Arme. Misch der Geiz. Ähm. Hält dann besonders aus, der Verwenden fallen lassen teilen. Ne, bei mir steht hier gar nichts. Also auf meinem Käfig steht nix drauf. Oh, zieht Dorme weg. Ich weiss ja, auf meinem Käfig steht nix drauf. Ich weiss nicht. Gesundheit. Dein Leben lang. Okay, das ist komisch. Ne, ich hab, ich, also meiner, ich hab mir gedacht, dass der auch schon tot ist, aber der. Normalerweise steht das, ähm, da steht dann, ähm, Datum des Todes. Bei mir nicht. Bei mir steht Käfig mit einem Retriever. Da hab ich so nen Retriever Käfig bekommen. Ja. Aber steht nicht dabei, wie lang der, wie lang der noch lebt. Steht nicht dabei. Boah, dann lebt der vielleicht immer. Warum lebt du nicht immer? Ach man. Ich weiss nicht, wie zart du, das, mein Retriever war geschenkt. Deshalb kann ich das nicht sagen, ob der. Ja, ok, kann vielleicht daran liegen, ne. Ob der jetzt für, genau, ob der jetzt geschenkt wurde und. Ich würd tatsächlich jetzt gleich nochmal kommen, Kenny, aber ich muss kurz ans Anwesend. Wenn du willst, komm kurz mit, aber eh. Na, ich warte hier. Wie sieht's bei euch aus? Oh, was ist das für die Maske, du? Ja, ich warte auf. Ja, ganz was spezielles. Ah, ich brauch auch die Maske, fällt mir gerade so ein. Ich muss auch mal schnell rein. Ich wollte grad sagen, im Schrank müssten welche liegen. Jo, ich hol mir schnell eine. Aber eh, mein Hund, wenn der für immer leben will. Ach, schau mal, wie süß der ist. Ein Goldie. Auf ins Haus. Das ist ein ganz Feini, ist das, gell? Ein ganz Feini. Schau mal, er hat gesagt, wir haben ganz viele Masken. Ich weiß, dass wir viele Masken lagern, weil die, auch die ist gelagert. Oh, hier, hier gibt's gute Masken. Oh ja. Oh ja, die will ich haben. Die nehm ich mir. Oh ja, das ist ne Maske, auf die ich Bock hab. Mhm. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab, die Maske. Hab ich sonst noch vielleicht ne, ein Hut? Ein Hütchen? Hallo, haben sie eigentlich immer noch Hütchen? Haha, diese Hose. Vielleicht noch ne, ähm, ne Käppi drüber wäre noch geil. Aber ich glaub, es gibt keine Käppis hier, ne? Ne. Das war's. Bin ich nicht zufrieden mit der Maske, die ist cool. So. Auf zum Maskenball. Und mein Hund ist wieder komplett bescheuert. Er will hier raus. Nach draußen. Die Rückenschmerzen, die kicken wieder. Ja. So, hab ne Maske gefunden. Oh yeah. Ah, da ist der Bufi wieder. Vor Ort, ich muss glaub ich mal ne andere. Ich hab ja zwei verschiedene. Wir brauchen noch dieses Outfit. Dieses, ja. Da müssen wir einkaufen fahren auf die Schnelle. Ja, dann los. Ja, dann los. Warte, ich wusste schon, mein Hund muss ich mitnehmen. Hundi, komm mal her. Bei Fuss. Bei Fuss Hundi. Rein, ne? So. Ja, das ist, äh... Schau mal, was wir jetzt ab... äh, was wir jetzt, äh, loslegen. Was wir machen. Bin gespannt. Oha, schrei doch nicht so. Oha. Okay, dann tschüss. Naja, Steißbein bitte über mir einsteigen. Herr Steißbein bitte. Perfekt. Oh, ist jetzt Kevin bei uns auch dabei? Na klar. Oh, hallo Kevin. Oh, guck mal, da vorn sind Polizisten. Guck mal, die gehen mal ein bisschen in den Arsch. Es geht ab, Alter. Was geht ab? Hab ich schon einen Verbrecher gejagt, ne? Ja, geht so. Ja, geht so. Sie sind ja richtig aktiv. Ja, Nachbar-Trouille, ne? Wir suchen sie noch jemanden, weil ich hab gehört, mein Nachbar, der Herr Jansen, der ist ganz ein Krimineller. Der hat in seinem Garten, hat der ganz viel Hanf angebaut, wenn sie da reinköken. Ganz viel Hanf. Okay. Also wirklich bis nach oben gestapelt. Der Herr Jansen, müssen wir mal gucken, ist mein Nachbar. Und der... Ja, wo leben Sie denn? Ja, den mag ich auch nicht, weil der baut immer ziemlich nah an meinem Zaun an. Und wenn da die Pflänzchen durch meinen Zaun durchhuschen, durch den Maschendraht-Zaun, dann mag ich das nicht. Dann kommen die Pflänzchen auf meinem Grundstück rüber. Der kommt an den Maschendraht-Zaun. Ne, da hab ich dem Herrn Jansen auch gesagt, das will ich gar nicht. Das ist bei, wenn Sie mal runter gucken, Schläbe ganz, ganz weit unten. Hausnummer 454. 454. Ja, und von da der Nachbar, der wohnt da direkt gegenüber der... Also von mir, direkt neben mir, wenn Sie das Haus links betrachten. Und dort hat der beim Maschendraht-Zaun immer seine ganzen Pflänzchen aufgereiht. Bis zum geht nicht mehr. Ja. Und ich hab zudem schon so oft gesagt, lass das. Ich hol sonst irgendwann die Polizei. Irgendwann reicht's mir mit dir. Also falls Sie wen suchen. Das ist jetzt auch wieder alles voll damit, ne? Gut, ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit, ne? Danke viel. Danke, wiedersehen. Ciao, ciao. Da hast du gerade eine komplett dumme Story aufgetischt. Einfach, weil ich gerade Spaß hatte. Das gehört dir doch gar nicht, das Haus, oder? Ne, das gehört mir auch nicht. Ich weiß noch nicht mehr, wer da wohnt und ob da überhaupt links wer wohnt. War lustig, wenn ich jetzt auch wirklich was finden würde. Das wär lustig. So, wir brauchen was zum Ansehen. Ich glaub, hier ist immer falsch, ne? Da gibt's die Premium-Sachen. Wir müssen zum billigen. Muss ich mich gucken. Ähm. Ach, scheiße. Bin ich da wo rein? Entschuldigung. Ich guck nämlich gerade auf mein Navi. Äh, da gibt's billige Sachen. Bin unterwegs. Und dann scheppern wir, ne? Ja, dann scheppern wir. Weil da hinten, das war Premium-Shop. Da kannst du nur schwer einkaufen. Ich habe wieder von Sugar den. Ach du scheiße. Müsst ihr mitten auf der Strassen dort mal Unterhaltung führt. Ich glaub's nicht. Andere. Wir haben ihn verloren. Der Herr Steiß-Space noch da. Äh, der war ja nicht angeschnallt. Ach nee, nicht schon wieder guck. Nee, der war auch angeschnallt. Der hat einfach Club-Pause mal wieder guck. Sollen wir auf ihn warten oder fangen wir schon mal vor? Ah, das ist doch Manni, oder? Ja, ist Manni gerade gewesen. Ja, ist Manni. Ja, das ist fangen wir mal vor. Der soll anrufen. Wir haben den Abwissen gleich schläge über. Äh, ach nee. Das hab ich jetzt. Hast du mich eingespeichert, ne? Ich hab dich nicht eingespeichert. Muss ich machen. Digga, du hast das Auto. Ja, ich mach, ich speichere dir das Scheißbein ein. Äh, Scheißbein. So da. Scheiß, was? Das ist ja Scheißbein. So, hier sind wir. Mit freundlichen Füssen Herr Steißbein. Ja, genau. So, hier sind wir. Kann direkt gegenüber, äh, Corona rüberkommen. Oh, ich speichere die. Habt ihr da irgendwelche Nummern für mich oder so? Äh, könnt ihr dem mal helfen mit dem Anziehen? Ich muss nämlich seine Nummer einspeichern. Ja. Ja, perfekt. Kann ich ihm die Anzüge auch schnell kaufen? Jetzt. Ja, sonst können wir das auch machen. Ist kein Problem. Dann, muss ich nochmal schnell zur Bankgeld abheben. Oder hast du dabei, Andy? Hey, ich war nur nicht an der Bank. Ich hab fast gar nichts dabei. Oh, mein Auge juckt. Ah, du hast gut auszureiben. So, ach. Was war jetzt Herr Steißbein seine Nummer? Ach, Scheiße. Äh, ich glaube 4K pro Mann. Aber ich muss jetzt erstmal warten, was Christian jetzt sagt. Äh, Herr Steißbein. Ach so, der ist gerade weg. Der ist gerade im Dunkeln. Ja, ich bräuchte nämlich nochmal die Nummer von Herrn Steißbein. What's up? Kevin? Ja, bitte. Du brauchst auch noch eine Nummer von ihm. Ich hab so viele Anrufe bekommen, dass ich das gar nicht mal weiß, was seine Nummer war. Hoin. Okay. Ja, ich fahr schnell zur Bank. Ich hol da Geld, dann hol ich euch die Familienkleidung. Ohhhh. 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 Markus, das Vertrauen. Sehe ich denn da die letzten Anrufe? Sehe ich da irgendwo, wo ich jemanden gecallt hab? Ne. Da siehst du nur die letzten Anrufe, aber nicht wer mich gecallt hat. Das ist aber blöd. Ich glaub das ist seine Nummer hier. Die, äh. Das war die letzte die ich angenommen hab, ne? Müsste die hier gewesen sein. Äh, die hier. Das müsste der Herr Steißbein sein, oder? Die 4, 9, 2, 9, 3. Ah, ich warte lieber bevor ich jetzt was falsches einspeicher. Aber dann hören die ja die so ganz zurecht. Ah, Sandy macht mich immer noch, äh, krumm. Herr Steißbein bitte, die Kasse 2. Herr Steißbein bitte. Herr Steißbein bitte. Herr Steißbein ist schon lustig. Warte, Frau Lady. Ne. Oh, entschuldigen Sie, sie sind ja am Pferd. Och ne, ein Einhorn immer schlimmer. Ich bin das allerletzte Einhorn, was denkst du das? Das allerletzte? Das letzte vom letzten. Dann pass aber bitte auf mit deinem Horn, dass du mir nicht ins Auge steckst, ja? Ach, zwei Chips fressen, Alter. Ich schwöre. Ja, das fass ich schon auf. In einem Zimmer mit 34, 37 Grad. Mh. Mh. Leute, das ist hier viel zu heiß, Alter. Mh, 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 mh. Na, wir sind noch alles aktiv im Chat? Da ist noch alles klar. Ja, ich kauf mal für uns. Einmal eins in den Chat, wenn man aktiv ist. Also wir brauchen jetzt noch alles. Ich bin da. Äh, Paul. Paul braucht's. So. Also, Paul. Hast du noch Money, oder? Äh, also wenn 20k reichen. Mh. 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 Also, das ist eine Nummer. Warte mal. Mh. 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 Was snackst du? Ketchupchips habe ich gerade gesnackt. Richtig geil. Bin gleich noch mal da Leute, um noch was zu trinken. Diesmal ohne AFK-Screen, mach schnell. Dankeschön. Ah, er hat sich gefunden. Ja, nach langem Suchen. Aber Schuhe sind egal, oder? Das sieht doch noch stylischer aus, oder? Kevin, du musst was entfernen, du hast keinen Platz im Rucksack. Ah, warte. Brauche ich noch eine Maske? Ja, ja. Ich brauche eine Maske, schadet mit Sicherheit nicht. Also, du kannst auch ohne Maske gehen, nur dann ist die Chance halt groß, dass du, ja. Ja, guck mal, ich habe doch eine Maske. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht so viel Munition, oder hält das? Ich muss die so drauf drauf, das heißt, ich muss sie die hier holen. Ja, ich habe auch. Ja, ja, du hast auch schon. Ich glaube, ich brauche auch. Ja, ich brauche auch. Und du hast auch schon bekommen, Paul, ihr habt alle jetzt gerade bekommen. Jetzt ernsthaft? Ja, also ihr könnt auch keinen Crocs anziehen, wenn ihr wollt. Okay, bei Crocs sehe ich mich. Wer hat eine Maske? Ich habe jetzt vor die Tür, habe ich jetzt meinen Ventilator gestellt, weil das Zimmer, in dem ich gerade sitze, so scheißmäßig heiß ist, dass ich... Hat der überhaupt noch eine Maske? Sonst recken würde. Hast du überhaupt eine Knarre, Kevin? Wieso? Ja, ich habe eine kleine Waffe mit. Ich muss nur gucken, dass der Ventilator auch in die richtige Richtung ballert. Die hat Codecheck, da muss er aufhören. Kann ich die Weste auch noch wegmachen, oder muss ich die tragen? Okay, besser. Soll es eigentlich besser werden, durch die ZR aufteilen. Und sprechender Stuhl. Jep. Also ich weiß nicht. Ich werde da, Leute, sorry. Sind 150 Schuss, sind aber auch nicht viel, oder? Doch, doch, das reicht. Ja, wenn ihr meint. Also ich gehe nur mit 50 Patronen da rein. Hä? Ich gehe nur mit 200 Patronen da rein. Ich gehe nur mit 200 Patronen da rein. Ich gehe nur mit 200 Patronen da rein. Mit 50? Ich komme. Ich bin auf Stufe 3 mit Pumpgun. Ich bin auf Stufe 3 mit Pumpgun. Ich bin auf Stufe 3 mit Pumpgun. Da reicht mal ein Headshot und der ist direkt weg. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt ist es nicht mehr so heiß, aber ich kann jetzt auf Vollgas einstellen eigentlich. Boah, Alter Vollgas, rein mit der Olga. Welche Autos nehmen wir, Jens? Äh, ist doch egal, oder? Oder müssen wir? Nein, wir müssen Familienfahrzeuge gleich haben. Dann nehmen wir, dann nehmen wir die, äh, die X5 würde ich sagen, oder? Ah ja, perfekt, machen wir so. Die würden sich dafür gut bieten. Perfekt. Fahrzeug zu. Ja, ich glaube ja. Sag mal Manni. Komm Steißwein. Ja. Sag mal Manni. Sag mal, wo war es denn schon wieder? War es wieder am Klo? Ich weiss es wirklich nicht. Du weisst es nicht, okay. Ich glaube ich habe irgendwas genommen. Tschüss, Toxifahrer. Na kurz wieder ganz schlecht. Jetzt geh mal fett, oder? Jetzt geht es los. So sieht es aus. Ja, Mann. Jawoll. Endlich. Seit langer Zeit. Och, den fahre ich aber was rein da. Bleiben wir zusammen aber, oder? Ja, du bleibst schon zusammen, tu dich. Äh, kann ich Bargeld verlieren? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Bin normal nur ganz schwierig. Ja, ich weiss, dann zahle ich das nicht bei allem, weil ich habe ja noch dein Geld dabei. Nee, nee, so viel kannst du nicht verlieren. Scheiss da drauf. Ich habe 6 Millionen dabei. Lass an. So. Äh, wo ist mein Haus? Oh, da hinten. Ich bin falsch gefahren. Das ist die Demenz, Jungs. Das ist die Demenz. Was ist? Ich höre dich ganz schlecht, weil ich gerade das fünfte Schild mitgenommen habe, Fatima. Hier dort hinten ist auch immer nichts perfekt. Opa, redest du einfach so leise, oder? Na, du redest leise auch. Sehr leise. Ich rede doch nicht leise. Ja, bei mir bist du aber sehr leise. A. B. A. 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 B. So, muss ich ihn zurückholen, ne? A. 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 A。 A. 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 doch ist es x5 ne ganz kurz x7 doch x7 ich bin so ein trottel ich denk mir nämlich das ist doch ein x7 x5 was x5 ey wie machen wir das jetzt? Schutzgeld oder einfach nur scheppern? ja perfekt von Profitertür oder Schutzgeld egal kann ich Geld dadurch verdienen, machen wir das also wir können wir können erst hingehen und sagen wir haben einen Auftrag von dem man bekommt die sind auch bei euch mit Schutzgeld, wenn die halt nicht zahlen wollen, schaffern wir die heute geil da sehe ich noch mal da kann man sogar Geld noch verdienen und das Geld bekommt Kevin und ich aufgeht grüßt ja mal du mal lieber nicht aus der Tür raus weil die ist ziemlich luftig ja ich hab ja auch gedacht die Tür fehlt warte ich mach das mal schnell das ist modern ich hab ein Werkzeugkasten dabei ich mach das schnell ich hab auch 8 Werkzeugkästen ja ich mach die Tür hier ready dass es wieder schön aussieht die Dichtung oder? kannst wieder dran bauen nee das ist nicht nur die Dichtung, das ist die ganze Tür abgefallen ja da ist trotzdem nur die Dichtung ja ne ist nicht nur die Dichtung die ganze Mutter raucht ist nur die Dichtung ne ist die ganze Tür abgefallen kennst du das nicht? das Bein ist gebrochen, ich brauchte grünes Seife und ein kleines Pflaster ne keine Ahnung was du meinst nein das ist die Mupfe kenne ich überhaupt nicht ich weiß die Hinterstürzenmupfe ja auch die Mupfe genau an der Obermupfe, da geht nämlich gerade der Gleitstübel davor und den muss man ausreffen definitiv so, wo fahren wir hin Jungs? wir müssen mal gucken wie wir auch scheppern wollen überhaupt ja auch grau oder so rosa weil wir sind ja auch so geklammert du, wir können auch theoretisch scheppern gehen wenn wir einfach ins Azi-Viertel fahren da können wir immer scheppern so, wo fahren wir jetzt hin, scheppern? ja, ich frag mal, warte mal Hallo? jetzt gehen wir scheppern ey, wo können wir denn hinfahren? äh, Geld beantragen hier oben in den Heels, oder? in den Heels fahren wir da hoch perfekt, dann fährst du vor in den Heels sind viele Businessfamilien ja ja dann los dann los, dann fähr für nein, ne? wir haben immer sehr dreckig geil die Schutzgeldeintreiber jetzt jups endlich mal Action hier auf Krant aber wir sind jetzt die Schutzgeldeintreiber Mafia also, wenn ich es überlege das so ein, so mein Helm hat mich jetzt 4750 Dollar gekostet ja kannst du doch noch keine Melde fordern, oder? gefühlt auf jeden Fall, ne? Jens, was fordert man Schutzgeld? weisst du das? ich weiss es nicht ich hab noch nie Schutzgeld gefordert aber wenn die Jungs sagen, dass das Spass macht nicht dabei ich war auch letztes Jahr an der Höschenjagd beteiligt wir werden heute am Reich wir könnten möglich sein und die anderen, ne? wir fahren jetzt einfach zu den Leuten und sagen, wir wollen Kuno oder was? ja oh guck mal, da sind zwei Autos Glück ich muss natürlich nur hoffen, dass jemand da ist ich muss natürlich nur hoffen, dass jemand da ist hier steht in den Karren hier leben halt die ganzen Businessleute die viel Geld machen wir schießen uns gut ich kann gut schießen guck mal, die haben hier alle Geld die können sich alle schöne Häuser auf den Bergen leisten guck am Ende kommen die alle mit Pumpgun haha ja, ich hab ja auch Pumpgun dabei und Raketenwerfer wär schön die holen einfach Panzer raus Hydra startet im Garten hier ist ja richtig was los 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 naja, das ist halt problematisch das erstmal zu finden ja, ist auch grad noch später am Abend da müsst ihr auch nur Leute finden wir fahren halt nur unter das Ghetto aber dann ist die wahrscheinlich halt groß dass wir auch von der Gang gezwungen werden ja, wir fahren einfach an der Gang nach Schutzgabe ja, ja, oder oder wir machen das so wie das letzte Mal gehen einfach auf dem Highway und äh ja du meinst, dass wir Leute am Highway anhalten einfach das letzte Mal gut geklappt dann machen wir das so ja, was war denn da einfach ein paar Gangs ja, ein paar Leute hochgenommen ja, dann machen wir das so machen wir das so machen wir das am Highway halt mal Leute an und verlangen Geld fertig ich hab keine Ahnung wie ich abziehe ja, das ist ja kein Problem Gute Nacht Gute Nacht wir können halt nur noch 100 sinken ist halt so gewartet halt auf der Autobahn ja, aber die brettern uns doch rüber naja, deswegen verteilt man sich auf einer steht einfach 300-400 Meter weiter und der andere steht an der ersten Stelle und Funk durch wenn ein Auto vorbeifährt und der andere hält das Auto an und dann raubt man die Person halt aus mit Geld und Waffen da seh ich mich ja, will ich kühl finden ja, das wäre natürlich auch noch hier ist ein Haus von mir noch in der Nähe gut, dann machen wir das ja hier oben hast du schon ein Haus ja das war das alte von mir in den Haaren das war auch schon geil ne so durchscheppern ist genau hier oben guck jetzt warte man hört uns jetzt nicht mehr ich höre 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 jetzt hier 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 ist hier ist hier ist hier ist hier ist hier ist da wollen wir es probieren und ins ghetto zu fahren also ich fand die die ganz geil mit dem scheppern auf der autobahn also zinken ist halt nur es dauert halt also es kann dauern je nachdem wann fahrzeuge vorbeikommen ja aber ich finde es cool wenn man durch die erste person darf mit dem der hat bock im gates nicht mehr guck mal hallo hallo geht sie gut über den kopf denkst du nicht so gespräch ist ja ich glaube ich noch nicht zu schnell ist also ich fand das mit dem mit dem vielleicht reise dass man noch ein bisschen krisen aufbaut Die kommt ja auf die Dach. Ähm, check. Check, check. Oh, 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 oh! Oh, die sind im Kontroll, Jungs. Oh, ich glaub, das ist ja ein Steiß, beim Haufen das raus. Oh, oh, oh! Boah! Ich brauch ne Abkürzung. Ist das gewollt, ne? Ja, ist gewollt, natürlich. Oh! Oh, oh, oh! Ja, der Kollege kann die Abkürzung nicht so gut wie ich. War wieder klar, ne? Oh, der ist natürlich schwer verunfällt. Ich mein, ist das so oder so? Ich warte mal ein bisschen auf den. Ist nur die Dichtung kaputt. Genau so ist es. Oder ist er schrecklich? Ich hätte gesagt, wir fahren halt wirklich Richtung Autobahn und drüber Leute abschüppeln. Ja, das ist gar keine blöde Idee, oder? Ja, find ich besser, als jetzt da noch Häusern zu suchen. Oh! Kommt zu uns, weiss er. Ich hab' noch mal eine Abkürzung. Nicht das verschwunden hat. Haben wir uns jetzt 50 Minuten gespart. Wie habt ihr gerade gesehen? Ich fahr' hier nochmal lang. Ich fahr' hier nochmal lang. Aber ich finde das Auto ist relativ schnell da, weil es so viele drinnen sitzen und es so gross ist. Guck mal, schon schnell. Ich glaub' die Kollegen kommen erst jetzt nach. Guck. Von da rein. Wir schauen immer, ob da wer ist. In dem Haus. Und sonst wollen wir rüber Richtung links, ne? Perfekt. Oh Gott. Ah, könnte man da jetzt wer? Ah, ne dort nicht. Soll' ich kommen jetzt hinterher, ob wir bauen die ganzen Unfälle oder was? Also du bist... Also ich weiss nicht, ob mein Opa, glaub' ich, will ich einen Leis-Sog auch. Ich bin ein... Ja, du wär' auch. Wir sind beide leise. Also ich hör' euch beide gut. Ne, also ich hör' euch auch schlechter. Ich hör' nur dich gut. Und Christian wär' ich auch gut, aber... Ja. Mein Opa ist irgendwie... Dem geht die Buste aus, glaub' ich. Ne, ich weiss, wer's du meinst, aber dafür kann ich nix. Ach, schau' mal hier. Klartext. Was ist mit dem? Und so wie? Ja, sie waren Stress. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ist doch schön bei dir? Ja auch nicht. Ich chill' auch ein bisschen. Perfekt. 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 Ne, ne. Vor euch. Das sind doch alle Gangster. Oha, nimm mal die Hände hoch. Alle Gangster. Alles gut. Ne, blem streben. Ne, blem streben. Ne, kein Problem. Alter, gib' mal ein bisschen was von dem Zeug, was. Fünf Minuten auf diesem Server, ich hab' keine Ahnung. Was ist denn ein Server, der Herr? Ich bin seit fünf Minuten auf diesem Server, was ist denn ein Server, der Herr? Ja, guck mal, der hat auch nicht mehr, dass ich mal Geld dabei. Guck mal, guck dir den mal an, wie der aussieht. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub... Ihr müsst kurz näher kommen. Zwei Leute müssen auch hierher kommen. Ja, warte. Ja, der eine da, der hat gar nichts. Der ist grad mal eingereist, so wie es aussieht. Ja, wir müssen aufpassen, dass du nicht die Polizei rufst. Ja, dann knallen wir die oben, Alter. Oder wir knallen dich einfach, wenn die Polizei hinter uns ist. Ganz einfache Sache. Du kannst mir den auch lassen, wenn sie wissen. Wenn du Fax her machst, Alter, dann mach dich ab jetzt. Habt ihr was mitgenommen von dem? Was hat er dir gegeben? Wer ist er denn, Alter? Hände hoch! Waffen fallen lassen! Ah! Steig ein! Steig ein, Junge! Steig ein, Junge! Komm, 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 komm! Wir müssen los! Ich bin rausgefallen! Oh, gib Kass, Alter! Oh, der hat einen, der hat... Haha, die gehen zu dem! Der hat einen! Hä? Der ist nicht eingestiegen von dem Vorhink bei uns! Hat er gesehen, wie schnell die Cops da waren jetzt grad? Wie schnell das gerade? Wie kann er denn die Cops rufen, Alter, wenn er die Hände hoch hat? Ja, ich weiß nicht, ob der... Ich weiß nicht, was ich glaube, der andere der Rotor... Hast du den gesehen? Der mit dem schwarzen Auto? Der hat die Cops gerufen, glaube ich. Ich kann sein, ja. Der hat hundert... Der hat angehalten, hat gehupt, hat an die Cops gerufen. Ich glaube, ich hab' mir die Tür zugemacht. Ja, unglaublich, wie schnell das gerade ging. Das habt ihr länger gemacht? Geh, geht's den Leuten noch gut? Ach du Scheiße! Ich hab'n Wild mitgenommen. Ja, wir sind gerade hier am Arsch. Ja, ihr habt mich aber stehen gelassen! Oh, Scheiße! Wir haben dich nicht stehen gelassen. Wir haben gedacht, du wärst vielleicht noch an der Auto eingestiegen. Bist du noch da? Hallo? Ja, ja, ich bin oben am Berg in nem Busch. Warte! Soll ich dich schnell abholen? Weil das Problem ist, wir sind gerade... Ach, warte mal. Äh, Christian, wir holen dich gleich wieder. Wie? Lass mich jetzt... Ja, du... Wir müssen... Wir müssen ein Ding holen. Wir müssen ein Handy holen. Äh, du... Soll ich dich im Busch jetzt abholen, wird dir jetzt Platz. Wir holen dich schnell ab. Ja, bitte. Ich setz schnell Meeting Point, wo ich bin. Okay, bei uns ist grad Polizei hinten auf dem Puppes. Ah, ne doch nicht. Rettung, alles gut. Ich dachte, könnte Polizei, oder? Ey, da vorne ist doch bewusstlos. Wohin fährt die Rettung? Ja, weiß ich auch nicht. Hallo? Ey, Rettung. Ach, ne, das ist doch keine Rettung. Oder, ist das Rettung? Das ist Polizei. Hallo, sind sie... Sind sie Rettung? Ach so, ne, scheiße. Das ist doch keine Rettung. Ach so scheiße. Das ist doch keine Rettung. Okay, wir müssen den Ding abholen. Die sagt, das sind auch keine Rettung. Okay, wir können dich nicht abholen. Wir haben drei Kopf hinten am Puppes. Halt selber an! Stehen bleiben oder wir schiessen. Ach du Scheiße, was macht denn der? Dankeschön! Fahr weg, Ropa! Ja, ich probier doch. Ich probier alles. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen echt wissen jetzt. Ne? Wir müssen echt wissen. Okay, Leute. Ich schnallt euch an. Ich probier jetzt mein Bestes. Okay? Ich schnallt euch. Dann schießen wir. Wir sind weg, Jungs. Wir sind weg. Jungs, geht's euch gut? Geht's euch gut, Jungs? 1-A. Perfekt. Wir sind weg. Ach du Scheiße. Ach nee. Oh, oh, oh. Alles gut. Ich hab alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Das geht super. Okay, ich muss jetzt nur gucken. Äh, Herr Steißbein! Hallo? Ich glaub, die haben hier ein Steißbein bekommen, so wie's aussieht. Scheiße. Der war da wirklich ein Busch vorhin. Herr Steißbein, hören Sie uns? Andy, sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Perfekt. Wir haben gerade alle Kops hinten abschütteln müssen. Äh, ich schau noch, dass ich schon tanken kann, dann hol ich sie ab. Wir hatten gerade ganz viele Kops hinten. Ich lauf gerade zum Casino runter. Okay, wir holen dich beim Casino. Ich muss nicht schnell noch irgendwo tanken. Warum ist Andy so laut? Ja, Andy ist richtig laut, aber ist doch gut. Dann versteht man den gut. Ich hab zwei Kamisen dabei, Opa. Achso, du hast... Ja, scheiß drauf. Ich geh'n tanken. Okay. Äh... Ach, du heiliger Scheiße. Ich wusste, dass da so viele Kops auf einmal kommen. Er ist nichts... Er ist ja... Was hast du gesehen, wie der gerammt dort hin? Ich hab das Auto abgelegt, ne? Das ist letztens auch noch passiert. Das Auto war kurz... Ja, das ist kurz lahm gewesen, das Ding. Ja. Ganz kurz, aber nicht. Ja. Muss ich reparieren lassen, wie der auch. Er weiss, was die da mitgemacht haben jetzt. Ich sag mal so, meine erste Verfolgungsjagd, richtig. Meine allererste aber, ne? Oh, oh. Alles gut, da passiert nichts. Ach. Ach, kein Premium. Ach komm, leck mich am Arsch. So. Ganz schnell hier das Ding reparieren. So. Alles gut bei dir. Und dann holen wir Andy ab. Ich glaub, sie haben aber ein Steißbein bekommen. Ja. Der war doch im Busch. Was? Ich glaube nicht. Er wurde sicher überfahren. Warte, würde sie... Warte, Herr Steißbein wurde überfahren. Lustig wärs irgendwie. Herr Steißbein hat Probleme mit dem Steißbein. Wurde leider überfahren. Schau mal, wer ist denn das denn? Ich glaub, das war ein Polizist. Ich glaub, das war ein Polizist. Ich glaub, das war ein Polizist. Wie lange? Ich bin nicht sicher. Der Treffer gestimmt. Herr Steißbein, sind sie im Knast? Ist er Steißbein? Mein Steißbein seh ich jetzt grad nicht. Äh. Oder ist Andy? Andy, komm rein Andy. Hallo. Entschuldigung. Ja, wir wollten dich grad abholen und auf einmal waren viel Kürze hinter uns. Wir konnten nix machen. Wir haben die erstmal abschütteln müssen. Alles gut, ich hab's gesehen von meinem Busch aus. Ja, ich hab alles probiert. Aber ey, ich wusste auch nicht, dass du dann da rechts gestoppt bist. Ich hab das nicht gecheckt irgendwie. Ja, ich hab noch die Tür aufbekommen, aber das Auto war zu schnell. Oh nein, guck mal, da drüben steht der andere X7. Hey, wo, 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 wo? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns. Guck mal, wer da vorne ist. Hinter uns ist da X7. Ich guck mal. Ah, da drüben. Andere Strassen. Andere Strassen? Ich seh dich nicht, bist du blind? Ah, da ist er. Ah, da ist er. Ah! Alles gut, alles. Alles super. Besser ging's nie. So, hol ich den Schnee entlang, schnell. Einer von euch. Ganz schnell. Schnell weg da. Ganz schnell weg da, ja. Aber ich muss sagen, wir haben das gut gemacht. Hallo. Sagen wir, was ich mitnehme? Äh, ja gerne. Ja komm, steig mal ein Prinzessin. Ich hab hier das Auto so weit hier gefunden. Ach so, man erkennt aber auch nicht wer hier Polizist ist und wer hier. Jens, treffen wir am Anwesenden oder wo? Ja mein Problem, wir haben wieder eine Polizei am Popo. Der will doch sich anhalt, aber ich komm nicht. Ey, Fremder. Mal ne Frage. Okay, dann bring ich das eine Auto erst auf sicher zum Anwesen. Wissen Sie, wie Sie die Hände nach oben geben. Hallo. Hallo. Hören Sie mich? Äh, ja. Hören Sie mich? Wissen Sie, wie man die Hände nach oben gibt? Hören Sie mich? Wenn Sie es nicht wissen, steigen Sie einfach aus und rennen Sie auf das Polizeiauto zu. Haben Sie es richtig gehört? Ich steige auf das Polizeiauto zu rennen, ja. Ja, aus Polizeiauto zu rennen. So, ich halte jetzt hier an und wir machen das. Du steigen aus. Nein, nicht. Der hat ne Waffe, der hat ne Waffe. Okay, der hat das gecheckt. Scheisse. Lass den wieder mitnehmen. Die arme Sau, guck mal wo der steht. Ja, aber den nehmen wir den wieder mit. Dann nehmen wir den aber wieder mit. Das ist ganz wichtig und richtig, dass wir den wieder mitnehmen. Ja, der war. Ja. Prinzessin, komm mit. Steig ein, steig ein, steig ein. Ach, du Scheisse. Komm, steig ein. Steig, steig, steig. Oh jetzt, oh jetzt wird er hart geschossen. Jetzt wird er hart geschossen, Jungs. Sollen wir den abknallen? Sollen wir den abknallen? Ja. Komm, wir schnallen den ab, komm. Komm. Oh Jungs, komm gleich. Einsteig, 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 Jungs. Komm, 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 komm. Steig ein, steig, 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 steig. Steig ein, Jungs. Oh Scheisse. Ach du Scheisse. Ach du Scheisse. Ich wollte jetzt nicht alleine abholen. Aber die haben alle bekommen. Nein. Oh mein Gott. Leute. Scheisse. Ich muss die abholen, aber die schießen da. Wie soll ich die abholen? Scheisse, ich weiß nicht, wie sind die. Ey Jungs, seid ihr noch da für die, die geschossen haben? Jungs, seid ihr noch da? Jungs, seid ihr noch da für irgendwer, der geschossen hat? Scheisse. Okay, ich bin auf mich allein gestillt. Scheisse. Tut mir so leid, Jungs. Ich wollte euch nicht richtig in die Situation bringen. Scheisse, Leute. Scheisse. Scheisse. Was ist du da los? Die sind alle down. Aber der, die, es kann halt immer mehr Polizei dazu. Es kann immer mehr Koppario. Was willst du machen, Alter? Jens, der eine X7 ist sicher in der Garage. Ja, und wir haben da gerade ein Problem. Da gab es keinen Schusswechsel hinten. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ach du Scheisse, ich habe gerade einen Radfahrer mitgenommen. Scheisse. Da hinten, bei dem. Ach nee, der verfolgt mich. Ich fahre gerade beim Casino vorbei. Hinterm Casino, da ist ja so ein Berg. Und da ist ja dann so ein, so ein, so ein, so ein See, so ein grosser. Beim Staudamm. Äh, ja, das soll ich schauen, ob ich unsere Jungs da holen kann. Und, und bringt da jungs mit. Die liegen da alle am Boden? Schaut, da sind überall Polizisten. Das, das wird nichts gehen. Die, wir sollen mir jetzt ganz bald wieder finden. Wir sind alle. Äh. Wie viele Leute sind da? Der Herr Steinsbein ist gerade down. Ach nee, Scheisse. Ich sage mal, lebt ja noch. Jens, ist das ein Himmelfahrtskommando, wenn ich da jetzt alleine reinfahre? Oder soll ich es versuchen? Ich komme mit mit dir, aber ich habe gerade ein Problem, ich brauche eine Weste, du hast noch eine Weste dabei. Ich habe gar nichts momentan, leider. Okay, warte, ich hole noch schnell eine Weste ab, ich hole eine Weste. Kein Problem. Leute, was habt ihr vor? Ja, wir haben gerade nichts vor, wir müssen Leute rausholen aus einer ganz bläden Situation. Die sind dort, wo das Wasserkraftwerk ist, der Wasserstaudamm. Dort hinter am Berg sind ganz viele Leute niedergeschossen worden von uns. Weil die Polizei uns verfolgt hat. Ach der Scheiße. Ja, ist gerade ein bisschen blöd, ich weiß. Naja, komm, vor. Stehen die dort gerade alle rum, die Cops? Ich kann es dir jetzt sagen, ich bin abgerissen. Ich war der Einzige, der auch weggekommen ist. Achso, na, dann kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass die alle gekascht worden sind. Ja, die werden die jetzt so lange bewachen, bis die Ambulanz da ist und dann. Scheiße. Oder die warten so lange, bis jemand von euch wiederkommt. Ja, aber es wäre interessant zu wissen, zu wieviel da die da dort sind. Also bei mir waren sie gerade zu sechs waren die bei mir. Wirklich statt viele. 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 Ja, besonders heftig viele. Ja, uns haben sie mit sechs Fahrzeugen verfolgt. Was, FIB war auch schon dabei? Das ist ja richtig madig. Ich finde es halt nur krass, dass der mit einem Porsche-Pasur mit Ende fahren hat, wo der mit einem X7-Self schon Probleme hatte. Finde ich krass, dass der noch da drüber fahren kann. What the fuck, darf er diese... Kann er diese Dings verkaufen und kann die... Hä? Hätte ich jetzt unterkauft haben, hätte ich gesagt, ich probiere mich hier rauszukaufen. Das ist natürlich Kacke. Macht man wahrscheinlich alle nicht, ne? Ich muss es unbedingt reparieren lassen, den Wagen. Ich sag's mal so, die heftigste Sache war ja, wo ihr dann mit den Autos abgerissen seid, bin ich nicht mehr reingekommen. Und dann stehen erst die zwei Kops vor mir, weil ich auch nicht weglaufen konnte so schnell mehr, dass sie mich nicht erwischt hätten. Und dann kommt einfach so, ja, lass den stehen, lass ihn stehen, wir müssen los, wir müssen los und sind weg. Ja, das war aber bestimmt geplant von denen. Also so schnell wie die da waren, wend ich mir, dass das komplett geplant war. Ja, also... Normalerweise fährt um die Uhrzeit keiner mehr auf dem Highway hoch und runter. Die Stingwäuer dort uns ja beobachtet. Ja, da hat uns jemand sehr stark beobachtet. Ja, super. Ähm, meine Frage, braucht jetzt noch für eine Abholung oder irgendwas? Ich wär jetzt ready. Also ich wär am Anwesen. Wollte ich doch mal rüberkommen. Also wenn du schaffst uns zu Gefängnis... Kannst du gerne machen, weil dann können wir schauen, ob wir noch irgendjemanden irgendwo retten können. Ja, perfekt, machen wir das ja. Also wenn der schaffst, wenn wir uns aus dem Gefängnis rauszuholen, dann wären wir auch wieder da. Und wie sollen wir das schaffen, euch aus dem Knast zu holen? Gute Frage. Könnt ihr einem 100k überweisen und er guckt, ob er sie mir hier reinkriegt, dann kann ich mir rauskommen. Was für 100k können wir dich rauskaufen? Nee, also ich müsste mich rauskaufen. Ich müsste dann halt übersagten, einen Ruckupen und Cyberarmdruck kaufen. Ähm, braucht man hier dafür auch ein USB-Stick, dass alle rauskommt? Soll ich Massenausbruch mäßig? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich höre ich dir auch nicht, wenn ihr das macht. Ja, weil dann können nämlich alle rauskaufen. Weil, äh, Money ist auch grad wieder, also ist grob drin. Ja, aber ich hab jetzt gar keinen Bock hier 55 Monate abzusitzen. Naja, das ist echt scheiße. Ja, deswegen Massenausbruch. Ja gut, das Problem ist, dann müsste eigentlich, ähm, Andy oder Jens irgendwie probieren, hier reinzukommen und das einem von uns zu geben, dass einer das machen kann. Äh, ich könnte probieren, ja. Auf der muss ich mein Auto wechseln. Aber ich glaub nicht, dass sie dich einfach so ins Gefängnis lassen zum Häftling. Oh, nee, das geht nicht. Können wir vergessen. Man braucht auf jeden Fall einen USB-Stick, das will ich aber nicht. Wie es weitergeht, weiß ich überhaupt nicht. Ich hab das noch nie gemacht. Ich war nur bei einem Massenausbruch auf jeden Fall schon immer dabei, aber da hatten sie mich wieder gecast. Also wenn man das mit dem Massenausbruch machen würde, dann, äh, müssen wir schnell handeln, ansonsten ist das USB sofort wieder da. Äh, sag mal, ich hab am Schwarzmarkt für 150.000, da hab ich mir eine SAHP-Weste gekauft. Ist die legal? Ähm, ich glaub nicht. Ja, aber da steht fett SAHP drauf, aber die war auf dem illegalen Schwarzmarkt. Hauptsache ich hat eine Weste. Ich hab jetzt noch für 200.000 Dollar gefälschte Polizeiausweise und dann können wir hier Polizeisachen machen. Okay, die wir machen, theoretisch. Schau mal. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mindestens einen Gangster haben, dass das... Polizeipapiere, gefälschte Polizeidokumente. Ja, stimmt. Weil ich hab das... Ja, ich hab, ich hab, ich hab auch schon probiert, äh, gefälschte Ausweise ranzubekommen, aber... Wenn ich kein Gangster bin, dann weiß ich auch nicht. Stimmt, wir sind ja keine Gang. Papier für Geld, die zu viel Coca. Was? Du bist kein Gangster. Muss ich hier irgendwie erst mal Gangster werden? Na, haben wir irgendwie noch ein gutes Verhältnis zu irgendeiner Gang? Das wir die vielleicht fragen. Seitdem wir aus dem Ghetto tausend sind, eigentlich mit keinem mehr. Oh, wir fangen ja so gut. Na, scheiße. Na, das ist natürlich scheiße. Wieder blisten und da, call checken. Ich bin noch lange da, also... Perfekt, ich auch, ich auch. Was sagst du zu der Baustelle? Ja, ich hab damit kein Problem, ne? So, was ist denn mein Auto, nochmal mein... Äh... Also brauchen wir auf jeden Fall mindestens, äh, sechs, sieben Leute, die auch dauerhaft dann auch mitarbeiten, ne? Andy, wie sieht's bei dir aus? Und wie lange dauert so ne Baustelle? Also 24 Stunden Zeit hab ich die fertig zu machen. Ja, nichts. Naja, aber wie viel Zeit braucht man dafür? Ich glaub wir haben letztens mal sechs oder sieben Stunden gebraucht. Guck mal. Schicke Weste. Hab ich mir auch gedacht, ne? Wie lange hast du, call check? Äh, ich hab jetzt noch ne halbe Stunde... äh... Ja, einen halben Monat. Der Herr, was ist denn ne halbe Stunde? Ja, ich hab's auch grad gemerkt. Und wie ist jetzt aus hier mit, mit dem hier mit Herrn Steißbein und mit, mit Manni? Äh, ich weiß es nicht, tatsächlich. Ich kann ja mal fragen... Weil von denen höch ich grad gar nix mehr empfangen. Okay. Ist das die Dauern sind komplett? Holy shit. Jens, wie sieht denn aktuell der Plan jetzt aus? Der Plan? Ich hätte jetzt mal gerne, als alle wieder rauskamen. Das ist mein Plan gerade. Naja, das wär eigentlich das schönste. Weil für Markus, sag ich mal, wenn ich jetzt mein letztes Geld in mir rein überweis, kann er sich rauskaufen. Für hunderttausend. Ich kann das uns auch das Geld für geben, ist nicht das Problem. Wie bitte? Wir müssten es halt nur an Markus überweisen, wie er meinte, glaub ich. Dass er sich freikaufen kann, da drin. Das kriegen wir auch hin. Bestimmt so ein Amazon Prime-Kunde, ne? Bestimmt. Soll ich dir das überweisen, das Geld? Äh, ich frag mal Markus nochmal genau. Ja. Markus, wie ist jetzt das? Also... Kannst du dich rauskaufen, oder wie? Ja. Ah. Jawoll, dann warte mal ganz kurz. Also, ich muss sie auf der Hand haben, ne? Nicht auf Bankkonto. Achso, ja, dann bringt's ihm nix. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ne? Genau deswegen. Auf Bankkonto hab ich selber die 100k. Scheiße. Wenn ich dir jetzt ne Überweisung mach, dann hast du es ja auch nur auf der Bank, oder? Ja. Hast du ne... Herr Steißbein ist im Knast. Scheiße. Ich bin in einer offenen. Also, man kann vor mir stehen. Ich bin nicht in einer offenen. Herr Steißbein ist im Knast. Das ist ein Dolus. Okay, also kann ich theoretisch mich zivilkleiden und's dir bringen? Wenn du reinkommst, ja. Perfekt, ein paar Autos sind wieder komplett weg. Ich denk, die haben alles zugemacht hier. Ja, ich glaub's auch. Kannst du in den Hof raus? Hm, darf ich nicht. Nur mit Begleitung, wenn dann. Na, ich glaube, äh, die Wärter sind unterbesetzt hier auch. Um die Zeit. Äh, äh, Markus, wo bist du eigentlich? Ähm, welcher Zelle? Oben oder unten? Was sagt man, kommt er durch? Äh, ich sitz oben über Kevin. Über Kevin? Jens, hast du ne Idee, wie wir zu Markus hereinkommen? Ich könnt mal gucken. Fangen wir uns mal hin und gucken, was wir machen. Man hält sich nicht, Kevin. Nee, jawohl. Ah, Jens, ich würd sagen, wir ziehen uns zivil an und fahren einfach mit dem, äh, glamourösen Auto vor. Oder in der Baustelle. Hätte ich auch gesagt. Bin ich voll dabei. Ich kann nur mehr Westen nicht ausziehen, ist gerade das Problem. Ja, ich hab allgemein kein Problem damit, ne? Ich könnt auch ruhig auch wieder den Fahrer machen. So, so. Ah, doch, kann ich. Nee, nee. Ah, verdammt. Ja, dann hol ich die kleine mit 3000 nochmal, oder? Äh, ja. Weil ich sag mal so, Kohle brauch ich so oder so wieder. Ich hab gar nichts mehr. Von 260.000 hab ich nur noch 31.000. Wir fahren mit dem zivil. Aber was ich mich frag, warum mich die so stehen lassen haben und lassen. Ja, ich, ich bin, ich war der Fahrer. Wir haben dich stehen lassen. Ich war der Fahrer von dem einen. War der vorne. Nee, nee, ich mein die Bullen. Die Bullen. Ach so, nee. Aber die, glaub ich, sind bei uns her. Die sind ja zu zweit da vor mir gestanden und haben dann gemeint, ja egal, lass den stehen. Wir müssen los. Ich glaub, weil die uns wollten anscheinend. Naja, denk ich auch. Ja, ich stehe. Ich bin sonst nicht mehr rum. Weil ich hab mich dann erstmal im Buschversteck gehabt, bis sie weiter weg waren und bin dann Richtung Casino runtergelaufen. Ja, ich hab mich schnell an dem Pferd. Ich hab mich schnell an dem Pferd. Ich hab mich schnell an dem Pferd. Einfach schauen, was geht für die Jungs. Ja, und ich mein, der Steißmann ist auch drin und so wie es aussieht, ist der Mann hier auch drin. Ja, ich glaub, die haben so ziemlich alle bis auf uns zwei erwischt. Im Code-Check, oder? Ja. Genau, ja. Wie gesagt, ich hab gemerkt, ich wurde angeschossen, der der Aim des Todes hatte. Da hab ich gemerkt, ab ins Auto und dann weg da. Da war dann ein Ende. Ja, ich hab mich leider nicht mehr ins Auto reinziehen können. So, da nochmal vorne links. Und dann sind wir da. Ich hab mir noch gesucht. Ich hab ne äh, ich hab ne Farming öffnet bei mir. Mach das auch noch sehr gut. Ja, ein Wanted. Mhm. Ich bin aufgewacht mit drei Wanted. Ja, man hört dich. Jens und ich schauen gerade, ob wir euch irgendwie helfen können. Oh, du bist eh da! Was ist los mit dir? Was passiert? Wärst du mich nicht? Ja, die haben uns halt eingeknastet. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Bei euch, alles gut? Ja, bei mir. Ich bin noch weggekommen. Wirklich? Ja. Ich bin auch weggekommen und kann das Auto noch safe. Im Auto hat er mich erwischt. Ja. Im Auto. Im Auto? Du warst schon drinnen, gell? Ja. Super. Ja, jetzt müssen wir noch gucken gegen Herrn Steißpennen, oder soll ich den irgendwie hier rauskriegen? Der hat aber ja gesagt, der kommt nicht mehr raus. Ich hab gesehen, man kann im Darknet, kannst du, äh, für 100.000 deine Befreiung. Aber ich glaub, das ist nur für dich selber. Ich hab's nur für ihn selber, glaub ich, ja. Hallo, der Herr. Ja, ich wollte mich bei einer Familie da bewerben. Weil, ihr Kollege hat mir irgendwas erzählt, was man sich bewerben kann. Ja, dann würd ich sagen, können Sie gleich hier mit dem Chef selber sogar reden. Ach ne, bitte nicht mit mir. Kann ich Ihrer Familie auch beitreten? Was, Sie wollen, dass ich Ihnen ins Gesicht trete? Hallo? Hallo? Ich soll in Ihr Gesicht treten? Ich schau mal nach nem Weg. Sie haben gesagt, ich soll in Ihr Gesicht reintreten. Habe ich das gerade richtig verstanden? Nein, das haben Sie falsch verstanden, Herr. Was, was haben Sie gesagt? Und Jens, ich glaub, du sollst ihn ans Bein treten. Ich soll in Ihr Schienbein treten? Nee. Was denn? Ihrer Familie beitreten. In Ihr Schienbein treten? Nee. Sowas mach ich nicht, das find ich pervers und komplex. Sie wollen der Familie beitreten, haben Sie gesagt, gell? Jo, genau. Genau. Äh. Da gibt's, wie gesagt, bei uns die Probe. Wenn Sie Probe sein wollen, das ist kein Problem. Dann können Sie gerne bei uns in der Familie Probe machen. Ich höre jetzt durchlaut Sie mal ein, ja. Und wenn Sie sich hocharbeiten wollen, das können Sie machen. Wie gesagt, wenn wir sehen, Sie sind oft da und so. Haben Sie es gerade abgelehnt? Nö, ich hab nix abgelehnt, das weiß ich nicht. Achso, das waren Sie nicht. So. Ich glaub, wenn es nicht geht, muss der Herr, glaub ich, hier mal kurz auf die Seite. Sie sind bereits in der Familie, was ist denn da los? Kann ich das irgendwie verlassen? Weil ich wurde da reingemacht und jetzt weiß ich nicht, wie ich das verlassen kann. Achso, Sie sind in einer Familie dringend. Ja, genau. Da müssen Sie natürlich die Familie verlassen, natürlich. Zuerst verlassen. Wie geht das? Das weiß ich nicht. Sehe ich so, als wüsste ich das, wie man aus Ihrer Familie austritt. Sie müssen auf dem M-Muskel dann meine Familie verlassen. Oh, der M-Muskel. Wer kennt ihn? Den M-Muskel. Wer kennt ihn nicht? Hä? Ja. M-Muskel, meine Familie und dann Familie verlassen. Ah, jetzt müsste es gehen. Warten Sie kurz. Ich hab Sie jetzt verlassen. Oder ja, ich habe mich eingeschissen. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen Geld für ein Klopapier. Ja, ich habe mich eingeschissen. Ich hab an... Ich brauch ein bisschen Geld für ein bisschen Klopapier. Ne, also, ich schau grad, ob ich hier... Geht's, oder? Ja. Jetzt können Sie. Perfekt. Wie gesagt, Sie sind auf Probe, soll es nicht passen. Schmeissen wir sie raus. Wenn es posten, bleiben sie drin und werden aufgestockt. Wie heißt denn? So, ich zieh mir noch mal schon. Ich hab ein Lebensmittelverkast. Ich hab irgendeine Krankheit. Dankeschön, ne? Bitte, wir kommen. Aber das mit dem in den Schienbeintreten, von dem her verstehe ich noch immer nicht ganz. Ähm, hab ich ein Auto? Ich sag mal, wo hast denn du das geile Schwert her? Ich? Ja. Was hab ich mir gekauft? Geil. Ob ich nicht? Ich muss mal gucken, was kostet denn sowas? Okay, jetzt können wir hier. Das ist nicht so teuer, glaub ich. 20. Aber ich hab leider nichts mehr. Gibt's noch in verschiedenen Farben. Äh, hört man mich? Ja, man hört durch Coachtrack. Ich hab nur ein Grand Coin. Oh ne. Perfekt. Aber das Schwert ist echt geil. Ah, hier gibt's die Dinger. 15 Grand Coins. 15 Grand Coins. Ich hab leider keine mehr. Ja. Äh, mit welcher Taste, äh, halt mit welchem Muskel, am, äh, Funk, halt die Taste am Funk, ähm, mit, äh, ja. Auf dem Funkgerät die E4 Taste. Aber da kommen sie noch nicht rein als Probe. Ja, ja, zu mir auch. Sag, dass man hier hochkommt. Wie bitte? Äh, sie können noch kein Funkgerät in der Probe anmachen. Ja. Ich will von hier oben nach... Das können sie erst, wenn sie eingestellt sind. Offiziell. Ja. Aha, okay. Und zeigen sie auf so viele Leute, das versteh ich nicht. Sie zeigen überall hin, so. Überall zeigen... Überall hin zeigen. Du, Jens, kannst du mir mal den Kofferraum kurz aufmachen, bitte? Ja, kein Problem. Meinen Kofferraum? Ja, bitte. Jawohl. Ja, auch für die Kiste. Kommst du dran? Hallo, klappt's? Ah, ist alles privat drin. Warte mal, ich stecke mal was zu. Ist ein Privatfahrzeug, genau. Wechsel. Perfekt. Wie viel hast du mir jetzt gegeben? Äh, 40 und die 2, wo ich hatte. Oh, das Problem ist jetzt relativ voll. Ich will auch. Komm mal kurz mit, Jens. Habe ich jedenfalls gemerkt oder so? Ich hab hier nämlich, äh... Ich hab noch 39. Jens, komm mal zu mir rüber, bitte. Das Problem ist, äh... Das Problem ist, äh... Der Kofferraum ist voll. Ui. Du, der Kofferraum ist voll, ne? Äh, ja, kann's sein. Äh, wenn ich jetzt durch die Tür hier reingehe, ich kann hinten durchlaufen in den Hof. Ja. Ich schau mal, ob ich da irgendwo was finde. Okay, ja. Brauchst du Geld dafür? Ich glaube, ich kann weg. Oder geht das so? Äh, ich will erst mal nach dem Weg schauen. Okay, ja. Ob er irgendwo... Ja, probier's halt mal. Neue Tief. Erst mal Leute zum Ausbruch helfen. Schau mal. Hallo. Was ist los? Was macht ihr? Ja, wir gucken, wie wir den rauskriegen. Dich hören. Ich werde besucht vom FIB, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Oben. Ich seh's in der Zelle. Kleiner Tipp am Rande, dass FIB sucht zu werden. Ich versteck Herbert, was der sagt. Verstehst du den? So, der Herr. Hier mit dem weißen Kopftuch. Wollen Sie mir auch immer noch bitte in Reisefass gehen? Ja, natürlich. Einen Moment bitte. Guten Tag, hallo. Ja, hallo. Man hört sie kaum. Ich weiss nicht, was sie gerade gesagt haben zu mir. Das FIB sucht nach ihnen. Ach so. Weil sie eventuell Wounteds haben können. Hier kann jeder von uns Wounteds haben. Der FIB sucht nach einem von. Das soll hier eine Aufgebung sein. Ach so. Danke. Daher. Würden Sie mir einmal noch bitte Ihren Reisepass geben? Daher. Würden Sie mir einmal noch bitte Ihren Reisepass geben? Hier. Ja, ja. Genau. Und weg bin ich. Und tschüss. Ohne Kennzeichen. Ohne Kennzeichen. Leider gibt es hier keine Nossflaschen. Das war jetzt geil. Und rein mit der Olga. Aber Gott sei Dank hat mir der noch gesagt. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich habe irgendwas mit FIB verstanden. Aber mehr nicht. Ich muss das Auto wechseln. Weil das jetzige Auto ist ein bisschen... Arschig. Es ist wirklich arschig, das Ding. Wie anders das hier aussieht, wenn hier keine Bäume sind. Ultrakrass. Voll anders hier alles. Ein bisschen Bedenken. Auf Erlosen ja hier überall Bäume. Und hier ist einfach nichts. Schon ein krasser Unterschied. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwie ein Steißbein rauskriegen. Arme Jugend. Der Hirn-Ausweis bitte. Ich habe nicht dabei... Es ist geiles, ja. Ohne Hilfe. Ich habe ja nicht mal was gesagt. Mir hat man eigentlich die Uhr weggefahren. Herr Steißbein. Wieso kriegen wir die Arme? Wir haben uns da los. Ach, das macht schon Spaß hier. Ja, das ist ein bisschen lockerer nehmen. Genau, was meins bin. Oh, das FLB-Meter. Ich fasse jetzt auch etwas auf, wenn ich das FLB genau da gucke, ne? Vor allem eben diese Uhrzeit, das ist es gerade... Kevin fang einfach ganz laut an zu singen. Dann hören die ja nicht so. Es sind gerade 428 Spiele online. Es ist nicht viel gerade. Und die sind mir gefühlt immer am Arsch hinten drauf, so. Können wir fliegen sein. Man hätte ja auch direkt auf mich zukommen können, ne? Was sie könnten. Hotelübernahme. Gibt es ja eigentlich auch ein P1 zu kaufen? Ich würde mir den nicht holen und den Hund anmalen und den mal für den Kopf flüchten. Genau so würde ich das machen. Ja, wisst ihr, was das krass ist? Den Wagen, den ich jetzt gerade fahre, der Lambo, ist übelst langsam, ne? Der ist aber voll tuned, der Wagen. Weil ich eh schon mal gesagt, dass der beste Wagen der Performante ist. Nein, ich hab noch 39... Ne, 35 Monate. Ich change den mal schnell den Wagen. Ich change den mal um. Das wird echt der Performante ist nicht so geil. Hat noch nicht mal diese Toilettenspülung hier oben funktioniert, Junge. Du Armer. Jetzt hab ich nen Fetzen da rumhängen. Der Arme. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich hab grad voll den Reiz da. Oh, das kenn ich irgendwoher. Ja, das kenn ich von irgendwoher. Was ist denn da los? So ein Faden aus dem Fahrzeug platzieren. Nämlich hätte ich gern hier den Wagen hier. Jawoll. Da muss ich mir noch mal den Dings zu machen. So. Sieht immer wieder schick aus hier, oder? Sieht jetzt wieder richtig schick aus. Aber dann fahr ich lieber meinen Performante. Weil mit dem bin ich auf jeden Fall viel schneller unterwegs. Einmal mit No-Kip wieder abhauen, genau. Sieht aus wie das Batman-Mobil hier. So ähnlich. Ich schwöre euch, das ist halt so traurig, wenn du so ein Performante hast. Und er halt viel, viel günstiger ist. Munte. Ne, und dann fährst du mit dem Ding einfach alles weg. Das ist ja das krasse. Ich kann mit dem Teil hier... Hallo? Hallo? Ist das eh Blunde? Besitzen Sie dieses Haus? Äh, bitte was? Besitzen Sie dieses Haus? Ja, warum? Weil sie vorhin die Polizei observiert hat. Hat die Polizei observiert? Äh, vor... 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 wann hat die hier observiert? Vor guten... fünf bis zehn Minuten. Achso, alles klar, danke für die Info. Kein Problem. Danke, danke. Hä, aber da hatten die ja mein Gesicht noch gar nicht, hä? Oder machen die das, wenn sie ein Kennzeichen sehen, dass sie zum Hausdelt hinfahren? Ich weiß noch nicht, wie die Polizei hier arbeitet. Und so los ist jetzt die Polizei... Aber ich geh das mal durch. Äh, Jungs, da war Gott wer für unsere Haustier. Der hat gesagt, dass die Polizei bei uns zuhause, bei der Familie kann, äh... Äh, hier, äh... Nicht konvertiert, nicht konfisziert. Ihr wisst, was gemacht hat. Was wollte die? Nee, die hat... die hat... die hat... die hat nicht konvertiert. Die hat nicht konfisziert. Die Polizei, die hat... Was hat die Polizei gemacht? Wart ihr, Gummi? Hallo? Ja? Nee, die Polizei war bei uns im Anwesen, weil ich gesucht werde anscheinend. Was, die fetzen? Also scheppern? Ja, ist grad schlecht. Ich fahr nochmal zurück zum, äh... Sag mal, ist auch wer beim, beim Gefängnis? Ja, ich bin in 32 Monaten draußen. Perfekt. Was wollen die bei uns am Mann wissen? Ja, die haben Investigation dort gemacht. Ich hatte gerade Kopfschmerzen gehabt. Kann man hier runterfahren? Darf man das? Darf man mit dem Ding hier? Oh, ich weiß nicht, die Offroad-Regel hier. Ich muss ehrlich sagen, ich hab mich... ... da nicht eingelesen, was das Offroading trifft. Missvollkommen, ich hab nix gesehen. Aber lieber nochmal hier die Regeln und durchlesen zum Offroading. Da ist Polizei. Jens, jetzt gerade angefangen. Was passt eigentlich mit dem Haus 102? Ja, behalten. Wahrscheinlich ist wieder Polizei da vorne. Wieso setzt du das nicht mal zur Mieter rein? Ja, könnte ich auch machen, stimmt schon. Aber ist mir eigentlich egal. Okay. Ob der Cop da jetzt zu mir kommt oder ob der da hinten bleibt. Das ist Polizei. Genau, ist das jetzt Ritual, dass Cops sind oder nicht? Man erkennt hier halt die Autos von den Cops nicht, ne? Also, man weiß nie, ob das jetzt ein Cop ist oder nicht. Eine Legende besagt, dass Andel sich immer noch fragt, warum der grüne P1 so schnell ist. Alter, wie der da ausgetickt ist. Ach, das ist doch... Das kann doch nicht sein. Warum ist der so schnell weg? Hä, das ist sicher die Sichtweite. Das ist 100 pro die Sichtweite. Vorher gesagt hat, dass die Sichtweite dran schuld ist. Wir haben so lachen müssen. Aber ist ein Stream verfolgt. Und der sich dann beschwert, dass die Sichtweite... Die Sichtweite... Lachfläsches Todes bekommen. Mhm. Der Typ ist aber auch wie ein Rubberband. Und wir hatten ja da 50 mal an mir vorbei. Was ist denn los mit dem? Mhm. 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 Ein Lackgesoffen oder was? Mhm. 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 Der hat grad Spaß in seinem Leben. Das an mir vorbeifährt die ganze Zeit. Ähm... Manni, bist du im Funk? Mhm. 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 Frey. Das kann ich jetzt erst vorlesen. Sorry. Ein bisschen spät jetzt. Aber Superchat-Sachen werden die eingeblendet jetzt derzeit. Ich glaube nicht, dass er im Funk ist, Andy. Guck mal, da vorne ist COP. COP Autos. Schau mal schnell. Grand RP Server 2. Die Regeln. Beschwerden gibt's. What's new? Na, ich muss ja Home. So. Forum. Da muss doch irgendwo das Ding stehen. Ich hab das doch mal offen gehabt. Ah, hier. Da sind die Regeln, genau. Die Serverregeln. Wollte ich noch gucken. Nämlich... beim Fahrzeug. Also, Markus, wir haben jetzt keinerlei Weg irgendwo gefunden. Ach, kommt halt auf Englisch. Ja, gut. Das ist auch kein Problem. Ja, alles gut. Sitze ich halt noch ab. Da brauch ich dann halt nur irgendwie so'n 27, 28 Minuten Abkona. Ja, das ist alles easy. Abkona. Ja, also ich find nichts zu Autos eigentlich seh ich grad. Also ich seh, ich find nichts zu Autos. Es gibt noch die Geto-Rules, die Greenzone-Rules kennen wir ja auch. Aber es gibt keine, äh, Regeln, dass wir nicht aufholschfahren. Ich hab noch 11 Monate. Ah, hier, warte mal. Hm. Hm. Wie lang? Elf Monate. Wieso bist du auf einmal so schnell wie ich? Nö. Nichts. Gar nichts. Wahrscheinlich schlags an meinen Kopfschmerzen. Zwischendurch. Und ich sitz hier auch schon länger. Ich bin einfach nur blind oder so. Keine Ahnung. Also findet ihr irgendwas, äh, irgendwas zu ner Regelung mit Offroad? Aufgrant? Ich glaub aber nicht. Also ich find da nichts, ne. Es gibt nur Nickname-Creation, Rule of Communication, Hacking and Software Use, Rules about how to deal with Administration, Rules of Play. Also wenn, dann müsste es bei Rule of Play drinstehen, aber da steht halt nichts drüber drin. Ah, ich hab mich mal unsicher, ob ich Offroad fahren kann, wie ich verfolgt werde zum Beispiel von den Cops. Oh, da steht nichts einfach. Nee, gar nichts. Nothing. Also ich muss sagen, also die haben echt relativ wenig Regeln im Regelwerk. Ich dachte es sind ein paar mehr jetzt. Aber ist halt jeder Server anders, ne. Die haben ja Server 1, Server 2, Server 3, Server 4 und so weiter. Da sind die Regeln überall ein bisschen anders. Das muss man mich trotzdem gerade. Ich darf theoretisch überall fahren, wo ich will mit meiner Karre. Da ist mit keinem Sportfahrzeug. Also ich find da nichts dazu. Ich such gerade die ganze Zeit. Ich war mir dazu erst auch unsicher. Aber ich find dazu nichts, wenn ich da reingucke. Unter Regelwerk. Also gar nichts. Nothing. Jens, bist du im Funk? Äh, ja, positiv. Äh, wir fahren jetzt wieder ins Anwesen zurück. Wir haben jetzt keinen Weg rein gefunden und die Cops haben uns auch schon angesprochen. Äh, ich bin, ich bin vor der Einfahrt, ne. Äh, da beim Jail. Ja, dann fragt ihr mal an den Kopf, ob ihr kurz reinkommen könnt, dass ihr, äh, was kurz jemandem geben wollt. Ja, die haben schon Stress gemacht, Markus, weil wir nur draußen waren. Dann schäppert ihr einfach. Dann schäppert ihr einfach. Dann schäppert ihr einfach. War auch meine Überlegung. Ja, sonst machen wir die einfach kalt und gut ist. Ja, mir auch am besten. Ja, habt ihr eure Masken und alles auf? Also wir können hier drin keine Masken anziehen, aber ihr müsstet welche anziehen dann? Ne, ne, ich mein jetzt auch wir. Wie viele Leute sind jetzt eigentlich noch im Knast drin? Äh, drei Stück müssten noch sein. Ja, dann würd ich sagen, komm ich auch nochmal mit nem großen Auto, dass man euch alle in einmal abholen kann. Ist ja drinnen sitze. Erstmal schäbern. Ich hab auch noch 24 Monate. Hm, Katze. 24 Monate. Aber wenn ihr noch so ein paar Monate da über habt, dann bin ich nochmal ganz kurz im Haus und schau was. Ja, ich hab noch acht Monate knapp. Ja. Ja, dich kann Jens dann eventuell gleich schon mitnehmen. Der meint, der ist schon am Trail oben. Perfekt. Wenn das für Herr Benz in Ordnung ist? Ja, wär in Ordnung. Super. Dankeschön. Super. Dankeschön. Der ganze Chat ist blau bei mir. Ich denke mir sowas in der Lungs. Ich denke mir aber bitte Klopapier mit Andy, wenn du auf den Rückweg gehst, okay? Wenn mir nur was dieser Typ die ganze Zeit macht, wer ist denn das? Irgendein Fremder. Drei oder vier lage ich da her? Vier lage ich bitte. Ich hab ein reiches Kupöchen. Oh Gott. Alles klar. Also, 240er nass Schleifpapier. Das wird in der Wille. Mach 80er bitte draus. Ist besser. Schreibt sich schneller ab, meinst du, oder wie? Gibt's eigentlich auch 60er? Ja. Es ist viel angenehmer, wenn man Steuerung drückt, wenn der Motor ein ausmacht. Müsste ich auf RLO auch so machen. Ja Bruder, du kannst nicht erwarten, dass um 2.30 Uhr noch 9k online sind wie vorher. Ne, das nicht. Aber wir sind immer noch 2.900 Zuschauer. Der ganze Chat ist blau. Das meine ich gerade. Ist halt strange. Also so strange war es noch nie wie heute. Aber liegt auch daran, weil ich jetzt wieder sehr viele Mods habe, die aktiv sind um die Uhrzeit. Weil sonst war es ja so, dass eh so viele Mods da sind. Und heute sind mal richtig viele Mods aktiv. Deshalb höchstwahrscheinlich auch. Naja, das geht doch nach ner Zeit, oder? Die Schmerzen lindern doch irgendwann mal, oder? Boah, der geht mir so am Poppist da vor mir. Wird mir die ganze Zeit rum, ey. Und Karre wieder kaputt. Den würde ich echt gerne wegschebbern, den Typen da vorne. Den würde ich echt gerne wegschebbern. Einfach so. Die FIBler haben eine Liste, wo alle draufstehen mit Wanted und können alle 5 Minuten spotten und sehen deinen Standort. Ach so. Oh. Ah. Okay, verstehe. Mhm. Jetzt verstehe auch warum die hergefahren sind zu uns, weil ich da rumgestanden bin. Aber, wann sollen sie jetzt herkommen? Dann falle ich halt wieder weg. Wie das Problem? Ich habe ja Zeit. Vielleicht hole ich mir auch ein Eis in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht. Vielleicht ist... Wie viel bieten sie mir, damit ich den Typen umlege? Eh, bitte was? Wie viel bieten sie mir? Ich verstehe sie zwar nicht, aber ich habe gehört, sie wollen den Typen umlegen. Lassen sie den einfach rumfahren, soll er machen. Ja. Also, ich habe noch... Verstehe mich? Ja, dann Spaß doch. Ja. Man hört dich. Bin ich was? Ja, ich habe noch acht, äh neun Monate. Ich verstehe sie ganz schlecht. Na, ich habe noch knapp vier Monate. Das liegt darum, ich habe gerade... Was machen sie gerade? Ich auch einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe gar keinen. Ah, dankeschön. Ich höre sie gerade ganz schlecht, weil mein Funk so laut ist. Warten sie mal. Ah, nein. Verstehe. So, also ich habe gerade ausgeschalten. Jetzt höre ich sie besser. Was haben sie gesagt? Ja, ich... Ich biete ihnen. Also, ich tue es kostenlos. Ich kann den Typen den immer vor dem Kopf halten. Ne, ne, lassen sie mal. Ich muss jetzt wieder weg. Das FIB ist da. Ja, okay. Oh, ne, doch nicht. Ne, weil die suchen mich nämlich. Ich bin gerade auf der Flucht. Ah, okay. Und die stellen... Ich dachte schon der fährt zu mir, aber jetzt ist alles gechillt. Ich sehe gerade ein paar Chips hier. Wie viele Sterne haben sie denn? Ich höre sie gerade so schlecht, weil die Chips so laut sind. Ja, okay. Egal. Ne, ich weiß nicht warum, aber sie sind so leise bei mir. Ich höre sie echt nicht. Jetzt ist ein Stream-Sniper. Wie viel geben sie mir? Das ist weg, ich habe das gehört. Ich höre das Andy. Hm. Oh, ne, wir rufen jetzt an. Ich will immer F1 drücken. Hallo. Hallo. Die Polizei hat mir ihre Nummer gegeben. Okay. Ich bin der Typ, der vorhin vor ihrer Haustür war. Und Sie waren vor der Haustür, okay? Ja. Ja, ist gerade ein paar Chips im Auto da. Wie kann ich Ihnen helfen? Was essen Sie denn für Chips? Hm, Ketchup Chips. Aus Österreich. Die beste Chips, die es hier gibt. So bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Ah, wie ekelhaft. Ja, ähm. Und zwar, wenn die Hilfe brauchen. Ich habe jetzt einen Helikopter gekauft. Und weiß nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Und Sie sahen relativ reich aus. Und vielleicht kann man da ja gegen eine kleine Gebühr irgendwas machen. Also jetzt gerade brauche ich keinen Helikopter. Okay, sagen Sie mir, wenn Sie einen brauchen. Dankeschön. Und guten Appetit noch. Und danke, ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Tschüssi. Ob das stimmt mit der Nummer? So. Hm. Die Chips machen süchtig. Muss aufhören. Die machen süchtig, diese Dinger. Ich schwöre. Ich schwöre. Aber schmackhaft sind sie. Ich weiß. Ah. Bist der beste YouTuber, den ich kenne. Danke. Erstmal Chips live von Stream essen und erst mal trinken. Hm. Oh ne, da war eine Katze grad scheißen, Alter. Und ich hab die Tür offen. Oh ne, ey. Da war eine Katze draußen scheißen. Und ich hab den Ventilator von draußen, der reinzieht, Alter. Riech die ganze scheiße von draußen. Bruder. Hallo. Servus. Moin Jens. So. Hatte ich gesagt, der kommt in 8 Monaten raus? Äh, ja. Die ersten kommen jetzt dann gleich. Oh, okay. Verstanden. Den wir autostürmen. Im Auto lieber. Das wird hier gesucht. Ah. Funk war jetzt ganz schön laut. Ah, ich glaub unsere Jungs freuen sich, wenn sie Exklusivabholung bekommen. Ja, möglich. Ganz schöne Scheiß-Aktion grad vorne von den Cops. Ja. Ach ne, jetzt macht die Katze irgendein. Was machst du denn? Hörst du auf? Das Sackerl bitte in Ruhe lassen. Alter, jetzt muss ich das Sackerl weg. Jetzt muss ich von der Katze das Sackerl wegnehmen. Ja, ich weiß ja nicht. Oft mit Irren. Aber Irren brauchst du nicht. Na jetzt, Alter. Ach so, wegen den Dingern. Ach so. Deshalb wolltest du rein. Jetzt verstehe ich. Aha. Aha. Sehr gut. So, jetzt kriegst du aber nichts mehr jetzt. Jetzt weiß ich, warum der ihn zackern wollte. Da ist so ein Leckerli drin gewesen, was er unbedingt haben wollte. Aber das ist schon leer, da ist nichts mehr drin. Sag dir erst, da ist noch ne Wurst drin oder so. Ich denk mir schon, warum will der da hinten in das Säckelchen rein? A Sackerl. A Sackerl ist eine Tüte. Die, die es nicht wissen. A Sackerl. Na, hol mal das A Sackerl raus. So. Ja, ich will eigentlich noch hier Dings rausholen. Ich mach's mir so lange auch noch mal in Maybach gemütlich, Jens. Jo, perfekt. Könnt ihr das mal in der Zwischenzeit. Was ich euch mal zeigen könnte. Soll ich mal in der Zwischenzeit Minecraft zeigen, was ich gemacht habe. Weil jetzt gerade passiert nicht viel für euch. Aber für die Ehrenbrüder und Ehrenfrauen, die jetzt noch dran sind. Ich zeig euch das mal schnell. Offline spielen, ja bitte. Vorbereiten. Ah. Ah, 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 ah. Guten Tag. Oh, da ist schon wieder. Guten Tag. Wir warten noch auf ein paar, ne? Wie bitte? Wir warten noch auf ein paar. Ah, warte, warte mal kurz. Ja. So, jetzt. Wir warten noch auf ein paar Leute. Ja. Alles können probieren. In's okay ist. Ja, aber ich mach's mir nämlich halt ein bisschen gemütlich. Der Eni macht sich's auch gerade in Maybach gemütlich. Ach, der Maybach ist auch da. Super. Ja, wir warten noch ein bisschen. Wir haben eine große Abholung. Zeig ich das mal. Oder die müssen ja auch bald rauskommen. Ach, komm ich da überhaupt jetzt drauf? Ja, moin. Ah, doch. Ah, ich kann Minecraft gar nicht öffnen. Na, super. Ah, doch kann ich. Opa, das ist ja so gestartet. So. So im Vordergrund lassen. Ich zeig ich das mal auf die Schnelle. Ähm. Hab ich noch irgendwas nicht vorgelesen? Ich schau mal schnell. Weil Sachen nicht richtig eingeblendet. Ne, hab ich alles vorgelesen. Perfekt. Perfekt, Jungs. Ich zeig ich das mal schnell. Ja. Ihr werdet jetzt grad so lachen, wenn ihr das seht, Alter. Ihr werdet so lachen. Weil ihr wisst ja, wir haben ja in Minecraft, ähm. Immer ein eigenes Texture Pack gehabt, ne? Wisst ihr ja. Wir haben in Minecraft ein eigenes Texture Pack. War immer so. Hat sich nie geändert. Und zwar. Aufgepasst, Leute. Was ist das jetzt? Kannst du gerne den Koffer rauchen. Ich glaube, man sieht's nicht. Ach, man sieht das nicht. Das ist wieder so ein Buch. Ach doch, man sieht's nicht. Ich muss nur... Ah, ich muss da, Singleplayer, dann. So, wartet. Jetzt mal was es geht. Guck mal, wir haben... In Minecraft, wartet mal. Set, äh, ne. Set, äh, ne. Game Mode. Survival. Seht ihr das auch? Gut, es ist jetzt ein bisschen laggy. Auch deshalb, weil... Gerade hinten noch, ähm, ein anderes Game läuft. Also, ich hab jetzt... Hier natürlich nicht so die Frames, wie es eigentlich sein sollte, wenn hinten noch Kante-RP läuft. Aber... Seht ihr das, was ich sehe? Die Health-Anzeige. Ist das nicht geil? Hahaha. Ist diese Anzeige nicht geil? Sieh da... Warte, ich pass wieder... Game Mode, äh... Ich war so stolz drauf. Sieht so geil aus. Und ich hab endlich mal das meiste konnte ich fixen an Sachen, an Texturen. Ein paar Sachen muss ich noch machen. Zum Beispiel hier. Da muss ich noch die Texturen machen. Die fehlen noch. Aber so im Insgesamten ist das Texture Pack eigentlich wieder fast fertig, ne. Gab ja ein paar neue Neuigkeiten. Das hier fehlt auch noch zum Beispiel. Oder hier fehlen noch ein paar Platten. Aber das Texture Pack ist wieder an sich fertig. Und es glänzt und ist schön. Hier. Es glänzt und ist schön. So. Gut, ich wollte euch jetzt nur schon zeigen, wie das aussieht jetzt. Äh, ich muss das wieder schließen. Äh, Minecraft schließen. Ja. Äh, save and quit. So. Perfekt. Geh wieder kurz zurück. Ich wollte das nur in der Zwischenzeit schon mal zeigen für euch. Dass ihr mal seht, dass das Texture Pack auch weitergegangen ist. Die Grafik, Bro. Ja, ich hab einen Shader drin. Xion Brot, ja. Toast-Hund. Den könnt ihr auch. Also. Man sieht eh, dass der Toast-Hund da auch dabei ist. Hahaha. Die Grafik. Eher stimmt mit dem Titel nicht. Warum? Neues Auto kaufen. Wir haben ein neues Auto gekauft. Auf RLO. Und jetzt spielen wir ein bisschen Grand. Und den Grand haben wir noch kein neues Auto gekauft. Und dann werde ich den Titel wieder umändern. Echtee. Was geht? Na, endlich bist du wieder. Ich hab auf dich gewartet, Prinzessin. Du stehst tief in meiner Schuld. Ne, andersrum. Ich stehe in deiner Schuld. Äh, warum? Ja, weil du mich da rausgelassen hast. Ich hol dich gleich wieder ab. Äh. Hab bewusst über... Also, wie haben die dich mitgenommen? Das versteht nicht. Hast du dich noch versteckt? Ja. Ich hab da gesessen. Auf einmal kamen die Cops und haben mich umstellt. Ach du Scheiße. Nicht gut, dann war... Dann ist klar. Jens, ich möchte ein Auto haben. Soll ich dir eins kaufen? Ich möchte eine A8 haben. Ist kein Problem, kaufe ich dir Schnecke. Was kostet der A8? Äh. Also. Der im Gefängnis meinte eben 2,5 Millionen und dann nochmal um die 3 Millionen Tuning. Der soll sehr schnell sein, bis zu 420 kmh. Ich bin Audi-Fan. Weißt du doch. Bitte schön. Oh, da muss ich schauen. Ich hoffe, ich kann ihn noch tun. Wie soll ich das machen? Also, jetzt bin ich wirklich... Jetzt bin ich wirklich arm wegen dir, ne? Seh ich ganz arm, oder? Hast du gar nichts mehr auf Konto? Nee, jetzt ist alles weg. Jetzt muss ich einfach schauen, wie ich hier wegkomme. Ja, da hinten. Hallo, Christian. Nimmst du mich mit? Ich will mir ein A8 kaufen. Aber da fahre ich mich richtig voraus, dass du mich mitkomm. Was sagst du? Nee, ich frage gerade hier Koyak, frage ich gerade. Oder willst du mich mitnehmen? Ich kann auch dich mitnehmen, mir ist egal. Oh, guck mal, der Koyak steigt um. Ehrenmann. Wenn nicht, hab ich mit Anni nochmal ein bisschen knetet für mich. Koyak kannst bei mir entsteigen. Ja, fahre wir mal los. Ich kauf wieder doch noch ein Auto. Ja, ich hab den gefragt. Ich möchte ein ganz schnelles Auto, ne? So zum Spaß haben, weißt du? Genau, ja. Und das gemeint, der ist echt schnell. Und dem schaffst du... Ja, genau. Haha! So, alles gut bei dir? Ja, bei mir sehr gut. Ja, bei mir... Also, ich hab jetzt... Ich hab jetzt ähnlich wieder meinen Nacken eingeringt bekommen. Super. Gut, ja. Ich schalte mich nochmal an? Gar nicht. Du fliegst einfach raus, wenn du da fliegst. Sehr gut, ne? So. Also, man kann sich schon anstellen auch, ne? Aber ich find's lustig, wenn ich einfach nicht sag, wie's geht. Das hast du mir schon gemerkt. Ja, ich weiß. Naja, da fahren wir. Boah, das ist halt so schnell jetzt, wo's kaputt ist. 3,70 fahren wir gerade. Wir fahren doch 3,70. Ja, der meinte, da ist... Wie kann ich denn Auto tun? 3,84? 3,90? 4,50? 4,50? Neee. Alles gut bei dir? Wir sind... Wir sind Gott sei Dank nur mit 4,50 gegen... Ach du Scheiße. Wir sind Gott sei Dank nur mit 4,50 gegen so'n Bordstein gefahren. Alles gut. Ich fahr' da den Typen. Ich fahr' da den Typen. Ich fahr' da den Parkplatz. Guck' mal. Guck' mal. Ach du Scheiße. Was ist denn los? So, jetzt aber bitte. Fahr' mal einkaufen. Bevor das jetzt noch komplette Ausmaße annimmt. Ich kann nicht mehr fahren mit der Kiste. Moin, du bist der Beste. Moin, du bist der Beste. Halt' dich Beste. Jetzt fährt er aber richtig... Alter, jetzt fährt er schnell. Holy Shit. Okay, ich muss echt aufpassen. Das Ding ist ein... Also ihr wisst, je kaputter dieses Ding ist, desto schneller fährt der. Pass mal auf jetzt. Und ihr seht jetzt nicht wie schnell ich fahr' aber ich fahr' jetzt schon wieder. 300. Ich fahr' immer richtig schnell. Hallo, hörst du mich noch? Hallo? Hallo? Kein Bock mehr. Ich hör' dich grad' nicht. Herr Steissbein, ich hör' dich nicht. Wir sind da. Guten Tag. Herr Steissbein. Herr Steissbein, hallo? Herr Eisbein, hallo? Okay, dann halt nicht. Und was dumm ist vielleicht passiert gerade? Ja, hallo. Was denn passiert mit dir? Sag' mal, kannst du mir Autos übertragen? Nö, gar nicht. Leidig. Ich muss zwölf Stunden auf das Auto warten, außer ich hab' hier nicht dieses Amazon Prime. Ich kann aber nicht kaufen und übertragen, glaub' ich. Ah. Oder ich müsste gucken. Ui, das FIB obsidiert unser Haus. Warte mal. Oh, ich hab' Angst bekommen, dass das das FIB ist. Warte mal ganz kurz. Hey Jungs, das FIB ist schon wieder an seinem Haus, ist observiert. Wer weißt du denn? Aber warum? Mit welchem Punkt? Ich weiss es nicht. Die haben jetzt aber gerade eine... Wird gerade wieder eine Message geschrieben. Ich fahr' da mal hin. Ja, Markus, ich bin noch da. Ich hab' nur im Funk geradeaus gehabt. Sorry. Ich will mit da hinfahren, oder willst du das jetzt Auto kaufen? Ey, dann halt mich mal auf den Laufenden, Jens. Mich würd' mir gerne interessieren, warum... Ich bin jetzt auf den Laufenden, ey. Wir können erstmal da hinfahren. Mach dann mal ein Monat dieses Amazon Prime. Ne, ich kann's jetzt probieren. Ich kauf' das Ding sonst und ich schau' ob's funktioniert. Okay. Hey, was ist? Oder kannst du da in die Garage stellen, dass ich darauf zugreifen kann? Nee, kann ich nicht. Ah. Wir können sonst jeder machen, ist das Ding. Ja. Ey, sonst gib mal das Geld. Ich probier' das. Ich krieg' das vielleicht hin. Ich glaub' aber nicht, dass es geht. Aber dann... Aber dann... macht's ja keinen Sinn, das zu testen, oder? Ja, doch schon. Gib' mal her. Gib' mal das Geld. Drei Millionen waren das Jahr schon gegeben. Ich geh' mit dir mein Geld. Du gehst auf mich, dann auf allgemeine Aktion und dann Geld übergeben. Bevor wir jetzt auch mit Muskeln zappeln anfangen. Mach' mal einen Reaktionskanal, also hast Abwechslung auf Twitch, wenn dann. Das ist aber ein bisschen viel, ne? Ja, ja, ich bin ja noch voll chill. Hey Steve, what's up, man? Wollte mal gucken, wo was mit dem Angebot ist. Warte, was wolltest du? Einen R8 wolltest du, ne? R8. Audi R8. Warte mal, ich frag' dich noch mal. Okay. Ich hab's über den... 2,8, das ist der... Hey Steve, what's up, man? Ja, das Tuning leier' ich ihm auch noch. Hab' ihn gekauft. Los geht's. Tuning kannst du dir dann du zahlen, weißt was ich mein'? Was? Das Tuning kannst du ja du zahlen, weißt was ich mein'? Wenn ich das zusammenspare, irgendwie frag' ich dann Psychologin. Oh, Hallöchen. Moin erstmal. Hallo. Schönes Auto, gefällt mir ja gut. Was hast du denn bezahlt für den Hörbel? Welches Auto denn? Ja, der hinter ihm. Der gehört meinem Mann tatsächlich. Achso, der Mann hat Geschmack. Gefehlt mir. Ja, danke, danke. Ich weiss, dass ich gut aussehe. Wow. So. Ich habe explizit Auto gesagt. Ja, aber trotzdem war der gar nicht weg. Achso, die denkt aber auch, sie ist es nicht. Die denkt sich auch, sie ist die allerschönste Frau auf der Isabel. Kannst du echt kein Auto übertragen? Dann haben wir doch... Ich probier's jetzt, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich möchte, dass du aber nicht übertragen kannst. Wenn's nicht geht, bist du selber schuld, dann ist das Geld weg. Es ist futsch. Ich hab doch gesagt, wenn ich kauf' ich das selbe. Ich hab nur übrigens gesehen, was schuld. So, wir probieren das jetzt aus. Ja, ihr seid so. Hey! Hey, Thomas! Hi! Komm mal her, du. Hey, schnitt dich! Komm mal her, du. Dort ist er, guck mal. Warte, ich verkauf dir den jetzt. Pass auf, komm her. Ich verkauf dir den jetzt. So. Wie geht das? Ich probier's jetzt mal. Und ich geb dir jetzt... Äh, warte, hier Dokumente. Ach ne, warte, wie machen wir das hier? So. Dann geh ich um das Grünstück. Fahrzeug. Fahrzeug verkaufen. Äh, den hat jetzt Jens gekauft. Ja, ja. Ach so, ich muss ein Kennzeichen anmontieren, sonst kann ich den gar nicht verkaufen. Er sagt, du kannst mir den verkaufen, hätte er grad gesagt. Nö, ich muss schon ein Kennzeichen anmontieren, sonst kann ich den nicht verkaufen. Jetzt machen wir schnell. Mal probieren fahren, das Ding. Hast du gesehen, da war für die Polizei. Boah, diese Flitzpiepe. Im Kennzeichen kriegst du ein Auge drauf, hast du gehört? Mega. Mega, ne? Aber das sieht auch gut aus. Er sagt, Volltun soll der richtig schnell sein. Oh, der fährt nicht schon schnell, holy shit. Ach du Scheiße. Der fährt 300 ohne Tuning. Tatsächlich. Ja, komm jetzt. Dann müssen wir den nochmal tunen. Boah, du Scheiße. Ja, aber ich tune erst, wenn der fertig ist. Wenn ich den übertragen hab, dann tunst du den. Ja gut, das macht Sinn ja. Ja, das meinte ich doch die ganze Zeit. Er sagt, zuerst Kennzeichen und dann tunen. Du bist bei mir doch schon leise. Du bist bei mir auch leise, aber ich weiss auch woran das liegt. Das liegt an unserem Stimmbändern. Das geht auch. Du fühlst zwanzigmal lauter als wenn ich mit dir rede. Ja, ist so. Ist so. Bei mir ebenfalls. Das selbe Problem. Was macht man hier? Gebrauchst du den Tag? Einmal kein Zeichen, bitte. Spilligste für 14. So, das ist jetzt auch nochmal 14.000 gekostet. Und jetzt guck mal, dass wir das hinkriegen. Komm mal her. Danach will ich nie wieder Geld von dir. Nee, du musst aussteigen. Und dann guck ich, dass das klappt. Oh, der sieht aber echt gut aus, der Wagen. Komm mal her. Versicherung wird viel kosten, wenn du den abgeschleppt hast. Oder irgendwas mal passieren sollte. Oder geklaut wird. Kostet auch viel. So. Ich hab doch gar kein Geld. Ich schaff das schon irgendwie. Wenn nicht, muss ich mal die Jungs fragen, wie ich Geld verdienen kann. So, bitte. Für 1.000$ müsst ihr ihn jetzt kaufen. Perfekt. Ist jetzt deins. Hat geklappt. So, wie viel Geld brauchst du noch zum Tuning? Was? Wie viel Geld brauchst du zum Tuning? Ich weiss es nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, das kostet mich sicher auch viel. Jetzt haben wir ja kein Auto mehr. Das ist super hier. Das war jetzt schon. Haben wir toll hinbekommen. Warte, ist ja vielleicht ein Parkes. Hallo, aufpassen. Hallo. Aaaaah. Aua. Jetzti. Ich hab mal eine Frau. Können Sie das ganz schön mitnehmen? Ja, klar kann ich euch mitnehmen. Ach, danke. Ich bin sehr lieb von Ihnen. Geil, wir müssen zur Garage. Wir müssen zu einer Garage. Ja, wir müssen zur Garage. Wenn Sie das machen, dann küsse ich Ihr Auge. Ich bin direkt neben mir. Ach, scheiße. Sind Sie vom FIB? Richtig. Ach, das ist jetzt eine Problematik. Heisst das völlig Jens? Nein. Komisch, Ihr Handy wurde gerade hier geordert. Ach, das wurde hier geordert. Nee, das ist der hinter mir, ist der Jens. Achso. Ja, ich bin jetzt nicht. Aber sind Sie so nett und bringen Sie uns zum Parkplatz. Das wäre sehr nett von Ihnen. Ja, und dann geben Sie mir bitte einmal die Weste, die Sie anhaben. Dann übersehe ich das. Ach, die Weste habe ich gekauft. Ja, aber die ist vom Staat, ne? Nee, aber die habe ich gekauft. Am, 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 vom, vom, vom Jochen. Ja, ich gebe sie Ihnen auf. Ja, du darfst sie aber nicht tragen. Das ist, äh, Staatseigentum eigentlich. Ja, aber warum hat es noch mehr verkauft? Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht war es ja nicht so ein Guder, ne? Das kann sein. Ich muss nur ganz schnell gucken, ob ich da auch noch die Sachen drin habe. Kann sein, dass die da drin sind. Ah, 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 ey. Es kann sein, dass hier noch die Sachen drin sind. Ich muss nur gucken, weil ich habe da noch eine Weste drin. Und die Weste, die heißt, verpisse mich. Wir haben uns verstanden, ohne miteinander zu sprechen. Ich wusste genau, was du willst. Gib Gas, Alter. Ich wäre so ein echt gutes Dreamteam. Hast du gesehen, wie der gefragt hat, ob ich die Weste ausziehe? Ich habe 125.000 Dollar bezahlt für die Scheiße. Aber es sichert sich die nicht aus. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht da... Du wirst lauerhaft geordnet, Jens. Ja, es wird doch scheißegal. Das soll er nicht ordnen. Komm der zu mir nach Hause. Ich mache einen Popcorn. Dann setzen wir uns zusammen und gucken einen Film. Ich weiß nicht. Ich wusste nicht, wie ich ein Auto rausholen könnte. Ja, jetzt fahre wir aber weg. Ich fragte gar nicht, wie wir da beide eingestehen sind. Hoffentlich. Und er alleine da steht. Ich, 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 was denn da... Der wusste aber auch nicht, dass das mein Auto ist. Der hat das nicht gecheckt. So, perfekt. Ich fand eher lustig, dass wir das beide gleiche gemacht haben, ohne mit ihm dann zu sprechen. Ja, das ist schon schön. Gut, jetzt fangen wir mal hin und holen mal die Aue ab. Der arme Cop, Alter. Weißt du, der war ein richtiger Finger, ne? Aber das soll uns doch zum Parkplatz werden. Aber weißt du, was der Asi ist? Du merkst nicht, wenn die ja vom FIB ist. Ich hab zuerst gedacht... Oh, das Kennzeichen mit FIB. Wird nicht so schlimm sein. Auf einmal sitzt er da drin. Und er gehört zum FIB und er sucht mich. Ach du Scheiße. Ist es ja auch ein Parkplatz oder was? Ich such gerade, warte. Ich such gerade. Aber dann können wir, glaube ich, die Karre kann richtig heizen. Hier ist die. Hier ist der Parkplatz. Guck. Ach warte, ich frag mal hier, ob da irgendwer Jonas heißt und jemanden mitnehmen können. Oh ne, da ist keiner. Schade. Hast du gerade gesagt? Ja, ich fahr schon. Bin schon Parkplatz. Ich hab gesagt, ich glaube die Karre heizt dann richtig, wa? Die heizt richtig. Aber du darfst nicht unterschätzen, mein Performante ist sehr schnell. Vor allem wenn er kaputt ist. Dann fahren wir erstmal ein Rennen, Dicke. Einfach mal ein Rennen, ja. So. Da ist immer Parkplatz. So, ich sag dir folgendes. Du gehst jetzt zu diesem Parkplatz-Typen. Wo ist der? Hier vorne oder weg? Ja, der hier. Dann kaufst du einen Parkplatz für 1000 Dollar und dann parkst du deinen Hobel aus. Der arme Junge. Wie schnell das jetzt ging. Das ging grad richtig flitz und schnelle. Die können mein Handy halt orten, ne? Das wusste ich halt nicht. Was los? Und jetzt, was muss ich jetzt machen? Ja, zum Audio gehen, wenn du es ausgeparkt hast. Es muss hier drinnen irgendwo stehen. Äh, ne. Was machst du denn? Ne, äh, vorne. Ne, komm mal mit, komm mal mit. Du hast es falsch gemacht. Komm mal mit. Dann muss ich nochmal extra ausparken. Du musst ja nochmal hier hin und dann ausparken, wenn du es gekauft hast. Äh, ich kann es wieder noch. Tja mal, du wählst es, du wählst aus hier. Ich möchte einen Stellplatz kaufen. Ich hab doch eben schon einen gekauft für 3000 Dollar, ein Parkplatz. Jetzt kann ich wieder einen kaufen. Ja, aber hast du ausgewählt, welches Auto du ausparken möchtest? Ja, ja. Dort steht der dann? Aber ich glaub, da stand Etage 9, ne? Ich glaub, wir müssen da ganz oben. Och ne, laber dort nicht. Hast du den oben gekauft? Warte mal. Hi. Also, eigentlich sollt ihr hier unten stehen, der Wong. Ich fahr mal durch. Wirklich hier oben gekauft, Etage 9. Oh, da ist nichts. Oh, ist er nicht dabei? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Wurde irgendwas falsch? Ach du Scheiße. Per Steißbein geht's ihm gut. Ich hab hier eine Steißbein erlischt. Also, ich find doch kein Auto. Ich habe, ich kann jetzt nochmal den neu, neu, soll ich nochmal neu machen? Ja, mach suscribi, komm. Du musst den neu kaufen. Ja, du musst den neu kaufen. Funktioniert nichts. Ach hun, einfach ja. Funktioniert nicht, musst den neu kaufen. Ja, funktioniert nicht. Einfach neu kaufen. Ja, einfach neu kaufen. Ja, gleich rein. Jetzt müssen wir einfach belehnen. Ja, nochmal. Sonst transfer ich um den woanders hin. echte moderatoren übernehmen den chat ja danke moderatoren die machen bei euch glaube ich gleich razzia weil die sind über den heli etc da so zu machen das ist uns egal ist uns egal wir müssen die woanders abholen wo müssen wir den abholen guck mal auf die kadde links drinne guck mal da drin ist das war eben nicht so da in der werkstelle in der haus da trotzdem war das worte was denn jetzt er steigt bei langsam tun sich weh pack dein auto weg du kommst aber wir wollten auch ein regen fahren wir gucken wie teuer ist ja das können wir doch auch zusammen machen das komplett lost alter komplett lost wieder mal was los steht mir schon gut das auto oder wir formation natürlich garage wo man gut tun kann für guten preis ja ich war die hinterher ihr perfekt die müsste die auch sein so damit die unbekannte informant gibt mir mal informationen was beim haus passiert ein unbekannter informant echte unbekannte informanten schauen was am haus los ist danke ich muss niesen leute ich habe keinen bock zu niesen jetzt ist schon wieder drei uhr in der früh alter drei uhr morgens jetzt haben wir auch gleich mal wieder zeit für das bett hier langsam langsam wird es wieder zeit für das bett hier habe ich ihn ich habe meine schokette aber da ist er das wäre meine schokette ich bin wieder verloren hier hinten wir haben ja hände geordert jungs wir haben gerade hände geordert jungs ich stehe halt echt fett auf der freie auch warte mal ich stehe doch gerade noch wer ich habe vielleicht noch etwas gefragt so da fährst du mal rein du kann man dir helfen äh alles gut ich suche gerade noch einen kollegen der hinten dran wollte man hört dich kaum was hast du ich hör dich echt gar nicht bruder also ich hör dich schon aber du bist ja leise ach so äh ja dingens alles gut ich war gerade noch auf dem kollegen bis vom messer alles klar alles klar alles klar ist ne geklaut der ne sei ehrlich ne der ist nicht äh was der ist nicht geklaut ne ne ich mein die was denn ja ne ich bin beim SIHP natürlich ne ich mach nur spass ist geklaut ich werde gesucht bruder ich werde gesucht und die Aten 24 sind mein handy ich muss dann eh gleich wieder weg hey fahr weg bruder ja nicht was denk ich muss meinem Kumpel helfen warte mal Kumpel ey Jens ja was kostet der Tuning ich komm mit der Tuning Garage nicht klar ach laber doch mit was muss ich denn davon kaufen ja Turbo ach ne scheiss wir sind der falschen ich bin so ein Volltrottel komm mit ne ne wir sind deine falsche es tut mir leid wir müssen woanders hin ich bin ein Trottel pass auf wir treffen uns in Palito Parkplatz da fahren wir gleich ne rennen Dicke ja ne äh Polizei ist über mir scheiße alter jetzt haben sie schon Polizei Helikopter schalten alles ein was sie haben ne krank ach ich hab kein Premium ne so ich bin wieder im Funk äh folgendes Problem die haben jetzt sogar ein Polizeilikopter in der Luft gegen mich wegen Heimstern ja die haben mich gesucht aber jetzt hab ich keinen mehr oh Gottseidank jetzt bist du fertig ja jetzt bin ich fertig ja endlich ich hab nicht grad ein Helikopter über mir gehabt ja wie siehts bei dir aus jetzt ich fahr grad Richtung Palito hoch ja gut von da kommen wir grad aber wir gehen nämlich Tuning ihr könnt auch ihr könnt auch ihr könnt auch unten bei Los Santos Custom und dann wir fahren Gott einfach ein paar Lieder ist wiedergall los die Ohr zu ja das mit der 5 Minuten Regeln ich schon mitbekommen also ich fahr grade 3 384 405 405 Leute fahr ich grade alter das bin ich so schnell das ist so heftig alter ich hab mir einfach 405 an wenn ich will also ich muss sagen das ist echt mein Lieblingsauto der performante hier also besser gehts nicht ich komm doch also mit dem Ding komm ich immer von der Kopf weg glaub ich müsste ich eigentlich fährt sich auch richtig gut in den Kurven guck dich das mal an das ist das richtigste Kurvenmonster bitte mit 275 um die Kurve einfach dann sind wir wieder auf 340 also hier ist das anwesendes clean hier ist gar nichts mehr Perfekt glaub ich glaub die äh haben die ganze Zeit mehr Handy geortet anscheinend aber jetzt ist glaub ich eh Ende oh jetzt hat uns ein paar Lieder gesagt ne und da sind wir schon Ba Ba Lido Ba 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 Lido grüner Lambo wurde grade über Funk ausgerufen mit illegaler Weste ja dann zieh ich die Weste einfach aus hallo hallo hast du geschafft oder was so äh pass mal auf du musst hier musst du äh Dings machen äh hier musst du Tune gehen da drinnen da geht das oder was da geht das genau ich geb dir mal ein bisschen Geld komm her ich weiss halt nicht wie teuer das ist ja ich weiss jetzt auch nicht gib mir das zurück was halt übrig bleibt ne ja 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 ich kann mich nicht verrechnen hab nicht mehr viel Geld selber auf der Hand bitte probier's einfach und das was übrig bleibt gib's mir auch zurück sag mal ist der bei dir auch ein Chrom war der war doch vorher noch nicht Chrom oder so oder der ist nicht Chrom der ist einfach nur dreckig und scheiße sag mal kann das sein dass bei dir die Autos schneller sind ah ne aber mein Auto ist schnell nein du hast doch vorhin gesagt du bist 300 gefahren oder in der Stadt mit ganz vielen Bams ja fast 300 aber nicht ganz ich hab eben 2,70, 2,80 ja ja so ungefähr vor der also schneller bin ich nicht geworden dann äh Jens wir kommen gleich hoch nach Palito ja ich hab schon gehört irgendwas ausgerufen das Richtung Palito ein äh Performante hochfährt anscheinend äh Polizei sucht mich immer noch wegen der illegalen Weste die ich anhatte dann leg dir hinten bei dir in den Lamborghini rein dann können sie nix machen ja dann mach ich das so mein Handy wird grad wieder geordert ja ja äh Jens sonst legst du in den äh 8 dran weil die werden mit Sicherheit deinen Kofferraum definitiv durchsuchen wenn sie dich äh anhalten ja gut dann leg ich das beim Kümpel sonst rein ja und dann kann er ja zur Not abpauen und du wärst eigentlich safe ja safe ist gut gesagt ich hab ganz viele illegale Waffen dabei das bringt sich nix dann kannst du ja alle in den äh bei Christian rein warte mal so viel kostet das ich hab jetzt nur noch 1,6 Millionen dabei was willst du noch bezahlen ah ne dann lassen wir das das ist ja schon teuer du oder fährst du einfach zum nächsten Parkplatz und äh packst äh ein Auto aus außer Motor Apps zur Stufe kostet nochmal 1,12 Millionen das wär auch noch ne Option ich hab noch 157.000 ja warte dann geb ich dir nochmal eine Million das Ding ist mein Handy wird die ganze Zeit geordert wir wollen nicht wollen wir dann mit dem mal fahren dann können wir den mal richtig durchdrücken ja wir drücken beide durch wir gucken wer schneller ist ja da seh ich uns ist dein Auto auch so teuer zum Tune? ja ebenfalls sehr teuer gewesen ich kann mal gucken was ich bezahlen lass mich mal gucken was meiner noch kann vielleicht ist meiner sogar noch irgendwas mit Tuning mal bremsen mal bremsen äh bremsen war noch zu machen oh guck mal der Polizeilicopter da oben die sind hinter mir her mach mal schnell du musst schnell machen die sind hinter mir her anscheinend ich weiss auch nicht warum du wir müssen weg die sind hinter mir her ne du steig's Bein komm am besten in den Funk rein am besten da kommen gleich Copperinos wir müssen weg Punkt check 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 wir treffen uns uns in Sandy Herr Steig's Bein alles klar witzig nach Scheppern runter Alter die Karre zieht jetzt ne wie steh fährst du denn ja ich muss mal nicht durchdrücken aber in 10 cm muss ich gleich wieder bremsen also ich krieg noch das übrig gebliebene Geld ne ja ja 36.000 das ist übrig geblieben das kannst du nicht behalten aber du hast mich grad echt viel Geld gekostet mein lieber Schalli du du hast mich grad 6 Millionen gekostet insgesamt ja 6 Millionen Bruder über 6 Millionen hat nur für dich ausgegeben also ohne Bums fahr ich hier grade 340 hast du uns grad überholt Jens ja ich hab mich grad überholt 340 ist schnell aber du fährst keine 400 mein äh performante fährt 400 wenn ich will wo treffen wir uns in 10 cm oh pass mal auf es ist es ich hab grad ne marisch bekommen lateral force ist jetzt äh die dürfen auf mich schießen ich muss gucken jetzt Jungs ich muss ich muss nach Hause ich muss nach Hause Jungs es geht nicht anders komm mal bei mir mit ey Jungs wir müssen jetzt echt aufpassen kann ich ja meine sms endermann oder so die wollen jetzt auf mich ballern hab ich gehört scheiße ey nur weil ich abgehoben bin vor allem das Ding ist ja der eine helikopter hat nicht gesagt so anhalten oder so fahr einfach rum weil liberal force ist erlaubt hat er gerade geschrieben das heißt ich bin für einen Abschuss bereit wegen der Weste Achtung Peilsender am Kennzeichen ja gut so sollte ein Peilsender geworden sein der gibt aber echt viele Hinweise der Bruder äh wo treffen wir uns? oh du ich hab grad nen Peilsender am Kennzeichen anscheinens ich muss mein Auto tauschen ich muss mein Auto tauschen das Ding ist das einzige was ich mir grad nachweisen können ist mein äh ist mein ähm meine Weste nicht anhatte und wegen der Weste wollen sie mich abknallen hab ich das richtig verstanden? äh Herr Benzmann hört sie nicht im Funk ach so perfekt sagt er sagt er also ich glaub ihm 加入 ним weil du wos on die Karre ach wirklich shatz willst du mich komplett hopstenden grave dass er mich denn da vorne hinstellt nachdenrag Herr Benz am besten war Jetzt wollen wir den vierten Krieger knacken lassen. Hören Sie mich? Ja. Perfekt. Äh, wo treffen wir uns? Och ne wirklich jetzt. Ich hab grad kein Glück Leute, ich hab halt gar kein Glück. Dann fahr ich mit dem Auto weiter, scheiß drauf. Ja, ich würde nach Hause fahren, so schnell wie möglich. Ich hab grad echt Probleme mit der Polizei anscheinend. Also mir sagt die ganze Zeit jemand, mich verfolgen die. Äh, die Polizei schreibt keine Nachrichten. Ne, aber jemand der bei der Polizei ist, hundertprozentig, der hatte immer recht, wenn dort Polizei war. Der hat mir gesehen nicht, was die durchgefunkt haben. Oder ich weiss nicht, wie er das abgehört hat. Irgendwie hat er das abgehört. Sonst wechseln wir das Fahrzeug am besten. Ja, mach ich jetzt auch. Weil normal ist, wenn du keine Wanteds mehr hast, dann können die dich gar nicht mehr orten. Ja, aber jetzt ist ein Helikopter über mir. Fahr die nächste rechts. Da ist ein Helikopter über mir die ganze Zeit. 24 Helikopter drüber. Na, also würde ich vorschlagen, dass wir uns alle im Anwesen treffen. Ja, komm mal zum Anwesen. Die sind gerade alle da. Komm bitte mal alle her. Ja. Weil wir wollten nämlich auch nochmal irgendwie Gespräch haben. Weil dann verfolgt er dich anders, Jens. Ja, alles. Guten Tag. Sag mal, ist überall Mangel an Premium-Kraftstoff? Oder bin ich dumm? Äh, ja. Alles kann um die Uhrzeit vorkommen. Na, ist das aber auch schon seit gestern so. Ich will mir Premium-Kraftstoff reinjagen. Ja, klappt nicht, ne? Wie fällt fetten deine Bude jetzt ohne? Raus mit der Kiste, oder? Oh, geil. Das Ding ist geil, ne? Ne, ich... Ich glaube er ist gerade schneller als ich auf jeden Fall. Oh, das Ding fährt sich scheiße. Boah, Alter fährt sich da scheiße. Du hast ganz vergessen, dass ich so kacko fähr das Ding. Aber schnell fährt er, holy shit. Die bremsen dann auch zum Kotzen. Ja, mir wurde immer gesagt, meine Telefonnummer wird geortet. Also mein Telefon. Nein, dann orten die dich anders. Weil die kann ich nur... Ich bin 3, 360 gefahren. Ja, dann orten die dich definitiv, äh, ganz anders. Gleich hast du ja so einen Autoship im Pro. Ja, nee. Wie sollen sie Bestand orten? Bodycamp. Ja, das glaube ich aber nicht, weil einer hat gemeint bei der Polizei, ich werde geortet durch meine SMS über, über mein Handy. Handy-Ortung. Alle fünf Minuten können die meine Handy-Daten orten. Die Handy-Ortung sagen die nur, wenn du die Wanteds hast. So können die dich orten. Achso, ja, aber ich habe keine Wanteds mehr, nee. Nee, danach können sie dich nicht mehr orten. Okay, alles klar. Ja, dann bin ich jetzt safe. Weil wir haben in Form nach dem Kennzeichen geortet. Ja, aber die können ja nicht dein Auto komplett orten, wo du langfährst. Also wenn dann orten ist, dann ist das jedenfalls anders. Ja, da bin ich jetzt mal raus aus dem Schneide, so wie es aussieht. Hoffe ich zumindest. Also wir sind jetzt am Anwesen. Ja, ich bin da gerade weggefahren, weil mir mitgeteilt wurde, da kommt gleich eine Sondereinheit rein. Okay, dann warten wir mal hier. Ja, chill doch einmal und guck mal, was da passiert. Ich habe da so einen Informanten an meinem Telefon, der schreibt mir alles, was die Polizei gerade vorhat. Also aus dem Funk, aber ich weiß nicht, ob das ein echter ist. Alter, 360. Aber ist nicht so schnell wie der Performante. Aber da können sie jetzt unmöglich das Kennzeichen ordnen von der Kiste. Aber auf nach Palito. Ja. Also erhält sie von deinem Fall ab. Ja. Kann man mal wer punkten? Ja bitte. Ja bitte. Oh, das hat gar nichts gebracht. Was denn Jack? Informanzer, Geisennahme ist wichtiger, anscheinend ziehen die jetzt ab. Hier sind so oder so keine Leute. Ne, ne, die wollten einen Trupp schicken, weil der Helikopter keinen Tank mehr hatte. Irgendwie so war das. Ja. So, ich packe mich mal ein. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal hinlegen. Alles klar. Sag mal, wenn der Kraftstoff leer ist, ist der überall leer? Wie meinst du überall? An jeder Tanke, wo ich bin, ist der Premium-Kraftstoff leer. Du musst kein Premium tanken. Du brauchst normalen Tank. Premium gibt es um die Zeit nicht mehr. Ist alles ausverkauft, du hast wahrscheinlich. Ja, aber ich will ja noch schneller fahren. Ja, aber du musst warten, du musst ja neu kaufen. Ah, ist ausverkauft, also musst du neu kaufen. Keine Updates mehr für den Tank. Joach, genau. Gut, ich spart mal immer irgendwo hin und Töffel, dass ich dort unten ruhig gelassen werde. Ich hoffe, dass dort keine Polizei kommt. Gut. Wir wollten noch in Rennen fahren. Das ist ein großes Risiko für mich. Bruder, von mir kriegst du kein Geld. Du hast mich angeschrieben. Ja, 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 dafür gibt es kein Geld. Und ja, 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 selber Schuld, selber Schuld. Ei, 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 da will ich jetzt Geld haben. Ist riskant für mich, da gibt es kein Geld dafür. Hätte ich vielleicht gegeben, hätte ich das nicht gefragt. Aber das muss ich ja nicht. Ah, komplett gehofft. Jetzt gehen wir aber mal hier offline. So. Gut, ich wünsche euch doch einen schönen Tag, ne? Gehst du schlafen, oder was? Joach, ich bin müde. Mach gut. Wollen wir keine Rennen mehr fahren? Joach, machen wir nächstes Mal, guck auf die Uhr. Ja, okay, dann gutes Nächle, ne? Danke für das Auto. Joach, bitte, kein Problem. Kuss, kuss. Gute Nacht. Gessen. Dann gute Nacht, Jens. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Sag mal, hat einer von euch Premium-Kraftstoff? Gute Nacht. Nein. Kannst du überweisen, gleich wie Handy das war. Ich glaube, im Haus könnte ein Premium-Kraftstoff noch im Schrank holen. Ups, ich bin gar nicht mehr da. Schau, wie er jetzt Geld wollte von mir. Wie er jetzt Geld wollte? Ah, so einer ist das aber so sicher nicht. Gut, Leute. Alter, viel zu langer Stream wieder. 7 Stunden 36. Werd' denn das gedacht? Dass der Stream wieder so lang geht. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch dieser Stream gefallen hat, vor allem jetzt, Alter, Grand war jetzt echt noch lustig jetzt hier. Also hab ich mir nicht gedacht, dass wir heute noch so viel abziehen hier. Auf Grand. Das erste Mal einen richtigen Überfall mit einer Verfolgungssack gehabt. Schon krass. War schon krass jetzt. Gut, Leute. Ich wünsche euch eine wunderschöne, gute Nacht. Wir sehen einen wunderschönen guten Morgen. Es ist einfach mal 3.24 Uhr. Es ist wirklich, wirklich Zeit, jetzt mal schlafen zu gehen. Jetzt ist es mal wirklich Zeit. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen. Würden wir uns sehr freuen. Alter, mal viel zu lang wieder gestreamt. Auf jeden Fall kuss geht an jeden Einzelnen raus, der jetzt noch bis am Ende geblieben ist. Schmatzer. Und, oh, das können wir ja, zack. Das können wir ausblenden. So. Also Leute, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich übermorgen oder überübermorgen. Mal schauen. Also übermorgen, sag ich schon. Also übermorgen oder überübermorgen vielleicht. Aber ich weiß nicht. Weil es ist ja, wobei es ist 3.25 Uhr, heißt es ja wieder Morgen. Ey, das ist so verwirrend. Und so verwirrend, wenn man so in die Nacht rein streamt, ne? Gut. Ey, so Leute, haut rein. Tschüssi, ich hoffe, es ist eine gute Nacht. Danke an die Moderatoren, die noch am Ende hier auch noch saubern installiert haben. Es waren ja auch noch ein paar. Ich ja, 3 Stück. Tschüssi, ich hoffe, es ist eine gute Nacht.